Unüberhörbar. Wie sinnvoll waren Lockdown, Impfpflicht, Abstandsregeln? Was lässt sich für zukünftige Pandemien lernen? Die Ampel-Fraktionen wollen nun das Infektionsschutzgesetz reformieren, haben dazu auch die Union eingeladen. Das Infektionsschutzgesetz war ja während Corona Rechtsgrundlage für die Einschränkungen. Industriebetriebe gingen in den Lockdown, Produktionen wurden auf Null gefahren. Die Gastronomie fand nicht mehr statt, Hotels mussten schließen. Corona-Verordnungen und Ermächtigungen wurden aus dem Boden gestampft und als die Pandemie zu Ende war, wurde alles wieder hochgefahren. Es gab Anhörungen von Experten, aber Eingriffe in Grundrechte blieben ohne Aufarbeitung. In dem Gesetz sieht es aus wie nach einer Party, von der die Gäste ohne aufzuräumen abgehauen sind. Zum Teil verfassungswidrige Ermächtigungsgrundlagen bestehen noch immer. Manche Normen sind nur auf Corona zugeschnitten, wären also auf künftige Pandemien gar nicht anwendbar, so Thorsten Kingrin, Jurist aus Regensburg. Dabei gingen Zehntausende auf die Straßen. Querdenkern und Verschwörungstheoretikern bot sich ein breites Betätigungsfeld, obwohl die Politik um Transparenz bemüht war. Altenheime und Krankenhäuser glichen zeitweise einer Isolationshaft. Menschen starben einsam, Impfpflichten für Berufsgruppen wurden eingeführt. Schlimmer noch, Menschen starben, weil Notfallbehandlungen für Angekrankheiten unterblieben. Das Ziel, das Gesundheitssystem am Laufen zu erhalten, erkauft mit dem Tod. Wir haben uns bis heute nicht darauf geeinigt, welche Rechtsgüter wir eigentlich in einer Pandemie schützen wollen. Geht es darum, jedes Leben zu schützen oder darum, die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zu sichern, so Manuela Rottmann, grüne Rechtspolitikerin. Die FDP fordert, dass die Regierung sich für künftige Pandemien besser wappnet. Und das sollte möglichst breit passieren, meinen Sozialdemokraten. Ampel und Union sollten jetzt einsteigen, die Evaluierung konkret zu beraten. Denn Corona-Maßnahmen wie die Schul- und Kitaschließungen waren überzogen, bekennt Johannes Fechner, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Und die Diskussion solle ausdrücklich keine politische Abrechnung werden, sondern Grundlagen schaffen für klar beschriebene, verfassungskonforme Maßnahmen. Und darüber kann ich jetzt sprechen. Zugeschaltet ist Professor Klaus Stöhr, ehemaliger Pandemiebeauftragter der Weltgesundheitsorganisation und häufiger Gesprächsgast hier bei Welt während der Pandemie. Herr Stöhr, schön, dass Sie mit uns sind. Und nachher ist man natürlich immer schlauer. Aber welche Entscheidungen, welche radikalen Entscheidungen, zum Beispiel in Sachen Lockdowns, waren denn schon nach damaligem Wissensstand überzogen, Ihrer Meinung nach? Die Liste ist ja schon relativ lang. Die Äußerung, dass man damals nicht so viel wusste, passt ja hier nicht hinein. Den Pandemieplan, Plänen des RKI, da wurde ja 2019 auch nochmal auf den neuesten Stand gebracht, sind sehr viele der Maßnahmen, die nicht funktionieren, eigentlich benannt als evidenzfrei beziehungsweise mit schwachen Nachweisen. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen. Bei den Kindern hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben, das auch nicht wieder umgesetzt. Die Daten lagen ja dann auch vor. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FFP2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung, also die kleine Feintöpfchen-Übertragung, überschätzt. Und da hat man auch noch Lüftungsgeräte gekauft, die Absperrungen an den Grenzen, die Kontaktnachversorgung und Quarantäne zu einem Zeitpunkt, wo das Virus schon frei zirkuliert war. Also die Liste ist hier lang. Aber das Entscheidende ist ja, dass man sich das jetzt anschaut und mal beurteilt, welche der Maßnahmen vernünftig und unvernünftig waren. Lassen Sie uns noch mal kurz sprechen über diese FFP2-Masken. Wenn man sich erinnert, am Anfang haben sich ja alle noch so Stofffetzen vor Mund und Nase gebunden. Die gab es dann in verschiedenen Ausführungen, auch von kleinen Handwerksbetrieben. Und irgendwann musste es dann die FFP2-Maske sein. Aber Sie sagen, auch die hilft nicht wirklich. Es laufen ja heute noch Menschen, die sich schützen wollen mit FFP2-Masken herum. Ja, das ist ja ein bisschen tragisch, weil Masken ja eigentlich ihre Funktion erfüllen können. Die FFP2-Masken im Arbeitsschutz oder in Bereichen der Medizin, wo sehr hohe Areosolübertragung, diese Frage besteht. Aber man hat hier völlig das Fachwissen annulliert. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat immer wieder betont, und auch 2020, die FFP2-Masken schützen für die Allgemeinheit nicht so gut wie die medizinischen Masken. Warum? Wenn ein Prozent dieser Oberfläche der Masken nicht richtig sitzt, dann ist die Wirksamkeit des Filtrierens schon um 50 Prozent reduziert. Wenn es zwei Prozent sind, dann ist die Wirksamkeit schon um 75 Prozent reduziert. Und viele wissen jetzt noch nicht, dass es fünf verschiedene Maskengrößen gibt. Die müssen ans Gesicht angepasst werden. Die kann man nur eine bestimmte Zeit tragen. Also von Anfang an war das Fachwissen hier da. Das zeigt sich ja auch in den RKI-Feiern, dass die Kollegen im RKI da auch Bescheid wussten. Aber trotzdem hat die Politik völlig evidenzbefreit agiert, ohne auf das Fachwissen zu hören. Und das ist, wie gesagt, nur einer der vielen Beispiele, wo man einfach an den Fakten vorbei Politik gemacht hat. Und für die Masken ist dann auch noch jede Menge Geld geflossen. Aber dann führen Sie doch noch mal aus, welche Schutzmaßnahmen sehen Sie noch kritisch? Über die Schulschließungen immerhin, da sind sich ja inzwischen fast alle einig. Ja, Schulschließungen und Kindergärten, das waren natürlich nicht nur die Dinge, die die Infektion nicht verhindern konnten bei den Kindern und auch bei den Älteren, sondern die haben natürlich große Kollateralschäden bei den Kindern vor. Und auf der anderen Seite, wo man überverhältnismäßig bei den Kindern agiert, hat man zu wenig getan bei den Älteren, in den Alten- und Pflegeheimen. Mehr als zwei Drittel der Todesfälle sind in den Alten- und Pflegeheimen aufgetreten. Und gleichzeitig waren die Kollegen in den Gesundheitsämtern, die ja eigentlich die Aufgabe haben, die Hygienekonzepte in diesen Heimen zu helfen, umzusetzen, das Machbare umzusetzen, dort auch unter den schwierigen Bedingungen. Die waren beschäftigt mit der Kontaktnachverfolgung. Und die Kontaktnachverfolgung, so richtig, wie sie zu Anfang war, war dann zu einem Zeitpunkt, wo das Virus frei in der Population zirkuliert, als völlig unsinnig gewesen. Aber die Leute waren gebunden. Die haben ja nicht nur selbst dort sitzen müssen und telefonieren, kamen ja noch viele andere Kollegen dazu aus der Bundeswehr und so weiter. Diese Ressourcen wurden gebunden, die Hygienekonzepte nicht richtig umgesetzt. Und dadurch hat man noch Schaden angerichtet. Ich erinnere auch an die Grenzschließung. Ich erinnere an das ansatzlose Testen von gesunden Personen. Da hat man gesehen, zum Beispiel, dass man im Sommer 2021 in einem Bundesland Kinder getestet hat. Im Sommer durchgehend, und dann konnte man hochrechnen an der Anteil der Preise der Tests und der Anteil der positiv gefundenen Kinder, dass ein positiv gefundenes Kind, das auch klinisch keine Symptome hatte, ungefähr 180.000 Euro gekostet hat. Ich erinnere an die Impfstoffbestellung zu einem Zeitpunkt, wo schon klar war, dass der Impfstoff nicht mehr die Bedeutung haben wird und auch der Bedarf nicht mehr da ist. Das hat man viele Milliarden noch ausgegeben, um den Impfstoff zu bestellen. Also wie gesagt, wir können hier ein abendfüllendes Programm machen zu den Dingen, die aufarbeitungswürdig sind. Es gab auch Dinge, die richtig und gut gelaufen sind. Auch die muss man analysieren. Deswegen finde ich es gut, dass man auch in Maxenburg, jetzt in Sachsen-Anhalt daran geht, eine Kommission aufzusetzen. Das müsste man auf Bundesebene machen. Jetzt noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was lässt sich denn aus dieser Pandemie für die nächste Pandemie lernen? Erst mal, dass man die Pläne und die Evidenz, die existiert, nicht negiert. Das war ja das Entscheidende gewesen. Das Zweite ist, dass die Politik in der Verantwortung steht, einen strukturierten Prozess der Wissensbeschaffung zu organisieren. Man kann den Wissenschaftlern nicht die Schuld geben, dass die Politiker nicht Alternativoptionen auf den Tisch hängen. Das sind die Politiker, die hätten sich hier das Wissen beschaffen müssen, eben nicht eindimensional biologisch-medizinisch orientiert, sondern gesamtgesellschaftlich diese Pandemie zu betrachten und dort die gewollten, die auch nicht erwünschten Wirkungen der Maßnahme auch auf den freislich-demokratischen Bereich, im sozialen und wirtschaftlichen Bereich mit berücksichtigen müssen. Sagt Professor Klaus Stöhr. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Und Paul Klensing ist jetzt ins Studio gekommen und du hast dir noch mal die letzten drei Corona-Jahre genauer angesehen. Ich habe gerade schon erzählt von diesen Stoffmasken, die man sich ganz am Anfang vor das Gesicht geklemmt hat, aber da war noch vieles anderes, was wir jetzt schon eigentlich vergessen haben. Ich weiß gar nicht genau, ob wir wieder daran erinnert werden wollen, aber du hast ja das Ganze noch mal genauer angeschaut. Ja, ich musste mich da auch noch mal durchlesen und dann ist mir aufgefallen, da gibt es zum Beispiel 2G-Regel, 3G-Regel, alles ist noch mal hochgekommen. Wir haben so eine Corona-Chronik mal vorbereitet und sehen uns das im Detail an. Ja, wir blicken in das Jahr 2020, also schon vier Jahre her und genauer gesagt im Januar gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland, wie wir hier jetzt gleich auf der Karte sehen können, genauer gesagt am 27. Januar und nur ein paar Wochen später, genauer gesagt am 22. März 2020, kam schon der erste Lockdown und das Ganze bis zum Juni. Da gab es auch schon Einschränkungen, heißt die Grenzen wurden geschlossen, die ersten Masken kamen auf den Markt. Katja hat es schon gesagt, in dem Fall nur Stoffmasken und auch Schulen und Kitas wurden geschlossen. Am 2. November 2020, also nur ein paar Monate später, kam es dann zum nächsten langen Lockdown bis zum Mai 2021, der zweite Teil-Lockdown und wieder gab es Einschränkungen bei Kontakten und Freizeitaktivitäten, Bars und Restaurants beispielsweise konnten zu diesem Zeitpunkt kaum besichtigt werden. Dann ein Blick in den Dezember 2021, da kam der dritte Lockdown, auch da gab es wieder sehr, sehr viele Einschränkungen, aber es fingen schon die ersten Impfungen an, nämlich im Jahr 2020, 27. Dezember, da wurden die ersten Menschen geimpft. Zu Anfang gab es erst die Impfungen für über 80-Jährige und vor allem für das besonders gefährdete Krankenhauspersonal. Wir blicken auf die zweite Hälfte der Corona-Chronik, denn ich hatte es schon angesprochen, die Geimpften hatten dann mehr Freiheiten, beispielsweise am 24. November 2021, da gab es zum ersten Mal die 3G-Regel. Nochmal zur Erinnerung, also Getestete, Geimpfte oder Genesene durften dementsprechend auch die Einrichtungen wie Arbeitsplatz und Busse und Züge dann auch aufsuchen. Dann nur ein paar Monate später gab es schon wieder einen neuen Begriff, nämlich die 2G-Plus-Regel. Das heißt so viel wie, naja, die Geimpften und die Genesenen dürfen Restaurants aussuchen, aber auch nur, wenn sie einen Test vorweisen. Das empfällt oder das ist empfohlen für die Menschen, die geboostert waren. Dann der Blick zum 24. Mai 2022. Da hat die STIKO für gesunde Kinder zwischen 5 und 11 Jahren dann auch die Corona-Impfung empfohlen. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch immer wieder Diskussionen darüber, ob es eine allgemeine Impfpflicht geben sollte. Wie wir wissen, kam die ja schlussendlich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt sieht man auch, dass die Corona-Impfungen immer weiter geschritten sind und auch in dem Fall Kinder schon die Impfung bekommen haben oder konnten. Am 2. Februar dann der Schlusspfiff für die Corona-Pandemie in Deutschland, denn die Maskenpflicht ist zu dem Datum dann auch entfallen im öffentlichen Fernverkehr und somit auch alle weiteren Einschränkungen. So der Überblick. Wir wollen aber auch noch auf die nächste Karte blicken. In dem Fall geht es um die Impfungen, genauer gesagt in Deutschland. Und die erste Impfung haben insgesamt 64 Millionen Menschen erhalten, vollständig geimpft. Also drei Impfungen, 63 Millionen Menschen und insgesamt wurden 175 Millionen Menschen geimpft. So viel dazu. Also die Corona-Chronik sozusagen ein bisschen erklärt. Drei bis vier Jahre hat es ja die Corona-Pandemie in Deutschland angedauert. Heißt, da muss man wirklich, wirklich sehr, sehr viel angucken noch. Dankeschön, Paul Klintzigen. Und Professor Klaus Stöhr hat es ja eben schon angesprochen in Sachsen-Anhalt. Da wurde nun eine eigene Pandemie-Kommission konstituiert, die die Corona-Maßnahmen aufarbeiten und Empfehlungen für künftige Pandemien aussprechen soll. Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU hat sie mit einer Pressekonferenz in Magdeburg vorgestellt. Wir hören rein. Ja, ganz herzlichen Dank stellvertretend für all die Mitwirkenden in der Kommission, die jetzt gleich ihre Arbeit aufnehmen wird, möchte ich Professor Kluth für die Bereitschaft danken, dass sie diese wichtige Arbeit übernehmen für das Land. Und wir erfüllen damit auch gleichermaßen das, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, nämlich eine detaillierte Analyse dessen, was mit der Pandemie, die vor inzwischen, man will es kaum glauben, vor vier Jahren begonnen hat, über die gesamte Zeit an Dingen, die stattgefunden haben, gelaufen ist. Und vor allen Dingen, dass wir analysieren, in welcher Form die entsprechenden Entscheidungsbereiche von der EU angefangen über den Bund und auch dann über das Kabinett und Landtag entsprechend diese Sachen begleitet und auch umgesetzt haben. Wir haben diese Regierungskommission sozusagen auch deswegen auf Distanz beziehungsweise auch regierungsfern gehalten, damit es wirklich zu einem objektiven Ergebnis kommt, was dann sicherlich nach der ersten Stufe Ende des Jahres dann noch weiter besprochen werden kann. Ziel ist es, neben den Analysen, dazu zählt übrigens auch die Auswertung der Medienarbeit in den letzten vier Jahren, die uns begleitet haben, die uns fast täglich mit Hinweisen, Kommentierungen und Bewertungen auch versehen haben. Das gesamte Zusammenspiel einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, einer offenen Gesellschaft mal abzubilden. In den Mechanismen, die wechselweise aufeinander wirken. Das wird hochspannend sein. Wenn man selbst mal die letzten vier Jahre nur mal die entsprechenden medialen Bewertungen ansieht, merkt man, es sind die gleichen Wechselspiele des Lebens erkennbar wie in den Handlungsmechanismen des Staates. Aber das ist so. Und auf der anderen Seite vielleicht noch kurz, für uns hat es eine deutliche Relevanz nach vorne gesehen. Sie wissen auch nach dem Verfassungsgerichtsurteil von Karlsruhe, dass all das, was mit Resilienz, Resilienzherstellung, mit Vorkehrungen treffen, Erfahrungen auswerten und auch entsprechende Maßnahmen für die Zukunft herbeiführen, das Ganze entsprechend auch haushalterisch gefasst sein muss. Und Sie kennen die Diskussion. Wir haben ein Corona-Sondervermögen mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die genau dieser Resilienzverstärkung auch dienen sollen. Wie gehen wir damit um? Denn die Jährlichkeit würde bedeuten, dass wir dann auch für das jeweilige Haushaltsjahr oder das Folgejahr, wenn der Haushalt behandelt wird, dann die entsprechende Notlage zur Nutzung dieses Sondervermögens erklären müssten. Wir haben uns in der Koalition zumindest für das Jahr 2024 und auch 2025, was das Aufstellungssignal für den Haushalt anbelangt, darauf verständigt, dieses Corona-Sondervermögen, was wir in dieser Koalition geschaffen haben, auch zu nutzen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen im Lande, angefangen in den Universitätskliniken, Krankenhäusern, aber auch Landkreisen, die sozusagen auf diese Ressourcen dann zugreifen, um eben besser gewappnet zu sein, als das beim letzten Mal der Fall gewesen ist, wo Europa ja die Welt insgesamt ja doch relativ überrascht und auch in der Anfangsphase zumindest, was das Wissen um die Mechanismen anbelangt, aber auch die Ressourcenbereitstellung anbelangt, ja eine gewisse Überforderung zeigte, um es mal freundlich auszudrücken. Soweit also Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der hier die eigene, die landeseigene Pandemie-Kommission vorgestellt hat. Zugeschaltet ist jetzt Luisa Stangel aus dem Bundestag. Luisa, könnte denn diese Landes-Pandemie-Kommission auch Konsequenzen für den Bund haben? Es setzt vor allem die Bundesregierung unter Druck, wenn jetzt eine Landesregierung wie Sachsen-Anhalt vorangeht, sagt, man möchte diese Corona-Pandemie mit einer Expertenkommission aufarbeiten, man möchte gucken, was wurde während der Corona-Pandemie falsch gemacht und was kann man aus künftigen oder was kann man dafür für künftige Pandemien auch lernen. Bisher kommt von der Bundesregierung nicht zu viel, obwohl es ja die Bundesregierung war, die damals hauptsächlich die Corona-Maßnahmen bestimmt hat und es die Landesregierungen waren, die gefolgt sind. Es bleibt natürlich auch jetzt spannend zu sehen, was rauskommt in Sachsen-Anhalt, weil das setzt dann vor allem auch die Bundesregierung unter Druck, auch zu handeln, aufzuklären, welche Fehler vielleicht auch gemacht wurden. Jetzt sind ja die Protokolle des Robert-Koch-Institutes bisher nur teilweise veröffentlicht worden und einige Stellen sind geschwärzt. Wer ist denn dafür, diese geschwärzten Stellen noch offen zu legen und wer ist dagegen? Karl Lauterbach hat gesagt, er möchte eine möglichst große Transparenz schaffen, er möchte die RKI-Protokolle weitestgehend entschärfen. Weitestgehend heißt aber nicht vollständig. Es sind vor allem zwei Parteien, die hier laut werden und sagen, man muss genauer hinschauen, man muss diese RKI-Protokolle komplett aufdecken. Das ist einmal die AfD und es ist die FDP. Der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr von der FDP, der hat vor allem eine ganz besondere Person im Blick. Das ist nämlich der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Er hat gesagt, der Gesundheitsminister, der muss vor allem in dieser Aufklärung mehr mit einbezogen werden. Aus der CDU, da bleibt es eher ruhig, was eher ungewöhnlich ist. Normalerweise ist die CDU auch immer voran, Forderungen zu stellen, Aufarbeitungen zu fordern. Aber die CDU war damals während der Corona-Pandemie eben in der Bundesregierung, hat die Maßnahmen mitgetragen, hat die Maßnahmen entschieden. Deshalb ist es vor allem rund um die CDU und auch die SPD sehr still, was dieses Entschwärzen dieser RKI-Protokolle angeht. Auf jeden Fall. Luisa Stangel, ganz herzlichen Dank. Und bei mir im Studio ist jetzt Ricarda Breiten. Sie ist Redakteurin im Politikressort. Und wir können sprechen über dieses Desinfektionsschutzgesetz, das ja die Ampelkoalition überarbeiten will, hat dazu auch Vertreter der Union eingeladen. Warum ist das Ganze nötig? Ja, es ist interessant, dass dieses wirklich technische Gesetz, das ja wirklich jahrzehntelang niemanden so wirklich interessiert hat, das ist das frühere Seuchenschutzgesetz, dass man das jetzt wieder angehen will. Das war in der Corona-Pandemie die Grundlage für eigentlich alle Maßnahmen, die so ergriffen wurden, also die weitreichenden Grundrechtseingriffe. Damals hoch umstritten. Vieles wurde, oder nicht vieles, aber doch einiges, auch als verfassungswidrig damals kritisiert. So, und das wurde liegen gelassen. Die Ampel hatte sich eigentlich vorgenommen, das zu überarbeiten, schon zu Beginn der Legislatur. Aber richtiggehend ist das nicht erfolgt. Und ja, jetzt, nachdem die ganzen Forderungen nach Aufklärung und Aufarbeitung gerade im politischen Raum sind, gibt es da Vertreter aus der Ampel, die sagen, wir müssten das jetzt mal angehen. Und warum ist das für uns jetzt besonders spannend? Die Pandemie ist ja jetzt eigentlich vorbei, aber es könnte ja eine weitere kommen. Genau, es könnte nächste Krisen geben, die Pandemie. Es kann weitere Krisen, Pandemien geben. Und die Frage, die bislang überhaupt nicht geklärt ist, wie reagieren wir eigentlich in der künftigen Pandemie auf Schutz, Bevölkerungsschutz, diverse Bedürfnisse in der Bevölkerung. Es gab damals wie an Corona einen Riesenstreit und man hätte eigentlich meinen können, dass sich jetzt darauf geeinigt worden ist, zum Beispiel auf so grundsätzliche Fragen wie, was wollen wir eigentlich in einer Pandemie schützen? Wir haben uns damals, ich glaube, viele erinnern sich daran, ständig gestritten oder die Politik. Um was geht es? Geht es um den Schutz der kritischen Infrastruktur? Geht es um den Schutz jeden einzelnen Lebens? Und wenn man jedes einzelne Leben schützen will, dann kann man natürlich viel weitreichender in Grundrechte eingreifen, also Ausgangsbeschränkungen und so weiter erlassen, als wenn es nur um den Schutz der Infrastruktur zum Beispiel geht. Und es ist im Bundestag überhaupt nicht geklärt bislang, was wollen wir eigentlich schützen? Welche Mittel finden wir eigentlich richtig? Also welche Eingriffe? Und ich glaube, das wird eine hochpolitische Debatte, wenn das am Ende tatsächlich eine Überarbeitung kommt, weil es um Kernfragen eigentlich unserer Demokratie geht. Wie weit wollen wir gehen, um einzelnes Leben zu schützen? Und das wird, denke ich, jetzt ins Plenum kommen. Jetzt ist ja auch, das ist natürlich auch sehr schwer zu entscheiden. Und das ist ja auch schwer zu entscheiden, weil man nicht weiß, der nächste Erreger bei einer Pandemie, was macht den gefährlich? Welche Schutzmaßnahmen könnten eben dagegen helfen? Das heißt also, welche Konsequenzen sind denn überhaupt zu ziehen aus einer vorangegangenen Pandemie? Also ich glaube, ein Argument hast du gerade schon gebracht. Also im Infektionsschutzgesetz steht zum Beispiel immer noch so was wie Maskenpflicht drin. Wir wissen überhaupt nicht, ob bei einer kommenden Pandemie eine Maskenpflicht wirksam ist oder ob es nicht sinnvoller wäre, andere Schutzkleidung zu nehmen. Also das würde schon mal für eine Überarbeitung sprechen. Und ich glaube, grundsätzlich geht es nicht darum, jetzt festzulegen, welche Maßnahmen genau wie, wann ergriffen werden müssen. Das wäre absurd. Das geht tatsächlich nicht. Aber sich tatsächlich über so politische Sachen mal zu einigen, wie weit wollen wir eigentlich, in welchen Bereichen gehen und welche Bedürfnisse müssen wir eigentlich auch berücksichtigen? Und ich glaube, das ist jetzt Konsens. Das ist schon fast schon, dass die Schulschließungen, die man gemacht hat, damals ja auch mit Einschränkung oder Versammlungsverbote, wir erinnern uns ganz zu Beginn der Pandemie, Demonstrationen wurden verboten. Es gab Ausgangssperren. Das alles sind scharfe Grundrechtseingriffe, dass die zum Teil viel zu weit gegangen sind. Also man könnte zum Beispiel in so einem überarbeitenden Gesetz festlegen, Schulschließungen wirklich nur als Ultima Ratio, das ist bislang nicht so festgelegt, genauso zum Beispiel Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die es gab, eventuell auch mit deutlich höheren Hürden zu verknüpfen. Wenn ich ehrlich bin, ich dachte, das wäre jetzt schon Ultima Ratio gewesen, aber war es dann eben irgendwann offenbar nicht mehr. Was ist deine Meinung? Wie geht es weiter mit der Aufarbeitung? Wird es eine eigene Enquete-Kommission im Bund geben? Ja, es ist ja interessant, was das für eine Dynamik hat. Schon vor einem Jahr hat sich die FDP-Fraktion dafür ausgesprochen, so eine Enquete-Kommission zu machen. Damals ist nicht wirklich darauf reagiert worden. Jetzt sprechen sich Habeck und Linda auch für Aufklärung aus. Also auch in der Grünen-Fraktion gibt es jetzt einige, die sagen, wir müssen da nochmal drauf schauen, weil sie auch Druck aus dem Wahlkreis verspüren. Und in der SPD jetzt auch tatsächlich. Die haben sich ja lange Zeit zurückgehalten. Da geht es dann auch um die Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes, aber auch zum Beispiel, wenn der parlamentarische Geschäftsführer vielleicht noch sagt, wir müssen die Maskenaffäre aufarbeiten und das sparen. Also es wird kommen. Dankeschön. Die Corona-Pandemie haben wir überstanden, ihre Folgen noch lange nicht. Der Ruf nach einer Aufarbeitung der Corona-Politik ist deshalb unüberhörbar. Wie sinnvoll waren Lockdown, Impfpflicht, Abstandsregeln? Was lässt sich für zukünftige Pandemien lernen? Die Ampel-Fraktionen wollen nun das Infektionsschutzgesetz reformieren, haben dazu auch die Union eingeladen. Das Infektionsschutzgesetz war ja während Corona Rechtsgrundlage für die Einschränkungen. Industriebetriebe gingen in den Lockdown, Produktionen wurden auf Null gefahren, die Gastronomie fand nicht mehr statt, Hotels mussten schließen. Corona-Verordnungen und Ermächtigungen wurden aus dem Boden gestampft und als die Pandemie zu Ende war, wurde alles wieder hochgefahren. Es gab Anhörungen von Experten, aber Eingriffe in Grundrechte blieben ohne Aufarbeitung. In dem Gesetz sieht es aus wie nach einer Party, von der die Gäste ohne aufzuräumen abgehauen sind. Zum Teil verfassungswidrige Ermächtigungsgrundlagen bestehen noch immer. Manche Normen sind nur auf Corona zugeschnitten, wären also auf künftige Pandemien gar nicht anwendbar, so Thorsten Kingrin, Jurist aus Regensburg. Dabei gingen Zehntausende auf die Straßen. Querdenkern und Verschwörungstheoretikern bot sich ein breites Betätigungsfeld, obwohl die Politik um Transparenz bemüht war. Altenheime und Krankenhäuser glichen zeitweise einer Isolationshaft. Menschen starben einsam. Impfpflichten für Berufsgruppen wurden eingeführt. Schlimmer noch, Menschen starben, weil Notfallbehandlungen für Angekrankheiten unterblieben. Das Ziel, das Gesundheitssystem am Laufen zu erhalten. Erkauft mit dem Tod. Wir haben uns bis heute nicht darauf geeinigt, welche Rechtsgüter wir eigentlich in einer Pandemie schützen wollen. Geht es darum, jedes Leben zu schützen oder darum, die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zu sichern, so Manuela Rottmann, grüne Rechtspolitikerin. Die FDP fordert, dass die Regierung sich für künftige Pandemien besser wappnet. Und das sollte möglichst breit passieren, meinen Sozialdemokraten. Ampel und Union sollten jetzt einsteigen, die Evaluierung konkret zu beraten. Denn Corona-Maßnahmen wie die Schul- und Kitaschließungen waren überzogen, bekennt Johannes Fechner parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Und die Diskussion solle ausdrücklich keine politische Abrechnung werden, sondern Grundlagen schaffen für klar beschriebene, verfassungskonforme Maßnahmen. Und darüber kann ich jetzt sprechen. Zugeschaltet ist Professor Klaus Stöhr, ehemaliger Pandemiebeauftragter der Weltgesundheitsorganisation und häufiger Gesprächsgast hier bei Welt während der Pandemie. Herr Stöhr, schön, dass Sie mit uns sind. Und nachher ist man natürlich immer schlauer. Aber welche Entscheidungen, welche radikalen Entscheidungen zum Beispiel in Sachen Lockdowns, waren denn schon nach damaligem Wissensstand überzogen, Ihrer Meinung nach? Die Liste ist ja schon relativ lang. Die Äußerung, dass man damals nicht so viel wusste, passt ja hier nicht hinein. Den Pandemieplan, das RKI, da wurde ja 2019 auch nochmal auf den neuesten Stand gebracht, sind sehr viele der Maßnahmen, die nicht funktionieren, eigentlich benannt als evidenzfrei beziehungsweise mit schwachen Nachweisen. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen bei den Kindern. Da hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben, das auch nicht wieder umgesetzt. Die Daten lagen ja dann auch vor. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FFP2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung, also die kleine Feintöpfchen-Übertragung hat überschätzt. Und da hat man auch noch Lüftungsgeräte gekauft, die Absperrungen an den Grenzen, die Kontaktnachversorgung und Quarantäne zu einem Zeitpunkt, wo das Virus schon frei zirkuliert war. Also die Liste ist hier lang. Aber das Entscheidende ist ja, dass man sich das jetzt anschaut und mal beurteilt, welche der Maßnahmen vernünftig und unvernünftig waren. Lassen Sie uns nochmal kurz sprechen über diese FFP2-Masken. Wenn man sich erinnert, am Anfang haben sich ja alle noch so Stofffetzen vor Mund und Nase gebunden. Die gab es dann in verschiedenen Ausführungen auch von kleinen Handwerksbetrieben. Und irgendwann musste es dann die FFP2-Maske sein. Aber Sie sagen, auch die hilft nicht wirklich. Es laufen ja heute noch Menschen, die sich schützen wollen mit FFP2-Masken herum. Ja, das ist ja ein bisschen tragisch, weil Masken ja eigentlich ihre Funktion erfüllen können. Die FFP2-Masken im Arbeitsschutz oder in Bereichen der Medizin, wo sehr hohe Areosolübertragung die Frage besteht. Aber man hat hier völlig das Fachwissen annulliert. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat immer wieder betont, auch 2020, die FFP2-Masken schützen für die Allgemeinheit nicht so gut wie die medizinischen Masken. Warum? Wenn ein Prozent dieser Oberfläche der Masken nicht richtig sitzt, dann ist die Wirksamkeit des Filtrierens schon um 50 Prozent reduziert. Wenn es zwei Prozent sind, dann ist die Wirksamkeit schon um 75 Prozent reduziert. Und viele wissen jetzt noch nicht, dass es fünf verschiedene Maskengrößen gibt. Die müssen da ins Gesicht angepasst werden. Die kann man nur eine bestimmte Zeit tragen. Also von Anfang an war das Fachwissen hier da. Das zeigt sich ja auch in den RKI-Feiern, dass die Kollegen im RKI da auch Bescheid wussten. Aber trotzdem hat die Politik völlig evidenzbefreit agiert, ohne auf das Fachwissen zu hören. Und das ist, wie gesagt, nur einer der vielen Beispiele, wo man einfach an den Fakten vorbei Politik gemacht hat. Und für die Masken ist dann auch noch jede Menge Geld geflossen. Aber dann führen Sie doch noch mal aus, welche Schutzmaßnahmen sehen Sie noch kritisch? Über die Schulschließungen immerhin, da sind sich ja inzwischen fast alle einig. Ja, Schulschließungen und Kindergärten, das waren natürlich nicht nur die Dinge, die die Infektion nicht verhindern konnten bei den Kindern und auch bei den Älteren, sondern die haben natürlich große Kollateralschäden bei den Kindern vor. Und auf der anderen Seite, wo man überverhältnismäßig bei den Kindern agiert, hat man zu wenig getan bei den Älteren. In den Alten- und Pflegeheimen. Mehr als zwei Drittel der Todesfälle sind in den Alten- und Pflegeheimen aufgetreten. Und gleichzeitig waren die Kollegen in den Gesundheitsämtern, die ja eigentlich die Aufgabe haben, die Hygienekonzepte in diesen Heimen mitzuhelfen umzusetzen, das Machbare umzusetzen, dort auch unter den schwierigen Bedingungen. Die waren beschäftigt mit der Kontaktnachverfolgung. Und die Kontaktnachverfolgung, so richtig, wie sie zu Anfang war, war dann zu einem Zeitpunkt, wo das Virus frei in der Population zirkuliert hat, völlig unsinnig gewesen. Aber die Leute waren gebunden. Die haben ja nicht nur selbst sitzen müssen und telefonieren, kamen ja noch viele andere Kollegen dazu aus der Bundeswehr und so weiter. Diese Ressourcen wurden gebunden, die Hygienekonzepte nicht richtig umgesetzt und dadurch hat man noch Schaden angerichtet. Ich erinnere auch an die Grenzschließung. Ich erinnere an das ansatzlose Testen von gesunden Personen. Da hat man gesehen, zum Beispiel, dass man im Sommer 2021 in einem Bundesland Kinder getestet hat. im Sommer durchgehend und dann konnte man hochrechnen an der Anzahl der Preise der Tests und an der Anzahl der positiv gefundenen Kinder, dass ein positiv gefundenes Kind, das auch klinisch keine Symptome hatte, ungefähr 180.000 Euro gekostet hat. Ich erinnere an die Impfstoffbestellung zu einem Zeitpunkt, wo schon klar war, dass der Impfstoff nicht mehr die Bedeutung haben wird und auch der Bedarf nicht mehr da ist. Hat man viele Milliarden noch ausgegeben, um den Impfstoff zu bestellen? Also, wie gesagt, wir können hier ein abendfüllendes Programm machen zu den Dingen, die aufarbeitungswürdig sind. Es gab auch Dinge, die richtig und gut gelaufen sind. Auch die muss man analysieren. Deswegen finde ich es gut, dass man auch in Maxenburg jetzt in Daxen-Anhalt daran geht, eine Kommission aufzusetzen. Das müsste man auf Bundesebene machen. Jetzt noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was lässt sich denn aus dieser Pandemie für die nächste Pandemie lernen? Ja, also erst mal, dass man die Pläne und die Evidenz, die existiert, nicht negiert. Das war ja das Entscheidende gewesen. Das Zweite ist, dass die Politik in der Verantwortung steht, einen strukturierten Prozess der Wissensbeschaffung zu organisieren. Man kann den Wissenschaftlern nicht die Schuld geben, dass die Politiker nicht Alternativoptionen auf den Tisch hängen. Das sind die Politiker, die hätten sich hier das Wissen beschaffen müssen, eben nicht eindimensional, biologisch, medizinisch orientiert, um gesamtgesellschaftlich diese Pandemie zu betrachten und dort die gewollten, die auch nicht erwünschten Wirkungen der Maßnahme auch auf den freislich demokratischen Bereich, im sozialen und wirtschaftlichen Bereich mit berücksichtigen müssen. Sagt Prof. Klaus Stöhr. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Und Paul Klenzing ist jetzt ins Studio gekommen und du hast dir noch mal die letzten drei Corona-Jahre genauer angesehen. Ich habe gerade schon erzählt von diesen Stoffmasken, die man sich ganz am Anfang vor das Gesicht geklemmt hat, aber da war noch vieles anderes, was wir jetzt schon eigentlich vergessen haben. Ich weiß gar nicht genau, ob wir wieder daran erinnert werden wollen, aber du hast dir das Ganze noch mal genauer angeschaut. Ja, ich musste mich da auch noch mal durchlesen und dann ist mir aufgefallen, da gibt es zum Beispiel 2G-Regel, 3G-Regel, alles ist noch mal hochgekommen. Wir haben so eine Corona-Chronik mal vorbereitet und sehen uns das im Detail an. Ja, wir blicken in das Jahr 2020, also schon vier Jahre her und genauer gesagt im Januar gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland, wie wir hier jetzt gleich auf der Karte sehen können, genauer gesagt am 27. Januar und nur ein paar Wochen später, genauer gesagt am 22. März 2020, kam schon der erste Lockdown und das Ganze bis zum Juni. Da gab es auch schon Einschränkungen, heißt, die Grenzen wurden geschlossen, die ersten Masken kamen auf den Markt. Katja hat es schon gesagt, in dem Fall nur Stoffmasken und auch Schulen und Kitas wurden geschlossen. Am 2. November 2020, also nur ein paar Monate später, kam es dann zum nächsten langen Lockdown und bis zum Mai 2021 der zweite Teil-Lockdown. Und wieder gab es Einschränkungen bei Kontakten und Freizeitaktivitäten, Bars und Restaurants beispielsweise, konnten zu diesem Zeitpunkt kaum besichtigt werden. Dann ein Blick in den Dezember 2021, da kam der dritte Teil-Lockdown, auch da gab es wieder sehr, sehr viele Einschränkungen, aber es fingen schon die ersten Impfungen an, nämlich im Jahr 2020. 27. Dezember, da wurden die ersten Menschen geimpft. Zu Anfang gab es erst die Impfungen für über 80-Jährige und vor allem für das besonders gefährdete Krankenhauspersonal. Wir blicken auf die zweite Hälfte der Corona-Chronik, denn ich hatte es schon angesprochen, die Geimpften hatten dann mehr Freiheiten, beispielsweise am 24. November 2021. Da gab es zum ersten Mal die 3G-Regel. Nochmal zur Erinnerung, also Getestete, Geimpfte oder Genesene durften dementsprechend auch die Einrichtungen wie Arbeitsplatz und Busse und Züge dann auch aufsuchen. Dann nur ein paar Monate später gab es schon wieder einen neuen Begriff, nämlich die 2G-Plus-Regel. Das heißt so viel wie, naja, die Geimpften und die Genesenen dürfen Restaurants aussuchen, aber auch nur, wenn sie einen Test vorweisen. Das empfällt oder das ist empfohlen für die Menschen, die geboostert waren. Dann der Blick zum 24. Mai 2022. Da hat die STIKO für gesunde Kinder zwischen 5 und 11 Jahren dann auch die Corona-Impfung empfohlen. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch immer wieder Diskussionen darüber, ob es eine allgemeine Impfpflicht geben sollte. Wie wir wissen, kam die ja schlussendlich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt sieht man auch, dass die Corona-Impfungen immer weiter geschritten sind und auch in dem Fall Kinder schon die Impfung bekommen haben oder konnten. Am 2. Februar dann der Schlusspfiff für die Corona-Pandemie in Deutschland, denn die Maskenpflicht ist zu dem Datum dann auch entfallen im öffentlichen Fernverkehr und somit auch alle weiteren Einschränkungen. So der Überblick. Wir wollen aber auch noch auf die nächste Karte blicken. In dem Fall geht es um die Impfungen, genauer gesagt in Deutschland. Und die erste Impfung haben insgesamt 64 Millionen Menschen erhalten, vollständig geimpft. Also drei Impfungen, 63 Millionen Menschen und insgesamt wurden 175 Millionen Menschen geimpft. Soviel dazu. Also die Corona-Chronik sozusagen ein bisschen erklärt. Drei bis vier Jahre hat es ja die Corona-Pandemie in Deutschland angedauert. Heißt, da muss man wirklich, wirklich sehr, sehr viel angucken noch. Dankeschön, Paul Klintzigen. Und Professor Klaus Stöhr hat es eben schon angesprochen in Sachsen-Anhalt. Da wurde nun eine eigene Pandemie-Kommission konstituiert, die die Corona-Maßnahmen aufarbeiten und Empfehlungen für künftige Pandemien aussprechen soll. Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU hat sie mit einer Pressekonferenz in Magdeburg vorgestellt. Wir hören rein. Ja, ganz herzlichen Dank. Stellvertretend für all die Mitwirkenden in der Kommission, die jetzt gleich ihre Arbeit aufnehmen wird, möchte ich Professor Klut für die Bereitschaft danken, dass sie diese wichtige Arbeit übernehmen für das Land. Und wir erfüllen damit auch gleichermaßen das, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, nämlich eine detaillierte Analyse dessen, was mit der Pandemie, die vor inzwischen, man will es kaum glauben, vor vier Jahren begonnen hat, über die gesamte Zeit an Dingen, die stattgefunden haben, gelaufen ist. Und vor allen Dingen, dass wir analysieren, in welcher Form die entsprechenden Entscheidungsbereiche von der EU angefangen über den Bund und auch dann über das Kabinett und Landtag entsprechend diese Sachen begleitet und auch umgesetzt haben. Wir haben diese Regierungskommission sozusagen auch deswegen auf Distanz beziehungsweise auch regierungsfern gehalten, damit es wirklich zu einem objektiven Ergebnis kommt, was dann sicherlich nach der ersten Stufe Ende des Jahres dann noch weiter besprochen werden kann. Ziel ist es, neben den Analysen, dazu zählt übrigens auch die Auswertung der Medienarbeit in den letzten vier Jahren, die uns begleitet haben, die uns fast täglich mit Hinweisen, Kommentierungen und Bewertungen auch versehen haben, das gesamte Zusammenspiel einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, einer offenen Gesellschaft mal abzubilden in den Mechanismen, die wechselweise aufeinander wirken. Das wird hochspannend sein, wenn man selbst mal die letzten vier Jahre nur mal die entsprechenden medialen Bewertungen ansieht, merkt man, sind die gleichen Wechselspiele des Lebens erkennbar wie in den Handlungsmechanismen des Staates. Aber das ist so. Und auf der anderen Seite vielleicht noch kurz, für uns hat es eine deutliche Relevanz nach vorne gesehen. Sie wissen auch nach dem Verfassungsgerichtsurteil von Karlsruhe, dass all das, was mit Resilienz, Resilienzherstellung mit Vorkehrungen treffen, Erfahrungen auswerten und auch entsprechende Maßnahmen für die Zukunft herbeiführen, das Ganze entsprechend auch haushalterisch gefasst sein muss. Und Sie kennen die Diskussion, wir haben ein Corona-Sondervermögen mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die genau dieser Resilienzverstärkung auch dienen sollen. Wie gehen wir damit um? Denn die Jährlichkeit würde bedeuten, dass wir dann auch für das jeweilige Haushaltsjahr oder das Folgejahr, wenn der Haushalt behandelt wird, dann die entsprechende Notlage zur Nutzung dieses Sondervermögens erklären müssten. Wir haben uns in der Koalition zumindest für das Jahr 2024 und auch 2025, was das Aufstellungssignal für den Haushalt anbelangt, darauf verständigt, dieses Corona-Sondervermögen, was wir in dieser Koalition geschaffen haben, auch zu nutzen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen im Lande, angefangen in Universitätskliniken, Krankenhäusern, aber auch Landkreisen, die sozusagen auf diese Ressourcen dann zugreifen, um eben besser gewappnet zu sein, als das beim letzten Mal der Fall gewesen ist, wo Europa, ja die Welt insgesamt, ja doch relativ überrascht und auch in der Anfangsphase zumindest, was das Wissen um die Mechanismen anbelangt, aber auch die Ressourcenbereitstellung anbelangt, ja eine gewisse Überforderung zeigte, um es mal freundlich auszudrücken, wenn ich nur mal... Soweit also Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der hier die eigene, die landeseigene Pandemiekommission vorgestellt hat. Zugeschaltet ist jetzt Luisa Stangel aus dem Bundestag. Luisa, könnte denn diese Landespandemiekommission auch Konsequenzen für den Bund haben? Es setzt vor allem die Bundesregierung unter Druck, wenn jetzt eine Landesregierung wie Sachsen-Anhalt vorangeht, sagt, man möchte diese Corona-Pandemie mit einer Expertenkommission aufarbeiten, man möchte gucken, was wurde während der Corona-Pandemie falsch gemacht und was kann man aus künftigen oder was kann man dafür für künftige Pandemien auch lernen. Bisher kommt von der Bundesregierung nicht zu viel, obwohl es ja die Bundesregierung war, die damals hauptsächlich die Corona-Maßnahmen bestimmt hat und es die Landesregierungen waren, die gefolgt sind. Es bleibt natürlich auch jetzt spannend zu sehen, was rauskommt in Sachsen-Anhalt, weil das setzt dann vor allem auch die Bundesregierung unter Druck, auch zu handeln, aufzuklären, welche Fehler vielleicht auch gemacht wurden. Jetzt sind ja die Protokolle des Robert-Koch-Institutes bisher nur teilweise veröffentlicht worden und einige Stellen sind geschwärzt. Wer ist denn dafür, diese geschwärzten Stellen noch offen zu legen und wer ist dagegen? Karl Lauterbach hat gesagt, er möchte eine möglichst große Transparenz schaffen, er möchte die RKI-Protokolle weitestgehend entschärfen. Weitestgehend heißt aber nicht vollständig. Es sind vor allem zwei Parteien, die hier laut werden und sagen, man muss genauer hinschauen, man muss diese RKI-Protokolle komplett aufdecken. Das ist einmal die AfD und es ist die FDP. Der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr von der FDP, der hat vor allem eine ganz besondere Person im Blick. Das ist nämlich der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Er hat gesagt, der Gesundheitsminister, der muss vor allem in dieser Aufklärung mehr mit einbezogen werden. Aus der CDU, da bleibt es eher ruhig, was eher ungewöhnlich ist. Normalerweise ist die CDU auch immer voran, Forderungen zu stellen, Aufarbeitungen zu fordern. Aber die CDU war damals während der Corona-Pandemie eben in der Bundesregierung, hat die Maßnahmen mitgetragen, hat die Maßnahmen entschieden. Deshalb ist es vor allem rund um die CDU und auch die SPD sehr still, was dieses Entschwärzen dieser RKI-Protokolle angeht. Vielen Dank. Luisa Stangel, ganz herzlichen Dank. Und bei mir im Stuhl ist jetzt Ricarda Breiten. Sie ist Redakteurin im Politikressort und wir können sprechen über diese Desinfektionsschutzgesetz, das ja die Ampelkoalition überarbeiten will, hat dazu auch Vertreter der Union eingeladen. Warum ist das Ganze nötig? Ja, es ist interessant, dass dieses wirklich technische Gesetz, das ja wirklich jahrzehntelang niemanden so wirklich interessiert hat, das ist das frühere Seuchenschutzgesetz, dass man das jetzt wieder angehen will. Das war in der Corona-Pandemie die Grundlage für eigentlich alle Maßnahmen, die so ergriffen wurden, also die weitreichenden Grundrechtseingriffe. damals hoch umstritten, vieles wurde, oder nicht vieles, aber doch einiges, auch als verfassungswidrig damals kritisiert. So, und das wurde liegen gelassen, man hat, die Ampel hatte sich eigentlich vorgenommen, das zu überarbeiten, schon zu Beginn der Legislatur, aber richtiggehend ist das nicht erfolgt und ja, jetzt, nachdem die ganzen Forderungen nach Aufklärung und Aufarbeitung gerade im politischen Raum sind, gibt es da Vertreter aus der Ampel, die sagen, wir müssten das jetzt mal angehen. Und warum ist das für uns jetzt besonders spannend? Die Pandemie ist ja jetzt eigentlich vorbei, aber es könnte ja eine weitere kommen. Genau, es könnte nächste Krisen geben, die Pandemie, es kann weitere Krisen, Pandemien geben und die Frage, die bislang überhaupt nicht geklärt ist, wie reagieren wir eigentlich in der künftigen Pandemie auf Schutz, Bevölkerungsschutz, diverse Bedürfnisse in der Bevölkerung. Es gab damals wie an Corona einen Riesenstreit und man hätte eigentlich meinen können, dass sich jetzt darauf geeinigt worden ist, zum Beispiel auf so grundsätzliche Fragen wie, was wollen wir eigentlich in einer Pandemie schützen? Wir haben uns damals, ich glaube, viele erinnern sich daran, ständig gestritten oder die Politik. Um was geht es? Geht es um den Schutz der kritischen Infrastruktur, geht es um den Schutz jeden einzelnen Lebens und wenn man jedes einzelne Leben schützen will, dann kann man natürlich viel weitreichender in Grundrechte eingreifen, also Ausgangsbeschränkungen und so weiter erlassen, als wenn es nur um den Schutz der Infrastruktur zum Beispiel geht. Und es ist im Bundestag überhaupt nicht geklärt bislang, was wollen wir eigentlich schützen, welche Mittel finden wir eigentlich richtig, also welche Eingriffe? Und ich glaube, das wird eine hochpolitische Debatte, wenn das am Ende tatsächlich eine Überarbeitung kommt, weil es um Kernfragen eigentlich unserer Demokratie geht. Wie weit wollen wir gehen, um einzelnes Leben zu schützen? Und das wird, denke ich, jetzt ins Plenum kommen. Jetzt ist ja auch, das ist natürlich auch sehr schwer zu entscheiden und das ist ja auch schwer zu entscheiden, weil man nicht weiß, der nächste Erreger bei einer Pandemie, was macht den gefährlich? Welche Schutzmaßnahmen könnten eben dagegen helfen? Das heißt also, welche Konsequenzen sind denn überhaupt zu ziehen aus einer vorangegangenen Pandemie? Also ich glaube, ein Argument hast du gerade schon gebracht. Also im Infektionsschutzgesetz steht zum Beispiel immer noch sowas wie Maskenpflicht drin. Wir wissen überhaupt nicht, ob bei einer kommenden Pandemie eine Maskenpflicht wirksam ist oder ob es nicht sinnvoller wäre, andere Schutzkleidung zu nehmen. Also das würde schon mal für eine Überarbeitung sprechen. Und ich glaube, grundsätzlich geht es nicht darum, jetzt festzulegen, welche Maßnahmen genau wie, wann ergriffen werden müssen. Das wäre absurd. Das geht tatsächlich nicht. Aber sich tatsächlich über so politische Sachen mal zu einigen, wie weit wollen wir eigentlich, in welchen Bereichen gehen und welche Bedürfnisse müssen wir eigentlich auch berücksichtigen. Und ich glaube, das ist jetzt Konsens, das ist fast schon, dass die Schulschließungen, die man gemacht hat, damals ja auch mit Einschränkung oder Versammlungsverbote, wir erinnern uns, ganz zu Beginn der Pandemie, Demonstrationen wurden verboten. Es gab Ausgangssperren. Das alles sind scharfe Grundrechtseingriffe, dass die zum Teil viel zu weit gegangen sind. Also man könnte zum Beispiel in so einem überarbeitenden Gesetz festlegen, Schulschließungen wirklich nur als Ultima-Ratio, das ist bislang nicht so festgelegt, genauso zum Beispiel Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die es gab, eventuell auch mit deutlich höheren Hürden zu verknüpfen. Wenn ich ehrlich bin, ich dachte, das wäre jetzt schon Ultima-Ratio gewesen, aber war es dann eben irgendwann offenbar nicht mehr. Was ist deine Meinung? Wie geht es weiter mit der Aufarbeitung? Wird es eine eigene Enquete-Kommission im Bund geben? Ja, es ist ja interessant, was das für eine Dynamik hat. Schon vor einem Jahr hat sich die FDP-Fraktion dafür ausgesprochen, so eine Enquete-Kommission zu machen. Damals ist nicht wirklich darauf reagiert worden. Jetzt sprechen sich Habeck und Linda auch für Aufklärung aus. Also auch in der Grün-Fraktion gibt es jetzt einige, die sagen, wir müssen da nochmal drauf schauen, weil sie auch Druck aus dem Wahlkreis verspüren und in der SPD jetzt auch tatsächlich. Die haben sich ja lange Zeit zurückgehalten. Da geht es dann auch um die Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes, aber auch zum Beispiel, wenn der parlamentarische Geschäftsführer vielleicht noch sagt, wir müssen die Masken-Affäre aufarbeiten und das sparen. Also es wird kommen. Dankeschön. Die Corona-Pandemie haben wir überstanden, ihre Folgen noch lange nicht. Der Ruf nach einer Aufarbeitung der Corona-Politik ist deshalb unüberhörbar. Wie sinnvoll waren Lockdown, Impfpflicht, Abstandsregeln? Was lässt sich für zukünftige Pandemien lernen? Die Ampelfraktionen wollen nun das Infektionsschutzgesetz reformieren. Immer wieder greift Russland die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv, an. Die 140.000-Einwohner-Stadt liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zuletzt häufte sich der Beschuss. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur schwer getroffen. Allein seit gestern starben in Kharkiv sechs Menschen durch russische Angriffe. Mindestens zwölf weitere wurden verletzt. Unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer und sein Kameramann Daniel von Moll haben die jüngste Angriffswelle hautnah miterlebt. Die Aufräumarbeiten in Kharkiv im Osten der Ukraine, sie laufen. Am Tag nach den schweren Drohnenangriffen, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. Der Gouverneur der Region beschreibt sie als terroristischen Akt. Vergangene Nacht hatten wir einen der schwersten Drohnenangriffe in der Kharkiv-Region. Zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden angegriffen. Ihre Taktik war, in zwei Wellen anzugreifen. Die erste galt den Wohngebäuden. Danach, als unsere Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort waren, gab es einen zweiten Angriff, bei denen Einsatzkräfte und auch Zivilisten getötet wurden. Es gab keinen einzigen Angriff gegen militärische Ziele oder Soldaten. Diese Attacken galten ausschließlich Zivilisten. Ihre Taktik hat sich seit Februar 2022 nicht verändert. Sie terrorisieren die lokale Bevölkerung und wollen Kharkiv zerstören. Ebenso wie die gesamte Ukraine. Unter den Helfern auch ein deutscher Feuerwehrmann. Herr Thal, gestern sind drei Ihrer Kameraden ums Leben gekommen bei einem Drohnenbeschuss hier bei diesem Haus. Wie gefährlich ist der Einsatz für Sie hier? Es gibt die Gefahr des Double-Tabs, so nennt sich das. Das heißt, es kommt ein Angriff, dann gibt es eine gewisse Pause und dann kommt ein weiterer. Und ich denke, das hatten wir letztes Jahr in Kupjansk schon mal erlebt gehabt. Da hat man ungefähr eine halbe Stunde gewartet, dann kam der zweite Angriff, da gab es dann auch Verletzte. Es ist, diese Gefahr besteht. Und deswegen denke ich, dass es wieder wichtig ist, dass man länger wartet jetzt auch. Dass man nicht direkt hinfährt, auch wenn das im Fall, im Brandfall eigentlich gegeben wäre, dass man das machen sollte. Da wäre es jetzt wahrscheinlich angebracht, mit dieser vermehrten Gefahr, die jetzt immer, also es wird ja immer mehr, sie schießen ja immer häufiger jetzt von der russischen Seite, dass man jetzt wieder ein bisschen länger wartet, bevor man ausrückt. Jetzt ist Kharkiv immer mehr zum Ziel geworden, wieder der russischen Armee, je nachdem es vor einem Jahr ungefähr relativ ruhig war mit Beschuss. Wie nehmen Sie die zunehmende Gefahr auch des Beschusses und der Drohnen persönlich wahr in der Stadt? Also es ist tatsächlich mehr geworden. Die letzte Woche gab es eigentlich permanent, jeden Tag Luftalarm, viele Luftalarme. Also wirklich alle ein bis zwei Stunden Luftalarm mitunter. Dann auch immer wieder Einschläge. Und gestern Abend war ich auf der Feuerwache, habe darauf gewartet, dass wir möglicherweise den Einsatz haben werden. Und da hatte ich dann eben dieses typische Rasenmähergeräusch. Das hört sich an wie so ein Propellerflugzeug. Ich bin dann ins Gebäude rein, weil das mehr war wie die letzte Woche. Wir sind dann alle in der Feuerwache, haben uns ins Gebäude zurückgezogen, in einen sicheren Gang, der eben mit mehreren dicken Wänden auf alle Seiten abgeschirmt ist, dass falls da was reinschlägt, dass es uns eben nicht trifft. Und da haben wir dann auch die Meldung gekriegt, dass die Kollegen, die hier im Einsatz waren, getroffen wurden, dass es da einen Double Tap gab. Und über die Lage an der Front jetzt eine Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten Christoph Wanner aus Moskau. Es gibt jetzt eine Meldung aus dem russischen Verteidigungsministerium, die ich nicht verifizieren kann. Sie besagt, dass Russland seit Jahresbeginn 400 Quadratkilometer in der Ukraine erobert haben will, haben soll. Und das würde einer Fläche des Stadtgebietes Köln entsprechen. Insgesamt scheint Russland mittlerweile tatsächlich 20 Prozent des ukrainischen Territoriums zu kontrollieren. Dazu gehört auch die Schwarzmeerhalbinsel Krim. Und das wäre dann eine Fläche so groß wie die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Wenn wir an die Front gucken, da ist der Hauptkriegsschauplatz nach wie vor die Provinz Danetzk. Es geht da für Russland nur sehr langsam, sehr zäh voran. Man muss dazu sagen, auch zum Teil unter schweren Verlusten. Es geht nach wie vor um Orte westlich von Avdeevka, wie zum Beispiel Berditschi, oder auch um Orte westlich von Bachmut, wie die ukrainische Kleinstadt Tshisov-Yar. Da sollen die Russen nur noch 600, 700 Meter vor der Stadt stehen. Es geht voran, wie ich gesagt habe, aber eben sehr langsam. Und das ärgert einige russische Kriegsblogger, wie wohl vor allem auch Michael Swinczuk. Das ist der Chef des Telegram-Nachrichtenportals Ribar. Und er sagt, wir müssen die ukrainische Energieinfrastruktur noch stärker angreifen. Es gehe darum, den Ukrainern die Substanz zu entziehen. Man müsse dafür sorgen, dass die Waffenproduktion gestoppt wird. Und wenn sie keinen Strom mehr hat, dann kann sie auch nicht mehr produzieren. Und es gehe darum, auch den Nachschub für die ukrainischen Truppen zu unterbrechen. Wenn da kein Strom mehr da ist, dann würde da auch nicht mehr viel gehen. So Michael Swinczuk. Und jetzt geht der Chef des Nachrichtenportals Ribar sogar noch einen Schritt weiter und spricht davon, in seinem jüngsten Post gestern Abend, dass man darüber nachdenken müsse, sogar die AKWs, die Atomkraftwerke, in der Ukraine anzugreifen. Sicherlich nicht die Reaktoren oder die Orte, an denen die Brennelemente gelagert werden. Man wolle ja schließlich kein zweites Tschernobyl. Aber man müsse eben die Generatoren angreifen oder dafür sorgen, dass die AKWs die Ukraine nicht mehr mit Strom versorgen können. Mit Appellen zur Geschlossenheit, vor allem gegen Russland, hat die NATO den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Generalsekretär Stoltenberg nannte die transatlantische Allianz einen Garanten für Frieden und Sicherheit. Die NATO sei das stärkste, beständigste und erfolgreichste Bündnis in der Geschichte. Das Jubiläum fällt allerdings in eine düstere Zeit. Vor wenigen Jahren hatte Frankreichs Präsident Macron die Allianz noch als Hirntod bezeichnet. Eine Einschätzung, die sich seit dem Krieg in der Ukraine grundlegend geändert hat. In Moskau beobachtet man die Feier mit Häme. So nannte Kreml-Sprecher Peskov die NATO ein Instrument der USA, um Europa zu destabilisieren. Die NATO-Hymne Auftakt zum Festakt im Hauptquartier der Allianz in Brüssel. Am 4. April 1949, vor genau 75 Jahren, haben die ersten zwölf Mitgliedstaaten den Nordatlantikvertrag unterschrieben und damit den Grundstein gelegt für die Verteidigungsallianz. Das Jubiläum Anlass dafür, den Originalvertrag erstmals auszustellen. Heute feiern wir das 75-jährige Jubiläum der stärksten, beständigsten und erfolgreichsten Allianz der Geschichte. Heute ist die NATO größer, stärker und die Mitgliedstaaten enger verbunden denn je. Eine dennoch auch schmerzhafte Geschichte. Noch vor dem Festakt legte NATO-Generalsekretär Stoltenberg einen Kranz nieder für die im Einsatz gefallenen NATO-Soldaten. Und auch dieses zweitägige Treffen der NATO-Außenminister steht unter ernsten Vorzeichen. Eines der zentralen Themen, die weitere Unterstützung der Ukraine. Auch innerhalb der NATO müssen wir unsere Aktivitäten, unsere Unterstützung der Ukraine weiter stärken und bündeln, weil sie auch unsere Sicherheit und Freiheit schützt. Wir stehen geschlossen für die Unterstützung der Ukraine ein und wir stehen gemeinsam für unsere Freiheit und unseren Frieden, der der beste Schutz ist für unsere Demokratie. Generalsekretär Stoltenberg hat vorgeschlagen, einen Fünf-Jahres-Fonds in Höhe von 100 Milliarden Euro aufzulegen, um die Hilfe für Kiew längerfristig und verlässlicher zu machen. Gleichzeitig ist klar, Europa muss sich auch finanziell mehr in dem Bündnis engagieren. Weil die Vereinigten Staaten auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bereit sein werden, sozusagen das Große zu tragen, während wir in Europa, ja die meisten Länder Europas, sind Mitglied in der NATO, sozusagen uns einen schlanken Fuß machen. Generalsekretär Stoltenberg mahnte daher auch den Zusammenhalt zwischen Europa und Nordamerika an. Europa brauche Nordamerika für seine Sicherheit, Nordamerika brauche aber auch Europa. Die Bundeswehr soll mit einer neuen Kommandostruktur handlungsfähiger werden. Eine entsprechende Reform hat Verteidigungsminister Boris Pistorius heute in Berlin vorgestellt. Unnötige Strukturen sollen abgeschafft und die Bundeswehr in vier Teilstreitkräfte umorganisiert werden. Die sind neben dem Heer der Luftwaffe und der Marine jetzt auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Außerdem erhält die Bundeswehr ein einheitliches Führungskommando. Die Vorteile dieses neuen operativen Führungskommandos liegen auf der Hand. Schnelle Entscheidungen aufgrund eines gemeinsamen 360-Grad-Lagebildes, eines Gesamtbildes und damit auch die Fähigkeit, die Leitung des Ministeriums aus einer Hand in allen Einsatz- und Einsatzangelegenheiten beraten zu können. Die Aufgaben des operativen Führungskommandos sind unter anderem Planung des übergeordneten Kräfteansatzes für militärische Einsätze. Das operative Führungskommandos ist zentraler Ansprechpartner für die NATO natürlich, also One Single Contact, nur ein Ansprechpartner, aber auch natürlich, und für die gilt das Gleiche für Bundes- und Landesbehörden wie THW und Polizei und andere. Und das operative Führungskommando bündelt, und auch das ist wichtig, alle Absprachen zu internationalen und nationalen Missionen und Aufträgen aus einer Hand. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Büstron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, von dem aus Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Der AfD-Mann bestreitet das heftig, er spricht von Verleumdung und einer Zitat-Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Auch seine Anwälte hat er bereits eingeschaltet, doch die Affäre wirft noch weitere Fragen auf. In der Vergangenheit war Bistron immer wieder mit seiner Nähe zu Russland aufgefallen. Leonie von Rando berichtet. Peter Bistron unter Druck. Der Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Bistron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron seit 2017 für die AfD im deutschen Bundestag gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großväter versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. In Los Angeles begrüßen wir die Politikwissenschaftlerin Professor Andrea Römmele. Frau Römmele, wir grüßen Sie. Ich grüße Sie auch. Der AfD-Abgeordnete Bistron bestreitet also Geld von einem pro-russischen Netzwerk erhalten zu haben. Er hat aber nicht generell bestritten, Geld von Dritten aus dem Ausland angenommen zu haben. Welches Ausmaß könnte diese Affäre noch annehmen? Womit rechnen Sie da? Nun, es sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die hier interessant sind zu beobachten. Das eine ist natürlich, das haben wir auch im Beitrag gehört, welche Rolle Fake News, Missinformation jetzt in den Wahlkämpfen, die wir führen, spielen. Der Europawahlkampf steht vor der Tür, aber auch die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und sollte es sich bewahrheiten, dass hier, wie er ja auch schon in anderen Fällen, Russland die Finger mit im Spiel hat und versucht, unsere Gesellschaft von innen auszuhöhlen, so ist das sehr dramatisch. Der zweite interessante Punkt in diesem Fall ist, wie mit Bistron jetzt von der Parteispitze aus umgegangen wird. Es ist der AfD ein Anliegen, sich ein Stück weit auch als in Anführungsstrichen saubere Partei nach außen darzustellen. Und da ist die Frage, inwiefern sie dann auch Kandidaten dafür opfern. Bistron ist ja jetzt erst mal aus dem Wahlkampfverkehr gezogen worden, was schon ein Schritt ist. Welche Strategie will die AfD denn weiterfahren auf dem Weg jetzt erst mal zur Europawahl, aber dann auch zur Bundestagswahl? Also sich so ein bisschen ja nicht neutralisieren, wie es das war, so ein bisschen Maßregeln sozusagen, also mehr Richtung Mitte gehen oder doch dann diesen radikalen rechten Kurs fahren. Ist das auch ein Balanceakt für die Partei? Es ist ganz klar ein Balanceakt für die Partei. Meiner Ansicht nach wird sie nicht von ihren radikalen Positionen abweichen, also sie wird sich weiter rechtsextrem positionieren, aber sie wird nach außen hin natürlich versuchen, als saubere Partei darzustellen, um eben auch diesem Vorwurf, man sei zu Russland freundlich, man würde mit Missinformationen, mit Fake News versuchen, die Gesellschaft zu spalten, dem eben entgegenzuwirken. Im Fall Bistron fehlt ja noch der letztendliche Beweis, obwohl es Berichte darüber gibt, dass der tschechische Geheimdienst da eben Audiodateien auch hat, aber halten Sie es denn grundsätzlich für möglich, dass Politiker anderer Parteien vielleicht auch Geld aus Moskau bekommen haben oder noch bekommen aktuell? Der Kreml versucht ja, die öffentliche Meinung in Europa zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Also, dass der Kreml versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen in Europa, in Deutschland steht außer Frage. Dass sich die demokratischen Parteien hier versuchen zu wehren, ist auch vollkommen klar und es obliegt letztlich den Gerichten und der Justiz hier ein Urteil zu sprechen, aber dass dies eine drohende Gefahr ist für unsere Demokratie, wenn wir eben nicht mehr auf der Grundlage von Fakten diskutieren können, steht vollkommen außer Frage. Sie halten sich ja gerade in den USA auf. Bereits im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gab es Berichte, dass Russland versucht haben soll, den Wahlausgang von außen zu beeinflussen, eben zugunsten von Donald Trump. Sehen Sie aktuell wieder Anzeichen dafür? Ja, absolut. Also, das hat sich 2020 und jetzt auch im Präsidentschaftswahlkampf 2024 noch mal deutlich verstärkt und da ist eine ganz große Gefahr. Wir haben ja auch hier in den USA auch die größte Gruppe von sogenannten Independents, also Wählerinnen und Wählern, die völlig offen sind, ob sie jetzt für Joe Biden, den Kandidaten der Demokraten oder für Donald Trump wählen und genau dieses relativ große Pool von den sogenannten Independents, den Unentschlossenen, die hier mindestens die Hälfte der Wählerschaft ausmachen, auf die zielen natürlich solche Missinformationskampagnen und das ist unheimlich schwer wieder einzufangen, selbst wenn man weiß, als Kandidat, als Politiker, es wurden jetzt Missinformationen gestreut und ich versuche hier die Fakten dagegen zu halten, also quasi einen Faktencheck wegzumachen, man kriegt es nicht wieder aus der Welt geräumt. Sagt die Politikwissenschaftlerin Professor Andrea Römmeler, vielen Dank für das Gespräch, viele Grüße nach Los Angeles. Sehr gerne. Noch vor der Bundesregierung beginnt das erste Bundesland mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal ist in Sachsen-Anhalt diesbezüglich eine Expertenkommission zusammengekommen. Aus den Erkenntnissen der Kommission sollen Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden, so die Staatskanzlei. Die Kommission setzt sich aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Schule, Wirtschaft sowie Sport und Kultur zusammen. Gemeinsam will man herausfinden, ob und was künftig besser zu machen wäre. Ziel ist es, neben den Analysen, dazu zählt übrigens auch die Auswertung der Medienarbeit, in den letzten vier Jahren, die uns begleitet haben, die uns fast täglich mit Hinweisen, Kommentierungen und Bewertungen auch versehen haben, das gesamte Zusammenspiel einer freiheitlich demokratischen Grundordnung, einer offenen Gesellschaft mal abzubilden, in den Mechanismen, die wechselweise aufeinander wirken. Das wird hochspannend sein, wenn man selbst mal die letzten vier Jahre nur mal die entsprechenden medialen Bewertungen ansieht, merkt man, es sind die gleichen Wechselspiele des Lebens erkennbar wie in den Handlungsmechanismen des Staates. Luisa Stangel für uns im Bundestag. Luisa, wir haben Rainer Haseloff gerade gehört, also die Expertenkommission für Sachsen-Anhalt, hat das Konsequenzen für den Bund? Es setzt zumindest die Bundesregierung unter Druck, denn es ist jetzt eine Landesregierung, die hier vorangeht, die sagt, sie möchte die Corona-Pandemie aufarbeiten, sie möchte gucken, welche Corona-Maßnahmen waren gerechtfertigt, welche waren vielleicht auch überzogen und welche Lehren kann man daraus für kommende Pandemien ziehen. In der Bundesregierung ist so eine Kommission bisher nicht geplant und das, obwohl es ja die Bundesregierung ist, die ja die ganzen Corona-Maßnahmen damals bestimmt hat und die Landesregierungen sind dem Ganzen ja nur gefolgt. Es bleibt also spannend zu sehen, was da in Sachsen-Anhalt rauskommt und dann ist natürlich auch die Bundesregierung unter Zugzwang, muss darauf reagieren. Luisa, lass uns nochmal über die RKI-Protokolle sprechen. Die sind ja teilweise veröffentlicht worden, dann mit geschwärzten Stellen. Wer ist denn mittlerweile dafür und dagegen, dass man diese geschwärzten Stellen jetzt lesbar macht? Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat gesagt, er möchte Transparenz schaffen, er möchte diese RKI-Protokolle weitestgehend entschwärzen. Weitestgehend aber nur, das heißt nicht vollständig und so eine vollständige Entschwärzung, das fordern aber vor allem gerade zwei Parteien. Auf der einen Seite ist es die AfD, auf der anderen Seite ist es die FDP und der Fraktionsvorsitzende von der FDP, Christian Dürr, der hat gesagt, er möchte die Corona-Pandemie umfassend aufarbeiten, er möchte gucken, welche Maßnahmen waren sinnvoll und welche nicht und helfen soll da eine ganz bestimmte Person, nämlich der ehemalige Bundesgesundheitsminister, das ist Jens Spahn von der CDU. Aus der CDU sind bisher die Stimmen nach einem Entschwärzen nicht allzu laut, das muss aber natürlich auch daran liegen oder könnte daran liegen, dass eben die CDU selbst in der Bundesregierung saß, als die Corona-Pandemie war, heißt, sie hat diese ganzen Maßnahmen entschieden, mitgetragen und in Auftrag gegeben, dementsprechend ist da das Interesse nicht so groß. Das RKI selbst hat sich abgesichert, hat da eine Anwaltskanzlei beauftragt, diese Protokolle anzuschauen und die hat in einem über tausendseitigen Dokument erklärt, warum es rechtens ist, dass diese Schwärzungen da erfolgt sind, unter anderem um eben die Persönlichkeitsrechte von bestimmten RKI-Mitarbeitern zu schützen. Luisa, Dankeschön in dem Bundestag. Harter Lockdown, Teil-Lockdown, 3G-Regel, viele Begriffe aus der Corona-Zeit hat man ja schon wieder aus dem Gedächtnis gestrichen. Paul Klinzing hat sich noch einmal näher angesehen, was wirklich über die drei Jahre Corona alles geschehen ist. Ja, wir blicken in das Jahr 2020, also schon vier Jahre her und genauer gesagt, im Januar gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland, wie wir hier jetzt gleich auf der Karte sehen können, genauer gesagt am 27. Januar und nur ein paar Wochen später, genauer gesagt am 22. März 2020 kam schon der erste Lockdown und das Ganze bis zum Juni. Da gab es auch schon Einschränkungen, heißt die Grenzen wurden geschlossen, die ersten Masken kamen auf den Markt. Katja hat es schon gesagt, in dem Fall nur Stoffmasken und auch Schulen und Kitas wurden geschlossen. Am 2. November 2020, also nur ein paar Monate später, kam es dann zum nächsten langen Lockdown bis zum Mai 2021, der zweite Teil-Lockdown. Und wieder gab es Einschränkungen bei Kontakten und Freizeitaktivitäten, Bars und Restaurants beispielsweise, konnten zu diesem Zeitpunkt kaum besichtigt werden. Dann ein Blick in den Dezember 2021, da kam der dritte Teil-Lockdown. Auch da gab es wieder sehr, sehr viele Einschränkungen, aber es fingen schon die ersten Impfungen an, nämlich im Jahr 2020, 27. Dezember, da wurden die ersten Menschen geimpft. Zu Anfang gab es erst die Impfungen für über 80-Jährige und für alle, vor allem für das besonders gefährdete Krankenhauspersonal. Wir blicken auf die zweite Hälfte der Corona-Chronik, denn ich hatte es schon angesprochen, die Geimpften hatten dann mehr Freiheiten, beispielsweise am 24. November 2021, da gab es zum ersten Mal die 3G-Regel. Nochmal zur Erinnerung, also getestete, Geimpfte oder Genesene durften dementsprechend auch die Einrichtungen wie Arbeitsplatz und Busse und Züge dann auch aufsuchen. Dann nur ein paar Monate später gab es schon wieder einen neuen Begriff, nämlich die 2G-Plus-Regel. Das heißt so viel wie, naja, die Geimpften und die Genesenen dürfen Restaurants aufsuchen, aber auch nur, wenn sie einen Test vorweisen. Das empfällt oder das ist empfällend für die Menschen, die geboostert waren. Dann der Blick zum 24. Mai 2022, da hat die STIKO für gesunde Kinder zwischen 5 und 11 Jahren dann auch die Corona-Impfung empfohlen. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch immer wieder Diskussionen darüber, ob es eine allgemeine Impfpflicht geben sollte. Wie wir wissen, kam die ja schlussendlich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt sieht man auch, dass die Corona-Impfungen immer weiter geschritten sind und auch in dem Fall Kinder schon die Impfung bekommen haben oder konnten. Am 2. Februar dann der Schlusspfiff für die Corona-Pandemie in Deutschland, denn die Maskenpflicht ist zu dem Datum dann auch entfallen im öffentlichen Fernverkehr und somit auch alle weiteren Einschränkungen. So der Überblick. Wir wollen aber auch noch auf die nächste Karte blicken. In dem Fall geht es um die Impfungen, genauer gesagt in Deutschland. Und die erste Impfung haben insgesamt 64 Millionen Menschen erhalten, vollständig geimpft, also drei Impfungen, 63 Millionen Menschen. Und insgesamt wurden 175 Millionen Menschen geimpft. Schon wirklich verrückt, wie lange diese Lockdowns waren. Man hat das schon echt vergessen. Ja, ist schon wie so eine andere Zeitrechnung. Auf jeden Fall. So, wir blicken auf ganz andere Bilder. Sie waren spektakulär und zugleich erschütternd. Ein Containerschiff rammte vor zehn Tagen einen Pfeiler der Key Bridge in Baltimore. Die Brücke, die stürzte daraufhin ein. Ja, und auch immer wühlen sich die Bergungsmannschaften durch Tonnen Stahl und Beton. Oder wie sie versuchen es zumindest. Unser USA-Korrespondent Michael Wühlenweber, der berichtet aus Baltimore. Es sind Boten der Hoffnung. Neue Fahrwassertonnen werden ausgelegt für eine inzwischen dritte Route unter noch intakten Teilen der Brücke. Es ist Tag 10 nach der Katastrophe, nachdem die über 300 Meter lange Dali mit 4.500 Containern an Bord tausende Tonnen Stahl und Beton im Patapsco River versenkte und den neuntgrößten Hafen der USA stilllegte. Seitdem steckt die Dali fest. Teile der Fahrbahn liegen auf dem Bug. Und so sieht es unter Wasser aus. Es gibt erste Sonaraufnahmen, die Key Bridge auf Grund, 20 Meter tief. Wenn man sieht, wie ineinander verwickelte die Trümmer sind, beginnt man zu verstehen, was es für eine Herausforderung ist, die wir vor uns haben, um die Trümmerteile aus dem Hafenbecken zu bergen, erklärt der Gouverneur von Maryland. Priorität hat die Räumung der Tiefwasserroute. Erst dann können auch größere Containerschiffe wieder passieren. Erste Stahlträger werden auseinandergeschweißt und abtransportiert, aber es ist nur ein Anfang. Auf die Taucher warten unter Wasser extreme Bedingungen. Wenn es überhaupt möglich ist, abzutauchen, müssen sie von oben geführt werden. Die Taucher arbeiten hauptsächlich im Dunkeln. Wenn sie Licht benutzen würden, wäre es so, als ob sie durch einen Schneesturm mit Fernlicht fahren würden. So kann man das beschreiben. Die Streben der kollabierten Brücke unter und über Wasser stehen teils unter Spannung. Das macht die Bergung zusätzlich schwierig und vor allem gefährlich. Ein Datum, wann die Passage geräumt sein könnte, will immer noch niemand nennen. Große Containerschiffe wie die Dali hatten unter der Brücke gerade mal 50 Zentimeter Wasser unterm Kiel. Da darf also kein Trümmerteil liegen bleiben. So, jetzt haben wir die Kamera gefunden. Es ging ordentlich zur Sache, wie Sie schon neben mir sehen, in der NHL-Partie zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils kommt es nämlich schon nach zwei Sekunden zu einer Wüstenschlägerei auf dem Eis. Spieler bei der Teams sorgen damit für reichlich Aufsehen, denn es gleicht vielmehr einem Boxkampf anstatt einer Eishockey-Partie. Insgesamt zehn Akteure sind involviert. Das Ganze hat auch reichlich Strafzeiten zufolge. Acht der beteiligten Raufbolde erhalten. Spieldauer, Disziplinarstrafen müssen also vorzeitig unter die Dusche. Und gewonnen haben die New York Rangers die Partie mit 4 zu 3, als dann wieder Eishockey gespielt werden konnte. Da geht es aber ruppig zur Sache. Was war da los? Ups. Okay, wir kommen zu angenehmeren Dingen des Tages. Zumindest für Autoliebhaber. Da gibt es keine Spiele rein. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Ganz genau, die stehen ja bekanntlich vor dem Aus. In der EU sollen ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden, die beim Fahren eben CO2 emissionsfrei sind. Und bald könnte es da wohl auch noch schärfere Regeln geben. Otama blieben bislang davon verschont. Aber bleibt das so? Diese Frage stellten sich nicht wenige Besucher bei der weltgrößten Oldtimer-Messe Techno-Klassiker in Essen. Unter den Gästen auch Finanzminister Lindner. Er ist ein bekennender Oldtimer-Freund. Und wir haben genau zugehört, was er zum Verbrenner ausmeint. Der Oldtimer-Fan Helmut Binder ist ganz aus Lettland nach Essen gereist. Hier auf der größten Klassiker-Messe der Welt heißt es mit alten Schätzen sehen und gesehen werden. Helmut Binders Ente ist so ein ganzer Stolz. Ich habe eine 2CV Citroën AK 350. Das ist ein sehr seltenes Modell. Das ist einfach Freiheit. Wenn du das Dach hochmachst, aufmachst, die Luft spürst, die Geräusche. 2700 Oldtimer können die Besucher in Essen bestaunen. Die Fahrzeuge sind alle mindestens 30 Jahre alt. Erst dann können Eigentümer ein H-Kennzeichen beantragen. Bundesweit sind rund 870.000 Oldtimer unterwegs. Und die echten Liebhaber wissen, Oldtimer und Neuwagen kann man einfach nicht vergleichen. Man muss da noch viel mehr lenken, man muss viel mehr spüren, man muss auch ein bisschen mehr hören, hinhören als heute, weil in Autos die ja fast von alleine fahren. Naja, das ist wie so eine, wie man heute sagt, Zeitkapsel. Man hat eben, man fährt eben Auto wie vor 50 Jahren. Für mich ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema. Also ein Fahrzeug, das ich wieder auf die Straße bringe und das, ich sag mal, wieder bewegt wird, ist immer noch ressourcenschonender als ein neues Fahrzeug zu bewegen. Bekennender Oldtimer-Fan ist auch der Finanzminister, der den Besuchern hier ein Versprechen gibt. Ich bin schon jetzt davon überzeugt, dass wir keinerlei Veränderungsbedarf beim H-Kennzeichen haben. Keinerlei. Und nebenbei gesagt, mein Auto von 1982, das ist schon gebaut. Wenn ich da synthetische Kraftstoffe reinfülle, dann ist dieses Auto klimafreundlicher als der neue Tesla. Erst recht, wenn er mit Strom aus polnischen Braunkohlekraftwerken geladen werden würde. Den Support vom Finanzminister haben die Oldtimer-Fans also. So fühlt sich das Fahren doch gleich noch besser an. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen andauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche NGOs an, weiter vor Ort zu bleiben. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, warf ihr der israelische Botschafter Jakov Livne nun Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter daraufhin ein. Weiter nach Washington zu Michael Wöhlenweber. Michael, Präsident Biden hat mit Israels Ministerpräsidenten Netanyahu am frühen Abend unserer Zeit telefoniert. Was ist dabei herausgekommen? Ja, schon vor dem Gespräch hieß es ja, dass der Präsident empört sei über diese Angriffe auf die Helfer. Und in diesem rund anderthalbstündigen Gespräch, an dem ja auch die Vizepräsidentin teilgenommen hat, wie auch Außenminister Blinken, der sich hat telefonisch zuschalten lassen. Das liest sich zumindest so, es gibt vor wenigen Sekunden, nämlich gab es eine Erklärung des Weißen Hauses. Das liest sich so, als ob das Tischstück zwischen Joe Biden und Benjamin Netanyahu, dass das wirklich durchschnitten ist. Ich denke mir, der Ton, der war heftig. Es hieß auch schon im Vorfeld ja, dass sich Mitarbeiter gegenseitig angeschrien haben. Und vielleicht, um das zu unterstreichen, möchte ich kurz aus dieser Pressemitteilung des Weißen Hauses vorlesen. Präsident Biden betonte, dass die Airstrikes auf die humanitären Helfer und die allgemeine humanitäre Situation inakzeptabel sind. Er macht, um zivile Schäden, humanitäres Leid und die Sicherheit der Helfer anzugehen. Er machte deutlich, und jetzt kommt es, dass die US-Politik in Bezug auf Gaza unsere Bewertung der sofortigen Maßnahmen Israels auf diese Schritte bestimmt wird. Das ist ein Schlag ins Gesicht von Benjamin Netanyahu. Bisher haben wir ja immer die Unterstützung von Joe Biden hervorgehoben für Israel auf der einen Seite. Er hat immer eingeklagt ein anderes Vorgehen, Benjamin Netanyahus. Aber Benjamin Netanyahu hat keine konkreten Ergebnisse gezeigt. So stellt sich hier jetzt auch die Frage in den USA, was für einen Einfluss hat Joe Biden überhaupt tatsächlich auf die israelische Politik. Man könnte den letzten Satz, den ich da gelesen habe, vielleicht dann auch als Drohung interpretieren, dass man die Politik ändert gegenüber Israel, dass man zum Beispiel Waffenlieferungen wieder verzögert. Erst gerade hat man die Lieferung von über 2000 Bomben wieder zugestimmt. Da ist der Haken nur noch dran gemacht worden, der noch fehlte. Das ist ein längerfristiges Projekt gewesen, aber aktuell gerade erneut bestätigt worden. Oder dann auch die Lieferung von F-15 Kampfhugzeugen, was ja beschlossen ist. Also heißt dieser Satz, dass man das abhängig macht, die Politik von den Ergebnissen dieser sofortigen Maßnahmen, die die Israelis zu ergreifen haben, Heißt dieser Satz tatsächlich, dass Joe Biden willens ist, unter Umständen seine Politik gegenüber Israel prinzipiell zu überdenken? Wir erwarten hier den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in wenigen Minuten. Der wird es uns erklären müssen. Michael, herzlichen Dank für diese ganz aktuellen Informationen aus Washington. In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland diskutiert die AfD jetzt ein Auftrittsverbot für ihren Europawahlkandidaten Peter Bistron. Darüber soll voraussichtlich auf einer Sitzung des Bundesvorstandes am Montag entschieden werden. Bistron steht im Verdacht, Geld aus einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben, das in Verbindung mit der von Moskau finanzierten Internetseite Voice of Europe steht. Bistron selbst spricht von Verleumdung und erklärt jetzt in einem Brief an die Parteispitze, der Welt vorliegt, zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Bei mir im Studio ist die SPD-Politikerin Katharina Barley. Sie ist die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die Europawahl am 9. Juni. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben jetzt ja einige Details gerade im Beitrag eben schon gehört, dass Herr Bistron eben Geld aus Russland angenommen haben soll. Er selbst bestreitet das ja zumindest mündlich. Er soll sich da noch weiter erklären der Partei gegenüber. Wissen Sie da noch mehr dazu? Ich weiß auch natürlich nur, was so gesprochen wird, vielleicht aus etwas informierteren Kreisen als andere, aber belegt, Belege habe ich jetzt selber auch noch nicht gesehen. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen. Jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Also es scheint sich seine Hintertür offen halten zu wollen. Welche Auswirkungen könnte denn die Affäre haben, wenn sich die Vorwürfe wirklich als wahr herausstellen sollten? Und welche Konsequenzen müssten dann gezogen werden? Naja, erstmal wäre dann natürlich das klar, was wir aus anderen Ländern schon wissen, dass Wladimir Putin versucht, auch durch solche Mittel in den Wahlkampf einzugreifen, in den Europawahlkampf einzugreifen. Wir haben es ja schon beim Brexit gesehen, bei der amerikanischen Wahl. Wir kennen das aus Frankreich von Marine Le Pen. Es hätte für die Europawahl, für die AfD-Liste keine Konsequenz, weil die nicht mehr geändert werden kann. Das könnte da nicht gestrichen werden. Er könnte nicht gestrichen werden. Er könnte höchstens selber eine Erklärung abgeben, dass er die Wahl nicht annähme. Das wäre noch möglich, aber es würde natürlich vor allem die Frage aufwerfen, was ist eigentlich noch um ihn herum bei möglicherweise anderen AfD-Liste. Da würde ich gerade nachhaken wollen. Halten Sie es denn für möglich, dass noch andere Politiker auch aus Deutschland möglicherweise Geld aus dem Kreml bekommen? Wie gesagt, ich war mal Richterin, die Unschutzvermutung ist mir sehr wichtig. Was wir wissen, ist, dass Wladimir Putin versucht, mit solchen Mitteln zu manipulieren, dass er darauf ausgerichtet ist, die Europäische Union zu spalten. Insofern wissen wir auch, dass Gelder von ihm, vom Kreml, in die Taschen von nationalistischen, antieuropäischen Parteien gehen. Ob das auch jetzt bei der AfD in größerem Ausmaß der Fall ist, das muss eben eine Untersuchung ergeben. Am 9. Juni wird jetzt ja ein neues Europaparlament gewählt. Sie treten dafür die SPD als Spitzenkandidatin an. Inwiefern wird denn die Arbeit im EU-Parlament insgesamt schwieriger, wenn sich rechte Parteien am rechten Rand immer stärker durchsetzen sollten? Also in den Umfragen stehen die ja besser da als 2019 bei der letzten Wahl. Ja, aber wichtig ist eben wirklich zu sagen, Umfragen sind nicht das Wahlergebnis. Und wir haben das ja gesehen. Aber sie sind ein Indikator. Ja, aber die Menschen sind auf die Straße gegangen in Deutschland für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und schon hat man gesehen, dass die Zustimmungswerte zur AfD auch deutlich gesunken waren. Also wir haben es in der Hand. Ich bin wirklich, ich finde das ganz wichtig, auch den Menschen zu sagen, ihr entscheidet das. Das entscheiden nicht die Medien oder die Umfrageinstitute, das entscheidet ihr. Und vorher bin ich auch nicht bereit, da irgendwie zu spekulieren. Wir kämpfen gegen Rechtsextremismus. Das tut die Sozialdemokratie seit über 160 Jahren. Und es ist einfach wichtig zu wissen, diese Menschen agieren gegen die Interessen Deutschlands, gegen die Interessen Europas, aber eben auch gegen die Interessen Deutschlands. Und das sieht man an diesem Beispiel sehr gut. Lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz auf die Corona-Aufarbeitung blicken. Da ist Ursula von der Leyen jetzt in den Fokus der belgischen Justiz gerückt, weil sie angeblich SMS-Nachrichten gelöscht haben soll. Da geht es um einen Milliardendeal mit Pfizer-Chef Albert Burla. Also da sollen die SMS-Nachrichten dann verschwunden sein. Das ist in Belgien wohl verboten. Hat Frau von der Leyen sich da möglicherweise nicht korrekt verhalten nach ihrer Ansicht? Hat sie da gegen Transparenzregeln verstoßen? Also der Fall ist in Brüssel schon lange ein Thema. Erstaunlicherweise haben die deutschen Medien das nie aufgegriffen. Wir haben auch im Europäischen Parlament dazu eine Untersuchungskommission gehabt. Leider ist weder Frau von der Leyen noch der Pfizer-Chef dort persönlich erschienen, trotz unserer Aufforderung. Inwieweit da alle Regeln eingehalten worden sind, kann man erst feststellen, wenn wir diese Chat-Nachrichten bekommen. Aber die werden ja nicht herausgegeben. Ursula von der Leyen weigert sich, die Kommission weigert sich. Sie ist schon verklagt worden, unter anderem von den New York Times. Was wir aber wissen ist, dass Impfdosen im Wert von 4 Milliarden Euro vernichtet werden mussten, weil die Mengen so hoch waren, viel zu hoch waren, die in diesem Deal vereinbart wurden. Wer zahlt das? Ja, der europäische Steuerzahler. Katharina Barley, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Eine Rakete auf einem Militärschiff hat in Dänemark zu Sperrungen im Luft- und Seeverkehr geführt. Die nationale Schifffahrtsbehörde warnt vor herabfallenden Raketentrümmern und rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren und notfalls zu ankern. Das dänische Militär klärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten. Der Werfer sei aktiviert worden und habe dann nicht mehr deaktiviert werden können. Die Warnung betrifft ein Gebiet etwa vier Kilometer südlich der großen Beltbrücke, die über die Meerenge führt und eine der größten der Welt ist. Boris Pistorius will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe erhält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne dazu vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben. Diese sind neben dem Heer, der Luftwaffe und der Marine nun auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Denn Cyber-Operationen und der Schutz der elektronischen Infrastruktur gewinnen immer mehr an Bedeutung. Aber um seine Pläne umzusetzen, braucht Pistorius Geld und zwar viel Geld. Versteht sich. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, das Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen, wie notwendig und auch wie wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Fragen sollen jetzt kritisch beleuchtet werden. Heute machte Sachsen-Anhalt als erstes Bundesland einen Schritt in genau diese Richtung. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen. Schulschließungen bei den Kindern hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FSB-2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Fanny, magst du Sonnenuntergänge? Ich liebe Sonnenuntergänge. Ich hätte einen im Angerot. Wir müssen mal in mein Handy schauen, in meine Fotos. Ungefähr, ich glaube, 60 Prozent Sonnenuntergänge. Wir können Sie jetzt aber auch daran teilhaben lassen, dass hinter uns ist nämlich aktuell der Himmel über Berlin von unserem schönen Büro-Arbeitsplatz aufgenommen. Wir sitzen hier im Studio, aber wir kriegen es ins Studio gelegt. Genau, da können Sie es jetzt auch sehen. Und wir haben weitere eindrucksvolle Bilder des Tages für Sie. Und wir beginnen im Land am Nil in Ägypten. Wie von dem prächtigen Orange euphorisiert, wirft ein Junge auf einem Feld in Kairo Ringelblumen in die Luft. Die sehen nicht nur schön aus, sondern werden auch für Kosmetika und Arzneimittel geerntet und exportiert. Die Vereinigten Staaten sind bekannt dafür, dass bei ihnen alles ein wenig größer ist. Das zeigen auch diese riesigen Baseball-Nachbildungen, die auf dem Alecany River im amerikanischen Pittsburgh schwimmen. Spritzige Frühlingsboten. Der Fontaine de Mer auf dem Place de la Concorde in Paris repräsentiert mit seinen Skulpturen den maritimen Handel und die Industrie Frankreichs. Göttliche Architektur. Ein Mann betet nach Sonnenuntergang während des Fastenmonats Ramadan unter einer spektakulären Kuppel in Dubai. Wie der Phönix aus der Asche. Nach einem Brand im Jahr 2017 ist dieses Geschäftshochhaus in Teheran innerhalb von fünf Jahren wieder aufgebaut worden. So und jetzt haben wir auch noch beeindruckende Bilder für Sie. Bilder der etwas anderen Art. Es ging nämlich ordentlich zur Sache in der NHL-Partie zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils. Schauen Sie mal, nach zwei Sekunden, wie kann das sein, kommt es zu einer Wüstenschlägerei auf dem Eis. Spieler beider Teams sorgen damit für Aufsehen und es gleicht eher einem Boxkampf anstatt einer Eishockey-Partie. Insgesamt zehn Akteure sind involviert. Das Ganze hat auch für reichlich Strafzeiten gesorgt. Acht der Beteiligten Raufbold erhalten Spieldauer-Disziplinarstrafen. Sie müssen vorzeitig unter die Dusche. Und gewonnen haben am Ende die New York Rangers die Partie mit 4 zu 3. Ist ein Wunder, dass das überhaupt noch gewertet wurde, oder? Ja, das ist ein Wunder. Dass man sich gleich ganz abgebrochen hat. Okay, auch eine sportliche Alternative. Bicken wir auf bessere Nachrichten. In der Tat, wir haben noch die gute Nachricht des Tages für Sie und die kommt heute aus Boston. Der weltweit erste Patient, dem eine Schweineniere transplantiert werden konnte, der hat jetzt das Krankenhaus verlassen. Für rund zwei Wochen ist Ärzten diese medizinische Meisterleistung gelungen. Seither soll sich der Patient gut erholt haben. Die Niere würde ihren Job gut ausführen, sagen die Ärzte. In Deutschland muss man im Schnitt acht bis neun Jahre auf ein Spenderorgan warten. Der Patient ist also nicht nur mutiger Vorreiter, er macht vielen Betroffenen jede Menge Hoffnung. 80.000 Menschen sind in Deutschland derzeit auf eine Dialyse angewiesen. Mit Appellen zur Geschlossenheit, vor allem gegen Russland, hat die NATO den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Generalsekretär Stoltenberg nannte die Transatlantische Allianz einen Garanten für Frieden und Sicherheit. Die NATO sei das stärkste, beständigste und erfolgreichste Bündnis der Geschichte. Das Jubiläum fällt in eine düstere Zeit. Vor wenigen Jahren hatte Frankreichs Präsident Macron die Allianz noch als Hirntod bezeichnet. Eine Einschätzung, die sich seit dem Krieg in der Ukraine grundlegend geändert hat. In Moskau beobachtet man die Feier mit Häme. So nannte Kreml-Sprecher Peskov die NATO ein Instrument der USA, um Europa zu destabilisieren. Die NATO-Hymne Auftakt zum Festakt im Hauptquartier der Allianz in Brüssel. Am 4. April 1949, vor genau 75 Jahren, haben die ersten zwölf Mitgliedstaaten den Nordatlantikvertrag unterschrieben und damit den Grundstein gelegt für die Verteidigungsallianz. Das Jubiläum, Anlass dafür, den Originalvertrag erstmals auszustellen. Heute feiern wir das 75-jährige Jubiläum der stärksten, beständigsten und erfolgreichsten Allianz der Geschichte. Heute ist die NATO größer, stärker und die Mitgliedstaaten enger verbunden denn je. Eine dennoch auch schmerzhafte Geschichte. Noch vor dem Festakt legte NATO-Generalsekretär Stoltenberg einen Kranz nieder für die im Einsatz gefallenen NATO-Soldaten. Und auch dieses zweitägige Treffen der NATO-Außenminister steht unter ernsten Vorzeichen. Eines der zentralen Themen, die weitere Unterstützung der Ukraine. Auch innerhalb der NATO müssen wir unsere Aktivitäten, unsere Unterstützung der Ukraine weiter stärken und bündeln, weil sie auch unsere Sicherheit und Freiheit schützt. Wir stehen geschlossen für die Unterstützung der Ukraine ein und wir stehen gemeinsam für unsere Freiheit und unseren Frieden, der der beste Schutz ist für unsere Demokratie. Generalsekretär Stoltenberg hat vorgeschlagen, einen Fünfjahresfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro aufzulegen, um die Hilfe für Kiew längerfristig und verlässlicher zu machen. Gleichzeitig ist klar, Europa muss sich auch finanziell mehr in dem Bündnis engagieren. Weil die Vereinigten Staaten, auch aus wirtschaftlichen Gründen, nicht mehr bereit sein werden, sozusagen das Große zu tragen, während wir in Europa, ja die meisten Länder Europas, sind Mitglied in der NATO, sozusagen uns einen schlanken Fuß machen. Generalsekretär Stoltenberg mahnte daher auch den Zusammenhalt zwischen Europa und Nordamerika an. Europa brauche Nordamerika für seine Sicherheit, Nordamerika brauche aber auch Europa. Wir wollen das Thema vertiefen. Unser Kollege Paul Ronzheimer ist aus Kiew zugeschaltet. Paul, wenn die Ukraine bereits Mitglied in der NATO wäre, wie das 2008 ja mal angedacht war, dann hätte es den Krieg gegen Russland wahrscheinlich nie gegeben. Mit welchen Gefühlen verfolgen die Menschen in der Ukraine denn jetzt dieses Jubiläum des Verteidigungsbündnisses? Für die Ukrainer geht es nur um eines. Kommt jetzt hier Munition an, gibt es neue Flugabwehr, gibt es etwas, das sie schützen kann vor den Angriffen der Russen? Auch gestern Nacht hier, wo ich gerade stehe, in Kharkiv, über diesen Dächern haben wir die Drohnen gehört, haben wir das Gewehrfeuer der Ukrainer gehört, um die Drohnen abzuschießen. Also diese Angst, die gibt es hier jeden Tag und jede Nacht. Und für die Ukrainer geht es nicht darum, was dort an salbungsvollen Worten vielleicht zu einem Jubiläum gesagt wird, sondern ganz konkret um die Frage, können die mehr Waffen, mehr Munition, vor allem mehr Flugabwehr hierher schaffen, um die Menschen, um die Zivilisten zu schützen? Paul, vor allem die Stadt Kharkiv, wo du gerade jetzt in diesem Moment stehst, wurde wieder vermehrt von russischen Drohnen angegriffen. Wie ist aktuell die militärische Lage in der Ukraine und an der Front? Sie verändert sich. Es wird schwieriger für die Ukrainer, sich zu verteidigen. Wir erleben das jeden Tag. Vor einem halben Jahr wurden die meisten Raketen, die meisten Drohnen von den Ukrainern vom Himmel geholt. Jetzt fehlt es teilweise an Munition, es fehlt an Flugabwehr. Und die Russen haben sich angepasst und sie schaffen es, bestimmte Systeme auszuschalten. Nicht nur Drohnensysteme, sondern eben auch diese Flugabwehr. Sie schaffen es, ganz gezielt Infrastruktur anzugreifen. Deswegen gibt es hier immer wieder Blackouts in Kharkiv, immer wieder Probleme mit dem Strom und auch mit dem Gaskraftwerken. Und gleichzeitig erleben wir an der Front eine wirklich sehr, sehr schwierige Lage. Zwar ist es momentan nicht so, dass die Russen dort durchmarschieren würden und wirklich große Gebiete gewinnen würden. Aber, und das sagt auch Lodo Meselensky, der ukrainische Präsident, Denn wenn diese Hilfe jetzt auch aus dem US-Kongress nicht kommt, dann bedeutet das, dass man sich zurückziehen muss. Denn darauf hoffen, dass Europa es tatsächlich schafft, das auszugleichen, was die Amerikaner denn senden können, das glaubt hier niemand. Und dennoch, der Wille sich zu verteidigen, der ist da, der bleibt da. Man hat jetzt das Wehralter runtergesetzt von 27 auf 25. Man hofft, dass mit weiteren Soldaten diese Front im Osten gestärkt werden kann. Paul Ronsheimer, vielen Dank für diese Informationen aus Kharkiv in der Ostukraine. Dankeschön. Der Bundesverteidigungsminister will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe erhält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne dazu vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben, so Boris Pistorius. Ja, und diese Teilstreitkräfte sind neben dem Heer, der Luftwaffe und der Marine nun auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Denn Cyber-Operationen und der Schutz der elektronischen Infrastruktur gewinnen immer mehr an Bedeutung. Doch um seine Pläne umzusetzen, braucht Pistorius Geld. Genau genommen viel Geld. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe, für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte, vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte HEA, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Und zugeschaltet ist uns jetzt der Oberst AD und Militärexperte Wolfgang Richter. Wir grüßen Sie. Hallo. Hallo, guten Abend, Frau Werther, Herr Simon. Diese Pläne von Boris Pistorius, die klingen auf dem Papier erst mal gut. Aber was glauben Sie denn, wie viel ist tatsächlich realistisch davon? Also zunächst einmal ist es absolut nötig, umzuschalten wieder auf eine schlankere Struktur, in der aus einer Hand organisiert und befohlen und angeordnet wird. Wir hatten bisher eine Struktur, die eher auf leichte Auslandseinsätze, Stabilisierungseinsätze geplant war und die also auch Kontingente zusammenstellen konnte aus den verschiedenen Einheiten der Bundeswehr. Das dauerte dann ein halbes Jahr, dann waren die Kontingente einsatzbereit. Aber so kann man natürlich die Landes- und Bündnisverteidigung mitführen. Das heißt, es war absolut überfällig, diese Strukturänderung herbeizuführen. Fachleute haben das schon vor zwei, drei Jahren empfohlen. Das wäre eigentlich auch die Konsequenz schon des spätestens des NATO-Gipfels von Warschau gewesen, 2016, diese Umstrukturierung vorzunehmen. Nun hat der Krieg dazu gezwungen und ich denke, die Umstrukturierung ist folgerichtig, insbesondere, dass nun ein operatives Führungskommando gebildet wird, das die beiden vorherigen, also Einsatzführungskommando und Territorialeskommando abgelöst oder beziehungsweise integriert hat. Und dass die Teilstreitkräfte ergänzt worden sind durch den Bereich CIR, also durch den Bereich der elektronischen, der Cyber- und der elektronischen Kampfführung, aber auch der Aufklärung und des Fernmeldewesens. Das ist zusammengefasst, weil es einem modernen Kriegsbild so entspricht und alle Unterstützungsaufgaben, die bisher in der Streitkräftebasis wahrgenommen worden sind, sind nun in das Unterstützungskommando eingewandert, so wie ich das verstanden habe. Natürlich muss man sich die Details anschauen unterhalb dieser großen Führungsebenen. Und Sie hatten ja schon angesprochen, dass es hier natürlich auch die Frage gab, ob man einzelne Elemente, die früher einmal dem Heer oder der Luftwaffe unterstellt waren, aber vor allem dem Heer, ob sie zurückgehen in das Heer oder in dem Unterstützungskommando verbleiben. Das längerfristige Ziel des Verteidigungsministers ist ja, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall oder eben auch den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Davon sind wir nach allem, was man hört, ja noch sehr weit weg. Wie lange wird das denn dauern und wie viel Geld muss dafür noch in die Hand genommen werden? Ja, zunächst einmal handelt es sich hier um eine strukturelle Änderung. Die Voraussetzung ist für das, was dann folgen soll oder was parallel ohnehin gemacht wird. Denn zur Struktur gehört natürlich ausreichendes Personal. Es gehört ein ausreichendes Budget. Es muss Geld bereitgestellt werden, damit die Vollausstattung der Bundeswehr und insbesondere des Heeres erreicht wird. Man konnte sich eine Teilausstattung erlauben, solange man nur Kontingente zusammenstellte für Auslandseinsätze. In der Landes- und Bündnisverteidigung ist das nicht möglich. Das muss sehr schnell mit aktiven und einsatzbereiten Strukturen geschehen. Und das ist jetzt das, was folgen muss. Es reicht ja nicht die Strukturänderung, sondern es müssen diese anderen drei Kapitel aufgemacht werden. 100 Milliarden sind ja bereits vor zwei Jahren angekündigt worden. Ein Großteil ist davon auch abgerufen worden. Aber ich glaube, auf Dauer muss man auch zusehen, dass die zwei Prozent, die man ja nun vereinbart hat und die dieses Jahr erstmals erreicht werden, vom Bruttoinlandsprodukt auch auf Dauer erreicht. Sie haben den Personalmangel angesprochen und wir brauchen ja dringend mehr Soldaten und das schnell. Boris Pistorius prüft jetzt andere Wehrmodelle und will dann möglicherweise nachjustieren. Aber was kann jetzt schnell Abhilfe bringen? Also alles, was jetzt überprüft wird, kann nicht schnell passieren, denn die Wiedereinführung der Wehrpflicht oder irgendeines Modells von Wehrdienst verlangt eine gewaltige Anstrengung. Zum Beispiel müsste man Ausbildungseinheiten aufstellen, die wir im Moment nicht haben. Es müsste die Infrastruktur bereitgestellt werden. Ein Teil der Kasernen ist ja nun vor vielen Jahren bereits übergeben worden in die zivile Nutzung. Und es müsste Personal abgezweigt werden für diese Einheiten und natürlich auch Geld. All das ist sehr schwierig. Also wird man sich überlegen müssen, wie man die Durchhaltefähigkeit in einem Kriegsfall durch eine bessere Bereitstellung von Reservisten, eine Erhöhung der Reservistenzahl, wie man das sicherstellt. Und dafür gibt es verschiedene Modelle. Man kann sich vielleicht mal in Schweden orientieren, wie man das dort macht. Da gibt es die allgemeine Wehrpflicht für Männer und Frauen. Allerdings wird nur ein geringer Teil davon einberufen. Aber man kann darauf zumindest zurückgreifen. In Deutschland werden hier sicherlich verfassungsrechtliche Probleme zu behandeln sein, aber auch das Problem der Gleichberechtigung. Denn die Verfassung sieht im Moment ja nur einen männlichen verpflichtenden Wehrdienst vor. Sagt Oberst AD Wolfgang Richter. Vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Sehr gerne. In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland diskutiert die AfD ein Auftrittsverbot für ihren Europawahlkandidaten Peter Büstron. Darüber soll voraussichtlich bei einer Sitzung des Bundesvorstandes am Montag entschieden werden. Büstron steht im Verdacht, Geld aus einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben, das in Verbindung mit der von Moskau finanzierten Internetseite Voice of Europe steht. Büstron selbst spricht von Verleumdung, erklärte jetzt in einem Brief an die Parteispitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder einem anderen Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen erhalten. Die Ausgaben für Sozialleistungen haben sich in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren noch mal fast verdreifacht auf jetzt aktuell 1,2 Billionen Euro. Das geht aus einer Regierungsanfrage der Linken im Deutschen Bundestag hervor. Wegen des gleichzeitigen Wirtschaftswachstums ist der Anteil am Bruttoinlandsprodukt jedoch gerade mal von rund 26 Prozent auf gut 30 Prozent gestiegen. Nach Einschätzung der Linken machen die Zahlen deutlich, dass konservative und liberale Parteien sowie die Arbeitgeberverbände zu Unrecht ein Schreckensgespenst an die Wand malen und appellieren an die, wie Sie sagen, Sozialstaatspaniker, ihren Alarmismus sofort einzustellen. Wobei man dazu sagen muss, 30 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ist immer noch ein verdammt hoher Wert. Aber wir haben dazu auch unsere heutige Frage des Tages an Sie gestellt. Wir wollten nämlich wissen, inwieweit stimmen Sie der Aussage zu, dass zu hohe Sozialleistungen die Menschen davon abhalten, eine Arbeit aufzunehmen? Und so haben Sie abgestimmt. Ja, meinen 72 Prozent der Teilnehmer, sieben Prozent sind unentschieden. In etwa jeder Fünfte sagt nein. Zu hohe Sozialleistungen halten die Leute nicht von der Arbeitsaufnahme ab. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen? Wie notwendig und auch wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Frage soll nun kritisch beleuchtet werden. Vier Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie war der Ruf nach einer Aufarbeitung der staatlichen Politik zur Eindämmung des Virus immer lauter geworden. Heute machte Sachsen-Anhalt einen Schritt in diese Richtung. Eine Expertenkommission startet ihre Arbeit in Sachen Pandemieuntersuchung. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen bei den Kindern. Da hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FSB-2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresolübertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Die Hauptstadt schneidet regelmäßig in Sachen Bildung schlecht ab. Und das, obwohl Berlin viel für seine Schüler ausgibt. Mit 14.000 Euro jährlich pro Schüler fast ein Drittel mehr als der Bundesdurchschnitt. So fließt ein großer Teil des Geldes, nämlich 200 Millionen Euro, etwa in die kostenlosen Mittagessen an Grundschulen. Auch um den Lehrermangel zu bekämpfen, hat der Senat tief in die Taschen gegriffen. So bekamen seit 2008 alle Angestellten Lehrer pro Monat eine Zulage von 1200 oder 1600 Euro. Der Mangel ist aber nicht behoben. Berlin muss weiter Quereinsteiger oder Ungelernte einsetzen. Und wir blicken in die USA. Die Bilder neben mir, die erkennen Sie. Sie waren spektakulär und sind noch immer erschütternd. Ein Containerschiff rammte vor zehn Tagen einen Pfeiler der Key Bridge in Baltimore. Die Brücke stürzte daraufhin ein. Noch immer wühlen sich die Bergungsmannschaften durch Tonnen von Stahl und Beton oder versuchen es zumindest. Unser USA-Korrespondent Michael Wöhlenweber berichtet aus Baltimore. Es sind Boten der Hoffnung. Neue Fahrwassertonnen werden ausgelegt für eine inzwischen dritte Route unter noch intakten Teilen der Brücke. Es ist Tag 10 nach der Katastrophe, nachdem die über 300 Meter lange Dali mit 4500 Containern an Bord tausende Tonnen Stahl und Beton im Patapsco River versenkte und den neuntgrößten Hafen der USA stilllegte. Seitdem steckt die Dali fest. Teile der Fahrbahn liegen auf dem Bug. Und so sieht es unter Wasser aus. Es gibt erste Sonaraufnahmen, die Key Bridge auf Grund 20 Meter tief. Wenn man sieht, wie ineinander verwickelte Trümmer sind, beginnt man zu verstehen, was es für eine Herausforderung ist, die wir vor uns haben, um die Trümmerteile aus dem Hafenbecken zu bergen, erklärt der Gouverneur von Maryland. Priorität hat die Räumung der Tiefwasserroute. Erst dann können auch größere Containerschiffe wieder passieren. Erste Stahlträger werden auseinandergeschweißt und abtransportiert, aber es ist nur ein Anfang. Auf die Taucher warten unter Wasser extreme Bedingungen. Wenn es überhaupt möglich ist, abzutauchen, müssen sie von oben geführt werden. Die Taucher arbeiten hauptsächlich im Dunkeln. Wenn sie Licht benutzen würden, wäre es so, als ob sie durch einen Schneesturm mit Fernlicht fahren würden. So kann man das beschreiben. Die Streben der kollabierten Brücke unter und über Wasser stehen teils unter Spannung. Das macht die Bergung zusätzlich schwierig und vor allem gefährlich. Ein Datum, wann die Passage geräumt sein könnte, will immer noch niemand nennen. Große Containerschiffe wie die Dali hatten unter der Brücke gerade mal 50 Zentimeter Wasser unterm Kiel. Da darf also kein Trümmerteil liegen bleiben. Seit 2015 findet jedes Jahr in Frankfurt am Main eine antisemitische Al-Quds-Demonstration statt, die auch für kommenden Samstag wieder geplant ist. Der Verfassungsschutz rechnet auch für dieses Jahr wieder mit israelfeindlichen Parolen bei dieser Veranstaltung. Gerade erst hat ein Treffen von rund 400 Menschen in Hamburg-Bilbrock für Entsetzen gesorgt. Denn hinter dieser Veranstaltung steckt eine islamistische Gruppe, deren Ziel es ist, ein Kalifat in Deutschland zu errichten. Als Redner soll außerdem der Salafist Marcel Kras aufgetreten sein. Wir wollen darüber sprechen. Aus Frankfurt am Main zugeschaltet ist Professor Susanne Schröter. Sie ist Islamwissenschaftlerin. Frau Professor, wir grüßen Sie. Hallo. Am Samstag soll also in Frankfurt wieder eine Al-Quds-Demonstration stattfinden. In der Vergangenheit gab es aber ja regelmäßig israelfeindliche und antisemitische Parolen. Warum werden solche Demonstrationen nicht im Vorfeld einfach verboten? Das Problem ist, wir haben jetzt in Frankfurt eine ganze Reihe von israelfeindlichen Demonstrationen gehabt. Seit dem 7. Oktober verstärkt, wie in anderen Städten in Deutschland auch. Und teilweise sind sie erst mal verboten worden und das nächste Gericht hat dann das Verbot wieder aufgehoben. Also das ist eine Frage des Gerichts. Die Politik würde es sicherlich sehr gerne verbieten. Sind denn die Behörden in Frankfurt zu naiv, wenn diese Kundgebungen, die ja unter dem Motto stoppt, den Krieg angemeldet werden? Der Kurztag ist immer der letzte Freitag während Ramadan. Man könnte sich ja diesen Termin im Kalender anstreichen und dann hellhörig werden. Ja, das könnte man und man müsste vielleicht auch mal eine grundsätzliche Entscheidung treffen, wie man mit solchen Tagen umgeht. Es ist ja was anderes, ob, sagen wir mal, israelfeindliche oder auch antisemitische Organisationen etwas anmelden oder ob es so ein Jahrestag ist. Dieser Jahrestag, der ist ja mal eingesetzt worden von Ayatollah Khomeini, um sein Ziel zu verdeutlichen und da Unterstützung auch einzuwerben für die Zerstörung Israels und für die Wiedereroberung Jerusalems. Kurz ist ja der arabische Name für Jerusalem und darum geht es. Also die Muslime sollen Jerusalem erobern, sollen Israel wiedererobern, Israel soll zerstört werden. Und diese antisemitische Agenda, die ist einfach konstitutiv für den Kurztag. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Da geht es nicht um Krieg, da geht es nicht um unterschiedliche Einschätzungen zu dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Es geht einfach darum, dass der mal festgesetzt wurde, um Israel zu vernichten. Und da könnte man sich, und das muss ich jetzt auch sagen, in Deutschland vielleicht mal grundsätzlich damit auseinandersetzen, dass solche Demonstrationen, die so menschenverachtend sind, dass die tatsächlich nicht mehr erlaubt werden. Und dass man da gar nicht sagt, wir wissen ja nicht, wir verbieten jetzt aber, dass da antisemitische Parolen gerufen werden. Dann ist es wieder nicht möglich, dass man sie wirklich, dass man das wirklich umsetzen kann. Und also man begibt sich dann so ein Klein-Klein und letztendlich haben dann die Antisemiten gewonnen. Das ist das Problem immer. Aber wenn man einmal sagen würde, Kurzdemonstrationen sind von ihrer Anlage her antisemitisch und nichts anderes, dann könnte man sie meiner Meinung nach auch verbieten. Es hat am Ostersonntag in Hamburg ein Treffen mit etwa 400 Teilnehmern stattgefunden, bei dem auch ein polizeibekannter Salafist aufgetreten sein soll. Sind die Behörden auch in der Hansestadt möglicherweise zu nachlässig? Ich meine, das ist ja letzten Endes auch nicht gerade demokratieförderlich, was da passiert. Ja, absolut. Jetzt sagt die Hamburger Politik, wir können da nichts dran ändern. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Das ist in der Tat ein hohes Gut. Aber wenn ich mir überlege, wie die ganze Debatte im Moment läuft, wenn es um die Eindämmung von Rechtsextremismus geht, dann finde ich, dass man im Bereich des Islamismus immer verhältnismäßig milde argumentiert und sagt, das geht alles nicht. Die haben doch das Recht dazu zu demonstrieren, gerade in Hamburg. Also in Hamburg gibt es ja eine Gruppe, Muslim Interaktiv, die sind ja notorisch unterwegs. Die laufen in einer paramilitärischen Gewandung herum, alle schwarz angezogen und machen seit Jahren, machen sie Aktionen, in denen sie die Straße für sich reklamieren und sind auch außerordentlich gewalttätig, wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt. Also da könnte man auch mal etwas anders vorgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht einen wirklich schlechten Eindruck, wenn man bei Extremismen mit zweierlei Maßen ist. Also eine wehrhafte Demokratie, und ich bin absolut dafür, dass eine Demokratie sich auch wehrhaft zeigen muss, muss jeder Art von Extremismus gegenüber eben eine klare Kante zeigen. Sagt die Islamwissenschaftlerin Professor Susanne Schröter. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen andauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche NGOs an, weiter vor Ort zu bleiben. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des irrtümlichen Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, war für der israelische Botschafter Jakov Livne nun Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter daraufhin ein. Weiter nach Washington zu Michael Willenweber. Michael, ein ranghoher Mitarbeiter von World Central Kitchen, erhebt jetzt schwere Anschuldigungen. Er sagt, der Angriff sei kein Versehen gewesen. Israel habe die Wagenkolonne ganz gezielt angegriffen. Wie sind die Reaktionen in den USA? Ja, José Andrés, das ist der Vorsitzende dieser Organisation, hat diesen Vorwurf erhoben, dass also ganz bewusst diese Fahrzeuge angegriffen worden sind. Im Weißen Haus hält man sich diesbezüglich bedeckt. Man hätte keinerlei Erkenntnisse darüber. Die Frage ist natürlich, wie wird das weiter aufgeklärt? Wir haben es eben gehört, das könnte noch lange dauern, heißt es von israelischer Seite, aber stellt sich zum Beispiel das Weiße Haus auch hinter die Forderung einer unabhängigen Untersuchung. Das hat man bisher zumindest vermieden. Diese Forderung wollte man nicht mittragen. Was man hier ja inzwischen ja auch hört und lesen kann, zum Beispiel in Online-Magazinen, ist, dass die Ziele, die bestimmt werden durch die Israelis, dass da auch AI mit einer Rolle spielt und dass AI nicht genügend überwacht wird, nicht double gecheckt wird von Menschen. Und was dann auch zu hohen Verlusten im Gaza-Streifen führt, so wird es zumindest mit erklärt, weil diese Software, die da wohl benutzt werden würde, fehleranfällig ist. Vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation, steckt auch solch ein AI-Problem hinter der Attacke auf die Helfer. Das wäre natürlich ein echter Skandal. In diesen Minuten telefonieren übrigens auch Präsident Biden und Ministerpräsident Netanyahu. Was steht denn dabei sonst noch alles auf der Gesprächsliste? Naja, seit 65 Minuten wird telefoniert und das ist das Gespräch, was hier in den USA mit Hochspannung erwartet wird. Und hat Joe Biden überhaupt einen Hebel, um Netanyahu zu irgendetwas anderem zu bewegen, als Netanyahu selber möchte? Und das ist hier die Frage. Joe Biden, der benutzt zwar immer wieder starke Worte, aber es folgen dann am Ende keine Taten. Den Angriff auf die Helfer hat er als empörend bezeichnet, aber folgt dem dann am Ende etwas. Das wird hier in den USA nämlich gefordert und das könnte seine Wiederwahl am Ende auch gefährden. Das heißt also für Joe Biden, er bewegt sich auf Messerschneide. Wird er also zu fordern gegenüber vielleicht den Israelis? Verliert er auf der einen Seite, fordert er zu wenig und bewirkt er zu wenig. Dann verliert er Stimmen auf der linken Seite bei den Palästinensern. Und dieses Telefonat ist auch ein Telefonat zweier Männer, für die es jeweils um die politische Existenz am Ende geht. Nicht nur für Joe Biden, sondern auch für Benjamin Netanyahu. Und da ist jetzt die Frage zu klären, kann tatsächlich Joe Biden Benjamin Netanyahu aufhalten, einzumarschieren? Dann auch nach Rafa, was ja im Raum steht. Da werden wir sicherlich später vielleicht schon in einer guten Stunde mehr drüber hören. Und dann wirst du uns auf dem Laufenden halten. Bis dahin, Dankeschön, Michael nach Washington. Und jetzt zu einem brutalen Angriff auf ein vierjähriges Mädchen in Wangen im Allgäu. Das Mädchen wurde in einem Supermarkt beim Einkauf mit seiner Mutter von einem 34-Jährigen mit einem Messer attackiert. Der Angreifer, ein Syrer mit niederländischer Staatsbürgerschaft, ist für Mutter und Kind offenbar kein Unbekannter gewesen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch. Das Kind wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert. Der Zustand des Kindes ist offenbar stabil. In Duisburg steht seit heute ein Paar vor Gericht, dass die eigene dreijährige Tochter zu Tode gequält haben soll. Der Fall hat im Oktober Bundeswahl für Schlagzeilen gesorgt. Laut Anklage soll der Vater das dreijährige Kind in einem Keller eingesperrt haben. Dort habe er das Mädchen mit Klebeband gefesselt. Die Kindsmutter soll den Angeklagten dazu ermuntert haben. Das Martyrium der Kleinen dauerte mehrere Tage. Schließlich erstickte sie an ihrem eigenen Erbrochenen. Der Vater warf die Leiche daraufhin in einen Kanal und stellte sich der Polizei. Die Staatsanwaltschaft wird den Eltern heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Ein Urteil wird Mitte Mai erwartet. Unser Kollege Max Hermes hat den ersten Prozesstag in Duisburg beobachtet. Hier sein Bericht. Als die Staatsanwältin die Anklageschrift verlesen hat, haben die beiden Angeklagten keine Mine verzogen. Sie haben auch ihre Gesichter verdeckt, damit die Kameras sie nicht einfangen können. Und das, was da im Raum steht, ist extrem grausam. Also das Kind, die dreijährige Lea, soll mehrere Tage lang im Keller dort festgehalten worden sein von ihren Eltern. Sie wurde zum Teil geknebelt und hat davon auch Spuren, davon getragen. Sie hat mehrere Erstickungsanfälle in dieser Zeit erlitten und ist dort dann auch ums Leben gekommen, von den eigenen Eltern mutmaßlich umgebracht worden. Das wird jetzt zu klären sein. Der Vorwurf, Tatvorwurf ist Mord. Und das, was die Eltern dort gemacht haben, das ist auch vom Motiv her an Grausamkeit kaum zu überbieten. Aus dem persönlichen Motiv heraus, dass ihnen das Kind zu laut war, dass sie das Kind mit pseudoerzieherischen Maßnahmen, so drückt es die Staatsanwaltschaft aus, zur Ruhe bringen wollten, haben sie das Kind dann umgebracht. Und letztlich der Vater, der das Kind dann in einem Kanal dann noch versenkt hat, dann später die Polizei gerufen hat. Also eine grausame Geschichte, die jetzt hier vor dem Landgericht Duisburg aufgeklärt wird, aufgearbeitet wird. Ein Prozess, der anhand von Indizien, aber auch Beweisen und dann Zeugenaussagen hier dann geführt wird. Die Eltern werden sich nicht einlassen und das Gericht muss dann befinden über die Schuldfähigkeit, möglicherweise auch psychologische Gutachten, all das könnte kommen. Und dann wird ein Urteil in diesem Prozess Mitte Mai erwartet. Ein vor zwei Jahren in Kalifornien entführtes 15-jähriges Mädchen wurde von Polizisten erschossen. Beamte behaupteten, sie hätten sie für eine Gefahr gehalten, weil sie nicht den Anweisungen gefolgt sei. Aber jetzt gibt es Aufnahmen, die belegen der Teenager-Taten nur das, was man ihr sagte. 15 ist Savannah, als sie im Hagel von Polizeikugeln zusammenbricht, entführt von ihrem Vater Anthony, der zuvor die Mutter tötet und dann zu einer irren, 100 Kilometer langen Flucht aufbricht. Während der Jagd feuert der Entführer immer wieder auf die Polizei, die ihm am Hinterreifen klebt. Vor Los Angeles, dann das Ende. Der Wagen kommt auf einer Auffahrt zum Stehen. Im Auto der Vater mit mehreren Waffen und die Tochter. Die steigt aus, hält sich an die Polizeianweisungen und wird erschossen. Sie sei wohl bewaffnet gewesen und zu schnell gelaufen, so die Polizei. Dann heißt es, es wären Kugeln des Vaters gewesen. Doch das stimmt nicht, wie Tonaufnahmen nun belegen. Passagier, steigen Sie aus, steigen Sie aus. Raus, raus, raus. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, los, los, kommen Sie zu mir. Gehen Sie, gehen Sie, ruft der Officer. Und dann, hey, nicht auf Sie schießen, er sitzt im Auto. Stopp, sie ist keine Gefahr, er im Auto. Doch das geht im Kugelhagel der wilden Schießerei unter. Vom Vater entführt, von der Polizei erschossen, wie auch der Vater kurz darauf, ihren Führer und der Mörder der Mutter. Wir machen einen harten Themenschnitt an dieser Stelle und kommen zu Autos. Denn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die stehen ja vor dem Aus. In der EU sollen ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden, die beim Fahren CO2 emissionsfrei sind. Und bald könnte es wohl noch schärfere Regeln geben. Oldtimer blieben bislang davon verschont. Aber die Frage ist, bleibt das so? Und das stellten sich nicht wenige Besucher bei der weltgrößten Oldtimer-Messe Techno-Klassiker in Essen. Unter den Gästen kein geringerer als Finanzminister Lindner. Er ist ein bekennender Oldtimer-Freund. Wir haben zugehört, was er zum Verbrenner ausmacht. Der Oldtimer-Freund ist aus Lettland nach Essen gereist. Hier auf der größten Klassiker-Messe der Welt heißt es mit alten Schätzen sehen und gesehen werden. Helmut Binders Ente ist so ein ganzer Stolz. Ich habe eine 2CV Citroen AK 350. Das ist ein sehr seltenes Modell. Das ist einfach Freiheit. Wenn du das Dach hochmachst, aufmachst, die Luft spürst, die Geräusche. 2.700 Oldtimer können die Besucher in Essen bestaunen. Die Fahrzeuge sind alle mindestens 30 Jahre alt. Erst dann können Eigentümer ein Haarkennzeichen beantragen. Bundesweit sind rund 870.000 Oldtimer unterwegs. Und die echten Liebhaber wissen, Oldtimer und Neuwagen kann man einfach nicht vergleichen. Man muss da noch viel mehr lenken, man muss viel mehr spüren, man muss auch ein bisschen mehr hören, hinhören als heute bei den Autos, die ja fast von alleine fahren. Naja, das ist wie so eine, wie man heute sagt, Zeitkapsel. Man fährt eben Auto wie vor 50 Jahren. Für mich ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema. Also ein Fahrzeug, das ich wieder auf die Straße bringe und das, ich sag mal, wieder bewegt wird, ist immer noch ressourcenschonender als ein neues Fahrzeug zu bewegen. Bekennender Oldtimer-Fan ist auch der Finanzminister, der den Besuchern hier ein Versprechen gibt. Ich bin schon jetzt davon überzeugt, dass wir keinerlei Veränderungsbedarf beim Haarkennzeichen haben. Keinerlei. Und nebenbei gesagt, mein Auto von 1982, das ist schon gebaut. Wenn ich da synthetische Kraftstoffe reinfülle, dann ist dieses Auto klimafreundlicher als der neue Tesla. Erst recht, wenn er mit Strom aus polnischen Braunkohlekraftwerken geladen werden würde. Den Support vom Finanzminister haben die Oldtimer-Fans also. So fühlt sich das Fahren doch gleich noch besser an. Gigantische Wracks aus zwei Jahrhunderten. Es zählt zu den tückischsten Wracks der Welt. Sechs Taucher sind darin umgekommen. Die oberen Decks wurden komplett abgerissen. Die Unglücksursache bei beiden? Menschliches Versagen. Die Hauptantriebseinheit ist hin. Die Ingenieure kriegen sie nicht in Gang. Für die Rettungsboote war keine Zeit. Nur 14 Minuten. Ihr Untergang zeigt, dass auf Hoher See selbst kleine Fehler schwere Folgen haben können. Drei Millionen Schiffswracks versunken in den Tiefen der Weltmeere. Da ist der Bug, sieht toll aus. Jedes von ihnen ist eine Zeitkapsel voller Geschichten von Abenteuer und Innovation. Die Fehllöchter im Wrack sind bemerkenswert. Von Mut und Tragödien. Es geht um den Tod von 10.000 Menschen. Die Suche hat begonnen. Nach den Schiffen und ihren Geheimnissen. Als ob man mit einer Taschenlampe durch ein Spukhaus gleitet. Geben wir den Zeugen der Vergangenheit eine Stimme. Im 21. Jahrhundert gilt die Seefahrt als weitgehend sicher. Wir haben eine hochentwickelte Schifffahrts-Technologie. Die Schiffe sind großartig konstruiert. Und die Navigationsgeräte können sie bis auf wenige Meter genau ernten. Aber auch mit der besten Technik kann jede Menge schief gehen. Wir fühlen uns inzwischen so sicher, dass wir manchmal vergessen, welche Gefahren da draußen lauern. Ein Beispiel dafür ist die El Faro. Das US-Frachtschiff El Faro gerät in einen Monster-Hurrikan mit 10 Meter hohen Wellen und Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde. Auf dem Höhepunkt gerät das Schiff außer Kontrolle. Der Kapitän setzt einen Notruf ab. Binnen weniger Minuten verliert die El Faro den Kontakt zur Außenwelt und den Kampf gegen den Strom. An Bord sind 33 Crews hier. Ein riesiges Schiff mit Top-Modell. Eigentlich hätte es dem Hurricane problemlos ausweichen müssen. Ist es aber nicht. Wie konnte das passieren? Bevor sie in die Fänge von Hurricane Joaquin gerät, folgt die El Faro ihrer regulären Route von Jacksonville, Florida nach Puerto Rico. Ihre letzten Funksprüche sendet sie rund 70 Kilometer nördlich der Bahamas. Nur Stunden später beginnt eine umfassende Suchaktion. Wir hatten mehrere Flugzeuge da draußen, darunter die C-130 der Küstenwache. Wir haben 70.000 Quadratseemeilen, also 240.000 Quadratkilometer abgesucht. Nach drei Tagen entdeckt die Küstenwache endlich die erste Spur. Ein Hubschrauber der Küstenwache meldet ein Ölteppich und Trümmerteile. Die El Faro musste in der Nähe sein. Sofort machte sich ein Schiff auf den Weg dorthin, um Sonden runterzuschicken. Die Ermittler konzentrieren ihre Suche auf die Fundstelle der Trümmerteile. Ihr Schiff ist mit modernster Scantechnik ausgerüstet. Die Bedingungen sind allerdings schwierig. Das Meer ist rund 5000 Meter tief. Wenn die El Faro hier gesunken ist, wird es nicht leicht, sie zu finden. Nach Wochen entdeckt das Team ein ausgedehntes Trümmerfeld auf dem Meeresgrund. Es erstreckt sich über einen Quadratkilometer. Zerstörte Container, Ausrüstungsgegenstände, persönliche Dinge der Crew. Dann taucht etwas Größeres in der Dunkelheit auf. Der Rumpf, er steckt in 5 Kilometern Tiefe aufrechte Meeresboden. Ein riesiges Wrack. Fast 40 Meter von der Spitze des Mastes bis zum Kiel. Die El Faro hatte eine Bruttoraumzahl von 31.000 Tonnen. Gut 240 Meter lang und fast 30 Meter breit. Wie ein 70-stöckiger Wolkenkratzer, der auf der Seite liegt. Wer sie im Hafen sah, stand vor einer massiven, neun Stockwerke aufragenden Stahlwand. Die Ladung, knapp 400 Container und 300 Fahrzeuge. Der Großteil davon liegt nur noch dem Meeresboden verstreut. Aber einiges ist noch an Bord. Auf der Steuerbordseite ragt ein LKW-Anhänger aus einer Luke. Dort hing er vermutlich schon, als die Wellen die Ladung wie Kegel umgeworfen haben. Das Schiff überhaupt zu finden, ist ein großer Schritt. Um zu rekonstruieren, was passiert ist, fehlt den Forschern aber noch etwas Entscheidendes. Ein Voyage Data Recorder, kurz VDR, ist im Wesentlichen eine Black Box. Ähnlich wie in einem Flugzeug. Die gespeicherten Daten helfen den Ermittlern, den Unfallhergang nachzuvollziehen. Der VDR enthält Informationen über die Position des Schiffes, die Geschwindigkeit, den Kurs, den Status der Antriebssysteme und sämtliche Gespräche von der Brücke. Auf der Elfaro war der Datenschreiber auf der Brücke montiert. Dort suchen die Ermittler zuerst. Aber der Schaden ist schlimmer als erwartet. Die beiden oberen Decks, die Brücke und die Offiziersquartiere, waren komplett abgerissen. Und der VDR war auf dem oberen Brückendeck befestigt. Das macht die Suche deutlich schwieriger. Wir dachten schon, wir würden den VDR nicht finden. Er ist kaum größer als ein Basketball, ein kleiner Zylinder. Die Elfaro liegt in weichem Schlick, der leicht aufwirbelt und die Aufnahmen getrübt hat. Die Sicht war schlecht, kaum mehr als 10 Meter. Diese Bilder hat eine Kamera gemacht, die über ein 5 Kilometer langes Kabel mit einem Schiff verbunden war, das hin und her schaukelte. So probierten wir, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Die Ermittler suchen das Trümmerfeld nach der Brücke ab. Und tatsächlich, da ist sie. Knapp einen Kilometer vom Wrack entfernt. Der Datenschreiber müsste am Mast hängen. Wir dachten, das ist es. Wir kriegen den VDR und alle wichtigen Infos. Doch dann die Ernüchterung. Der 10 Meter lange Mast ist verschwunden. Er könnte überall hingetrieben sein. Laut unseren Berechnungen kamen gut 200 verschiedene Orte infrage. Da ahnten wir, dass wir ihn womöglich nicht finden würden. Die Ermittler haben herausgefunden, dass der Mast mit dem Datenschreiber der El Faro von der Brücke gerissen wurde. Irgendwo in dem riesigen Trümmerfeld muss das wichtige Beweisstück liegen. Da war einfach zu viel Zeug. Selbst ein großer Mast war nicht mehr als eine Nadel im Heuhaufen. Zwischen den ganzen Containerteilen, die überall herumlagen, war er kaum auszumachen. Fünf Tage lang durchkämmt das Team den Ozean. Wo kann der Mast nur sein? Schließlich die Entdeckung. Und eine weitere Enttäuschung, denn der VDR ist nicht da, wo er sein soll. Dann ein Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit. Es war eine Reflexion des Kameralichts. Der VDR ist mit reflektierenden Streifen umwickelt. Die leuchteten gerade hell genug, um jemandem aufzufallen. Die Crew hat den Datenschreiber der El Faro am Fuß des Masts gefunden. Aber schon gibt es ein neues Problem. Er sitzt fest. Leider hing er noch am Mast. Unsere Ausrüstung war für diese Tiefe nicht geeignet. Deshalb konnten wir ihn nicht sofort losschneiden und hochbringen. Ohne die richtige Technik können die Ermittler nur einen kurzen Blick auf das Gerät werfen, nachdem sie wochenlang gesucht haben. Monate später starten sie eine weitere Expedition. In so großer Tiefe ist das Wrack kaum Strömungen ausgesetzt. Der VDR ist immer noch an derselben Position. Das Team bringt einen Tauchroboter in Stellung. Er trennt den Datenschreiber vom Mast und legt ihn in einen Korb, um ihn nach oben zu bringen. Die Ermittler erwartet ein trauriger Anblick. Der VDR war monatelang dem enormen Druck am Grund des Atlantiks ausgesetzt. Und das hat Spuren hinterlassen. Sie mussten davon ausgehen, dass das Ding nicht mehr funktionieren würde. Trotzdem gelang es den Ingenieuren, fast alle Audioaufnahmen zu retten, die zwischen dem Auslaufen des Schiffes und dem Untergang aufgezeichnet wurden. Das Team hat endlich die Beweise, die es braucht. Die Worte, die in den letzten Stunden auf der Brücke der El Faro gesprochen wurden. Sich das anzuhören war hart. Ein Kollege hat es so formuliert, wir wussten, wie das Ganze enden würde, sie aber nicht. Das Transkript der Daten umfasste über 500 Seiten, darunter die kompletten letzten 10 Stunden der Reise. Die Daten und Stimmen erzählten uns die ganze Geschichte. Eine Geschichte, die mit dem Wetter beginnt und endet. Das Schiff nutzte ein Wettersystem, das die Vorhersagen des Nationalen Wetterdienstes grafisch darstellte. Wir fanden heraus, dass die Vorhersagen nur alle sechs Stunden aktualisiert wurden. Die El Faro steuert auf den immer stärker werdenden Sturm Joaquin zu. Sechs Stunden können in so einem Fall entscheidend sein. Es lief darauf hinaus, dass sich der Kapitän auf veraltete Wetterinformationen verließ. Kapitän Davidson und seine Offiziere besprechen die Lage. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir bleiben südlich des Auges. Das wird schon gut gehen. Streichen Sie das schon. Zu diesem Zeitpunkt glaubt Davidson, dass der Sturm weit entfernt ist. Aber das ist er nicht. Und er wird immer gewaltiger. In den frühen Morgenstunden des 1. Oktober wird er als Hurricane der Kategorie 3 eingestuft, mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde. Der Hurricane entstand sehr plötzlich. Das ließ den Meteorologen nicht viel Zeit, seine Bahn vorherzusagen. Er wurde zudem sehr schnell sehr heftig. Später in der Nacht checkt ein Offizier den aktuellen Wetterbericht und begreift die Lage. Der Bericht von 23 Uhr zeigte, dass Hurricane Joaquin immer stärker wurde. Wir werden ihn 22 Meilen vom Zentrum entfernt passieren. Maximale Windgeschwindigkeiten von 100 bis 120 und mehr. Laut der Wettervorhersage würde die El Faro sich dem Hurricane bis auf gut 20 Meilen nähern. Das war dem Offizier zu unsicher. Das mag nach viel klingen, aber bei einem derart großen Hurricane ist es das nicht. Kapitän Davidson bleibt trotzdem gelassen. Unzuversichtlich. Die neuen Informationen schienen Davidson genauso wenig zu beunruhigen wie die ursprünglichen Hersage. Ich denke, wir fahren dran vorbei. Wird schon gut gehen. In den Aufnahmen hieß es, das Schiff käme gut durch die Wasserseite. Das hat uns ziemlich überrascht. Nicht einmal. Wir liegen gerade im Wasser. Der zweite und dritte Mat wiesen den Kapitän darauf hin, dass der Hurricane sich inzwischen an einer anderen Position befand, als er glaubte, und dass die Lage sich verschlimmert hatte. Aber sie konnten ihn nicht überzeugen. Der Kapitän blieb bei seinem Kurs. Wir sollten besser umdrehen. Oh, nein, nein, nein. Wir werden nicht umdrehen. Das machen wir nicht. Ein Schiff ist keine Demokratie. Für gewöhnlich steht ein Schiff unter dem alleinigen Kommando des Kapitäns. Die Hierarchie ist ziemlich streng. Kapitän Davidson ignoriert die Hinweise seiner Crew. Er behält den Kurs bei. Die El Faro steuert genau auf das Zentrum des Hurricanes zu und bekommt das nun auch zu spüren. Das war ein Tritt in den Arsch. Hören Sie diesen Wind? Ja, wir fahren gerade rein. Geht ja gut los. Hallo, Joaquin. Dann, nach stundenlangem Kampf mit den Wellen, ist Hurricane Joaquin nicht mehr das einzige Problem. Einige der wichtigsten Systeme der El Faro versagen plötzlich. Kapitän, der Chefingenieur hat gerade angerufen. Irgendwas mit Schlagseite und dem Ölstand. Aus dem Maschinenraum hörten wir, dass es Probleme mit dem Schmieröl gab. Ein erster Hinweis darauf, dass das Schiff in Schieflage geriet, während es sich dem Hurricane näherte. Werden die Motoren nicht korrekt geschmiert, verlieren sie an Leistung. In beginnender Schieflage fährt die El Faro durch die sich auftürmenden Wellen. Dazu kommt ein drittes Problem, von dem auf der Brücke niemand etwas ahnt. Der Wind hat unbemerkt eine Luke geöffnet. Wasser strömt ungehindert ins Schiff. Während langsam der Pegel steigt, steuert die El Faro weiter auf das Innere des Sturms zu. Die Ermittler rekonstruieren die letzten Stunden der El Faro anhand der Informationen aus dem Datenrekorder. Sieht aus, als läge der Hurricane genau auf unserer Route. Wir fahren mitten rein. Der wird uns voll erwischen. Inzwischen hat Kapitän Davidson den Ernst der Lage begriffen. Er versucht, gegenzusteuern. Sein dringendstes Problem ist die offene Luke. Überschwemmung in drei Laderäumen. Eine beträchtliche Menge. Niemand wusste, wie lange die Luke schon offen war. Von einem Meter war sie zwar nicht besonders groß, aber wenn kontinuierlich Wasser hineinströmt, sind das pro Stunde bis zu 3000 Tonnen. Das Wasser drang auf Höhe des zweiten Decks ein und lief von dort in den größten Laderaum des Schiffs. Wir wissen aus den Aufzeichnungen, dass es ihnen gelang, die Luke zu schließen und zu sichern. Durch die geschlossene Luke dringt nun kein Wasser mehr ein. Doch die stürmische See sorgt auf anderem Weg für Nachschub. Herumrutschende Autos prallen im Laderaum gegen Wassereinlassrohre, die für die Brandbekämpfung vorgesehen sind. So dringt noch mehr Wasser ein. Auf dem zweiten Deck steht das Wasser brusthoch. Nein, kein Scherz. 20 Minuten später fallen die Maschinen der El Faro komplett aus. Ohne Schmieröl fressen sich die Kolben fest. Um 18.13 Uhr gingen die Motoren aus. Von da an war die El Faro dem Hurricane praktisch ausgeliefert. Ohne funktionierenden Antrieb wird die El Faro zum Spielball der Wellen. Kapitän Davidson kontaktiert die Reederei, um Anweisungen zu erhalten. Aber es ist früh am Morgen und außer einer Telefonistin ist niemand da. Okay, ich brauche deinen Namen. Sie bat ihn den Namen des Schiffs zu buchstabieren. Davidson war hörbar aufgebracht. Echo Lima, Space, Foxtrot, Alpha, Romeo, Oscar, El Faro. Und dann sagte sie, können Sie kurz warten. Da war die Spannung richtig greifbar. Nate, what else do you see down there? What else do you see? Der Schiff hat inzwischen Schlagseite. Der Boden war um etwa 20 Grad geneigt. Man konnte kaum gehen. Alles flog durch die Gegend. Schliesslich bekam Davidson doch noch den Sicherheitsbeauftragten. Beauftragten an die Spannung. Er war jemand, der was von der Marine verstand. Dem erzählte die Spannung, dass sie in einem Hurrikaner war soweit okay. Sie hatten nicht das Schiff verlassen. Bislang waren alle in Sicherheit. Und trotzdem dauerte es danach nur noch eine halbe Stunde, bis das Schiff unterging. Die El Faro treibt mit defektem Antriebssystem in den Wellen. Hurrikan Joaquin kennt keine Gnade. Der Wirbelsturm war in diesen Momenten fast wie ein bösartiges Raubtier. Als würde er sich anschleichen, um sich dann auf seine Beute zu stürzen. Das Schiff war in großer Gefahr. Kapitän Davidson gibt schließlich den Befehl, das Schiff zu verlassen. Also los geht das Signal. Alle Mann von Bord, sagt allen Bescheid. Aber wohin? Mitten in einem Hurrikan. An den Seiten des Schiffes konnten keine Rettungsboote heruntergelassen werden. Die Wellen schlugen hoch und zerschmetterten alles, was herunterkam. Davidson sagte seinen Männern, sie sollten die Rettungsinsel nehmen. Alle Mann, runter vom Schiff! Geht von Bord und bleibt zusammen! Auf der Brücke waren nur noch Davidson und sein Stellvertreter Frank Hamm. Der Kapitän sagte, keine Sorge Frank, komm hier lang. Das konnte nur eins bedeuten, sie versuchten irgendwo hochzuklettern. Hamm geriet in Panik. Davidson sagte wieder und wieder, komm hier lang Frank, komm hier lang. An dieser Stelle endet die Aufnahme. Und das ist, wo die Rettungsinsel endet. Es ist bemerkenswert, selbst im Moment grösster Lebensgefahr, als sie bereits wussten, dass das Schiff untergehen würde, blieben sowohl Frank Hamm als auch Michael Davidson auf der Brücke und kümmerten sich um das sinkende Schiff. Sie haben ihre Pflicht als Seeleute erfüllt. Das ist sehr ehrenwert. Der Verlust der Al-Faro erschüttert die Schifffahrtsbranche. Seit Jahrzehnten war kein so großes Handelsschiff der USA mit so vielen Menschen an Bord gesunken. Man sollte meinen, ein Schiff wie die Al-Faro sei praktisch unsinkbar. Aber wenn man sie da unten auf dem Meeresboden liegen sieht und von den Umständen ihres Untergangs erfährt, denkt man anders darüber. Nach 26 monatiger Untersuchung präsentiert das National Transportation Safety Board seinen Abschlussbericht, der 53 Sicherheitsempfehlungen enthält. Der Verlust trug Michael Davidsons Entscheidung, den Hurrikan auf die leichte Schulter zu nehmen, wesentlich zum Untergang der Al-Faro und dem Tod der gesamten Besatzung bei. Aber das war nicht der einzige Grund. Die Katastrophe war auch auf die unberechenbare Macht des Meeres zurückzuführen. Das Antriebssystem versagte auf dem Höhepunkt des Sturms, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Deshalb war das Schiff Wind und Wellen hilflos ausgeliefert. Die internationale Schifffahrtsbranche sollte unbedingt die grundlegenden Konstruktionsprinzipien beim Bau von Schiffen und Motoren überdenken. Zu den wichtigsten Empfehlungen der Ermittlungsbehörde gehören verbesserte Sturmwarnsysteme, strengere Maschinenstandards, um schweren Seegang besser bewältigen zu können, und mehr geschlossene Rettungsboote. Wir hoffen, dass diese Tragedie am Meer die Leichthaus als Lichter zu helfen kann, um die Sicherheit der Mariener Transporte zu beobachten. Wir stehen auf. Immer wieder kommt es zu Schiffsunglücken, die umfangreiche Untersuchungen erfordern. Der Meeresarchäologe Rob Rondeau und sein Team tauchen zu einem der rätselhaftesten Wracks der Welt. Die Empress of Ireland ist ein Passagierschiff, das auch Kanadas Titanic genannt wird. Die wenigsten Leute kennen die Geschichte. Tatsächlich zählt dies zu Kanadas schlimmsten Schiffsunglücken, aber es ist praktisch unbekannt. Die Empress of Ireland liegt acht Kilometer vor Pointe-au-Père, Québec, rund 40 Meter unter der Oberfläche des St. Lorenz-Stroms. Als Meeresarchäologe habe ich das Glück, weltweit an Schiffswracks aus verschiedenen Epochen zu arbeiten. Ich begann mich für Ozeandampfer aus der Vorkriegszeit zu interessieren, speziell für die Titanic. So erfuhr ich, dass die Empress zu den drei großen zivilen Schiffskatastrophen jener Zeit zählte. Titanic, Lusitania, Empress of Ireland. Ron Doe möchte die Empress of Ireland aus nächster Nähe erkunden. Eine gefährliche Mission. Die Empress of Ireland wird oft als der Mount Everest des Flaschentauchens bezeichnet. Sie gilt als eines der größten Schiffswracks der Welt. Das Wasser des St. Lorenz-Stroms ist eisig, die Sicht schlecht. Zudem sind Teile des Wracks morsch. Die Empress hat schon sechs Taucher auf dem Gewissen. Man sollte ein erfahrener technischer Taucher mit hunderten von Tauchgängen sein, bevor man sich an sie heranwagt. Da unten erkennt man einen großen, dunklen Schatten. Ganz klar ein riesiges Schiffswrack. Die Länge entspricht zwei Dritteln der Titanic. Die Atmosphäre ist unwirklich. Da wachsen Muscheln, die man sonst nur in arktischen Gewässern findet. Sie sehen aus wie kleine Aliens und sitzen auf den Holzteilen des Schiffs. Die Empress ist erstaunlich gut erhalten. Sie liegt im brackigen Teil des Flusses, am Übergang von Süß- zu Salzwasser. Der niedrige Salzgehalt, die Dunkelheit des Wracks und die Kälte des Wassers konservieren das Holz. Das Teakholz auf dem Deck ist zum Beispiel immer noch da. Wie kommt der Ozeandampfer auf den Grund des St. Lorenz-Stroms? Die Empress war ca. 170 Meter lang und 20 Meter breit. Sie fuhr mit bis zu 20 Knoten, umgerechnet knapp 40 Kilometern pro Stunde über den Atlantik. Zudem war sie komfortabel und prächtig ausgestattet. Unsere Überfahrt war auf der Empress of Island gebucht. Sie war in aller Munde als das luxuriöseste und komfortabelste Schiff ihrer Zeit. Die Empress kann mehr als 1500 Passagiere befördern. Von Millionären und Prominenten in der ersten Klasse bis zu Studenten und Einwanderern in der dritten. Viele Immigranten waren an Bord. Sie waren das Brot- und Buttergeschäft des transatlantischen Schiffsverkehrs. Die Empress of Ireland hat eine wichtige Rolle bei der Migration von Europa nach Amerika gespielt. Aber auch in der Gegenrichtung. Für Leute, die in der neuen Welt ihr Glück gemacht hatten und nun nach Europa zurückkehren wollten. 1912. Wenige Monate nach der Titanic-Katastrophe wird die Empress mit den allerneuesten Sicherheitssystemen ausgestattet. Die Empress war ein sehr sicheres Schiff. Der Eigner Canadian Pacific Railway nahm dieses Thema sehr ernst. Zusätzliche Rettungsboote wurden beiseite platziert. Wer eine Überfahrt auf der Empress of Ireland buchte, machte sich keine Sorgen um die Sicherheit. Die Tuch bucht wurde reichlich. Am Abend des 28. Mai 1914 bricht die Empress von Quebec in Richtung Liverpool auf. 1477 Passagiere und Besatzungsmitglieder sind an Bord. Die Heilsarmee war mit ihrer Stabskapelle unterwegs. Kurz vor der Abfahrt versammelte sie sich an Deck und spielte unter anderem das Stück God be with you till we meet again. Also Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Die Menschen an Bord freuen sich auf eine bequeme, schnelle und sichere Überfahrt, nicht ahnend, worauf die Empress in dieser Nacht zusteuert. Weder ihre Größe noch ihre Sicherheitseinrichtungen werden sie retten können. Am 29. Mai 1914 sinkt die Empress of Ireland im St. Lorenz-Strom. Mehr als 1000 Menschen kommen ums Leben. Für Archäologen ist sie von unschätzbarem Wert. Ein Fenster ins goldene Zeitalter der transatlantischen Seepassagen und eine Möglichkeit, die Toten zu ehren. So viele Menschen sind umgekommen. Sie verdienen Respekt und Würde. Manchmal stelle ich mir vor, dass sie mir die Hand reichen und sagen, erzählt unsere Geschichte. Wir sind hier, man hat uns vergessen. Bitte lasst nicht zu, dass man uns vergisst. Erzählt unsere Geschichte. Als ob wir in einem Spukhaus wären oder in einem großen, verlassenen Gebäude mit nichts als einer Taschenlampe. Wir sehen immer nur einen winzigen Ausschnitt. Da liegen Glasscherben vom Eingang zur ersten Klasse. Rohre, Holz und Möbelstücke. Ein riesiges Durcheinander. Die Forscher aber wollen das ganze Bild. Sie setzen spezielle Scanner ein, um das Wrack zu vermessen. Unsere Bilder ähneln jenen Fotos, die die Polizei an Tatorten oder Unfallstellen macht. Fast wie eine Unfallrekonstruktion. Mit dem Meerstrahl so nah ist es möglich, ein exaktes 3D-Modell des Wracks zu erstellen. Es liefert bereits erste Hinweise auf die letzten Momente des Schiffes. Das Schiff war auf seinem Kurs. Es ist kaum davon abgewichen. Der Mittelteil des Schiffs gleicht einem Trümmerfeld. Die Decks sind regelrecht heruntergerutscht. Die Lage der Trümmerteile verrät, dass das Schiff nach dem Ereignis, das es zum Sinken brachte, nicht mehr weit kam. Was steckt dahinter? Auf den ersten Blick sind keine Anhaltspunkte zu sehen. Aber die Forscher können das Wrack jetzt virtuell anheben und drehen. Und siehe da, ein riesiger Riss an der Steuerbordseite. Deutlich größer als das Leck, das die Titanic zum Sinken brachte. Nun kann das Team die letzte Reise der Empress of Ireland rekonstruieren. Kapitän Henry George Candle kommt mit dem Ozeanriesen auf dem St. Lorenz-Strom gut voran. Endlich waren wir an Bord. Es war ein schöner Tag. Und als es Nacht wurde, steckte Mutter meine kleine Schwester in die unterste Koje, da sie erst drei Jahre alt war, und mich in die obere Koje. Dann ging sie in ihre Kabine. Während die Passagiere schlafen, entdeckt die Besatzung auf der Steuerbordseite die Lichter eines anderen Schiffes. Es ist der norwegische Frachter Storstad einige Kilometer entfernt. Die Storstad fuhr flussaufwärts in Richtung Quebec City. Der Frachter hatte Kohle geladen. Sein gewaltiger Bug war so konstruiert, dass er durchs Nordatlantikeis fahren konnte. Der erste Offizier der Storstad hatte Dienst auf der Brücke. Er sah die Lichter der Empress flussabwärts auf sich zukommen. Er schätzte die Entfernung auf zehn Kilometer. Die Empress fuhr flussabwärts. Sie hatte die Storstad zu ihrer Rechten. Alles sah gut aus. Doch plötzlich taucht eine Nebelbank auf und hüllt beide Schiffe ein. Sie verlieren sich gegenseitig aus den Augen. Als Vorsichtsmaßnahme bremst Kapitän Kendall die Empress ab. Auch der erste Offizier der Storstad hat sich im Nebel verirrt. Die Position der Empress ist ihm buchstäblich schleierhaft. Die Storstad hat die Maschinen verlangsamt. Beide Schiffe warten. Der Nebelbank darauf, dass etwas passierte. In der starken Gezeitenströmung beginnt die Storstad langsam abzutreiben und der erste Offizier begeht einen fatalen Fehler. Da der Bug der Storstad zu driften begann, befahl er dem Steuermann, das Schiff leicht nach Steuerbord zu drehen. Also warf der Steuermann das Ruder weit nach rechts. Die Storstad drehte also auf die Empress zu und nahm zudem Fahrt auf. Er wollte vor der Empress kreuzen, aber dafür war es zu spät. Wegen des Nebels hatte er die Entfernung falsch eingeschätzt. Plötzlich tauchte aus dem Dunst der riesige Ozeandampfer auf. Die Storstad legte sofort den Rückwärtsgang ein, doch sie bewegte sich unaufhaltsam auf die Mitte der Empress zu, genau zwischen die beiden Schornsteine. Die Storstad stieß wie ein Messer in die Empress. Das furchtbare Knirschen und Reißen schien nur eine Sekunde zu dauern. Mein erster Gedanke war, dass die Empress auf Grund gelaufen und der Boden weggerissen worden war. Wenig später trennten sich die Schiffe und plötzlich schoss das Wasser des St. Lorenz-Stroms in das Leck, das die Storstad gerissen hatte. Ein Schiffswrack ist wie eine Zeitkapsel. Alles, was zum Zeitpunkt des Untergangs an Bord war, ist noch da. Man arbeitet sich also an der Promenadenreling entlang. Man erreicht die Treppe, die die Besatzung benutzt hat, um auf das Frachtdeck zu kommen. Ich stieg die Treppe hinauf, aber das Schiff hatte solche Schlagseite, dass ich den Halt verlor, stürzte und zurück Richtung Gang rollte. Ich kämpfte mich gerade wieder auf die Füße, als das Wasser angeschossen kam. Unter den knapp 1500 Menschen an Bord bricht Panik aus. Die Ampolis ist eigentlich bestens für Notfälle gerüstet. Anders als die Titanic verfügt sie über genug Rettungsboote. Warum sterben trotzdem mehr als 1000 Menschen? Man dreht sich nach rechts und da ist Rettungsboot Nummer 1. Es hängt immer noch am Schiff. Jetzt liegt es auf dem Grund des Flusses. Die Überreste vieler weiterer Rettungsboote, die nicht zum Einsatz kamen, liegen ebenfalls am Grund. Die Empress of Ireland hatte zwar mehr als genug Rettungsboote an Bord, aber das Problem war, dass sie in nur 14 Minuten sank. Es war einfach nicht genug Zeit, alle in die Rettungsboote zu schaffen. Tatsächlich wurden einige der Rettungsboote sogar mit heruntergezogen, als das Schiff sank. Nur fünf Rettungsboote schafften es weg vom Schiff. Das reichte bei weitem nicht für alle. Die Menschen gerieten in Panik. Sie versuchten mit aller Macht, sogar mit Gewalt, einen Platz auf einem Rettungsboot zu ergattern. Das müssen schreckliche Szenen gewesen sein. Nur wenige Minuten nach dem Zusammenstoß neigt sich das Schiff gefährlich nach Steuerbord. Immer mehr Wasser sprömt herein. Die Menschen unter Deck sitzen in der Falle. Ich habe ein paar Berechnungen angestellt. Wer es nicht innerhalb von fünf Minuten nach draußen geschafft hatte, schaffte es gar nicht mehr. Wer das Glück hatte, das Schiff verlassen zu können, war komplett unvorbereitet. Die Menschen hatten nicht einmal Mäntel an. Die Frauen trugen Nachthemden, die Männer Pyjamas. Sie kletterten auf die nach oben ragende Backbordseite. Einige versuchten, Menschen durch die Luken und Bullaugen herauszuziehen. Als das Schiff dann sank, landeten alle im Wasser. Während ich dort stand, meine Arme um den Hals des Musikers Ernie Aldridge gelegt, explodierte etwas neben mir. Wir fielen alle ins Wasser und die Empress verschwand. Das Wasser war unglaublich kalt. Es war ja erst Frühlingsanfang. Viele erfroren in dem kalten Wasser. Als ich da aufkam, wusste ich erst gar nicht, wo ich war oder was passiert war. Ich hob meinen Kopf und sah einen Liegestuhl unter mir und überall um mich herum tote Menschen. Margaret Greenaway ist eine der wenigen Überlebenden. Von den 1477 Menschen an Bord kommen 1012 ums Leben. Bei der folgenden Untersuchung werden 61 Zeugen gehört. Die beiden Kapitäne schildern das Unglück unterschiedlich. Jeder will dem anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Am Ende war eine fatale Entscheidung ausschlaggebend. Die Storsted hatte im Nebel gedreht, anstatt den vorherigen Kurs zu halten, wie es richtig gewesen wäre. Die Kommission entschied, dass die Storsted deshalb die Schuld an der Kollision trug. Trotz der vielen Toten gerät der Untergang der Empress of Ireland schon bald weitgehend in Vergessenheit. Der Beginn des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 überschattete das Schiffsunglück. Über die Untersuchung und ihre Ergebnisse wurde kaum berichtet. Das war schon bald alles vergessen. Der Untergang der Empress lehrt uns, dass Katastrophen meist nicht auf ein einziges großes Ereignis zurückgehen, sondern auf eine Verkettung mehrerer Dinge. Die El Faro und die Empress of Ireland sind durch ein tragisches Zusammenspiel von Fehlern und schlechten Bedingungen gesunken. Wie brillant die Technik eines Schiffs auch sein mag, am Ende liegt sein Schicksal manchmal doch in den Händen des Meeres. Immer wieder greift Russland die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv, an. Die 140.000 Einwohnerstadt liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zuletzt häufte sich der Beschuss. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur schwer getroffen. Allein seit gestern starben in Kharkiv sechs Menschen durch russische Angriffe. Mindestens zwölf weitere wurden verletzt. Unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer und sein Kameramann Daniel von Moll haben die jüngste Angriffswelle hautnah miterlebt. Die Aufräumarbeiten in Kharkiv im Osten der Ukraine, sie laufen. Am Tag nach den schweren Drohnenangriffen, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. Der Gouverneur der Region beschreibt sie als terroristischen Akt. Vergangene Nacht hatten wir einen der schwersten Drohnenangriffe in der Kharkiv-Region. Zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden angegriffen. Ihre Taktik war, in zwei Wellen anzugreifen. Die erste galt den Wohngebäuden. Danach, als unsere Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort waren, gab es einen zweiten Angriff, bei denen Einsatzkräfte und auch Zivilisten getötet wurden. Es gab keinen einzigen Angriff gegen militärische Ziele oder Soldaten. Diese Attacken galten ausschließlich Zivilisten. Ihre Taktik hat sich seit Februar 2022 nicht verändert. Sie terrorisieren die lokale Bevölkerung und wollen Kharkiv zerstören. Ebenso wie die gesamte Ukraine. Unter den Helfern auch ein deutscher Feuerwehrmann. Herr Thal, gestern sind drei Ihrer Kameraden ums Leben gekommen bei einem Drohnenbeschuss hier bei diesem Haus. Wie gefährlich ist der Einsatz für Sie hier? Es gibt die Gefahr des Double-Taps, so nennt sich das. Das heißt, es kommt ein Angriff, dann gibt es eine gewisse Pause und dann kommt ein weiterer. Und ich denke, das hat mir letztes Jahr in Kupjansk schon mal erlebt gehabt. Da hat man ungefähr eine halbe Stunde gewartet. Dann kam der zweite Angriff. Da gab es dann auch Verletzte. Diese Gefahr besteht und deswegen denke ich, dass es wieder wichtig ist, dass man länger wartet jetzt auch. Dass man nicht direkt hinfährt, auch wenn das im Fall, im Brandfall eigentlich gegeben wäre, dass man das machen sollte. Da wäre es jetzt wahrscheinlich angebracht mit dieser vermehrten Gefahr, die jetzt immer, also es wird ja immer mehr. Sie schießen ja immer häufiger jetzt von der russischen Seite, dass man jetzt wieder ein bisschen länger wartet, bevor man ausrückt. Jetzt ist Kharkiv immer mehr zum Ziel geworden wieder der russischen Armee, nachdem es vor einem Jahr ungefähr relativ ruhig war mit Beschuss. Wie nehmen Sie die zunehmende Gefahr auch des Beschusses und der Drohnen persönlich wahr in der Stadt? Also es ist tatsächlich mehr geworden. Die letzte Woche gab es eigentlich permanent jeden Tag Luftalarm, viele Luftalarme. Also wirklich alle ein bis zwei Stunden Luftalarm mitunter, dann auch immer wieder Einschläge. Und gestern Abend war ich auf der Feuerwache, habe darauf gewartet, dass wir möglicherweise den Einsatz haben werden. Und da hatte ich dann eben dieses typische Rasenmähergeräusch. Das hört sich an wie so ein Propellerflugzeug. Ich bin dann ins Gebäude rein, weil das mehr war wie die letzte Woche. Wir sind dann alle in der Feuerwache, haben uns ins Gebäude zurückgezogen in einen sicheren Gang, der eben mit mehreren dicken Wänden auf alle Seiten abgeschirmt ist, dass falls da was reinschlägt, dass es uns eben nicht trifft. Und da haben wir dann auch die Meldung gekriegt, dass die Kollegen, die hier im Einsatz waren, getroffen wurden, dass es da einen Double Tap gab. Und über die Lage an der Front jetzt eine Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten Christoph Wanner aus Moskau. Es gibt jetzt eine Meldung aus dem russischen Verteidigungsministerium, die ich nicht verifizieren kann. Sie besagt, dass Russland seit Jahresbeginn 400 Quadratkilometer in der Ukraine erobert haben will, haben soll. Und das würde einer Fläche des Stadtgebietes Köln entsprechen. Insgesamt scheint Russland mittlerweile tatsächlich 20% des ukrainischen Territoriums zu kontrollieren. Dazu gehört auch die Schwarzmeerhalbinsel Krim. Und das wäre dann eine Fläche so groß wie die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Wenn wir an die Front gucken, da ist der Hauptkriegsschauplatz nach wie vor die Provinz Danetzk. Es geht da für Russland nur sehr langsam, sehr zäh voran. Man muss dazu sagen, auch zum Teil unter schweren Verlusten. Es geht nach wie vor um Orte westlich von Avdeevka, wie zum Beispiel Berditschi. Oder auch um Orte westlich von Bachmut, wie die ukrainische Kleinstadt Tschisov-Yar. Da sollen die Russen nur noch 600, 700 Meter vor der Stadt stehen. Es geht voran, wie ich gesagt habe, aber eben sehr langsam. Und das ärgert einige russische Kriegsblogger, wie wohl vor allem auch Michael Swinczuk. Das ist der Chef des Telegram-Nachrichtenportals RIVAR. Und er sagt, wir müssen die ukrainische Energieinfrastruktur noch stärker angreifen. Es gehe darum, den Ukrainern die Substanz zu entziehen. Man müsse dafür sorgen, dass die Waffenproduktion gestoppt wird. Und wenn sie keinen Strom mehr hat, dann kann sie auch nicht mehr produzieren. Und es gehe darum, auch den Nachschub für die ukrainischen Truppen zu unterbrechen. Wenn da kein Strom mehr da ist, dann würde da auch nicht mehr viel gehen. So Michael Swinczuk. Und jetzt geht der Chef des Nachrichtenportals RIVAR sogar noch einen Schritt weiter. Und spricht davon in seinem jüngsten Post gestern Abend, dass man darüber nachdenken müsse, sogar die AKWs, die Atomkraftwerke in der Ukraine anzugreifen. Sicherlich nicht die Reaktoren oder die Orte, an denen die Brennelemente gelagert werden. Man wolle ja schließlich kein zweites Tschernobyl, aber man müsse eben die Generatoren angreifen oder dafür sorgen, dass die AKWs die Ukraine nicht mehr mit Strom versorgen können. Mit Appellen zur Geschlossenheit, vor allem gegen Russland, hat die NATO den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Generalsekretär Stoltenberg nannte die Transatlantische Allianz einen Garanten für Frieden und Sicherheit. Die NATO sei das stärkste, beständigste und erfolgreichste Bündnis in der Geschichte. Das Jubiläum fällt allerdings in eine düstere Zeit. Vor wenigen Jahren hatte Frankreichs Präsident Macron die Allianz noch als Hirntod bezeichnet. Eine Einschätzung, die sich seit dem Krieg in der Ukraine grundlegend geändert hat. In Moskau beobachtet man die Feier mit Häme. So nannte Kreml-Sprecher Peskov die NATO ein Instrument der USA, um Europa zu destabilisieren. Die NATO-Hymne, Auftakt zum Festakt im Hauptquartier der Allianz in Brüssel. Am 4. April 1949, vor genau 75 Jahren, haben die ersten zwölf Mitgliedstaaten den Nordatlantikvertrag unterschrieben und damit den Grundstein gelegt für die Verteidigungsallianz. Das Jubiläum, Anlass dafür, den Originalvertrag erstmals auszustellen. Heute feiern wir das 75-jährige Jubiläum der stärksten, beständigsten und erfolgreichsten Allianz der Geschichte. Heute ist die NATO größer, stärker und die Mitgliedstaaten enger verbunden denn je. Eine dennoch auch schmerzhafte Geschichte. Noch vor dem Festakt legte NATO-Generalsekretär Stoltenberg einen Kranz nieder für die im Einsatz gefallenen NATO-Soldaten. Und auch dieses zweitägige Treffen der NATO-Außenminister steht unter ernsten Vorzeichen. Eines der zentralen Themen, die weitere Unterstützung der Ukraine. Auch innerhalb der NATO müssen wir unsere Aktivitäten, unsere Unterstützung der Ukraine weiter stärken und bündeln, weil sie auch unsere Sicherheit und Freiheit schützt. Wir stehen geschlossen für die Unterstützung der Ukraine ein und wir stehen gemeinsam für unsere Freiheit und unseren Frieden, der der beste Schutz ist für unsere Demokratie. Generalsekretär Stoltenberg hat vorgeschlagen, einen Fünf-Jahres-Fonds in Höhe von 100 Milliarden Euro aufzulegen, um die Hilfe für Kiew längerfristig und verlässlicher zu machen. Gleichzeitig ist klar, Europa muss sich auch finanziell mehr in dem Bündnis engagieren. Weil die Vereinigten Staaten auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bereit sein werden, sozusagen das Große zu tragen, während wir in Europa, ja die meisten Länder Europas, sind Mitglied in der NATO, sozusagen uns einen schlanken Fuß machen. Generalsekretär Stoltenberg mahnte daher auch den Zusammenhalt zwischen Europa und Nordamerika an. Europa brauche Nordamerika für seine Sicherheit, Nordamerika brauche aber auch Europa. Die Bundeswehr soll mit einer neuen Kommandostruktur handlungsfähiger werden. Eine entsprechende Reform hat Verteidigungsminister Boris Pistorius heute in Berlin vorgestellt. Unnötige Strukturen sollen abgeschafft und die Bundeswehr in vier Teilstreitkräfte umorganisiert werden. Die sind neben dem Heer der Luftwaffe und der Marine jetzt auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Außerdem erhält die Bundeswehr ein einheitliches Führungskommando. Die Vorteile dieses neuen operativen Führungskommandos liegen auf der Hand. Schnelle Entscheidungen aufgrund eines gemeinsamen 360-Grad-Lagebildes, eines Gesamtbildes und damit auch die Fähigkeit, die Leitung des Ministeriums aus einer Hand in allen Einsatz- und Einsatzangelegenheiten beraten zu können. Die Aufgaben des operativen Führungskommandos sind unter anderem Planung des übergeordneten Kräfteansatzes für militärische Einsätze. Das operative Führungskommandos ist zentraler Ansprechpartner für die NATO natürlich, also one single contact, nur ein Ansprechpartner. Aber auch natürlich und für die gilt das Gleiche für Bundes- und Landesbehörden wie THW und Polizei und andere. Und das operative Führungskommando bündelt, und auch das ist wichtig, alle Absprachen zu internationalen und nationalen Missionen und Aufträgen aus einer Hand. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Büstron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, von dem aus Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Der AfD-Mann bestreitet das heftig. Er spricht von Verleumdung und einer Zitat-Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Auch seine Anwälte hat er bereits eingeschaltet. Doch die Affäre wirft noch weitere Fragen auf. In der Vergangenheit war Büstron immer wieder mit seiner Nähe zu Russland aufgefallen. Leonie von Rando berichtet. Peter Büstron unter Druck. Der Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Büstron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi-Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag, gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großvater versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. In Los Angeles begrüßen wir die Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Römmele. Frau Römmele, wir grüßen Sie. Ich grüße Sie auch. Der AfD-Abgeordnete Bistron bestreitet also Geld von einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben. Er hat aber nicht generell bestritten, Geld von Dritten aus dem Ausland angenommen zu haben. Welches Ausmaß könnte diese Affäre noch annehmen? Womit rechnen Sie da? Nun, es sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die hier interessant sind zu beobachten. Das eine ist natürlich, das haben wir auch im Beitrag gehört, welche Rolle Fake News, Missinformation jetzt in den Wahlkämpfen, die wir führen, spielen. Der Europawahlkampf steht vor der Tür, aber auch die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und sollte es sich bewahrheiten, dass hier, wie auch schon in anderen Fällen, Russland die Finger mit im Spiel hat und versucht, unsere Gesellschaft von innen auszuhöhlen, so ist das sehr dramatisch. Der zweite interessante Punkt in diesem Fall ist, wie mit Bistron jetzt von der Parteispitze aus umgegangen wird. Es ist der AfD ein Anliegen, sich ein Stück weit auch als in Anführungsstrichen saubere Partei nach außen darzustellen. Und da ist die Frage, inwiefern sie dann auch Kandidaten dafür opfern. Bistron ist ja jetzt erst mal aus dem Wahlkampfverkehr gezogen worden, was schon ein Schritt ist. Welche Strategie will die AfD denn weiterfahren auf dem Weg jetzt erst mal zur Europawahl, aber dann auch zur Bundestagswahl? Also sich so ein bisschen, ja, nicht neutralisieren, wie es das war, so ein bisschen Maßregeln sozusagen, also mehr Richtung Mitte gehen oder doch dann diesen radikalen rechten Kurs fahren. Ist das auch ein Balanceakt für die Partei? Es ist ganz klar ein Balanceakt für die Partei. Meiner Ansicht nach wird sie nicht von ihren radikalen Positionen abweichen. Also sie wird sich weiter rechtsextrem positionieren. Aber sie wird nach außen hin natürlich versuchen, als saubere Partei darzustellen, um eben auch diesem Vorwurf, man sei zu Russland freundlich, man würde mit Missinformationen, mit Fake News versuchen, die Gesellschaft zu spalten, dem eben entgegenzuwirken. Im Fall Bistron fehlt ja noch der letztendliche Beweis, obwohl es Berichte darüber gibt, dass der tschechische Geheimdienst da eben Audiodateien auch hat. Aber halten Sie es denn grundsätzlich für möglich, dass Politiker anderer Parteien vielleicht auch Geld aus Moskau bekommen haben oder noch bekommen aktuell? Der Kreml versucht ja, die öffentliche Meinung in Europa zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Also dass der Kreml versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen in Europa, in Deutschland steht außer Frage. Dass sich die demokratischen Parteien hier versuchen zu wehren, ist auch vollkommen klar. Und es obliegt letztlich den Gerichten und der Justiz hier ein Urteil zu sprechen. Aber dass dies eine drohende Gefahr ist für unsere Demokratie, wenn wir eben nicht mehr auf der Grundlage von Fakten diskutieren können, steht vollkommen außer Frage. Sie halten sich ja gerade in den USA auf. Bereits im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gab es Berichte, dass Russland versucht haben soll, den Wahlausgang von außen zu beeinflussen. Eben zugunsten von Donald Trump. Sehen Sie aktuell wieder Anzeichen dafür? Ja, absolut. Also das hat sich 2020 und jetzt auch im Präsidentschaftswahlkampf 2024 noch mal deutlich verstärkt. Und da ist ein ganz großes, ist eine ganz große Gefahr. Wir haben ja auch ein hier in den USA auch die größte Gruppe von sogenannten Independence, also Wählerinnen und Wählern, die völlig offen sind, ob sie jetzt für Joe Biden, den Kandidaten der Demokraten oder für Donald Trump wählen. Und genau dieses relativ große Pool von den sogenannten Independence, den Unentschlossenen, die hier mindestens die Hälfte der Wählerschaft ausmachen, auf die zielen natürlich solche Missinformationskampagnen. Und das ist unheimlich schwer wieder einzufangen. Selbst wenn man weiß als Kandidat, als Politiker, es wurden jetzt Missinformationen gestreut und ich versuche hier die Fakten dagegen zu halten, also quasi einen Faktencheck zu machen, man kriegt es nicht wieder aus der Welt geräumt. Sagt die Politikwissenschaftlerin Professor Andrea Römmeler. Vielen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Los Angeles. Sehr gerne. Noch vor der Bundesregierung beginnt das erste Bundesland mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal ist in Sachsen-Anhalt diesbezüglich eine Expertenkommission zusammengekommen. Aus den Erkenntnissen der Kommission sollen Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden, so die Staatskanzlei. Die Kommission setzt sich aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Schule, Wirtschaft sowie Sport und Kultur zusammen. Gemeinsam will man herausfinden, ob und was künftig besser zu machen wäre. Ziel ist es, neben den Analysen, dazu zählt übrigens auch die Auswertung der Medienarbeit in den letzten vier Jahren, die uns begleitet haben, die uns fast täglich mit Hinweisen, Kommentierungen und Bewertungen auch versehen haben, das gesamte Zusammenspiel einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, einer offenen Gesellschaft mal abzubilden. In den Mechanismen, die wechselweise aufeinander wirken. Das wird hochspannend sein, wenn man selbst mal die letzten vier Jahre nochmal die entsprechenden medialen Bewertungen ansieht, merkt man, es sind die gleichen Wechselspiele des Lebens erkennbar wie in den Handlungsmechanismen des Staates. Luisa Stangl für uns im Bundestag. Luisa, wir haben Rainer Haseloff gerade gehört, also die Expertenkommission für Sachsen-Anhalt, hat das Konsequenzen für den Bund? Na, es setzt zumindest die Bundesregierung unter Druck. Denn es ist jetzt eine Landesregierung, die hier vorangeht, die sagt, sie möchte die Corona-Pandemie aufarbeiten. Sie möchte gucken, welche Corona-Maßnahmen waren gerechtfertigt, welche waren vielleicht auch überzogen und welche Lehren kann man daraus für kommende Pandemien ziehen. In der Bundesregierung ist so eine Kommission bisher nicht geplant. Und das, obwohl es ja die Bundesregierung ist, die ja die ganzen Corona-Maßnahmen damals bestimmt hat. Und die Landesregierungen sind dem Ganzen ja nur gefolgt. Es bleibt also spannend zu sehen, was da in Sachsen-Anhalt rauskommt. Und dann ist natürlich auch die Bundesregierung unter Zugzwang, muss darauf reagieren. Luisa, lass uns nochmal über die RKI-Protokolle sprechen. Die sind ja teilweise veröffentlicht worden, dann mit geschwärzten Stellen. Wer ist denn mittlerweile dafür und dagegen, dass man diese geschwärzten Stellen jetzt lesbar macht? Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat gesagt, er möchte Transparenz schaffen. Er möchte diese RKI-Protokolle weitestgehend entschwärzen. Weitesgehend aber nur, das heißt nicht vollständig. Und so eine vollständige Entschwärzung, das fordern aber vor allem gerade zwei Parteien. Auf der einen Seite ist es die AfD, auf der anderen Seite ist es die FDP. Und der Fraktionsvorsitzende von der FDP, Christian Dürr, der hat gesagt, er möchte die Corona-Pandemie umfassend aufarbeiten. Er möchte gucken, welche Maßnahmen waren sinnvoll und welche nicht. Und helfen soll da eine ganz bestimmte Person, nämlich der ehemalige Bundesgesundheitsminister. Das ist Jens Spahn von der CDU. Aus der CDU sind bisher die Stimmen nach einem Entschwärzen nicht allzu laut. Das muss aber natürlich auch daran liegen oder könnte daran liegen, dass eben die CDU selbst in der Bundesregierung saß, als die Corona-Pandemie war. Heißt, sie hat diese ganzen Maßnahmen entschieden, mitgetragen und in Auftrag gegeben. Dementsprechend ist da das Interesse nicht so groß. Das RKI selbst hat sich abgesichert, hat da eine Anwaltskanzlei beauftragt, diese Protokolle anzuschauen. Und die hat in einem über tausendseitigen Dokument erklärt, warum es rechtens ist, dass diese Schwärzungen da erfolgt sind. Unter anderem, um eben die Persönlichkeitsrechte von bestimmten RKI-Mitarbeitern zu schützen. Luisa, Dankeschön in den Bundestag. Harter Lockdown, Teil-Lockdown, 3G-Regel, viele Begriffe aus der Corona-Zeit hat man ja schon wieder aus dem Gedächtnis gestrichen. Frau Klinzing hat sich noch einmal näher angesehen, was wirklich über die drei Jahre Corona alles geschehen ist. Ja, wir blicken in das Jahr 2020, also schon vier Jahre her. Und genauer gesagt, im Januar gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland, wie wir hier jetzt gleich auf der Karte sehen können. Genauer gesagt am 27. Januar. Und nur ein paar Wochen später, genauer gesagt am 22. März 2020, kam schon der erste Lockdown und das Ganze bis zum Juni. Da gab es auch schon Einschränkungen, heißt die Grenzen wurden geschlossen, die ersten Masken kamen auf den Markt. Katja hat es schon gesagt, in dem Fall nur Stoffmasken und auch Schulen und Kitas wurden geschlossen. Am 2. November 2020, also nur ein paar Monate später, kam es dann zum nächsten langen Lockdown bis zum Mai 2021, der zweite Teil-Lockdown. Und wieder gab es Einschränkungen bei Kontakten und Freizeitaktivitäten, Bars und Restaurants beispielsweise, konnten zu diesem Zeitpunkt kaum besichtigt werden. Dann ein Blick in den Dezember 2021, da kam der dritte Teil-Lockdown. Auch da gab es wieder sehr, sehr viele Einschränkungen, aber es fingen schon die ersten Impfungen an, nämlich im Jahr 2020. 27. Dezember, da wurden die ersten Menschen geimpft. Zu Anfang gab es erst die Impfungen für über 80-Jährige und vor allem für das besonders gefährdete Krankenhauspersonal. Wir blicken auf die zweite Hälfte der Corona-Chronik, denn ich hatte es schon angesprochen, die Geimpften hatten dann mehr Freiheiten. Beispielsweise am 24. November 2021, da gab es zum ersten Mal die 3G-Regel. Nochmal zur Erinnerung, also getestet und die Genesenen dürfen Restaurants aussuchen, aber auch nur, wenn sie einen Test vorweisen. Das empfällt oder das ist empfällend für die Menschen, die geboostert waren. Dann der Blick zum 24. Mai 2022, da hat die STIKO für gesunde Kinder zwischen 5 und 11 Jahren dann auch die Corona-Impfung empfohlen. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch immer wieder Diskussionen darüber, ob es eine allgemeine Impfpflicht geben sollte. Wie wir wissen, kam die ja schlussendlich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt sieht man auch, dass die Corona-Impfungen immer weiter geschritten sind und auch in dem Fall Kinder schon die Impfung bekommen haben oder konnten. Am 2. Februar dann der Schlusspfiff für die Corona-Pandemie in Deutschland, denn die Maskenpflicht ist zu dem Datum dann auch entfallen im öffentlichen Fernverkehr und somit auch alle weiteren Einschränkungen. So der Überblick, wir wollen aber auch noch auf die nächste Karte blicken. In dem Fall geht es um die Impfungen, genauer gesagt in Deutschland und die erste Impfung haben insgesamt 64 Millionen Menschen erhalten, vollständig geimpft. Also drei Impfungen, 63 Millionen Menschen und insgesamt wurden 175 Millionen Menschen geimpft. Schon wirklich verrückt, wie lange diese Lockdowns waren. Man hat das schon echt vergessen. Ja, ist ja wie so eine andere Zeitrechnung, auf jeden Fall. So, wir blicken auf ganz andere Bilder. Sie waren spektakulär und zugleich erschütternd. Ein Containerschiff rammte vor zehn Tagen einen Pfeiler der Key Bridge in Baltimore. Die Brücke, die stürzte daraufhin ein. Ja, und noch immer wühlen sich die Bergungsmannschaften durch Tonnen Stahl und Beton oder wie sie versuchen es zumindest. Unser USA-Korrespondent Michael Wühlenweber, der berichtet aus Baltimore. Es sind Boten der Hoffnung. Neue Fahrwassertonnen werden ausgelegt für eine inzwischen dritte Route unter noch intakten Teilen der Brücke. Es ist Tag 10 nach der Katastrophe, nachdem die über 300 Meter lange Dali mit 4.500 Containern an Bord tausende Tonnen Stahl und Beton im Patapsco River versenkte und den neuntgrößten Hafen der USA stilllegte. Seitdem steckt die Dali fest. Teile der Fahrbahn liegen auf dem Bug. Und so sieht es unter Wasser aus. Es gibt erste Sonaraufnahmen, die Key Bridge aufgrund 20 Meter tief. Wenn man sieht, wie ineinander verwickelte Trümmer sind, beginnt man zu verstehen, was es für eine Herausforderung ist, die wir vor uns haben, um die Trümmerteile aus dem Hafenbecken zu bergen, erklärt der Gouverneur von Maryland. Priorität hat die Räumung der Tiefwasserroute. Erst dann können auch größere Containerschiffe wieder passieren. Erste Stahlträger werden auseinandergeschweißt und abtransportiert, aber es ist nur ein Anfang. Auf die Taucher warten unter Wasser extreme Bedingungen. Wenn es überhaupt möglich ist, abzutauchen, müssen sie von oben geführt werden. Die Taucher arbeiten hauptsächlich im Dunkeln. Wenn sie Licht benutzen würden, wäre es so, als ob sie durch einen Schneesturm mit Fernlicht fahren würden. So kann man das beschreiben. Die Streben der kollabierten Brücke unter und über Wasser stehen teils unter Spannung. Das macht die Bergung zusätzlich schwierig und vor allem gefährlich. Ein Datum, wann die Passage geräumt sein könnte, will immer noch niemand nennen. Große Containerschiffe wie die Dali hatten unter der Brücke gerade mal 50 Zentimeter Wasser unterm Kiel. Da darf also kein Trümmerteil liegen bleiben. So, jetzt haben wir die Kamera gefunden. Es ging ordentlich zur Sache, wie Sie schon neben mir sehen in der NHL-Partie. Zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils kommt es nämlich schon nach zwei Sekunden zu einer Wüstenschlägerei auf dem Eis. Spieler bei der Teams sorgen damit für reichlich Aufsehen, denn es ist gleich vielmehr ein Boxkampf anstatt einer Eishockey-Partie. Insgesamt zehn Akteure sind involviert. Das Ganze hat auch reichlich Strafzeiten zufolge. Acht der Beteiligten Raufbold erhalten. Spieldauer, Disziplinarstrafen müssen also vorzeitig unter die Dusche. Und gewonnen haben die New York Rangers die Partie mit 4 zu 3, als dann wieder Eishockey gespielt werden konnte. Da geht es aber ruppig zur Sache. Was war da los? Ups. Okay, wir kommen zu angenehmeren Dingen des Tages. Zumindest für Autoliebhaber. Da gibt es keine Spiegel an. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Ganz genau, die stehen ja bekanntlich vor dem Aus. In der EU sollen ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden, die beim Fahren eben CO2-emissionsfrei sind. Und bald könnte es da wohl auch noch schärfere Regeln geben. Otama blieben bislang davon verschont. Und aber bleibt das so? Diese Frage stellten sich nicht wenige Besucher bei der weltgrößten Oldtimer-Messe Techno-Klassiker in Essen. Unter den Gästen auch Finanzminister Lindner. Er ist ein bekennender Oldtimer-Freund. Und wir haben genau zugehört, was er zum Verbrenner ausmeint. Der Oldtimer-Fan Helmut Binder ist ganz aus Lettland nach Essen gereist. Hier auf der größten Klassiker-Messe der Welt heißt es mit alten Schätzen Sehen und Gesehen werden. Helmut Binders Ente ist so ein ganzer Stolz. Ich habe eine 2CV Citroen AK 350. Das ist ein sehr seltenes Modell. Das ist einfach Freiheit. Wenn du das Dach hochmachst, aufmachst, die Luft spürst, die Geräusche. 2.700 Oldtimer können die Besucher in Essen bestaunen. Die Fahrzeuge sind alle mindestens 30 Jahre alt. Erst dann können Eigentümer ein Haarkennzeichen beantragen. Bundesweit sind rund 870.000 Oldtimer unterwegs. Und die echten Liebhaber wissen, Oldtimer und Neuwagen kann man einfach nicht vergleichen. Man muss da noch viel mehr lenken, man muss viel mehr spüren, man muss auch ein bisschen mehr hören, hinhören als heute bei den Autos, die ja fast von alleine fahren. Naja, das ist wie so eine, wie man heute sagt, Zeitkapsel. Man fährt eben Auto wie vor 50 Jahren. Für mich ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema. Also ein Fahrzeug, das ich wieder auf die Straße bringe und das, ich sag mal, wieder bewegt wird, ist immer noch ressourcenschonender als ein neues Fahrzeug zu bewegen. Bekennender Oldtimer-Fan ist auch der Finanzminister, der den Besuchern hier ein Versprechen gibt. Ich bin schon jetzt davon überzeugt, dass wir keinerlei Veränderungsbedarf beim Haarkennzeichen haben. Keinerlei. Und nebenbei gesagt, mein Auto von 1982, das ist schon gebaut. Wenn ich da synthetische Kraftstoffe reinfülle, dann ist dieses Auto klimafreundlicher als der neue Tesla. Erst recht, wenn er mit Strom aus polnischen Braunkohlekraftwerken geladen werden würde. Den Support vom Finanzminister haben die Oldtimer-Fans also. So fühlt sich das Fahren doch gleich noch besser an. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen andauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche NGOs an, weiter vor Ort zu bleiben. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, warf ihr der israelische Botschafter Jakov Livne nun Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter daraufhin ein. Weiter nach Washington zu Michael Wöhlenweber. Michael, Präsident Biden hat mit Israels Ministerpräsidenten Netanyahu am frühen Abend unserer Zeit telefoniert. Was ist dabei herausgekommen? Ja, schon vor dem Gespräch hieß es ja, dass der Präsident empört sei über diese Angriffe auf die Helfer. Und in diesem rund anderthalbstündigen Gespräch, an dem ja auch die Vizepräsidentin teilgenommen hat, wie auch Außenminister Blinken, der sich hat telefonisch zuschalten lassen. Das liest sich zumindest so. Es gibt vor wenigen Sekunden, nämlich gab es eine Erklärung des Weißen Hauses. Das liest sich so, als ob das Zichtstück zwischen Joe Biden und Benjamin Netanyahu, dass das wirklich durchschnitten ist. Ich denke mir, der Ton, der war heftig. Es hieß auch schon im Vorfeld ja, dass sich Mitarbeiter gegenseitig angeschrien haben. Und vielleicht, um das zu unterstreichen, möchte ich kurz aus dieser Pressemitteilung des Weißen Hauses vorlesen. Präsident Biden betonte, dass die Airstrikes auf die humanitären Helfer und die allgemeine humanitäre Situation inakzeptabel sind. Er machte deutlich, dass Israel eine Reihe spezifischer, konkreter und messbarer Schritte ankündigen und umsetzen muss, um zivile Schäden, humanitäres Leid und die Sicherheit der Helfer anzugehen. Er machte deutlich, und jetzt kommt es, dass die US-Politik in Bezug auf Gaza unsere Bewertung der sofortigen Maßnahmen Israels auf diese Schritte bestimmt wird. Das ist ein Schlag ins Gesicht von Benjamin Netanyahu. Bisher haben wir ja immer die Unterstützung von Joe Biden hervorgehoben für Israel. Auf der einen Seite, er hat immer eingeklagt, ein anderes Vorgehen Benjamin Netanyahu ist, aber Benjamin Netanyahu hat keine konkreten Ergebnisse gezeigt. So stellt sich hier jetzt auch die Frage in den USA, was für einen Einfluss hat Joe Biden überhaupt tatsächlich auf die israelische Politik. Man könnte den letzten Satz, den ich da gelesen habe, vielleicht dann auch als Drohung interpretieren, dass man die Politik ändert gegenüber Israel, dass man zum Beispiel Waffenlieferungen wieder verzögert. Erst gerade hat man die Lieferung von über 2000 Bomben wieder zugestimmt. Da ist der Haken nur noch dran gemacht worden, der noch fehlte. Das ist ein längerfristiges Projekt gewesen, aber aktuell gerade erneut bestätigt worden oder dann auch die Lieferung von R-15 Kampffugzeugen, was ja beschlossen ist. Also heißt das, heißt dieser Satz, dass man das abhängig macht, die Politik von den Ergebnissen dieser sofortigen Maßnahmen, die die Israelis zu ergreifen haben. Heißt dieser Satz tatsächlich, dass Joe Biden willens ist, unter Umständen seine Politik gegenüber Israel prinzipiell zu überdenken? Wir erwarten hier den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in wenigen Minuten. Der wird es uns erklären müssen. Michael, herzlichen Dank für diese ganz aktuellen Informationen aus Washington. In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland diskutiert die AfD jetzt ein Auftrittsverbot für ihren Europawahlkandidaten Peter Bistron. Darüber soll voraussichtlich auf einer Sitzung des Bundesvorstandes am Montag entschieden werden. Bistron steht im Verdacht, Geld aus einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben, das in Verbindung mit der von Moskau finanzierten Internetseite Voice of Europe steht. Bistron selbst spricht von Verleumdung und erklärt jetzt in einem Brief an die Parteispitze, der Welt vorliegt. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Bei mir im Studio ist die SPD-Politikerin Katharina Barley. Sie ist die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die Europawahl am 9. Juni. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben jetzt ja einige Details gerade im Beitrag eben schon gehört, dass der Bistron eben Geld aus Russland angenommen haben soll. Er selbst bestreitet das ja, zumindest mündlich. Er soll sich da noch weiter erklären der Partei gegenüber. Wissen Sie da noch mehr dazu? Ich weiß auch natürlich nur, was so gesprochen wird. Vielleicht aus etwas informierteren Kreisen als andere, aber belegt. Belege habe ich jetzt selber auch noch nicht gesehen. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen. Jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen. Okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Also es scheint sich seine Hintertür offen halten zu wollen. Welche Auswirkungen könnte denn die Affäre haben, wenn sich die Vorwürfe wirklich als wahr herausstellen sollten? Und welche Konsequenzen müssten dann gezogen werden? Naja, erstmal wäre dann natürlich das klar, was wir aus anderen Ländern schon wissen, dass Wladimir Putin versucht, auch durch solche Mittel in den Wahlkampf einzugreifen, in den Europawahlkampf einzugreifen. Wir haben es ja schon beim Brexit gesehen, bei der amerikanischen Wahl. Wir kennen das aus Frankreich von Marine Le Pen. Nein, es hätte für die Europawahl, für die AfD-Liste keine Konsequenz, weil die nicht mehr geändert werden kann. Dass er könnte da nicht gestrichen werden? Er könnte nicht gestrichen werden. Er könnte höchstens selber eine Erklärung abgeben, dass er die Wahl nicht annähme. Das wäre noch möglich, aber es würde natürlich vor allem die Frage aufwerfen, was ist eigentlich noch um ihn herum bei möglicherweise anderen AfD-Liste. Da würde ich gerade nachhaken wollen. Halten Sie es denn für möglich, dass noch andere Politiker auch aus Deutschland möglicherweise Geld aus dem Kreml bekommen? Wie gesagt, ich war mal Richterin, die Unschutzvermutung ist mir sehr wichtig. Was wir wissen, ist, dass Wladimir Putin versucht, mit solchen Mitteln zu manipulieren, dass er darauf ausgerichtet ist, die Europäische Union zu spalten. Insofern wissen wir auch, dass Gelder von ihm, vom Kreml, in die Taschen von nationalistischen, antieuropäischen Parteien gehen. Ob das auch jetzt bei der AfD in größerem Ausmaß der Fall ist, das muss eben eine Untersuchung ergeben. Am 9. Juni wird jetzt ja ein neues Europaparlament gewählt. Sie treten dafür die SPD als Spitzenkandidatin an. Inwiefern wird denn die Arbeit im EU-Parlament insgesamt schwieriger, wenn sich rechte Parteien am rechten Rand immer stärker durchsetzen sollten? Also in den Umfragen stehen die ja besser da als 2019 bei der letzten Wahl. Ja, aber wichtig ist eben wirklich zu sagen, Umfragen sind nicht das Wahlergebnis. Und wir haben das ja gesehen. Aber sie sind ein Indikator. Ja, aber die Menschen sind auf die Straße gegangen in Deutschland für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und schon hat man gesehen, dass die Zustimmungswerte zur AfD auch deutlich gesunken waren. Also wir haben es in der Hand. Ich bin wirklich, ich finde das ganz wichtig, auch den Menschen zu sagen, ihr entscheidet das. Das entscheiden nicht die Medien oder die Umfrageinstitute, das entscheidet ihr. Und vorher bin ich auch nicht bereit, da irgendwie zu spekulieren. Wir kämpfen gegen Rechtsextremismus. Das tut die Sozialdemokratie seit über 160 Jahren. Und es ist einfach wichtig zu wissen, diese Menschen agieren gegen die Interessen Deutschlands, gegen die Interessen Europas, aber eben auch gegen die Interessen Deutschlands. Und das sieht man an diesem Beispiel sehr gut. Lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz auf die Corona-Aufarbeitung blicken. Da ist Ursula von der Leyen jetzt in den Fokus der belgischen Justiz gerückt, weil sie angeblich SMS-Nachrichten gelöscht haben soll. Da geht es um einen Milliardendeal mit Pfizer-Chef Albert Burla. Also da sollen die SMS-Nachrichten dann verschwunden sein. Das ist in Belgien wohl verboten. Hat Frau von der Leyen sich da möglicherweise nicht korrekt verhalten nach ihrer Ansicht? Hat sie da gegen Transparenzregeln verstoßen? Also der Fall ist in Brüssel schon lange ein Thema. Erstaunlicherweise haben die deutschen Medien das nie aufgegriffen. Wir haben auch im Europäischen Parlament dazu eine Untersuchungskommission gehabt. Leider ist weder Frau von der Leyen noch der Pfizer-Chef dort persönlich erschienen, trotz unserer Aufforderung. Inwieweit da alle Regeln eingehalten worden sind, kann man erst feststellen, wenn wir diese Chat-Nachrichten bekommen. Aber die werden ja nicht herausgegeben. Ursula von der Leyen weigert sich, die Kommission weigert sich. Sie ist schon verklagt worden, unter anderem von den New York Times. Was wir aber wissen ist, dass Impfdosen im Wert von vier Milliarden Euro vernichtet werden mussten, weil die Mengen so hoch waren, viel zu hoch waren, die in diesem Deal vereinbart wurden. Wer zahlt das? Ja, der europäische Steuerzahler. Katharina Barley, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke schön. Sehr gerne. Eine Rakete auf einem Militärschiff hat in Dänemark zu Sperrungen im Luft- und Seeverkehr geführt. Die nationale Schifffahrtsbehörde warnt vor herabfallenden Raketentrümmern und rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren und notfalls zu ankern. Das dänische Militär klärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten. Der Werfer sei aktiviert worden und habe dann nicht mehr deaktiviert werden können. Die Warnung betrifft ein Gebiet etwa vier Kilometer südlich der großen Beltbrücke, die über die Meerenge führt und eine der größten der Welt ist. Boris Pistorius will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe erhält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne dazu vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben. Diese sind neben dem Heer, der Luftwörfer und der Marine nun auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Denn Cyber-Operationen und der Schutz der elektronischen Infrastruktur gewinnen immer mehr an Bedeutung. Aber um seine Pläne umzusetzen, braucht Pistorius Geld und zwar viel Geld. Versteht sich. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Treuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen, wie notwendig und auch wie wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Fragen sollen jetzt kritisch beleuchtet werden. Heute machte Sachsen-Anhalt als erstes Bundesland einen Schritt in genau diese Richtung. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen bei den Kindern. Da hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FFP2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Fanny, magst du Sonnenuntergänge? Ich liebe Sonnenuntergänge. Ich hätte einen im Angerot. Ich muss mal in mein Handy schauen, in meine Fotos. Ungefähr, ich glaube, 60 Prozent Sonnenuntergänge. Wir können Sie jetzt aber auch daran teilhaben lassen, dass hinter uns ist nämlich aktuell der Himmel über Berlin von unserem schönen Büroarbeitsplatz ausgenommen. Wir haben ihn verpasst. Wir sitzen hier im Studio, aber wunderschön. Wir kriegen es ins Studio gelegt, das ist doch auch gut. Genau, da können Sie es jetzt auch sehen und wir haben weitere eindrucksvolle Bilder des Tages für Sie und wir beginnen im Land am Nil in Ägypten. Wie von dem prächtigen Orange euphorisiert wirft ein Junge auf einem Feld in Kairo Ringelblumen in die Luft. Die sehen nicht nur schön aus, sondern werden auch für Kosmetika und Arzneimittel geerntet und exportiert. Die Vereinigten Staaten sind bekannt dafür, dass bei ihnen alles ein wenig größer ist. Das zeigen auch diese riesigen Baseball-Nachbildungen, die auf dem Alecany River im amerikanischen Pittsburgh schwimmen. Spritzige Frühlingsbooten. Der Fontaine de Mer auf dem Place de la Concorde in Paris repräsentiert mit seinen Skulpturen den maritimen Handel und die Industrie Frankreichs. Göttliche Architektur. Ein Mann betet nach Sonnenuntergang während des Fastenmonats Ramadan unter einer spektakulären Kuppel in Dubai. Wie der Phönix aus der Asche. Nach einem Brand im Jahr 2017 ist dieses Geschäftshochhaus in Teheran innerhalb von fünf Jahren wieder aufgebaut worden. So, und jetzt haben wir auch noch beeindruckende Bilder für Sie. Bilder der etwas anderen Art. Es ging nämlich ordentlich zur Sache in der NHL-Partie zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils. Schauen Sie mal, nach zwei Sekunden, wie kann das sein, kommt es zu einer Wüstenschlägerei auf dem Eis. Spieler beider Teams sorgen damit für Aufsehen und es gleicht eher einem Boxkampf anstatt einer Eishockey-Partie. Insgesamt zehn Akteure sind involviert. Das Ganze hat auch für reichlich Strafzeiten gesorgt. Acht der Beteiligten Raufbold erhalten Spieldauer, Disziplinarstrafen. Sie müssen vorzeitig unter die Dusche. Und gewonnen haben am Ende die New York Rangers die Partie mit 4 zu 3. Ist ein Wunder, dass das überhaupt noch gewertet wurde, oder? Ja, dass man sich gleich ganz abgebrochen hat. Okay, auch eine sportliche Alternative. Blicken wir auf bessere Nachrichten. In der Tat, wir haben noch die gute Nachricht des Tages für Sie und die kommt heute aus Boston. Der weltweit erste Patient, dem eine Schweineniere transplantiert werden konnte, der hat jetzt das Krankenhaus verlassen. Vor rund zwei Wochen ist Ärzten diese medizinische Meisterleistung gelungen. Seither soll sich der Patient gut erholt haben. Die Niere würde ihren Job gut ausführen, sagen die Ärzte. In Deutschland muss man im Schnitt acht bis neun Jahre auf ein Spenderorgan warten. Der Patient ist also nicht nur mutiger Vorreiter, er macht vielen Betroffenen jede Menge Hoffnung. 80.000 Menschen sind in Deutschland derzeit auf eine Dialyse angewiesen. Einst stolze Schlachtschiffe liegen heute zerstört am Boden der Weltmeere. Dieses Bild der Zerstörung tat sich direkt vor unseren Augen auf. Es hat uns geschockt und sehr aufgewühlt. Jedes Schiffswrack ist auch ein Mahnmal für die Menschen, die hier zu Hunderten oder gar Tausenden umgekommen sind. Die Bismarck sah aus wie ein Haufen brennender Metallschrott. Männer liefen hin und her, um irgendwie ihr Leben zu retten. Anhaltspunkte im Wrack. Die Torpedolöcher sind so groß, dass ein Bus durchpassen würde. Und Augenzeugenberichte. Ich sah den Bug der Hood senkrecht im Wasser stehen. Helfen dabei zu erklären. Warum das Zeitalter der Schlachtschiffe nach Hunderten von Jahren so plötzlich und brutal zu Ende ging. Eine der Bomben traf den zweiten Geschützturm. Dann flog alles in die Luft. Drei Millionen Schiffswracks versunken in den Tiefen der Weltmeere. Da ist der Bug. Sieht gut aus. Jedes Einzelne eine Zeitkapsel voller Geschichten von Abenteuer und Innovation. Die vielen Löcher im Wrack sind bemerkenswert. Von Mut und Tragödien. Es geht um den Tod von 10.000 Menschen. Die Suche hat begonnen. Nach den Schiffen und ihren Geheimnissen. Es ist, als ob man mit einer Taschenlampe durch ein Geisterhaus gleitet. Geben wir den Zeugen der Vergangenheit eine Stimme. Ein Expeditionsschiff pflügt durch den Nordatlantik. Irgendwo hier, in rund 3.000 Metern Tiefe, liegen die Überreste einer der tragischsten Schiffskatastrophen des Zweiten Weltkriegs. Der Meereskundler David Mörns will das Wrack unbedingt finden. Ich hatte mich bei der Suche auf ein Gebiet von rund 1.500 Quadratkilometern eingestellt, was der Metropolregion von Paris entspricht. Riesig also. Mörns und seine Crew suchen nach der HMS Hood. Der Schlachtkreuzer ist zum Zeitpunkt seiner Versenkung das größte und berühmteste Schiff der britischen Marine. Während der Zwischenkriegszeit ist die HMS Hood das Flaggschiff der britischen Marine. Sie fährt zu Freundschaftsbesuchen rund um die Welt und ist mit Abstand das größte Schiff der Flotte. Sie ist riesig. Im Zweiten Weltkrieg wird die Hood im Mai 1941 bei einem Gefecht in der Dänemarkstraße nach nur sechs Minuten versenkt. Mörns hat Augenzeugenberichte ausgewertet und mögliche Koordinaten des Wracks ermittelt. Doch die Berichte unterscheiden sich voneinander. Ich habe hier ein rechteckiges Gebiet markiert, das ungefähr 1.600 Quadratkilometer groß ist. Und in der Mitte ist ein kleineres Feld, das rot umrandet ist. Für dieses Areal gibt es die meisten Hinweise. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, in diesem Bereich fündig zu werden, am höchsten. Mörns will dieses Gebiet systematisch mit seinem Sonargerät absuchen. Dafür stehen ihm mehr als neun Kilometer Seil zur Verfügung. Das Echolot ist für den Einsatz in großer Tiefe konzipiert und erstellt eine Sonarkarte des Meeresbodens. Wir schicken Schallwellen in den Ozeanen, so als würde man mit Licht ein Objekt anleuchten. Und wenn ein Objekt am Grund liegt und in die Höhe ragt, dann entsteht dahinter eine Art Schatten. Die Arbeit ist extrem aufwendig. Aber das erhoffte Ergebnis rechtfertigt die Mühe. Im Frühjahr 1941 kämpfen die Briten noch ohne Unterstützung der USA und der Sowjetunion. Der Untergang der Hood ist ein herber Verlust und eine Katastrophe für die Besatzung. Als wir nach Backbord drehten, wurden wir getroffen. Das Schiff wurde auseinandergerissen. Trümmer und Leichen wurden über das Deck geschleudert. Die Hood sank mit dem Heck zuerst. Die Hood sinkt in weniger als drei Minuten. Von den 1418 Mann besatzen nur drei. Bob Tilburn, William Dundas und Ted Briggs. Ich sah den Bug der Hood senkrecht im Wasser stehen. Dieser Anblick hat mich in den 40 Jahren danach immer wieder in Albträumen heimgesucht. Nach meinem Treffen mit den Männern, die auf der Hood gedient hatten, hat sich alles geändert. Vor allem Ted Briggs, der letzte der drei Überlebenden, hat mich sehr beeindruckt. Er war damals ein 16-jähriger Matrose und musste bis zu seinem Lebensende diese große Last auf den Schultern tragen. Den schrecklichen Verlust und die Erinnerung an all diese Männer. Das hat meine Suche sehr persönlich gemacht. Merns will vor allem herausfinden, warum die Hood so schnell gesunken ist, was so viele Menschen mit in den Tod gerissen hat. Das Team des Wracksuchers ist seit 39 Stunden nonstop im Einsatz. Ich empfand eine beklemmende Angst und fragte mich, werde ich sie je finden? Suche ich an der richtigen Stelle? Merns sucht nach einem Sonarschatten, der auf ein Metallobjekt hindeuten könnte. Da ist was. Ich glaube, das ist sie. Hier ist noch ein zweiter Schatten. Zwei Teile. Das ist sie. Das ist die Hood. Ein Wrack, das seit 60 Jahren verschollen ist, taucht plötzlich auf diesem Bildschirm auf. Als ich das Bild sah, wurde mir klar, wie schwer das Schiff beschädigt worden war. Der Schaden, den Merns sehen kann, wurde durch ein anderes berühmtes Kriegsschiff verursacht. Die Bismarck. Kein Schiff war größer, keines war schneller oder mächtiger als die Hood, bis die Bismarck kam. Als die Bismarck 1939 vom Stapel lief, war sie das ultimative Schlachtschiff. Die Bismarck hat den Befehl, Geleitzüge anzugreifen, die Großbritannien mit Nachschub versorgen sollen. Die Hood hat den Auftrag, das deutsche Schlachtschiff zu dieser Zeit das schlagkräftigste der Welt abzufangen. Es kommt zum Kampf der Titanen. Doch es ist eine ungleiche Schlacht. Die Hood und die Bismarck sind nicht auf Augenhöhe. Beide haben zwar 38 Zentimeter Geschütze an Bord. Doch während die der Bismarck brandneu sind, sind die der Hood in die Jahre gekommen. 1941 ist die Hood bereits eine alte Dame. Am frühen Morgen des 24. Mai 1941 treffen die beiden Schlachtschiffe in der Dänemarkstraße aufeinander. Morgens um 5.52 Uhr eröffnet die Hood das Feuer. Die Bismarck schießt zurück und trifft. In der Mitte der Hood gab es eine gewaltige Explosion. Riesige blassrote Flammen schossen in die Luft. Die Hood wurde buchstäblich in Stücke gerissen. Um 6.03 Uhr ist alles vorbei. In den Berichten über das Seegefecht ist von einer großen Explosion die Rede. Doch die Sonarbilder des Wracks deuten auf eine mögliche andere Ursache hin. Das ist das erste Sonarbild, das wir von der Hood gemacht haben. Wenn man ein Schiff entdeckt, findet man normalerweise ein klar umrissenes Trümmerfeld. Aber zwei davon zu sehen, ist ungewöhnlich. Daraus habe ich geschlossen, dass es zwei separate Explosionen gegeben haben muss. Etwas Vergleichbares hatte ich zuvor noch nie gesehen. Morgens schickt eine ferngesteuerte Kamera zum Wrack, um sich die Sache genauer anzusehen. Die nächsten 20, 30 Minuten hat sich dieses Bild der Verwüstung vor unseren Augen aufgetan. Es hat uns geschockt und sehr aufgewühlt. Sie ist aufgeschnitten, wie von einem Dosenöffner. 60 Jahre lag es verschollen auf dem Meeresgrund. Nun haben Wissenschaftler das Wrack der HMS Hood in 2800 Metern Tiefe im Nordatlantik entdeckt. Je dichter wir heranfuhren, desto mehr entdeckten wir. Trümmer, Wrackteile und auseinandergerissene, verdrehte Stahlteile des Schiffs. Wrack-Spezialist David Mearns versucht, die Puzzleteile dieser totalen Zerstörung zusammenzufügen. Schließlich entdeckten wir dieses große Teil des Schiffs. Es war offen und wir konnten ins Innere hineinsehen. Die Seiten waren zerrissen und verdreht und wir versuchten uns darauf, einen Reim zu machen. Die Sonardaten und die neuen Aufnahmen des Schiffs passen zunächst nicht mit den offiziellen Berichten von den letzten Momenten der HMS Hood zusammen. Berichte, die jahrzehntelang nicht hinterfragt wurden. Das Ausmaß der Explosion und die Geschwindigkeit, mit der das Schiff sank, deuten auf eine Explosion in der hinteren Hauptmunitionskammer hin. Der fatale Schuss war in vielerlei Hinsicht ein Glückstreffer. Gleich eine der ersten Salven der Bismarck erzielte einen Volltreffer. Eine der Granaten durchschlug die Deckspanzerung der Hood und detonierte in der achteren Munitionskammer. Als die Hood explodierte, war das für beide Seiten ein Schock. Es bleibt einem sicher fast das Herz stehen, wenn ein Schiff einfach so explodiert und innerhalb von Sekunden verschwindet. Soweit bekannt ist, schlug ein Geschoss der Bismarck im Achterschiff neben dem Hauptmast ein. Es gab eine enorme Explosion und überall Flammen. Doch die Spuren am Wrack deuten auf eine andere Verkettung von Umständen hin. David Mearns entwickelt seine eigene Theorie bezüglich der letzten Minuten der Hood. Ein besonderer Anhaltspunkt dafür ist ihr riesiger Kommandoturm. Es ist ein 600 Tonnen schwerer zylindrischer Aufbau, der in eineinhalb Kilometer Entfernung vom Rest des Schiffes gefunden wurde. Wie ist er da hingekommen? So weit weg von allem anderen? Die Tatsache, dass es zwei verschiedene Trümmerfelder gibt und dass der Kommandoturm in rund 1,5 Kilometern Entfernung liegt, lässt Mearns zu einem anderen Schluss kommen. Mir war damit klar, dass es nicht nur eine Explosion gegeben hatte, sondern zwei. Auch die vordere Munitionskammer muss explodiert sein. Das ist für mein Verständnis die einzig mögliche Erklärung. Augen Zeugen berichten zufolge ist die hintere Munitionskammer getroffen worden. Dadurch soll das Schiff in sehr kurzer Zeit gesunken sein, mit dem Heck zuerst. Ich sah den Bug der Hood senkrecht im Wasser stehen. Wie von Ted Briggs beschrieben, ragte der Bug aus dem Wasser. Und in diesem Moment muss all das Kordit, das ist ein Explosivstoff, aus der vorderen Munitionskammer innerhalb von Sekunden eine neue Dynamik entwickelt haben. Es fiel wohl auf die Schottwände, flog herum und es gab noch eine Explosion. Wer bis hierher an Bord überlebt hat, hatte nach dieser zweiten Explosion keine Chance mehr. Die Hood explodierte, die Unterseite flog aus dem Schiff und es gab kein Entkommen mehr. Viele der Seeleute waren wohl im Innern des Schiffs gefangen, als es sank. Die Ursache für den blitzartigen Untergang und für den Tod so vieler Menschen ist geklärt. Heute ist das Wrack als geschütztes Kriegsgrab ausgewiesen. Die Forscher haben einen ferngesteuerten Roboter zum zerstörten Bug geschickt und eine Gedenktafel für die 1415 Männer angebracht, die im Schiff ihre letzte Ruhe fanden. Für die deutsche Kriegspropaganda war die Versenkung der Hood eine Riesensensituation. Das deutsche Schlachtschiff hatte den ganzen Stolz der Royal Navy versenkt. Nach der Zerstörung der HMS Hood scheint die Bismarck unbesiegbar zu sein. Doch nur drei Tage später liegt auch sie auf dem Grund des Atlantiks. Sie war eine leichte Beute. Die Briten haben das Feuer eröffnet und immer wieder Treffer gelandet. Sie hat Dutzende davon kassiert, bis sie nur noch ein nutzloser Koloss war. Doch wie ist es den Briten gelungen, die Bismarck zu entdecken, sie in die Enge zu treiben und zu zerstören? Ein Schiff, das noch Tage zuvor als unbesiegbar galt. Die Bismarck war ein riesiges und imposantes Schlachtschiff. Mehr als 2000 Männer und Offiziere dienten an Bord. Sie hatte eine 33 Zentimeter Panzerung. Sie war eine echte Kampfmaschine. Trotz alledem sind die Briten entschlossener denn je, dem mächtigen deutschen Schlachtschiff den Garaus zu machen. Churchill wollte die Bismarck um jeden Preis versenken. Er wollte sich rächen. Heute liegt das damals kampfstärkste Schlachtschiff der Welt in fast 5000 Metern Tiefe auf dem Meeresboden. Ihr zerschmetterter Rumpf und die Berichte der Überlebenden beschwören ihre letzten Momente und das Leid der Matrosen an Bord abermals herauf. Die Bismarck sah aus wie ein Haufen brennender Metallschrott. Männer liefen hin und her, um irgendwie ihr Leben zu retten. Es herrschte Chaos und Verwüstung. Wenn man sich die vielen Löcher im Wrack heute ansieht, ist das schon sehr beeindruckend. Während des Gefechts mit der Hurt wird die Bismarck kaum beschädigt. Doch sie verliert Treibstoff. Die Bismarck wurde getroffen und Admiral Lütjens entschloss sich, wegen des Verlusts von Öl, zurück nach Frankreich zu fahren. Er nahm Kuss auf die Biscaya, um von dort aus einen französischen Hafen anzusteuern, wo er den Schaden reparieren lassen wollte. Die Bismarck versucht schnellstmöglich, das sichere von Deutschland besetzte Frankreich zu erreichen. Doch mehr als 40 Schiffe der Royal Navy nehmen die Verfolgung auf. Die Jagd auf die Bismarck ist eine der dramatischsten Episoden der gesamten Marinegeschichte. In Bismarck haben die Briten alles aufgeboten, was ihnen im Nordatlantik... Die britischen Verfolger haben auch zwei Flugzeugträger, die Victorious und die Ark Royal. Ein entscheidender Vorteil. Die Atlantik ist riesig und man kann sich schnell darin verlieren. Die Bismarck verschwand in den Weiten des Atlantik. Doch das Schlachtschiff zieht eine Ölspur hinter sich her. Am späten Morgen des 26. Mai entdeckt ein Pilot der Royal Air Force die Bismarck. Es ist nicht mehr weit bis ins besetzte Frankreich, wo das Schiff Unterstützung aus der Luft bekommen könnte. Er hat also nur einen Schuss, bevor die Bismarck in Sicherheit ist. Die britischen Schlachtschiffe liegen zu diesem Zeitpunkt zu weit zurück. Swordfish-Torpedo-Bomber des Flugzeugträgers Argoil sollen nun die Mission in die Hand nehmen. Die Swordfish-Piloten waren trotz miserabler Wetterverhältnisse gestartet. Bei starkem Wind, hohem Seegang und dichten Wolken. Ein Swordfish-Bomber sieht aus wie ein Doppeldecker aus dem Ersten Weltkrieg mit offenem Cockpit, Metallstreben und Segeltuch. So klapprig eine Swordfish auch aussehen mag, sie ist stark genug, um einen todbringenden Torpedo an Bord zu nehmen. Als die Dämmerung einsetzt, schlägt die Stunde der Piloten. Es ist wie bei David gegen Goliath. Als die Bismarck die Flugzeuge am Himmel erkennt, hagelt es Salven aus den Flugabwehrgeschützen. Gegen die schwerbewaffnete Bismarck ist der Pilot fast chancenlos. Die meisten Torpedos verfehlen hier ziel. Bei dem Wetter ist so eine Attacke eh ein Glücksspiel, aber die Swordfishs landen zwei Treffer. Der erste Torpedo explodiert wirkungslos an der dicken Deckpanzerung der Bismarck. Doch der Pilot Jock Moffat und seine Crew haben mehr Glück. Es fühlte sich so an, als ob jedes Geschütz an Bord auf mich zielte. Granaten flogen wie Hagel auf uns zu. Mein Instinkt sagte mir, mich zu ducken und abzudrehen. Je dichter ich herankam, desto größer wurde das Schiff. Und dann sagte einer aus der Crew, schieß ihn ab, Jock! Eine genaue Untersuchung des Wracks zeigt die Einschussstelle des Torpedos. Der entscheidende Treffer schlug am Heck ein. Hier, unterhalb der Deckpanzerung, liegt die Achillesferse der Bismarck, die Ruderanlage. Das Ruder und die zentrale Schiffsschraube waren wie durch die Magen. Als der Torpedo das Ruder der Bismarck traf, war das Schicksal des Schlachtschiffes besiegelt. Und auch die Mannschaft wusste vermutlich, dass sie nur noch wenige Stunden zu leben hatte. An diesem Abend setzt Admiral Lütjens einen Funkspruch an das Oberkommando der Kriegsmarine in Berlin ab. Schiff manövrierunfähig. Wir kämpfen bis zur letzten Granate. Es lebe der Führer. Bei Tagesanbruch taucht die britische Flotte am Horizont auf. Die Bismarck kann nur noch im Kreis fahren. Das mächtige Schlachtschiff ist eine leichte Beute. Die Briten eröffnen das Feuer und treffen. Immer wieder. Für die über 2000-köpfige Besatzung der Bismarck müssen es fürchterliche Stunden gewesen sein, in denen sie nichts anderes tun konnten, als ihr Schicksal zu erwarten. Berichten zufolge brannte die Bismarck vom Bug bis zum Heck. Durch die Löcher sah man die Glut des Feuers tief drinnen im Rumpf und die Flammen, die herausflogen. Dann kippte sie und sank. Von den über 2200 Mann an Bord der Bismarck überleben nur 115. Zwei Schlachtschiffe mit 3500 Männern sind untergegangen. Ein Luftschlag hat das Ende der Bismarck eingeleitet, doch sie ist nicht das letzte Schiff, dessen Schicksal auf diese Weise besiegelt wird. Feuer! Alle Männer deck! Dies ist keine Übung! Sechs Monate nach dem Untergang der Bismarck greifen japanische Flugzeuge im Dezember 1941 Pearl Harbor an, das Hauptquartier der Pazifikflotte der US Navy. Noch heute liegen die Überreste der einstmals stolzen Flaggschiffe der US-Pazifikflotte im flachen Wasser des Hafens. Das Schiff erzitterte wie ein Stück Papier. Ein Feuerball stieg fast 150 Meter in den Himmel. Das Wrack der USS Arizona ist heute eine Gedenkstätte, die an den dunkelsten Tag der US Navy erinnert. Der 7. Dezember 1941 heißt auch Tag der Schande. Der Pazifikkrieg in den Osten beginnt mit einem japanischen Überraschungsangriff auf die US-Flotte in Pearl Harbor, Hawaii. Die USS Arizona ist eines von acht Schlachtschiffen, die beim Angriff auf Pearl Harbor nebeneinander liegen und schwer getroffen werden. Mit einer Wasserverdrängung von gut 30.000 Tonnen und 185 Metern Länge ist die Arizona ein beeindruckender Anblick. Ich hatte niemals zuvor etwas so großes Schwimmen gesehen. Die Arizona genießt den Schutz einer Deckpanzerung, die bis zu 35 Zentimeter dick ist. Doch ein Blick auf das Wrack gibt Aufschluss über ihre fatale Schwachstelle. Da ist ein Riss, der sich durch das ganze Schiff zieht. Das ist ein massiver struktureller Schaden. Wie konnte ein so stark gepanzertes Schiff vollkommen zerstört werden? In Pearl Harbor ahnte niemand etwas. Es war Sonntag, einige Menschen waren in der Kirche. Ein Teil der Seeleute hat Urlaub, einige verbringen ihre Freizeit an Land. Die Schlachtschiffe sind alle im Hafen aufgereiht. Die Flottenbasis ist überhaupt nicht auf einen Angriff vorbereitet. Die Japaner hingegen planen den Überfall auf Pearl Harbor schon seit fast einem Jahr. Sechs japanische Flugzeugträger haben Japan unter strengster Geheimhaltung zwei Wochen vor der Schlacht verlassen und sind unerkannt über den Pazifik gefahren. Am Morgen des 7. Dezember ist der japanische Gefechtsverband etwa 370 Kilometer von Pearl Harbor entfernt. Es herrscht strikte Funksperre. Doch schon jetzt haben die Angreifer die amerikanischen Schlachtschiffe im Visier. Schlachtschiffe können Geschosse von der Größe eines Kleinwagens 30 oder 40 Kilometer weit feuern. Das ist beeindruckend. Wenn man sich aber ein Flugzeug als Projektil vorstellt, das von einem Flugzeugträger abgefeuert wird und hunderte von Kilometern weit fliegen kann, dann wird klar, dass eine Kriegsflotte dagegen chancenlos ist. Die Flugzeuge starten gegen 6 Uhr morgens um die vollkommen unvorbereitete Schlachtschifflotte in Pearl Harbor anzugreifen. Das US-Radar erfasst die herannahenden japanischen Kampfflugzeuge. Sie sahen Echozeichen auf dem Radarbildschirm. Die Zeichen selbst konnten sie aber nicht identifizieren. Die Radarspezialisten halten die Echozeichen für US-Flugzeuge. Sie hatten keine Ahnung, dass es sich um angreifende feindliche Flugzeuge handelte. Kurz vor 8 Uhr morgens beendet der Sanitäter Sterling Kale seine Schicht und wundert sich über Kampfflugzeuge direkt über der nah beieinanderliegenden Pazifikflotte. Ich dachte, Sonntag sind doch keine Übungen. Dann sah ich im Ruhm eines vorbeifliegenden Flugzeugs eine aufgehende Sonne und sagte, oh mein Gott, das sind ja japanische Flieger. An Bord der USS Arizona macht sich Lollenbrunner gerade für seinen Landgang bereit. Nach der Kirche wollte ich ein Mädchen am Strand treffen. Sie hieß Nikki. Dazu kam es aber nicht mehr. Dann hörte eine Nachricht über den Bordfunk. Alle Mann am Deck. Dies ist keine Übung. In der ersten Welle flogen 180 Flugzeuge und deckten die Kriegsschiffe mit Bomben und Torpedos ein. Der Angriff kam völlig überraschend und war ein totaler Schock. Angeführt von Mitsuo Fushida nehmen die japanischen Bomber die Pazifikflotte ins Visier. Ausgestattet mit modifizierten panzerbrechenden Granaten der Kaliber 356 und 406 Millimeter. Trotz des Trommelfeuers von allen Seiten zog ich den Sicherungsbolzen und entriegelte die Bombe. Panzerbrechende Granaten sind extrem schwer, da sich viel Masse im vorderen Bereich der Granate befindet. Das ist wie eine Art Vorschlaghammer, der vorne eine Spitzhacke hat. Eine einzelne Bombe, abgeworfen von einer Nakajima B5N aus etwa 3000 Meter Höhe, durchstößt die Panzerung neben einem der Geschütztürme und schlägt in einer der Munitionskammern ein, sodass die gesamte Munition explodiert. Eine riesige dunkelrote Rauchwolke stieg 300 Meter in die Luft und eine heftige Schockwelle war in unserem Flugzeug spürbar. Ich sah, dass die große Explosion auf der Arizona stattgefunden hatte. Sie brannte lichterloh. Wie bei der HMS Hood besiegelt bei der Arizona die eigene Munition das Schicksal des Schiffs. Das war Absicht und kein Glückstreffer. Jeder wusste, dass ein Treffer in der Munitionskammer zu einer zweiten Explosion führen würde, die das Schiff auseinanderreißt. Die Arizona war ein riesiges schlagkräftiges Kriegsschiff. Aber eine Bombe von einem einzigen Flugzeug hat gereicht, um sie zu besiegen. Die Arizona war ein Symbol der Macht, das von einem Moment zum nächsten total zerstört wurde. Herbie Weatherwacks, damals ein 24-jähriger einfacher Soldat, erinnert sich an den schrecklichen Moment. Die Explosion war so gigantisch, dass sie jeden auf dem Unterdeck tötete. Das hat mich tief berührt. All die jungen Leute, sie waren zu Bett gegangen und auf Nacht. Durch Feuer und die Explosion sterben auf der Arizona 177 Menschen. Wenn man am Wrack entlang taucht, sieht man noch die Gegenstände in der Galerie. Schalen, Löffel, Gabeln, ein Löschlauch, der sich an Deck schlängelt, dort wo die Matrosen arbeiteten, als die finale Explosion kam. Während die Japaner durch ihren Angriff auf Pearl Harbour einen Großteil der US-Pazifik Flotte ausschalten, muss ein weiteres Schlachtschiff, das 10.000 Kilometer weiter westlich kreuzt, erfahren, was es bedeutet, die Gefahren aus der Luft zu ignorieren. 117 Kilometer vor der Küste Malaysias liegt das Wrack der HMS Prince of Wales. Einstmals eines der modernsten Schlachtschiffe der Royal Navy hat sie an der Seite der HMS Hood gegen die Bismarck gekämpft. Doch in den Tagen nach Pearl Harbour steht sie einem ganz anderen Feind gegenüber, japanischen Kampfflugzeugen. Ich kroch über das Deck an die Reling und sah, wie andere in Panik an der Seite des Schiffs entlang glitten, dann aber wieder in den klaffenden Das Schiff, das mitgeholfen hat, die Bismarck zu versenken, ist schnell, wendig und schwer bewaffnet. Doch gegen einen Angriff aus der Luft ist die Prince of Wales machtlos. Taucher einer Militärexpedition untersuchen die Stelle, wo das Schiff gesunken ist. Auch der Wrackforscher Rod MacDonald ist mit an Bord. Ich soll den Ablauf und die Ursache des Untergangs untersuchen. Als das Schiff war eines der modernsten Schlachtschiffe ihrer Zeit. Ausgestattet mit einer radargestützten Abschussanlage, 20 wasserdichten Schotten sowie einer massiven Anti-Torpedo-Panzerung. Als erstes fallen die riesigen Ausmaße dieses majestätischen Wracks auf. Es ist so gut erhalten, dass man denkt, das Schiff könnte wieder schwimmen, wenn man nur die Löcher schließen würde. Die Prince of Wales ist gegen Granaten, Bomben und Torpedos gewappnet, aber das reicht nicht. Egal wie dick man ein Kriegsschiff panzert, jedes von ihnen hat eine Achillesferse. Eine 38 Zentimeter dicke Stahlpanzerung erstreckt sich bis zu drei Meter unterhalb der Wasseroberfläche. Doch weiter unten gibt es kaum Schutz. Die Torpedolöcher in dem Schiff sind sehr groß. Sie haben einen Durchmesser von über sieben Metern. Groß genug, um mit einem Bus durchzufahren. Der ungeschützte Bereich des Schiffs unterhalb der Panzerung ist für ein Torpedo leichte Beute. Er durchschlägt die Wand und explodiert im Innern. Alle Treffer in der Prince of Wales finden sich unterhalb der Panzerung. Doch warum war es für die feindlichen Torpedos so leicht, den weichen Unterbauch anzugreifen. Winston Churchill schickt im November 1941 ein Eingreif Geschwader der Royal Navy nach Singapur zum Schutz der Kronkolonie vor den Japanern. Die Prince of Wales ist das Flaggschiff des Marineverbandes namens Force Set. Um Japan im Zaum zu halten, schicken wir unser neuestes Kriegsschiff in die Schlacht. Die Prince of Wales kann jedes japanische Schiff aufbringen oder versenken. Churchill glaubte, dass zwei Kriegsschiffe, die Prince of Wales und der Schlachtkreuzer Repulse ausreichen würden, um die gesamte japanische Marine abzuschrecken. Es gab diese unterschwellige Haltung, dass die Deutschen so eine Sache für sich sind. Aber dass man diese nicht wirklich als große Bedrohung ansehen musste. Der Flugzeugträger, der die Force set normalerweise eskortiert, ist, beschädigt. Der Kampfverband sticht ohne Luftschutz in See. Doch der Kommandeur, Admiral Sir Tom Phillips, ist unbesorgt. Tom Phillips war ein waschechter Admiral alter Schule. Er glaubte an die Macht großer Geschütze und konnte sich nicht vorstellen, dass Flugzeuge seinen Schiffen viel anhaben könnten. Die Bedrohung für die Prince of Wales schien gering. Kein Schlachtschiff aufs See bisher allein durch einen Luftangriff versenkt worden. Es war schwer, ein Schiff in Bewegung zu treffen, insbesondere mit Bomben, die aus großer Höhe abgeworfen wurden. Am 10. Dezember entdeckte ein Geschwader von 88 japanischen Flugzeugen den britischen Kampfverband. Die Prince of Wales und die Rapals trennten noch 240 Kilometer von dem sicheren Hafen in Singapur, als plötzlich wie aus dem Nichts eine Menge japanischer Flugzeuge auf sie zuflog. Die Briten gehen davon aus, dass es sich um schwere Bomber in großer Höhe handelt, weil sie keine anderen japanischen Flugzeuge kennen, die eine entsprechende Reichweite hätten. Als sich die Flugzeuge formieren, um einen Torpedoangriff zu fliegen, sagt ein Offizier auf der Brücke, keine Sorge, Sir, das können keine Torpedobomber sein, denen fehlt die Reichweite. Torpedos sind ungleich zerstörerischer als Bomben. Die Offiziere und die Männer an Bord glauben nicht, dass ein Torpedoangriff bevorsteht, bis sie die Torpedospuren im Wasser sehen und erkennen, was da passiert. Es schien, Admiral Phillips von den Ereignissen so geschockt war, dass er buchstäblich erstarrte. Ohne Wissen der Briten haben die kaiserlich-japanischen Marine-Luftstreitkräfte Langstreckenflugzeuge entwickelt, die auch Torpedos transportieren können. Neun davon sausen nun auf die Prince of Wales zu. Zeugen berichten, dass das Schiff um 11.44 Uhr getroffen wird. Ein Torpedo traf die Wellenhose der Backbord- Außenwelle am Heck und das war's. McDonald glaubt, dass dieser Treffer entscheidend gewesen ist. Um den Schaden einzuschätzen, untersucht er die Backbord- Außenwelle. Als ich zum Wrack tauchte, sah ich die Stelle, wo einst das Stevenrohr war. Die Welle hing im Wasser. Der Schiffsrumpf war völlig aufgebogen. Der Propeller selbst fehlt jedoch. Als die Welle aus ihren Lagern gerissen wurde, entstand ein Riesenloch und das Wasser drang sehr, sehr schnell in den Maschinenraum ein. Das ist der wunde Punkt bei jedem Schlachtschiff, so wie bei der Bismarck ein halbes Jahr zuvor und nun bei der Prince of Wales. Um zu verstehen, wie ein einziger Treffer das ganze Schiff versinken kann, begibt sich Marinehistoriker Antony Antony Tully an Bord eines Kriegsschiffs ähnlicher Bauart. Dies hier ist eine Propellerwelle. Sie läuft der Länge nach durch das Schiff hindurch, durch jeden Abschnitt des Rumpfs. Bei dem Torpedotreffer wurde die Welle verbogen, lief dann nicht mehr rund und drehte sich wie ein gigantischer Korkenzieer längst durchs Schiff. Man kann sich vorstellen, wie heftig sie sich bewegte, bis sie vollends auseinanderbrach. Die Taucher entdeckten vier oder fünf zerschmetterte Wellentunnel. Die Schottwände sind eigentlich wasserdicht. Doch als die Propellerwelle bricht, durchstößt sie die Schottwände und Wasser strömt vom Heck bis zum Bug. Durch diesen einen Torpedotreffer verlor die Prince of Wales die inneren und äußeren Backbordpropeller und bekam Schlagseite. Während das Schiff sich neigt, bietet sein ungeschützter Bereich im Rumpf Angriffsfläche für weitere Torpedos aus anderen Richtungen. Drei weitere Torpedos schlagen unterhalb des gepanzerten Seitenbereichs ein. Als das Schiff dabei ist zu sinken, fährt die HMS Elektra herren, ein Zerstörer aus dem Geleitzug. Die Männer der Prince of Wales springen verzweifelt auf das andere Schiff, um ihr Leben zu retten. Noch Einige versuchen in ihrer Ungeduld auf das Deck des Zerstörers zu springen, fallen aber zwischen die Schiffe und werden zerquetscht oder ertrinken. Sowohl die Prince of Wales als auch die HMS Repulse sinken. 840 britische Seeleute gehen mit den Schiffen unter, darunter auch Admiral Sir Tom Phillips. Ich drehte mich um und sah den Admiral und Captain Leach auf der Brücke. Sie salutierten die Klage, als die Prince of Wales in den Wellen verschwand. Das Besondere an diesem Moment war, dass ein Schlachtschiff erstmals in offenen Gewässern allein von Flugzeugen zerstört und versenkt wurde. Aber es sollte nicht das letzte Schiff sein. Die Ära der Seekriegsführung endet mit der Zerstörung des größten Kriegsschiffs aller Zeiten. Ihr Werdet aufgefordert, glorreich zu sterben und so den Tod von 100 Millionen Japanern anzukündigen, die lieber sterben als aufzugeben. War die Yamato das erste und letzte Kamikaze- Schlachtschiff? Eine riesige Rauchwolke wabert über dem ostchinesischen Meer. Ein letzter Hinweis auf die Yamato, ein 73.000 Tonnen Superkriegsschiff, das gerade mit über 3000 Mann Besatzung gesunken ist. Für japanische Seeleute war es oberste Pflicht für den Kaiser zu sterben. Viele taten das an diesem Tag. 60 Jahre später suchte ein internationales Wrackforscher-Team nach der Yamato. Sie war einst das Flaggschiff der kaiserlich-japanischen Marine. Seit ihrem Untergang hat sie in Japan eine Art Legenden-Status. Das japanische Schlachtschiff Yamato war der Höhepunkt der Kriegsschiff- Sie war unfassbar groß. Sie strotzte vor Flugabwehrgeschützen, hatte eine unglaublich dicke Panzerung, war schnell und leistungsfähig, aber am Ende des Tages eben nur ein Schlachtschiff. Und die Zeit der Schlachtschiffe ist im Jahr 1945 abgelaufen. Fast 300 Kilometer vor der japanischen Küste entdeckt das Sonar ein Wrack auf dem Meeresboden. Mit Hilfe von U-Booten will das Team herausfinden, warum das Riesenschiff gesunken ist. In 330 Metern Tiefe lassen sich seltsame Formen in der Dunkelheit erkennen. Der Anker der Anker der Hauptanker. Das Wrack ist groß genug, um die Yamato zu sein, doch die Wrackforscher brauchen Beweise. Ah, da ist ein Symbol. Da ist ein Symbol. Ja. Die Chrysantheme, das Wappen des Kaisers. Ein Ehrenabzeichen reserviert für die stärksten Schiffe der Flotte. Dies ist die Yamato. Ihre verbogenen Überreste zeugen von einem gewaltsamen Ende. Inmitten dieses Wracks liegen tausende junge Menschen begraben. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs erhält die Yamato den Befehl, die amerikanischen Invasionstruppen anzugreifen. Viele Soldaten ahnen bereits, welches Schicksal ihnen blüht. Das war unsere letzte Fahrt. Dieses gigantische Schiff, das jetzt auslief, würde nie wieder zurückkehren. Als die Yamato 1945 in den Kampf zieht, ist die japanische Marine nur noch ein Schatten ihrer selbst. Viele Schiffe sind gesunken und die Elite der Marine-Luftstreitkräfte, die vor dem Krieg ausgebildeten Flugzeugträgerpiloten, droht. Der Verlust der Prince of Wales hatte gezeigt, dass ein Schlachtschiff ohne Schutz aus der Luft eine leichte Beute ist. Kein Zweifel, das war ein Selbstmordkommando, ein One-Way-Trip, eine Kamikaze-Mission. Am 6. April 1945 soll die Yamato US-Truppen nahe Okinawa angreifen. Doch ein amerikanisches U-Boot entdeckt das Schlachtschiff. Am nächsten Tag blasen Flugzeuge von acht verschiedenen US-Flugzeugträgern zum Angriff. Ich ging runter, warf meinen Torpedo ab und flog über den Bug der Yamato hinweg. Egal in welche Richtung das Schiff nun fahren würde, er würde es treffen. Das Gefecht war vollkommen einseitig. Die japanische Flotte hatte keine Luftunterstützung. Die Amerikaner schickten mehr als 400 trägergestützte Flugzeuge ins Gefecht und eroberten auch Rollfelder in Okinawa. In mehr als 300 Metern Tiefe ist ein Ergebnis dieser Schlacht noch heute auf tragische Weise sichtbar. Die Yamato ist nicht bloß gesunken, sie wurde in Stücke gerissen. Das Wrack ist in zwei Teile zerbrochen, genau beim zweiten Gefechtsturm. Und der Rumpf selbst wurde von Torpedos durchlöchert. Um zwei Uhr nachmittags. Nach 90-minütigem Dauerbeschuss liegt die Yamato zerschossen im Meer. Während eine Angriffswelle nach der anderen angeflogen kam, versuchte die Yamato sich zu wehren. Doch es schlugen immer neue Torpedos in die Backbordseite des Schiffs ein. Und das war nur eine Frage der Zeit, wann der Todesstoß kommen würde. Männer springen von Bord, um ihr Leben zu retten. Doch als weitere Torpedos einschlagen, sinkt die Yamato. Eine riesige Explosion zerriss das Schiff. Die Munitionskammer war explodiert. Sie zerstört das Schiff vollends und über 3000 Menschen werden in den Tod gerissen. Die Yamato, das ultimative Schlachtschiff, ist machtlos gegen die neuen Herren der Meere. Eine riesige Rauchsäule stieg in den Himmel und bildete eine bedrohliche Wolke. Ein Art Symbol für den Tod des Schlachtschiffs als vorherrschender Waffengatt. Das Zeitalter der Schlachtschiffe ist damit aus taktischer Sicht vorbei. Doch sie bleiben ein Symbol für die Macht einzelner Nationen. Immer wieder greift Russland die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv, an. Die 140.000 Einwohnerstadt liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zuletzt häufte sich der Beschuss. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur schwer getroffen. Allein seit gestern starben in Kharkiv sechs Menschen durch russische Angriffe. Mindestens zwölf weitere wurden verletzt. Unser Kriegsreporter Paul Ronzheimer und sein Kameramann Daniel von Moll haben die jüngste Angriffswelle hautnah miterlebt. Die Aufräumarbeiten in Kharkiv im Osten der Ukraine, sie laufen. Am Tag nach den schweren Drohnenangriffen, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. Der Gouverneur der Region beschreibt sie als terroristischen Akt. Vergangene Nacht hatten wir einen der schwersten Drohnenangriffe in der Kharkiv-Region. Zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden angegriffen. Ihre Taktik war, in zwei Wellen anzugreifen. Die erste galt den Wohngebäuden. Danach, als unsere Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort waren, gab es einen zweiten Angriff, bei denen Einsatzkräfte und auch Zivilisten getötet wurden. Es gab keinen einzigen Angriff gegen militärische Ziele oder Soldaten. Diese Attacken galten ausschließlich Zivilisten. Ihre Taktik hat sich seit Februar 2022 nicht verändert. Sie terrorisieren die lokale Bevölkerung und wollen Kharkiv zerstören, ebenso wie die gesamte Ukraine. Unter den Helfern auch ein deutscher Feuerwehrmann. Herr Thal, gestern sind drei Ihrer Kameraden ums Leben gekommen bei einem Drohnenbeschuss hier bei diesem Haus. Wie gefährlich ist der Einsatz für Sie hier? Es gibt die Gefahr des Double-Tabs, so nennt sich das. Das heißt, es kommt ein Angriff, dann gibt es eine gewisse Pause und dann kommt ein weiterer. Und ich denke, das hat mir letztes Jahr in Kupyansk schon mal erlebt gehabt. Da hat man ungefähr eine halbe Stunde gewartet, dann kam der zweite Angriff. Da gab es dann auch Verletzte. Es ist diese Gefahr besteht. Und deswegen denke ich, dass es wieder wichtig ist, dass man länger wartet jetzt auch. Dass man nicht direkt hinfährt, auch wenn das im Fall, im Brandfall eigentlich gegeben wäre, dass man das machen sollte. Da wäre es jetzt wahrscheinlich angebracht mit dieser vermehrten Gefahr, die jetzt immer, also es wird ja immer mehr. Sie schießen ja immer häufiger jetzt von der russischen Seite, dass man jetzt wieder ein bisschen länger wartet, bevor man ausrückt. Jetzt ist Kharkiv immer mehr zum Ziel geworden wieder der russischen Armee, nachdem es vor einem Jahr ungefähr relativ ruhig war mit Beschuss. Wie nehmen Sie die zunehmende Gefahr auch des Beschusses und der Drohnen persönlich wahr in der Stadt? Also es ist tatsächlich mehr geworden. Die letzte Woche gab es eigentlich permanent jeden Tag Luftalarm, viele Luftalarme. Also wirklich alle ein bis zwei Stunden Luftalarm mitunter. Dann auch immer wieder Einschläge. Und gestern Abend war ich auf der Feuerwache, habe darauf gewartet, dass wir möglicherweise den Einsatz haben werden. Und da hatte ich dann eben dieses typische Rasenmäher-Geräusch. Das hört sich an wie so ein Propellerflugzeug. Ich bin dann ins Gebäude rein, weil das mehr war wie die letzte Woche. Wir sind dann alle in der Feuerwache, haben uns ins Gebäude zurückgezogen in einen sicheren Gang, der eben mit mehreren dicken Wänden auf alle Seiten abgeschirmt ist, dass falls da was reinschlägt, dass es uns eben nicht trifft. Und da haben wir dann auch die Meldung gekriegt, dass die Kollegen, die hier im Einsatz waren, getroffen wurden, dass es da ein Double Tap gab. Und über die Lage an der Front jetzt eine Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten Christoph Anna aus Moskau. Es gibt jetzt eine Meldung aus dem russischen Verteidigungsministerium, die ich nicht verifizieren kann. Sie besagt, dass Russland seit Jahresbeginn 400 Quadratkilometer in der Ukraine erobert haben will, haben soll. Und das würde einer Fläche des Stadtgebietes Köln entsprechen. Insgesamt scheint Russland mittlerweile tatsächlich 20 Prozent des ukrainischen Territoriums zu kontrollieren. Dazu gehört auch die Schwarzmeerhalbinsel Krim. Und das wäre dann eine Fläche so groß wie die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Wenn wir an die Front gucken, da ist der Hauptkriegsschauplatz nach wie vor die Provinz Danetzk. Es geht da für Russland nur sehr langsam, sehr zäh voran. Man muss dazu sagen, auch zum Teil unter schweren Verlusten. Es geht nach wie vor um Orte westlich von Avdeevka, wie zum Beispiel Berditschi. Oder auch um Orte westlich von Bachmut, wie die ukrainische Kleinstadt Tschisov-Jahr. Da sollen die Russen nur noch 600, 700 Meter vor der Stadt stehen. Es geht voran, wie ich gesagt habe, aber eben sehr langsam. Und das ärgert einige russische Kriegsblogger, wie wohl vor allem auch Michael Swinczuk. Das ist der Chef des Telegram-Nachrichtenportals RIVAR. Und er sagt, wir müssen die ukrainische Energieinfrastruktur noch stärker angreifen. Es gehe darum, den Ukrainern die Substanz zu entziehen. Man müsse dafür sorgen, dass die Waffenproduktion gestoppt wird. Und wenn sie keinen Strom mehr hat, dann kann sie auch nicht mehr produzieren. Und es gehe darum, auch den Nachschub für die ukrainischen Truppen zu unterbrechen. Wenn da kein Strom mehr da ist, dann würde da auch nicht mehr viel gehen. So Michael Swinczuk. Und jetzt geht der Chef des Nachrichtenportals RIVAR sogar noch einen Schritt weiter und spricht davon in seinem jüngsten Post gestern Abend, dass man darüber nachdenken müsse, sogar die AKWs, die Atomkraftwerke in der Ukraine anzugreifen. Das sind sicherlich nicht die Reaktoren oder die Orte, an denen die Brennelemente gelagert werden. Man wolle ja schließlich kein zweites Tschernobyl. Aber man müsse eben die Generatoren angreifen oder dafür sorgen, dass die AKWs die Ukraine nicht mehr mit Strom versorgen können. Mit Appellen zur Geschlossenheit, vor allem gegen Russland, hat die NATO den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Generalsekretär Stoltenberg nannte die transatlantische Allianz einen Garanten für Frieden und Sicherheit. Die NATO sei das stärkste, beständigste und erfolgreichste Bündnis in der Geschichte. Das Jubiläum fällt allerdings in eine düstere Zeit. Vor wenigen Jahren hatte Frankreichs Präsident Macron die Allianz noch als Hirntod bezeichnet. Eine Einschätzung, die sich seit dem Krieg in der Ukraine grundlegend geändert hat. In Moskau beobachtet man die Feier mit Häme. So nannte Kreml-Sprecher Peskov die NATO ein Instrument der USA, um Europa zu destabilisieren. Die NATO-Hymne, Auftakt zum Festakt im Hauptquartier der Allianz in Brüssel. Am 4. April 1949, vor genau 75 Jahren, haben die ersten zwölf Mitgliedstaaten den Nordatlantikvertrag unterschrieben und damit den Grundstein gelegt für die Verteidigungsallianz. Das Jubiläum, Anlass dafür, den Originalvertrag erstmals auszustellen. Heute feiern wir das 75-jährige Jubiläum der stärksten, beständigsten und erfolgreichsten Allianz der Geschichte. Heute ist die NATO größer, stärker und die Mitgliedstaaten enger verbunden denn je. Eine dennoch auch schmerzhafte Geschichte. Noch vor dem Festakt legte NATO-Generalsekretär Stoltenberg einen Kranz nieder für die im Einsatz gefallenen NATO-Soldaten. Und auch dieses zweitägige Treffen der NATO-Außenminister steht unter ernsten Vorzeichen. Eines der zentralen Themen, die weitere Unterstützung der Ukraine. Auch innerhalb der NATO müssen wir unsere Aktivitäten, unsere Unterstützung der Ukraine weiter stärken und bündeln, weil sie auch unsere Sicherheit und Freiheit schützt. Wir stehen geschlossen für die Unterstützung der Ukraine ein und wir stehen gemeinsam für unsere Freiheit und unseren Frieden, der der beste Schutz ist für unsere Demokratie. Generalsekretär Stoltenberg hat vorgeschlagen, einen Fünfjahresfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro aufzulegen, um die Hilfe für Kiew längerfristig und verlässlicher zu machen. Gleichzeitig ist klar, Europa muss sich auch finanziell mehr in dem Bündnis engagieren. Weil die Vereinigten Staaten auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bereit sein werden, sozusagen das Große zu tragen, während wir in Europa, ja die meisten Länder Europas sind Mitglied in der NATO, sozusagen uns einen schlanken Fuß machen. Generalsekretär Stoltenberg mahnte daher auch den Zusammenhalt zwischen Europa und Nordamerika an. Europa brauche Nordamerika für seine Sicherheit, Nordamerika brauche aber auch Europa. Die Bundeswehr soll mit einer neuen Kommandostruktur handlungsfähiger werden. Eine entsprechende Reform hat Verteidigungsminister Boris Pistorius heute in Berlin vorgestellt. Unnötige Strukturen sollen abgeschafft und die Bundeswehr in vier Teilstreitkräfte umorganisiert werden. Die sind neben dem Heer der Luftwaffe und der Marine jetzt auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Außerdem erhält die Bundeswehr ein einheitliches Führungskommando. Die Vorteile dieses neuen operativen Führungskommandos liegen auf der Hand. Schnelle Entscheidungen aufgrund eines gemeinsamen 360-Grad-Lagebildes, eines Gesamtbildes und damit auch die Fähigkeit, die Leitung des Ministeriums aus einer Hand in allen Einsatz- und Einsatzangelegenheiten beraten zu können. Die Aufgaben des operativen Führungskommandos sind unter anderem Planung des übergeordneten Kräfteansatzes für militärische Einsätze. Das operative Führungskommando ist zentraler Ansprechpartner für die NATO natürlich, also One Single Contact, nur ein Ansprechpartner. Aber auch natürlich und für die gilt das Gleiche für Bundes- und Landesbehörden wie THW und Polizei und andere. Und das operative Führungskommando bündelt, und auch das ist wichtig, alle Absprachen zu internationalen und nationalen Missionen und Aufträgen aus einer Hand. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Büstron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, von dem aus Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Der AfD-Mann bestreitet das heftig. Er spricht von Verleumdung und einer Zitat-Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Auch seine Anwälte hat er bereits eingeschaltet. Doch die Affäre wirft noch weitere Fragen auf. In der Vergangenheit war Büstron immer wieder mit seiner Nähe zu Russland aufgefallen. Leonie von Rando berichtet. Peter Büstron unter Druck. Der Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Büstron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag, gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großväter versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. In Los Angeles begrüßen wir die Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Römmele. Frau Römmele, wir grüßen Sie. Ich grüße Sie auch. Der AfD-Abgeordnete Bistron bestreitet also Geld von einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben. Er hat aber nicht generell bestritten, Geld von Dritten aus dem Ausland angenommen zu haben. Welches Ausmaß könnte diese Affäre noch annehmen? Womit rechnen Sie da? Nun, es sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die hier interessant sind zu beobachten. Das eine ist natürlich, das haben wir auch im Beitrag gehört, welche Rolle Fake News, Missinformation jetzt in den Wahlkämpfen, die wir führen, spielen. Der Europawahlkampf steht vor der Tür, aber auch die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und sollte es sich bewahrheiten, dass hier, wie er ja auch schon in anderen Fällen, Russland die Finger mit im Spiel hat und versucht, unsere Gesellschaft von innen auszuhöhlen, so ist das sehr dramatisch. Der zweite interessante Punkt in diesem Fall ist, wie mit Bistron jetzt von der Parteispitze aus umgegangen wird. Es ist der AfD ein Anliegen, sich ein Stück weit auch als in Anführungsstrichen saubere Partei nach außen darzustellen. Und da ist die Frage, inwiefern sie dann auch Kandidaten dafür opfern. Bistron ist ja jetzt erst mal aus dem Wahlkampfverkehr gezogen worden, was schon ein Schritt ist. Welche Strategie will die AfD denn weiterfahren auf dem Weg jetzt erst mal zur Europawahl, aber dann auch zur Bundestagswahl? Also sich so ein bisschen, ja, nicht neutralisieren, wie es das war, so ein bisschen Maßregeln sozusagen. Also mehr Richtung Mitte gehen oder doch dann diesen radikalen rechten Kurs fahren. Ist das auch ein Balanceakt für die Partei? Es ist ganz klar ein Balanceakt für die Partei. Meiner Ansicht nach wird sie nicht von ihren radikalen Positionen abweichen. Also sie wird sich weiter rechtsextrem positionieren. Aber sie wird nach außen hin natürlich versuchen, als saubere Partei darzustellen, um eben auch diesem Vorwurf, man sei zu Russland freundlich, man würde mit Missinformationen, mit Fake News versuchen, die Gesellschaft zu spalten, dem eben entgegenzuwirken. Im Fall Bystron fehlt ja noch der letztendliche Beweis, obwohl es Berichte darüber gibt, dass der tschechische Geheimdienst da eben Audiodateien auch hat. Aber halten Sie es denn grundsätzlich für möglich, dass Politiker anderer Parteien vielleicht auch Geld aus Moskau bekommen haben oder noch bekommen aktuell? Der Kreml versucht ja, die öffentliche Meinung in Europa zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Also dass der Kreml versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen in Europa, in Deutschland, steht außer Frage. Dass sich die demokratischen Parteien hier versuchen zu wehren, ist auch vollkommen klar. Und es obliegt letztlich den Gerichten und der Justiz, hier ein Urteil zu sprechen. Aber dass dies eine drohende Gefahr ist für unsere Demokratie, wenn wir eben nicht mehr auf der Grundlage von Fakten diskutieren können, steht vollkommen außer Frage. Sie halten sich ja gerade in den USA auf. Bereits im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gab es Berichte, dass Russland versucht haben soll, den Wahlausgang von außen zu beeinflussen. Und eben zugunsten von Donald Trump. Sehen Sie aktuell wieder Anzeichen dafür? Ja, absolut. Also das hat sich 2020 und jetzt auch im Präsidentschaftswahlkampf 2024 noch mal deutlich verstärkt. Und da ist ein ganz großes, ist eine ganz große Gefahr. Wir haben ja auch hier in den USA auch die größte Gruppe von sogenannten Independents, also Wählerinnen und Wählern, die völlig offen sind, ob sie jetzt für Joe Biden, den Kandidaten der Demokraten oder für Donald Trump wählen. Und genau dieses relativ große Pool von den sogenannten Independents, den Unentschlossenen, die hier mindestens die Hälfte der Wählerschaft ausmachen, auf die zielen natürlich solche Missinformationskampagnen. Und das ist unheimlich schwer wieder einzufangen. Selbst wenn man weiß als Kandidat, als Politiker, es wurden jetzt Missinformationen gestreut. Und ich versuche hier die Fakten dagegen zu halten, also quasi einen Faktencheck zu machen. Man kriegt es nicht wieder aus der Welt geräumt. Sagt die Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Römmeler. Vielen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Los Angeles. Sehr gerne. Noch vor der Bundesregierung beginnt das erste Bundesland mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal ist in Sachsen-Anhalt diesbezüglich eine Expertenkommission zusammengekommen. Aus den Erkenntnissen der Kommission sollen Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden, so die Staatskanzlei. Die Kommission setzt sich aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Schule, Wirtschaft sowie Sport und Kultur zusammen. Gemeinsam will man herausfinden, ob und was künftig besser zu machen wäre. Ziel ist es, neben den Analysen, dazu zählt übrigens auch die Auswertung der Medienarbeit in den letzten vier Jahren, die uns begleitet haben, die uns fast täglich mit Hinweisen, Kommentierungen und Bewertungen auch versehen haben, das gesamte Zusammenspiel einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, einer offenen Gesellschaft mal abzubilden. In den Mechanismen, die wechselweise aufeinander wirken. Das wird hochspannend sein, wenn man selbst mal die letzten vier Jahre nur mal die entsprechenden medialen Bewertungen ansieht, merkt man, es sind die gleichen Wechselspiele des Lebens erkennbar wie in den Handlungsmechanismen des Staates. Luisa Stangl für uns im Bundestag. Luisa, wir haben Rainer Haseloff gerade gehört, also die Expertenkommission für Sachsen-Anhalt, hat das Konsequenzen für den Bund? Na, es setzt zumindest die Bundesregierung unter Druck, denn es ist jetzt eine Landesregierung, die hier vorangeht, die sagt, sie möchte die Corona-Pandemie aufarbeiten, sie möchte gucken, welche Corona-Maßnahmen waren gerechtfertigt, welche waren vielleicht auch überzogen und welche Lehren kann man daraus für kommende Pandemien ziehen? In der Bundesregierung ist so eine Kommission bisher nicht geplant und das, obwohl es ja die Bundesregierung ist, die ja die ganzen Corona-Maßnahmen damals bestimmt hat und die Landesregierungen sind dem Ganzen ja nur gefolgt. Es bleibt also spannend zu sehen, was da in Sachsen-Anhalt rauskommt und dann ist natürlich auch die Bundesregierung unter Zugzwang, muss darauf reagieren. Luisa, lass uns nochmal über die RKI-Protokolle sprechen. Die sind ja teilweise veröffentlicht worden, dann mit geschwärzten Stellen. Wer ist denn mittlerweile dafür und dagegen, dass man diese geschwärzten Stellen jetzt lesbar macht? Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat gesagt, er möchte Transparenz schaffen. Er möchte diese RKI-Protokolle weitestgehend entschwärzen. Weitestgehend aber nur, das heißt nicht vollständig und so eine vollständige Entschwärzung, das fordern aber vor allem gerade zwei Parteien. Auf der einen Seite ist es die AfD, auf der anderen Seite ist es die FDP. Und der Fraktionsvorsitzende von der FDP, Christian Dürr, der hat gesagt, er möchte die Corona-Pandemie umfassend aufarbeiten. Er möchte gucken, welche Maßnahmen waren sinnvoll und welche nicht. Und helfen soll da eine ganz bestimmte Person, nämlich der ehemalige Bundesgesundheitsminister. Das ist Jens Spahn von der CDU. Aus der CDU sind bisher die Stimmen nach einem Entschwärzen nicht allzu laut. Das muss aber natürlich auch daran liegen oder könnte daran liegen, dass eben die CDU selbst in der Bundesregierung saß, als die Corona-Pandemie war. Heißt, sie hat diese ganzen Maßnahmen entschieden, mitgetragen und in Auftrag gegeben. Dementsprechend ist da das Interesse nicht so groß. Das RKI selbst hat sich abgesichert, hat da eine Anwaltskanzlei beauftragt, diese Protokolle anzuschauen. Und die hat in einem über tausendseitigen Dokument erklärt, warum es rechtens ist, dass diese Schwärzungen da erfolgt sind. Unter anderem, um eben die Persönlichkeitsrechte von bestimmten RKI-Mitarbeitern zu schützen. Luisa, Dankeschön in den Bundestag. Harter Lockdown, Teil-Lockdown, 3G-Regel, viele Begriffe aus der Corona-Zeit hat man ja schon wieder aus dem Gedächtnis gestrichen. Frau Klinzing hat sich noch einmal näher angesehen, was wirklich über die drei Jahre Corona alles geschehen ist. Ja, wir blicken in das Jahr 2020, also schon vier Jahre her und genauer gesagt im Januar gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland, wie wir hier jetzt gleich auf der Karte sehen können, genauer gesagt am 27. Januar und nur ein paar Wochen später, genauer gesagt am 22. März 2020 kam schon der erste Lockdown und das Ganze bis zum Juni. Da gab es auch schon Einschränkungen, heißt die Grenzen wurden geschlossen, die ersten Masken kamen auf den Markt. Katja hat es schon gesagt, in dem Fall nur Stoffmasken und auch Schulen und Kitas wurden geschlossen. Am 2. November 2020, also nur ein paar Monate später, kam es dann zum nächsten langen Lockdown bis zum Mai 2021, der zweite Teil-Lockdown und wieder gab es Einschränkungen bei Kontakten und Freizeitaktivitäten, Bars und Restaurants beispielsweise konnten zu diesem Zeitpunkt kaum besichtigt werden. Dann ein Blick in den Dezember 2021, da kam der dritte Lockdown, auch da gab es wieder sehr, sehr viele Einschränkungen, aber es fingen schon die ersten Impfungen an, nämlich im Jahr 2020. 27. Dezember, da wurden die ersten Menschen geimpft. Zu Anfang gab es erst die Impfungen für über 80-Jährige und vor allem für das besonders gefährdete Krankenhauspersonal. Wir blicken auf die zweite Hälfte der Corona-Chronik, denn ich hatte es schon angesprochen, die Geimpften hatten dann mehr Freiheiten, beispielsweise am 24. November 2021. Und 2021, da gab es zum ersten Mal die 3G-Regel. Nochmal zur Erinnerung, also Getestete, Geimpfte oder Genesene durften dementsprechend auch die Einrichtungen wie Arbeitsplatz und Busse und Züge dann auch aufsuchen. Dann nur ein paar Monate später gab es schon wieder einen neuen Begriff, nämlich die 2G-Plus-Regel. Das heißt so viel wie, naja, die Geimpften und die Genesenen dürfen Restaurants aussuchen, aber auch nur, wenn sie einen Test vorweisen. Das empfällt oder das ist empfällend für die Menschen, die geboostert waren. Dann der Blick zum 24. Mai 2022. Da hat die STIKO für gesunde Kinder zwischen 5 und 11 Jahren dann auch die Corona-Impfung empfohlen. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch immer wieder Diskussionen darüber, ob es eine allgemeine Impfpflicht geben sollte. Wie wir wissen, kam die ja schlussendlich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt sieht man auch, dass die Corona-Impfungen immer weiter geschritten sind und auch in dem Fall Kinder schon die Impfung bekommen haben oder konnten. Am 2. Februar dann der Schlusspfiff für die Corona-Pandemie in Deutschland. Denn die Maskenpflicht ist zu dem Datum dann auch entfallen im öffentlichen Fernverkehr und somit auch alle weiteren Einschränkungen. So der Überblick. Wir wollen aber auch noch auf die nächste Karte blicken. In dem Fall geht es um die Impfungen, genauer gesagt in Deutschland. Und die erste Impfung haben insgesamt 64 Millionen Menschen erhalten, vollständig geimpft. Also drei Impfungen 63 Millionen Menschen und insgesamt wurden 175 Millionen Menschen geimpft. Schon wirklich verrückt, wie lange diese Lockdowns waren. Man hat das schon echt vergessen. Ja, ist ja wie so eine andere Zeitrechnung, auf jeden Fall. So, wir blicken auf ganz andere Bilder. Sie waren spektakulär und zugleich erschütternd. Ein Containerschiff rammte vor zehn Tagen einen Pfeiler der Key Bridge in Baltimore. Die Brücke, die stürzte daraufhin ein. Ja, und noch immer wühlen sich die Bergungsmannschaften durch Tonnen Stahl und Beton oder wie sie versuchen es zumindest. Unser USA-Korrespondent Michael Wühlenweber, der berichtet aus Baltimore. Es sind Boten der Hoffnung. Neue Fahrwassertonnen werden ausgelegt für eine inzwischen dritte Route unter noch intakten Teilen der Brücke. Es ist Tag 10 nach der Katastrophe, nachdem die über 300 Meter lange Dali mit 4.500 Containern an Bord tausende Tonnen Stahl und Beton im Patapsco River versenkte und den neuntgrößten Hafen der USA stilllegte. Seitdem steckt die Dali fest. Teile der Fahrbahn liegen auf dem Bug. Und so sieht es unter Wasser aus. Es gibt erste Sonaraufnahmen, die Key Bridge auf Grund, 20 Meter tief. Wenn man sieht, wie ineinander verwickelte Trümmer sind, beginnt man zu verstehen, was es für eine Herausforderung ist, die wir vor uns haben, um die Trümmerteile aus dem Hafenbecken zu bergen, erklärt der Gouverneur von Maryland. Priorität hat die Räumung der Tiefwasserroute. Erst dann können auch größere Containerschiffe wieder passieren. Erste Stahlträger werden auseinandergeschweißt und abtransportiert, aber es ist nur ein Anfang. Auf die Taucher warten unter Wasser extreme Bedingungen. Wenn es überhaupt möglich ist, abzutauchen, müssen sie von oben geführt werden. Die Taucher arbeiten hauptsächlich im Dunkeln. Wenn sie Licht benutzen würden, wäre es so, als ob sie durch einen Schneesturm mit Fernlicht fahren würden. So kann man das beschreiben. Die Streben der kollabierten Brücke unter und über Wasser stehen teils unter Spannung. Das macht die Bergung zusätzlich schwierig und vor allem gefährlich. Ein Datum, wann die Passage geräumt sein könnte, will immer noch niemand nennen. Große Containerschiffe wie die Dali hatten unter der Brücke gerade mal 50 Zentimeter Wasser unterm Kiel. Da darf also kein Trümmerteil liegen bleiben. So, jetzt haben wir die Kamera gefunden. Es ging ordentlich zur Sache, wie Sie schon neben mir sehen in der NHL-Partie. Zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils kommt es nämlich schon nach zwei Sekunden zu einer Wüstenschlägerei auf dem Eis. Spieler bei der Teams sorgen damit für reichlich Aufsehen. Denn es ist gleich vielmehr ein Boxkampf anstatt einer Eishockey-Partie. Insgesamt zehn Akteure sind involviert. Das Ganze hat auch reichlich Strafzeiten zufolge. Acht der Beteiligten Raufbolde erhalten. Spieldauer, Disziplinarstrafen müssen also vorzeitig unter die Dusche. Und gewonnen haben die New York Rangers die Partie mit 4 zu 3, als dann wieder Eishockey gespielt werden konnte. Da geht es aber ruppig zur Sache. Was war da los? Ups. Okay, wir kommen zu angenehmeren Dingen des Tages. Zumindest für Autoliebhaber. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Ganz genau, die stehen ja bekanntlich vor dem Aus. In der EU sollen ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden, die beim Fahren eben CO2 emissionsfrei sind. Und bald könnte es da wohl auch noch schärfere Regeln geben. Oldtimer blieben bislang davon verschont. Aber bleibt das so? Diese Frage stellten sich nicht wenige Besucher bei der weltgrößten Oldtimer-Messe Techno-Klassiker in Essen. Unter den Gästen auch Finanzminister Lindner. Er ist ein bekennender Oldtimer-Freund. Und wir haben genau zugehört, was er zum Verbrenner ausmeint. Der Oldtimer-Fan Helmut Binder ist ganz aus Lettland nach Essen gereist. Hier auf der größten Klassiker-Messe der Welt heißt es mit alten Schätzen sehen und gesehen werden. Helmut Binders Ente ist so ein ganzer Stolz. Ich habe eine 2CV Citroen AK 350. Das ist ein sehr seltenes Modell. Das ist einfach Freiheit. Wenn du das Dach hoch aufmachst, die Luft spürst, die Geräusche. 2700 Oldtimer können die Besucher in Essen bestaunen. Die Fahrzeuge sind alle mindestens 30 Jahre alt. Erst dann können Eigentümer ein Haarkennzeichen beantragen. Bundesweit sind rund 870.000 Oldtimer unterwegs. Und die echten Liebhaber wissen, Oldtimer und Neuwagen kann man einfach nicht vergleichen. Man muss da noch viel mehr lenken, man muss viel mehr spüren, man muss auch ein bisschen mehr hören, hinhören als heute bei den Autos, die ja fast von alleine fahren. Naja, das ist wie so eine, wie man heute sagt, Zeitkapsel. Man hat eben, man fährt eben Auto wie vor 50 Jahren. Für mich ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema. Also ein Fahrzeug, das ich wieder auf die Straße bringe und das, ich sag mal, wieder bewegt wird, ist immer noch ressourcenschonender als ein neues Fahrzeug zu bewegen. Bekennender Oldtimer-Fan ist auch der Finanzminister, der den Besuchern hier ein Versprechen gibt. Ich bin schon jetzt davon überzeugt, dass wir keinerlei Veränderungsbedarf beim Haarkennzeichen haben. Keinerlei. Und nebenbei gesagt, mein Auto von 1982, das ist schon gebaut. Wenn ich da synthetische Kraftstoffe reinfülle, dann ist dieses Auto klimafreundlicher als der neue Tesla, erst recht, wenn er mit Strom aus polnischen Braunkohlekraftwerken geladen werden würde. Den Support vom Finanzminister haben die Oldtimer-Fans also. So fühlt sich das Fahren doch gleich noch besser an. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen andauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche NGOs an, weiter vor Ort zu bleiben. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, warf ihr der israelische Botschafter Jakob Livne nun Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter daraufhin ein. Weiter nach Washington zu Michael Wöhlenweber. Michael Präsident Biden hat mit Israels Ministerpräsident Netanyahu am frühen Abend unserer Zeit telefoniert. Was ist dabei herausgekommen? Ja, schon vor dem Gespräch hieß es ja, dass der Präsident empört sei über diese Angriffe auf die Helfer. Und in diesem rund anderthalbstündigen Gespräch, an dem ja auch die Vizepräsidentin teilgenommen hat, wie auch Außenminister Blinken, der sich hat telefonisch zuschalten lassen. Das liest sich zumindest so, es gibt vor wenigen Sekunden, nämlich gab es eine Erklärung des Weißen Hauses. Das liest sich so, als ob das Tischstück zwischen Joe Biden und Benjamin Netanyahu, dass das wirklich durchschnitten ist. Ich denke mir, der Ton, der war heftig. Es sieht es auch schon im Vorfeld ja, dass sich Mitarbeiter gegenseitig angeschrien haben. Und vielleicht, um das zu unterstreichen, möchte ich kurz aus dieser Pressemitteilung des Weißen Hauses vorlesen. Präsident Biden betonte, dass die Airstrikes auf die humanitären Helfer und die allgemeine humanitäre Situation inakzeptabel sind. Er machte deutlich, dass Israel eine Reihe spezifischer, konkreter und messbarer Schritte ankündigen und umsetzen muss, um zivile Schäden, humanitäres Leid und die Sicherheit der Helfer anzugehen. Er machte deutlich, und jetzt kommt es, dass die US-Politik in Bezug auf Gaza, unsere Bewertung der sofortigen Maßnahmen Israels auf diese Schritte bestimmt wird. Das ist ein Schlag ins Gesicht von Benjamin Netanyahu. Bisher haben wir ja immer die Unterstützung von Joe Biden hervorgehoben für Israel. Israel auf der einen Seite, er hat immer eingeklagt, ein anderes Vorgehen, Benjamin Netanyahus. Aber Benjamin Netanyahu hat keine konkreten Ergebnisse gezeigt. So stellt sich hier jetzt auch die Frage in den USA, was für einen Einfluss hat Joe Biden überhaupt tatsächlich auf die israelische Politik. Man könnte den letzten Satz, den ich da gelesen habe, vielleicht dann auch als Drohung interpretieren, dass man die Politik ändert gegenüber Israel, dass man zum Beispiel Waffenlieferungen wieder verzögert. Erst gerade hat man die Lieferung von über 2000 Bomben wieder zugestimmt. Da ist der Haken nur noch dran gemacht worden, der noch fehlte. Das ist ein längerfristiges Projekt gewesen, aber aktuell gerade erneut bestätigt worden. Oder dann auch die Lieferung von R-15 Kampfhugzeugen, was ja beschlossen ist. Also heißt das, heißt dieser Satz, dass man das abhängig macht, die Politik von den Ergebnissen dieser sofortigen Maßnahmen, die die Israelis zu ergreifen haben, heißt dieser Satz tatsächlich, dass Joe Biden willens ist, unter Umständen seine Politik gegenüber Israel prinzipiell zu überdenken. Wir erwarten hier den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in wenigen Minuten. Der wird es uns erklären müssen. Michael, herzlichen Dank für diese ganz aktuellen Informationen aus Washington. In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland diskutiert die AfD jetzt ein Auftrittsverbot für ihren Europawahlkandidaten Peter Bistron. Darüber soll voraussichtlich auf einer Sitzung des Bundesvorstandes am Montag entschieden werden. Bistron steht im Verdacht, Geld aus einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben, das in Verbindung mit der von Moskau finanzierten Internetseite Voice of Europe steht. Bistron selbst spricht von Verleumdung und erklärt jetzt in einem Brief an die Parteispitze, der Welt vorliegt. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Bei mir im Studio ist die SPD-Politikerin Katharina Barley. Sie ist die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die Europawahl am 9. Juni. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben jetzt ja einige Details gerade im Beitrag eben schon gehört, dass der Bistron eben Geld aus Russland angenommen haben soll. Er selbst bestreitet das ja, zumindest mündlich. Er soll sich da noch weiter erklären der Partei gegenüber. Wissen Sie da noch mehr dazu? Ich weiß auch natürlich nur, was so gesprochen wird. Vielleicht aus etwas informierteren Kreisen als andere. Aber belegt, Belege habe ich jetzt selber auch noch nicht gesehen. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen. Jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Also es scheint sich seine Hintertür offen halten zu wollen. Welche Auswirkungen könnte denn die Affäre haben, wenn sich die Vorwürfe wirklich als wahr herausstellen sollten und welche Konsequenzen müssten dann gezogen werden? Naja, erstmal wäre dann natürlich das klar, was wir aus anderen Ländern schon wissen, dass Wladimir Putin versucht, auch durch solche Mittel in den Wahlkampf einzugreifen, in den Europawahlkampf einzugreifen. Wir haben es ja schon beim Brexit gesehen, bei der amerikanischen Wahl. Weil wir haben, wir kennen das aus Frankreich, von Marine Le Pen. Es hätte für die Europawahl, für die AfD-Liste keine Konsequenz, weil die nicht mehr geändert werden kann. Dass er könnte da nicht gestrichen werden? Er könnte nicht gestrichen werden. Er könnte höchstens selber eine Erklärung abgeben, dass er die Wahl nicht annähme. Das wäre noch möglich. Aber es würde natürlich vor allem die Frage aufwerfen, was ist eigentlich noch um ihn herum bei möglicherweise anderen AfD. Da würde ich gerade nachhaken wollen. Halten Sie es denn für möglich, dass noch andere Politiker auch aus Deutschland möglicherweise Geld aus dem Kreml bekommen? Wie gesagt, ich war mal Richterin, die Unschutzvermutung ist mir sehr wichtig. Was wir wissen, ist, dass Wladimir Putin versucht, mit solchen Mitteln zu manipulieren, dass er darauf ausgerichtet ist, die Europäische Union zu spalten. Insofern wissen wir auch, dass Gelder von ihm, vom Kreml, in die Taschen von nationalistischen, antieuropäischen Parteien gehen. Ob das auch jetzt bei der AfD in größerem Ausmaß der Fall ist, das muss eben eine Untersuchung ergeben. Am 9. Juni wird jetzt ja erneut ein neues Europaparlament gewählt. Sie treten dafür die SPD als Spitzenkandidatin an. Inwiefern wird denn die Arbeit im EU-Parlament insgesamt schwieriger, wenn sich rechte Parteien am rechten Rand immer stärker durchsetzen sollten? Also in den Umfragen stehen die ja besser da als 2019 bei der letzten Wahl. Ja, aber wichtig ist eben wirklich zu sagen, Umfragen sind nicht das Wahlergebnis. Und wir haben das ja gesehen. Aber sie sind ein Indikator. Ja, aber die Menschen sind auf die Straße gegangen in Deutschland für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und schon hat man gesehen, dass die Zustimmungswerte zur AfD auch deutlich gesunken waren. Also wir haben es in der Hand. Ich bin wirklich, ich finde das ganz wichtig, auch den Menschen zu sagen, ihr entscheidet das. Das entscheiden nicht die Medien oder die Umfrageinstitute, das entscheidet ihr. Und vorher bin ich auch nicht bereit, da irgendwie zu spekulieren. Wir kämpfen gegen Rechtsextremismus. Das tut die Sozialdemokratie seit über 160 Jahren. Und es ist einfach wichtig zu wissen, diese Menschen agieren gegen die Interessen Deutschlands, gegen die Interessen Europas, aber eben auch gegen die Interessen Deutschlands. Und das sieht man an diesem Beispiel sehr gut. Lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz auf die Corona-Aufarbeitung blicken. Da ist Ursula von der Leyen jetzt in den Fokus der belgischen Justiz gerückt, weil sie angeblich SMS-Nachrichten gelöscht haben soll. Da geht es um einen Milliardendeal mit Pfizer-Chef Albert Burla. Also da sollen die SMS-Nachrichten dann verschwunden sein. Das ist in Belgien wohl verboten. Hat Frau von der Leyen sich da möglicherweise nicht korrekt verhalten nach ihrer Ansicht? Hat sie da gegen Transparenzregeln verstoßen? Also der Fall ist in Brüssel schon lange ein Thema. Erstaunlicherweise haben die deutschen Medien das nie aufgegriffen. Wir haben auch im Europäischen Parlament dazu eine Untersuchungskommission gehabt. Leider ist weder Frau von der Leyen noch der Pfizer-Chef dort persönlich erschienen, trotz unserer Aufforderung. Inwieweit da alle Regeln eingehalten worden sind, kann man erst feststellen, wenn wir diese Chat-Nachrichten bekommen. Aber die werden ja nicht herausgegeben. Ursula von der Leyen weigert sich, die Kommission weigert sich. Sie ist schon verklagt worden, unter anderem von den New York Times. Was wir aber wissen ist, dass Impfdosen im Wert von 4 Milliarden Euro vernichtet werden mussten, weil die Mengen so hoch waren, viel zu hoch waren, die in diesem Deal vereinbart wurden. Wer zahlt das? Ja, der europäische Steuerzahler. Katharina Barley, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke schön. Sehr gerne. Eine Rakete auf einem Militärschiff hat in Dänemark zu Sperrungen im Luft- und Seeverkehr geführt. Die nationale Schifffahrtsbehörde warnt vor herabfallenden Raketentrümmern und rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren und notfalls zu ankern. Das dänische Militär klärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten. Der Werfer sei aktiviert worden und habe dann nicht mehr deaktiviert werden können. Die Warnung betrifft ein Gebiet etwa vier Kilometer südlich der großen Beltbrücke, die über die Meerenge führt und eine der größten der Welt ist. Boris Pistorius will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe erhält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne dazu vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben. Diese sind neben dem Heer, der Luftwörfer und der Marine nun auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Denn Cyber-Operationen und der Schutz der elektronischen Infrastruktur gewinnen immer mehr an Bedeutung. Aber um seine Pläne umzusetzen, braucht Pistorius Geld und zwar viel Geld. Versteht sich. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, das Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter, diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen, wie notwendig und auch wie wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Fragen sollen jetzt kritisch beleuchtet werden. Heute machte Sachsen-Anhalt als erstes Bundesland einen Schritt in genau diese Richtung. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen. Bei den Kindern hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FFP2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Fanny, magst du Sonnenuntergänge? Ich liebe Sonnenuntergänge. Ich hätte einen im Angerot. Ich müsste mal in mein Handy schauen, in meine Fotos. Ungefähr, ich glaube, 60 Prozent Sonnenuntergänge. Wir können Sie jetzt aber auch daran teilhaben lassen, dass hinter uns ist nämlich aktuell der Himmel über Berlin von unserem schönen Büro-Arbeitsplatz aufgenommen. Wir sitzen hier im Studio, aber wunderschön. Wir kriegen es ins Studio gelegt, das ist doch auch gut. Genau, da können Sie es jetzt auch sehen. Und wir haben weitere eindrucksvolle Bilder des Tages für Sie. Und wir beginnen im Land am Nil in Ägypten. Wie von dem prächtigen Orange euphorisiert wirft ein Junge auf einem Feld in Kairo Ringelblumen in die Luft. Die sehen nicht nur schön aus, sondern werden auch für Kosmetika und Arzneimittel geerntet und exportiert. Die Vereinigten Staaten sind bekannt dafür, dass bei ihnen alles ein wenig größer ist. Das zeigen auch diese riesigen Baseball-Nachbildungen, die auf dem Alecany River im amerikanischen Pittsburgh schwimmen. Spritzige Frühlingsbooten. Der Fontaine de Mer auf dem Place de la Concorde in Paris repräsentiert mit seinen Skulpturen den maritimen Handel und die Industrie Frankreichs. Göttliche Architektur. Ein Mann betet nach Sonnenuntergang während des Fastenmonats Ramadan unter einer spektakulären Kuppel in Dubai. Wie der Phönix aus der Asche. Nach einem Brand im Jahr 2017 ist dieses Geschäftshochhaus in Teheran innerhalb von fünf Jahren wieder aufgebaut worden. So und jetzt haben wir auch noch beeindruckende Bilder für Sie. Bilder der etwas anderen Art. Es ging nämlich ordentlich zur Sache in der NHL-Partie zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils. Schauen Sie mal, nach zwei Sekunden, wie kann das sein, kommt es zu einer Wüstenschlägerei auf dem Eis. Spieler beider Teams sorgen damit für Aufsehen und es gleicht eher einem Boxkampf anstatt einer Eishockey-Partie. Insgesamt zehn Akteure sind involviert. Das Ganze hat auch für reichlich Strafzeiten gesorgt. Acht der Beteiligten Raufbold erhalten Spieldauer, Disziplinarstrafen. Sie müssen vorzeitig unter die Dusche. Und gewonnen haben am Ende die New York Rangers die Partie mit 4 zu 3. Ist ein Wunder, dass das überhaupt noch gewertet wurde, oder? Ja, dass man sich gleich ganz abgebrochen hat. Okay, auch eine sportliche Alternative. Bicken wir auf bessere Nachrichten. In der Tat, wir haben noch die gute Nachricht des Tages für Sie und die kommt heute aus Boston. Der weltweit erste Patient, dem eine Schweineniere transplantiert werden konnte, der hat jetzt das Krankenhaus verlassen. Vor rund zwei Wochen ist Ärzten diese medizinische Meisterleistung gelungen. Seither soll sich der Patient gut erholt haben. Die Niere würde ihren Job gut ausführen, sagen die Ärzte. In Deutschland muss man im Schnitt acht bis neun Jahre auf ein Spenderorgan warten. Der Patient ist also nicht nur mutiger Vorreiter, er macht vielen Betroffenen jede Menge Hoffnung. 80.000 Menschen sind in Deutschland derzeit auf eine Dialyse angewiesen. Mit Appellen zur Geschlossenheit, vor allem gegen Russland, hat die NATO den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Generalsekretär Stoltenberg nannte die Transatlantische Allianz einen Garanten für Frieden und Sicherheit. Die NATO sei das stärkste, beständigste und erfolgreichste Bündnis der Geschichte. Das Jubiläum fällt in eine düstere Zeit. Vor wenigen Jahren hatte Frankreichs Präsident Macron die Allianz noch als Hirntod bezeichnet. Eine Einschätzung, die sich seit dem Krieg in der Ukraine grundlegend geändert hat. In Moskau beobachtet man die Feier mit Häme. So nannte Kreml-Sprecher Peskov die NATO ein Instrument der USA, um Europa zu destabilisieren. Die NATO-Hymne, Auftakt zum Festakt im Hauptquartier der Allianz in Brüssel. Am 4. April 1949, vor genau 75 Jahren, haben die ersten zwölf Mitgliedstaaten den Nordatlantikvertrag unterschrieben und damit den Grundstein gelegt für die Verteidigungsallianz. Das Jubiläum, Anlass dafür, den Originalvertrag erstmals auszustellen. Heute feiern wir das 75-jährige Jubiläum der stärksten, beständigsten und erfolgreichsten Allianz der Geschichte. Heute ist die NATO größer, stärker und die Mitgliedstaaten enger verbunden denn je. Eine dennoch auch schmerzhafte Geschichte. Noch vor dem Festakt legte NATO-Generalsekretär Stoltenberg einen Kranz nieder für die im Einsatz gefallenen NATO-Soldaten. Und auch dieses zweitägige Treffen der NATO-Außenminister steht unter ernsten Vorzeichen. Eines der zentralen Themen, die weitere Unterstützung der Ukraine. Auch innerhalb der NATO müssen wir unsere Aktivitäten, unsere Unterstützung der Ukraine weiter stärken und bündeln, weil sie auch unsere Sicherheit und Freiheit schützt. Wir stehen geschlossen für die Unterstützung der Ukraine ein und wir stehen gemeinsam für unsere Freiheit und unseren Frieden, der der beste Schutz ist für unsere Demokratie. Generalsekretär Stoltenberg hat vorgeschlagen, einen Fünf-Jahres-Fonds in Höhe von 100 Milliarden Euro aufzulegen, um die Hilfe für Kiew längerfristig und verlässlicher zu machen. Gleichzeitig ist klar, Europa muss sich auch finanziell mehr in dem Bündnis engagieren. Weil die Vereinigten Staaten auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bereit sein werden, sozusagen das Große zu tragen, während wir in Europa, ja die meisten Länder Europas, sind Mitglied in der NATO, sozusagen uns einen schlanken Fuß machen. Generalsekretär Stoltenberg mahnte daher auch den Zusammenhalt zwischen Europa und Nordamerika an. Europa brauche Nordamerika für seine Sicherheit, Nordamerika brauche aber auch Europa. Wir wollen das Thema vertiefen. Unser Kollege Paul Ronsheimer ist aus Kiew zugeschaltet. Paul, wenn die Ukraine bereits Mitglied in der NATO wäre, wie das 2008 ja mal angedacht war, dann hätte es den Krieg gegen Russland wahrscheinlich nie gegeben. Mit welchen Gefühlen verfolgen die Menschen in der Ukraine denn jetzt dieses Jubiläum des Verteidigungsbündnisses? Für die Ukrainer geht es nur um eines. Es kommt jetzt hier Munition an, gibt es neue Flugabwehr, gibt es etwas, das sie schützen kann vor den Angriffen der Russen. Auch gestern Nacht hier, wo ich gerade stehe, in Kharkiv, über diesen Dächern haben wir die Drohnen gehört, haben wir das Gewehrfeuer der Ukrainer gehört, um die Drohnen abzuschießen. Also diese Angst, die gibt es hier jeden Tag und jede Nacht. Und für die Ukrainer geht es nicht darum, was dort an salbungsvollen Worten vielleicht zu einem Jubiläum gesagt wird, sondern ganz konkret um die Frage, können die mehr Waffen, mehr Munition, vor allem mehr Flugabwehr hierher schaffen, um die Menschen, um die Zivilisten zu schützen? Paul, vor allem die Stadt Kharkiv, wo du gerade jetzt in diesem Moment stehst, wurde wieder vermehrt von russischen Drohnen angegriffen. Wie ist aktuell die militärische Lage in der Ukraine und an der Front? Sie verändert sich. Es wird schwieriger für die Ukrainer, sich zu verteidigen. Wir erleben das jeden Tag. Vor einem halben Jahr wurden die meisten Raketen, die meisten Drohnen von den Ukrainern vom Himmel geholt. Jetzt fehlt es teilweise an Munition, es fehlt an Flugabwehr und die Russen haben sich angepasst. Und sie schaffen es, bestimmte Systeme auszuschalten, nicht nur Drohnensysteme, sondern eben auch diese Flugabwehr. Sie schaffen es, ganz gezielt Infrastruktur anzugreifen. Deswegen gibt es hier immer wieder Blackouts in Kharkiv, immer wieder Probleme mit dem Strom und auch mit dem Gaskraftwerken. Und gleichzeitig erleben wir an der Front eine wirklich sehr, sehr schwierige Lage. Zwar ist es momentan nicht so, dass die Russen dort durchmarschieren würden und wirklich große Gebiete gewinnen würden. Aber, und das sagt auch Vlodymyr Zelenskyy, der ukrainische Präsident, wenn diese Hilfe jetzt auch aus dem US-Kongress nicht kommt, dann bedeutet das, dass man sich zurückziehen muss. Denn darauf hoffen, dass Europa es tatsächlich schafft, das auszugleichen, was die Amerikaner denn senden können, das glaubt hier niemand. Und dennoch der Wille, sich zu verteidigen, der ist da, der bleibt da. Man hat jetzt das Wehralter runtergesetzt von 27 auf 25. Man hofft, dass mit weiteren Soldaten diese Front im Osten gestärkt werden kann. Der Bundesverteidigungsminister will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe erhält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne dazu vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben, so Boris Pistorius. Ja, und diese Teilstreitkräfte sind neben dem Heer, der Luftwaffe und der Marine nun auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Denn Cyber-Operationen und der Schutz der elektronischen Infrastruktur gewinnen immer mehr an Bedeutung. Doch um seine Pläne umzusetzen, braucht Pistorius Geld. Genau genommen viel Geld. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Und zugeschaltet ist uns jetzt der Oberst AD und Militärexperte Wolfgang Richter. Wir grüßen Sie. Hallo. Hallo, guten Abend, Frau Werther, Herr Simon. Diese Pläne von Boris Pistorius, die klingen auf dem Papier erst mal gut. Aber was glauben Sie denn, wie viel ist tatsächlich realistisch davon? Also zunächst einmal ist es absolut nötig, umzuschalten wieder auf eine schlankere Struktur, in der aus einer Hand organisiert und befohlen und angeordnet wird. Wir hatten bisher eine Struktur, die eher auf leichte Auslandseinsätze, Stabilisierungseinsätze geplant war und die also auch Kontingente zusammenstellen konnte aus den verschiedenen Einheiten der Bundeswehr. Das dauerte dann ein halbes Jahr, dann waren die Kontingente einsatzbereit. Aber so kann man natürlich die Landes- und Bündnisverteidigung mitführen. Das heißt, es war absolut überfällig, diese Strukturänderung herbeizuführen. Fachleute haben das schon vor zwei, drei Jahren empfohlen. Es wäre eigentlich auch die Konsequenz schon des spätestens des NATO-Gipfels von Warschau gewesen, 2016, diese Umstrukturierung vorzunehmen. Nun hat der Krieg dazu gezwungen. Und ich denke, die Umstrukturierung ist folgerichtig. Insbesondere, dass nun ein operatives Führungskommando gebildet wird, das die beiden vorherigen, also Einsatzführungskommando und Territorialeskommando abgelöst oder beziehungsweise integriert hat. Und dass die Teilstreitkräfte ergänzt worden sind durch den Bereich CIR, also durch den Bereich der elektronischen, der Cyber- und der elektronischen Kampfführung, aber auch der Aufklärung und des Fernmeldewesens. Das ist zusammengefasst, weil es einem modernen Kriegsbild so entspricht und alle Unterstützungsaufgaben, die bisher in der Streitkräftebasis wahrgenommen worden sind, sind nun in das Unterstützungskommando eingewandert, so wie ich das verstanden habe. Natürlich muss man sich die Details anschauen unterhalb dieser großen Führungsebenen. Und Sie hatten ja schon angesprochen, dass es hier natürlich auch die Frage gab, ob man einzelne Elemente, die früher einmal dem Heer oder der Luftwaffe unterstellt waren, aber vor allem dem Heer, ob sie zurückgehen in das Heer oder in dem Unterstützungskommando verbleiben. Das längerfristige Ziel des Verteidigungsministers ist ja, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall oder eben auch den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Davon sind wir nach allem, was man hört, ja noch sehr weit weg. Wie lange wird das denn dauern und wie viel Geld muss dafür noch in die Hand genommen werden? Zunächst einmal handelt es sich hier um eine strukturelle Änderung. Die Voraussetzung ist für das, was dann folgen soll oder was parallel ohnehin gemacht wird. Denn zur Struktur gehört natürlich ausreichendes Personal. Es gehört ein ausreichendes Budget. Es muss Geld bereitgestellt werden, damit die Vollausstattung der Bundeswehr und insbesondere des Heeres erreicht wird. Man konnte sich eine Teilausstattung erlauben, solange man nur Kontingente zusammenstellte für Auslandseinsätze. In der Landes- und Bündnisverteidigung ist das nicht möglich. Das muss sehr schnell mit aktiven und einsatzbereiten Strukturen geschehen. Und das ist jetzt das, was folgen muss. Es reicht ja nicht die Strukturänderung, sondern es müssen diese anderen drei Kapitel aufgemacht werden. 100 Milliarden sind ja bereits vor zwei Jahren angekündigt worden. Ein Großteil ist davon auch abgerufen worden. Aber ich glaube, auf Dauer muss man auch zusehen, dass die zwei Prozent, die man ja nun vereinbart hat und die dieses Jahr erstmals erreicht werden, vom Bruttoinlandsprodukt auch auf Dauer erreicht. Sie haben den Personalmangel angesprochen. Und wir brauchen ja dringend mehr Soldaten und das schnell. Boris Pistorius prüft jetzt andere Wehrmodelle und will dann möglicherweise nachjustieren. Aber was kann jetzt schnell Abhilfe bringen? Also alles, was jetzt überprüft wird, kann nicht schnell passieren. Denn die Wiedereinführung der Wehrpflicht oder irgendeines Modells von Wehrdienst verlangt ja eine gewaltige Anstrengung. Zum Beispiel müsste man Ausbildungseinheiten aufstellen, die wir im Moment nicht haben. Es müsste die Infrastruktur bereitgestellt werden. Ein Teil der Kasernen ist ja nun vor vielen Jahren bereits übergeben worden in die zivile Nutzung. Und es müsste Personal abgezweigt werden für diese Einheiten und natürlich auch Geld. All das ist sehr schwierig. Also wird man sich überlegen müssen, wie man die Durchhaltefähigkeit in einem Kriegsfall durch eine bessere Bereitstellung von Reservisten, eine Erhöhung der Reservistenzahl, wie man das sicherstellt. Und dafür gibt es verschiedene Modelle. Man kann sich vielleicht mal in Schweden orientieren, wie man das dort macht. Da gibt es die allgemeine Wehrpflicht für Männer und Frauen. Allerdings wird nur ein geringer Teil davon einberufen. Aber man kann darauf zumindest zurückgreifen. In Deutschland werden hier sicherlich verfassungsrechtliche Probleme zu behandeln sein, aber auch das Problem der Gleichberechtigung. Denn die Verfassung sieht im Moment ja nur einen männlichen verpflichtenden Wehrdienst vor. Sagt Oberst AD Wolfgang Richter. Vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. Die Ausgaben für Sozialleistungen haben sich in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren noch mal fast verdreifacht auf jetzt aktuell 1,2 Billionen Euro. Das geht aus einer Regierungsanfrage der Linken im Deutschen Bundestag hervor. Wegen des gleichzeitigen Wirtschaftswachstums ist der Anteil am Bruttoinlandsprodukt jedoch gerade mal von rund 26 Prozent auf gut 30 Prozent gestiegen. Nach Einschätzung der Linken machen die Zahlen deutlich, dass konservative und liberale Parteien sowie die Arbeitgeberverbände zu Unrecht ein Schreckensgespenst an die Wand malen und appellieren an die, wie Sie sagen, Sozialstaatspaniker, ihren Alarmismus sofort einzustellen. Wobei man dazu sagen muss, 30 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ist immer noch ein verdammt hoher Wert. Aber wir haben dazu auch unsere heutige Frage des Tages an Sie gestellt. Wir wollten nämlich wissen, inwieweit stimmen Sie der Aussage zu, dass zu hohe Sozialleistungen die Menschen davon abhalten, eine Arbeit aufzunehmen? Und so haben Sie abgestimmt. Ja, meinen 72 Prozent der Teilnehmer, sieben Prozent sind unentschieden. In etwa jeder Fünfte sagt nein. Zu hohe Sozialleistungen halten die Leute nicht von der Arbeitsaufnahme ab. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen? Wie notwendig und auch wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Frage soll nun kritisch beleuchtet werden. Herr Fiere, nach Beginn der Corona-Pandemie war der Ruf nach einer Aufarbeitung der staatlichen Politik zur Eindämmung des Virus immer lauter geworden. Heute machte Sachsen-Anhalt einen Schritt in diese Richtung. Eine Expertenkommission startet ihre Arbeit in Sachen Pandemieuntersuchung. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen. Bei den Kindern hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FFP2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresolübertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Die Hauptstadt schneidet regelmäßig in Sachen Bildung schlecht ab. Und das, obwohl Berlin viel für seine Schüler ausgibt. Mit 14.000 Euro jährlich pro Schüler fast ein Drittel mehr als der Bundesdurchschnitt. So fließt ein großer Teil des Geldes, nämlich 200 Millionen Euro, etwa in die kostenlosen Mittagessen an Grundschulen. Auch um den Lehrermangel zu bekämpfen, hat der Senat tief in die Taschen gegriffen. So bekamen seit 2008 alle Angestellten Lehrer pro Monat eine Zulage von 1200 oder 1600 Euro. Der Mangel ist aber nicht behoben. Berlin muss weiter Quereinsteiger oder Ungelernte einsetzen. Und wir blicken in die USA. Die Bilder neben mir, die erkennen Sie, sie waren spektakulär und sind noch immer erschütternd. Ein Containerschiff rammte vor zehn Tagen ein Pfeiler der Key Bridge in Baltimore. Die Brücke stürzte daraufhin ein. Noch immer wühlen sich die Bergungsmannschaften durch Tonnen von Stahl und Beton oder versuchen es zumindest. Unser USA-Korrespondent Michael Wöhlenweber berichtet aus Baltimore. Es sind Boten der Hoffnung. Neue Fahrwassertonnen werden ausgelegt für eine inzwischen dritte Route unter noch intakten Teilen der Brücke. Es ist Tag 10 nach der Katastrophe, nachdem die über 300 Meter lange Dali mit 4.500 Containern an Bord tausende Tonnen Stahl und Beton im Patapsco River versenkte und den neuntgrößten Hafen der USA stilllegte. Seitdem steckt die Dali fest. Teile der Fahrbahn liegen auf dem Bug. Und so sieht es unter Wasser aus. Es gibt erste Sonaraufnahmen, die Key Bridge aufgrund 20 Meter tief. Wenn man sieht, wie ineinander verwickelte Trümmer sind, beginnt man zu verstehen, was es für eine Herausforderung ist, die wir vor uns haben, um die Trümmerteile aus dem Hafenbecken zu bergen, erklärt der Gouverneur von Maryland. Priorität hat die Räumung der Tiefwasserroute. Erst dann können auch größere Containerschiffe wieder passieren. Erste Stahlträger werden auseinandergeschweißt und abtransportiert, aber es ist nur ein Anfang. Auf die Taucher warten unter Wasser extreme Bedingungen. Wenn es überhaupt möglich ist, abzutauchen, müssen sie von oben geführt werden. Die Taucher arbeiten hauptsächlich im Dunkeln. Wenn sie Licht benutzen würden, wäre es so, als ob sie durch einen Schneesturm mit Fernlicht fahren würden. So kann man das beschreiben. Die Streben der kollabierten Brücke unter und über Wasser stehen teils unter Spannung. Das macht die Bergung zusätzlich schwierig und vor allem gefährlich. Ein Datum, wann die Passage geräumt sein könnte, will immer noch niemand nennen. Große Containerschiffe wie die Dali hatten unter der Brücke gerade mal 50 Zentimeter Wasser unterm Kiel. Da darf also kein Trümmerteil liegen bleiben. Seit 2015 findet jedes Jahr in Frankfurt am Main eine antisemitische Al-Quds-Demonstration statt, die auch für kommenden Samstag wieder geplant ist. Der Verfassungsschutz rechnet auch für dieses Jahr wieder mit israelfeindlichen Parolen bei dieser Veranstaltung. Gerade erst hat ein Treffen von rund 400 Menschen in Hamburg-Bilbrock für Entsetzen gesorgt. Denn hinter dieser Veranstaltung steckt da eine islamistische Gruppe, deren Ziel es ist, ein Kadifat in Deutschland zu errichten. Als Redner soll außerdem der Salafist Marcel Kras aufgetreten sein. Wir wollen darüber sprechen. Aus Frankfurt am Main zugeschaltet ist Professor Susanne Schröter. Sie ist Islamwissenschaftlerin. Frau Professor, wir grüßen Sie. Hallo. Am Samstag soll also in Frankfurt wieder eine Al-Quds-Demonstration stattfinden. In der Vergangenheit gab es aber ja regelmäßig israelfeindliche und antisemitische Parolen. Warum werden solche Demonstrationen nicht im Vorfeld einfach verboten? Das Problem ist, wir haben jetzt in Frankfurt eine ganze Reihe von israelfeindlichen Demonstrationen gehabt. Seit dem 7. Oktober verstärkt, wie in anderen Städten in Deutschland auch. Und teilweise sind sie erst mal verboten worden. Und das nächste Gericht hat dann das Verbot wieder aufgehoben. Also das ist eine Frage des Gerichts. Die Politik würde es sicherlich sehr gerne verbieten. Sind denn die Behörden in Frankfurt zu naiv, wenn diese Kundgebungen, die ja unter dem Motto stoppt, den Krieg angemeldet werden? Der Kurztag ist immer der letzte Freitag während Ramadan. Man könnte sich ja diesen Termin im Kalender anstreichen und dann hellhörig werden. Ja, das könnte man. Und man müsste vielleicht auch mal eine grundsätzliche Entscheidung treffen, wie man mit solchen Tagen umgeht. Es ist ja was anderes, ob, sagen wir mal, israelfeindliche oder antisemitische Organisationen etwas anmelden oder ob es so ein Jahrestag ist. Ja, dieser Jahrestag, der ist ja mal eingesetzt worden von Ayatollah Khomeini, um sein Ziel zu verdeutlichen und da Unterstützung auch einzuwerben für die Zerstörung Israels und für die Wiedereroberung Jerusalems. Kutz ist ja der arabische Name für Jerusalem und darum geht es. Also die Muslime sollen Jerusalem erobern, sollen Israel wieder erobern, Israel soll zerstört werden. Und diese antisemitische Agenda, die ist einfach konstitutiv für den Kurztag. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Da geht es nicht um Krieg, da geht es nicht um unterschiedliche Einschätzungen zu dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Es geht einfach darum, dass der mal festgesetzt wurde, um Israel zu vernichten. Und da könnte man sich, und das muss ich jetzt auch sagen, in Deutschland vielleicht mal grundsätzlich damit auseinandersetzen, dass solche Demonstrationen, die so menschenverachtend sind, dass die tatsächlich nicht mehr erlaubt werden. Und dass man da gar nicht sagt, wir wissen ja nicht, wir verbieten jetzt aber, dass da antisemitische Parolen gerufen werden. Dann ist es wieder nicht möglich, dass man sie wirklich, dass man das wirklich umsetzen kann. Und also man begibt sich dann so ein Klein-Klein und letztendlich haben dann die Antisemiten gewonnen. Das ist das Problem immer. Aber wenn man einmal sagen würde, Kurzdemonstrationen sind von ihrer Anlage her antisemitisch und nichts anderes, dann könnte man sie meiner Meinung nach auch verbieten. Es hat am Ostersonntag in Hamburg ein Treffen mit etwa 400 Teilnehmern stattgefunden, bei dem auch ein polizeibekannter Salafist aufgetreten sein soll. Sind die Behörden auch in der Hansestadt möglicherweise zu nachlässig? Ich meine, das ist ja letzten Endes auch nicht gerade demokratieförderlich, was da passiert. Ja, absolut. Jetzt sagt die Hamburger Politik, wir können da nichts dran ändern. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Das ist in der Tat ein hohes Gut. Aber wenn ich mir überlege, wie die ganze Debatte im Moment läuft, wenn es um die Eindämmung von Rechtsextremismus geht, dann finde ich, dass man im Bereich des Islamismus immer verhältnismäßig milde argumentiert und sagt, das geht alles nicht, die haben doch das Recht dazu. Zu demonstrieren, gerade in Hamburg. Also in Hamburg gibt es ja eine Gruppe Muslim Interaktiv, die sind ja notorisch unterwegs. Die laufen in einer paramilitärischen Gewandung herum, alle schwarz angezogen und machen seit Jahren Aktionen, in denen sie die Straße für sich reklamieren und sind auch außerordentlich gewalttätig, wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt. Also da könnte man auch mal etwas anders vorgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht einen wirklich schlechten Eindruck, wenn man bei Extremismen mit zweierlei Maßen ist. Also eine wehrhafte Demokratie, und ich bin absolut dafür, dass eine Demokratie sich auch wehrhaft zeigen muss, muss jede Art von Extremismus gegenüber eben eine klare Kante zeigen. Sagt die Islamwissenschaftlerin Professor Susanne Schröter. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen andauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erst mal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche NGOs an, weiter vor Ort zu bleiben. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des irrtümlichen Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, warf hier der israelische Botschafter Jakov Livne nun Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter daraufhin ein. Weiter nach Washington zu Michael Willenweber. Michael, ein ranghoher Mitarbeiter von World Central Kitchen, erhebt jetzt schwere Anschuldigungen. Er sagt, der Angriff sei kein Versehen gewesen. Israel habe die Wagenkolonne ganz gezielt angegriffen. Wie sind die Reaktionen in den USA? Ja, José Andrés, das ist der Vorsitzende dieser Organisation, hat diesen Vorwurf erhoben, dass also ganz bewusst diese Fahrzeuge angegriffen worden sind. Im Weißen Haus hält man sich diesbezüglich bedeckt. Man hätte keinerlei Erkenntnisse darüber. Die Frage ist natürlich, wie wird das weiter aufgeklärt? Wir haben es eben gehört, das könnte noch lange dauern, heißt es von israelischer Seite. Aber stellt sich zum Beispiel das Weiße Haus auch hinter die Forderung einer unabhängigen Untersuchung? Das hat man bisher zumindest vermieden. Diese Forderung wollte man nicht mittragen. Was man hier ja inzwischen ja auch hört und lesen kann, zum Beispiel in Online-Magazinen, ist, dass die Ziele, die bestimmt werden durch die Israelis, dass da auch AI mit einer Rolle spielt und dass AI nicht genügend überwacht wird, nicht double gecheckt wird dann von Menschen. Und was dann auch zu hohen Verlusten im Gaza-Streifen führt, so wird es zumindest mit erklärt, weil diese Software, die da wohl benutzt würde, fehleranfällig ist. Vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation, steckt auch solch ein AI-Problem hinter der Attacke auf die Helfer. Das wäre natürlich ein echter Skandal. In diesen Minuten telefonieren übrigens auch Präsident Biden und Ministerpräsident Netanjahu. Was steht denn dabei sonst noch alles auf der Gesprächsliste? Naja, seit 65 Minuten wird telefoniert und das ist das Gespräch, was hier in den USA mit Hochspannung erwartet wird. Und hat Joe Biden überhaupt einen Hebel, um Netanjahu zu irgendetwas anderem zu bewegen, als Netanjahu selber möchte? Und das ist hier die Frage. Joe Biden, der benutzt zwar immer wieder starke Worte, aber es folgen dann am Ende keine Taten. Den Angriff auf die Helfer hat er als empörend bezeichnet, aber folgt dem dann am Ende etwas. Das wird hier in den USA nämlich gefordert und das könnte seine Wiederwahl am Ende auch gefährden. Das heißt also für Joe Biden, er bewegt sich auf Messers Schneide. Wird er also zu fordern gegenüber vielleicht den Israelis? Verliert er auf der einen Seite, fordert er zu wenig und bewirkt er zu wenig? Dann verliert er Stimmen auf der linken Seite bei den Palästinensern. Und dieses Telefonat ist auch ein Telefonat zweier Männer, für die es jeweils um die politische Existenz am Ende geht. Nicht nur für Joe Biden, sondern auch für Benjamin Netanjahu. Und da ist jetzt die Frage zu klären, kann tatsächlich Joe Biden Benjamin Netanjahu aufhalten, einzumarschieren? Und dann auch nach Raffa, was ja im Raum steht. Da werden wir sicherlich später vielleicht schon in einer guten Stunde mehr drüber hören. Und dann wirst du uns auf dem Laufenden halten. Bis dahin, Dankeschön. Michael nach Washington. Und jetzt zu einem brutalen Angriff auf ein vierjähriges Mädchen in Wangen im Allgäu. Das Mädchen wurde in einem Supermarkt beim Einkauf mit seiner Mutter von einem 34-Jährigen mit einem Messer attackiert. Der Angreifer, ein Syrer mit niederländischer Staatsbürgerschaft, ist für Mutter und Kind offenbar kein Unbekannter gewesen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch. Das Kind wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert. Der Zustand des Kindes ist offenbar stabil. In Duisburg steht seit heute ein Paar vor Gericht, dass die eigene dreijährige Tochter zu Tode gequält haben soll. Der Fall hat im Oktober Bundeswahl für Schlagzeilen gesorgt. Laut Anklage soll der Vater das dreijährige Kind in einem Keller eingesperrt haben. Dort habe er das Mädchen mit Klebeband gefesselt. Die Kindsmutter soll den Angeklagten dazu ermuntert haben. Das Martyrium der Kleinen dauerte mehrere Tage. Schließlich erstickte sie an ihrem eigenen Erbrochenen. Der Vater warf die Leiche daraufhin in einen Kanal und stellte sich der Polizei. Die Staatsanwaltschaft wird den Eltern heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Ein Urteil wird Mitte Mai erwartet. Unser Kollege Max Hermes hat den ersten Prozestag in Duisburg beobachtet. Hier sein Bericht. Als die Staatsanwältin die Anklageschrift verlesen hat, haben die beiden Angeklagten keine Mine verzogen. Sie haben auch ihre Gesichter verdeckt, damit die Kameras sie nicht einfangen können. Und das, was da im Raum steht, ist extrem grausam. Also das Kind, die dreijährige Lea, soll mehrere Tage lang im Keller dort festgehalten worden sein von ihren Eltern. Sie wurde zum Teil geknebelt und hat davon auch Spuren davongetragen. Sie hat mehrere Erstickungsanfälle in dieser Zeit erlitten und ist dort dann auch ums Leben gekommen, von den eigenen Eltern mutmaßlich umgebracht worden. Das wird jetzt zu klären sein. Der Vorwurf, Tatvorwurf ist Mord und das, was die Eltern dort gemacht haben, das ist auch vom Motiv her an Grausamkeit kaum zu überbieten. Aus dem persönlichen Motiv heraus, dass ihnen das Kind zu laut war, dass sie das Kind mit pseudoerzieherischen Maßnahmen, so drückt es die Staatsanwaltschaft aus, zur Ruhe bringen wollten, haben sie das Kind dann umgebracht. Und letztlich der Vater, der das Kind dann in einem Kanal dann noch versenkt hat, dann später die Polizei gerufen hat. Also eine grausame Geschichte, die jetzt hier vor dem Landgericht Duisburg aufgeklärt wird, aufgearbeitet wird. Ein Prozess, der anhand von Indizien, aber auch Beweisen und dann Zeugenaussagen hier dann geführt wird. Die Eltern werden sich nicht einlassen und das Gericht muss dann befinden über die Schuldfähigkeit, möglicherweise auch psychologische Gutachten. All das könnte kommen und dann wird ein Urteil in diesem Prozess Mitte Mai erwartet. Ein vor zwei Jahren in Kalifornien entführtes 15-jähriges Mädchen wurde von Polizisten erschossen. Beamte behaupteten, sie hätten sie für eine Gefahr gehalten, weil sie nicht den Anweisungen gefolgt sei. Aber jetzt gibt es Aufnahmen, die belegen, der Teenager tat nur das, was man ihr sagte. 15 ist Savannah, als sie im Hagel von Polizeikugeln zusammenbricht, entführt von ihrem Vater Anthony, der zuvor die Mutter tötet und dann zu einer irren, 100 Kilometer langen Flucht aufbricht. Während der Jagd feuert der Entführer immer wieder auf die Polizei, die ihm am Hinterreifen klebt. Vor Los Angeles dann das Ende. Der Wagen kommt auf einer Auffahrt zum Stehen. Im Auto der Vater mit mehreren Waffen und die Tochter. Die steigt aus, hält sich an die Polizeianweisungen und wird erschossen. Sie sei wohl bewaffnet gewesen und zu schnell gelaufen, so die Polizei. Dann heißt es, es wären Kugeln des Vaters gewesen. Doch das stimmt nicht, wie Tonaufnahmen nun belegen. Passagier, steigen Sie aus, steigen Sie aus. Raus, raus, raus. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, los, los, kommen Sie zu mir. Gehen Sie, gehen Sie, ruft der Officer und dann... Hey, nicht auf Sie schießen, er sitzt im Auto. Stopp, sie ist keine Gefahr. Er im Auto. Doch das geht im Kugelhagel der wilden Schießerei unter. Vom Vater entführt, von der Polizei erschossen, wie auch der Vater kurz darauf, ihren Führer und der Mörder der Mutter. Wir machen einen harten Themenschnitt an dieser Stelle und kommen zu Autos. Denn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die stehen ja vor dem Aus. In der EU sollen ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden, die beim Fahren CO2 emissionsfrei sind. Und bald könnte es wohl noch schärfere Regeln geben. Oldtimer blieben bislang davon verschont. Aber die Frage ist, bleibt das so? Und das stellten sich nicht wenige Besucher bei der weltgrößten Oldtimer-Messe Techno-Klassiker in Essen. Unter den Gästen kein geringerer als Finanzminister Lindner. Er ist ein bekennender Oldtimer-Freund. Wir haben zugehört, was er zum Verbrenner ausmeldet. Der Oldtimer-Freund ist aus Lettland nach Essen gereist. Hier auf der größten Klassiker-Messe der Welt heißt es mit alten Schätzen sehen und gesehen werden. Helmut Binders Ente ist so ein ganzer Stolz. Ich habe eine 2CV Citroën AK 350. Das ist ein sehr seltenes Modell. Das ist einfach Freiheit. Wenn du das Dach hoch aufmachst, die Luft spürst, die Geräusche. 2700 Oldtimer können die Besucher in Essen bestaunen. Die Fahrzeuge sind alle mindestens 30 Jahre alt. Erst dann können Eigentümer ein H-Kennzeichen beantragen. Bundesweit sind rund 870.000 Oldtimer unterwegs. Und die echten Liebhaber wissen, Oldtimer und Neuwagen kann man einfach nicht vergleichen. Man muss da noch viel mehr lenken, man muss viel mehr spüren, man muss auch ein bisschen mehr hören, hinhören als heute bei den Autos, die ja fast von alleine fahren. Naja, das ist wie so eine, wie man heute sagt, Zeitkapsel. Man fährt eben Auto wie vor 50 Jahren. Für mich ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema. Also ein Fahrzeug, das ich wieder auf die Straße bringe und das, ich sag mal, wieder bewegt wird, ist immer noch ressourcenschonender als ein neues Fahrzeug zu bewegen. Bekennender Oldtimer-Fan ist auch der Finanzminister, der den Besuchern hier ein Versprechen gibt. Ich bin schon jetzt davon überzeugt, dass wir keinerlei Veränderungsbedarf beim H-Kennzeichen haben. Keinerlei. Und nebenbei gesagt, mein Auto von 1982, das ist schon gebaut. Wenn ich da synthetische Kraftstoffe reinfülle, dann ist dieses Auto klimafreundlicher als der neue Tesla. Erst recht, wenn er mit Strom aus polnischen Braunkohlekraftwerken geladen werden würde. Den Support vom Finanzminister haben die Oldtimer-Fans also. So fühlt sich das Fahren doch gleich noch besser an. Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Herzlich willkommen bei Spacetime. Mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Gravitation, die Schwerkraft. Nichts und niemand kann ihr entfliehen. Die geheimnisvolle Kraft umgibt und durchdringt uns und bestimmt unser Leben auf der Erde genauso, wie sie das Weltall zusammenhält. Die Gravitation, sie ist der Schlüssel zum Verständnis des Universums. Gravitation. Intuitiv scheint ja jedem klar zu sein, worum es geht. Da gibt es zwei Körper, die ziehen sich gegenseitig an und das sind die Gravitationskräfte. Aber wenn man genau hinschaut, ist die Sache ziemlich wichtig. Nehmen wir mal die Schwerelosigkeit im Weltraum, auf der Raumstation. Ein wunderbarer Zustand. Da schwebt man im Klafsack, das Essen fliegt einen im Mund. Wenn man die Augen schließt, dann hat man instantan das Gefühl, dass es keine Orientierung mehr gibt. Weil es nämlich keine Kraft mehr gibt, die auf das Gleichgewichtsorgan einwirkt. Heißt das, da draußen gibt es keine Gravitationskraft der Erde mehr? Doch, die gibt es. Aber es muss da irgendeine Gegenkraft geben, die die aufhebt. Aber darüber erzähle ich Ihnen gleich mehr. Das Interessante ist, Schwerelosigkeit stellt sich auch auf der Erde ein. Und das macht man mit Parabelflügen. Ein Parabelflug mit einem umgebauten Passagierjet. Das Flugzeug fliegt eine sogenannte Wurfparabe. Aus dem Horizontalflug wird es steil nach oben gezogen. Während des Aufstiegs wird dann der Schub gedrosselt. Im anschließenden antriebslosen Fall erleben die Passagiere für etwa 20 Sekunden 0G. Schwerelosigkeit. Man muss erst mal sich klar machen, was Schwerelosigkeit ist. Eine gängige Vielvorstellung ist, dass Leute Schwerelosigkeit mit der Abwesenheit von Gravitation gleichsetzen. Das ist nicht der Fall. Man ist schwerelos, wenn man sich im freien Fall befindet. Und das befinde ich zum Beispiel, mich jedes Mal, wenn ich irgendwo runterspringe, bin ich im freien Fall. Da bin ich für kurze Zeit schwerelos. Das ist das Prinzip hinter den Parabelflügen. Flugzeug und Passagiere an Bord fallen gemeinsam frei. Wie ein geworfener Stein. Die Parabel leiten die Piloten in etwa 6000 Meter Flughöhe ein. Dann drosseln sie die Motoren. Das Flugzeug steigt ohne Beschleunigung weiter. Und mit diesem Moment bis zum Abfangen befindet sich der Jet für etwa 20 Sekunden im schwerelosen Zustand. Die Flüge finden statt, um wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Aber auch, um Astronauten auf ihre Missionen vorzubereiten. Und immer wieder werden auch Gäste zu dem Abenteuer Schwerelosigkeit eingeladen. Geflogen werden solche Missionen von erfahrenen Testpiloten. Während des Anstiegs bis zur Drosselung der Motoren herrscht doppelte Erdbeschleunigung. 2G. Mit der Rücknahme des Antriebsschubs beginnt die schwerelose Phase. 0G. Das Flugzeug steigt so lange, bis die Erdanziehungskraft überhand gewinnt und es in Richtung Boden stürzen lässt. Dann leiten die Piloten die Erdbeschleunigung-Manöver ein. Nach einem Fall von etwa 2500 Metern ziehen sie den Jet wieder in den Horizontalflug. Bei diesem Manöver herrscht wiederum doppelte Erdschwere. 2G. Der Jet fliegt während einer Mission viele solcher Manöver direkt hintereinander. Jeweils 20 Sekunden Mikrogravitation stehen dann während der Aufstiegsparabel für die Experimente zur Verfügung. Mehr Zeit bleibt nicht. Das Flugzeug würde sonst dem Erdboden gefährlich nahe kommen. Die Schwerelosigkeit, die wir auf der Erde erfahren, wird meistens relativ dumpf abgebremst, dadurch, dass wir wieder auf der Erde aufkommen. Das ist natürlich sozusagen das Negative. Aber prinzipiell können wir Schwerelosigkeit in beliebiger Form auf der Erde erfahren. Wenn wir es nur länger haben wollen, dann müssen wir halt in die internationale Raumstation. Mai 2020. Eine Falcon 9 startet zur Internationalen Raumstation. Es ist der erste bemannte Flug, den das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX durchführt. Das Raumschiff bringt die beiden US-Astronauten Robert Banken und Douglas Hurley zur ISS. Seit 1998 ist die Internationale Raumstation in Betrieb. Ein hochkomplexes Forschungslabor in der Schwerelosigkeit, das permanent um die Erde kreist, exakter, um die Erde herumfällt. Schwerelosigkeit bedeutet, ich befinde mich im freien Fall. Jetzt kann ich mir natürlich die Frage stellen, in der Raumstation, wieso sind die im freien Fall? Die fallen die ganze Zeit auf die Erde, aber die haben so eine horizontale Geschwindigkeit, dass sie immer an der Erde vorbeifallen. Und deswegen sind die die ganze Zeit im freien Fall und dadurch schwerelos. Nur die Internationale Raumstation bietet Wissenschaftlern die Voraussetzungen, um permanent außerhalb der Einflüsse der Gravitation zu forschen. Der Mensch ist der Schwerkraft der Erde angepasst. Und so werden auf der Raumstation auch die Auswirkungen der Mikrogravitation auf den menschlichen Organismus erforscht. Forscher möchten das Sonnensystem erkunden und zu fernen Zielen aufbrechen. Gerade der Mars beflügelt die Fantasie der Wissenschaftler. Doch zum Mars und zurück wären die Entdecker viele Monate der fehlenden Schwerkraft ausgesetzt. Eine bemannte Mission zu unserem Nachbarplaneten dauert insgesamt zwei bis drei Jahre. Eine ungewöhnliche Studie der NASA enthüllt, mit welchen Folgen Menschen bei solchen Langzeitmissionen rechnen müssen. Die Arten Scott und Mark Kelly sind eineige Ziele. Einer von ihnen verbrachte ein Jahr lang im Erdorbit. Der Vergleich zeigt, die über einen langen Zeitraum herrschende Schwerelosigkeit lässt Muskeln und Knochen schwinden und das Herz-Kreislauf-System zeigt Schäden. Ebenso hat sie Auswirkungen auf die Immunabwehr und die Augen. Zudem treten durch Langzeitaufenthalte im All Veränderungen und Schäden am Gehirn und dem Erbgut der Astronauten auf. Vor allem auch durch die Strahlenbelastung. Die um die Erde kreisende Raumstation liefert so die Hinweise, wie sehr der menschliche Körper die Schwerkraft der Erde braucht. Was hat ein Apfel mit Schwerkraft zu tun? Nun, jedes Kind weiß, jetzt kommt der alte New ins Spiel. Ja, das stimmt, aber wir fangen mal ganz einfach an. Hier ist die Erde, hier ist die Raumstation. Sie sieht die Anziehungskraft der Erde, fällt aber nicht auf die Erde. Woran liegt das? Nun, es muss eine Gegenkraft geben, die diese Anziehungskraft ausgleicht. Und das ist die sogenannte Trägheitskraft. Jeder Körper, auch ein Apfel, der beschleunigt wird, erzeugt Trägheit und diese Kraft nennt man Trägheitskraft. Und wenn ich ihn im Kreis drehe, dann zeigt diese Trägheitskraft nach außen und das nennt man Zentrogalkraft. Und damit haben wir die Raumstation verstanden. Sie kreist um die Erde, sieht die Gravitationskraft und weil sie im Kreis um die Erde geht, gleicht die Zentrogalkraft diese Anziehungskraft aus. Was hat der Newton gesehen, als er da vor dem Baum saß? Oben hinkt dieser Apfel. Der Apfel fiel runter, er hat gesehen, dass er schneller wird. Ah, hat er gesagt, Beschleunigung, Gegenkraft, Trägheitskraft. Gleich Gravitationskraft auf, gleich hingeschrieben und das war sein berühmtes Gravitationsgesetz. Bleibt die Frage, was ist eigentlich Gravitation? Und auch mit dieser Frage hat sich Newton ganz erfolgreich beschäftigt. Der fallende Apfel soll Isaac Newton zu seinen Gravitationsgesetzen geführt haben. Newton vermutete eine natürliche Anziehungskraft zwischen Apfel und Erde. Er vermutete außerdem, dass dieselbe Kraft auch die Bewegung der großen Objekte im All bestimmt. Die Himmelskörper beeinflussen sich gegenseitig durch eine geheimnisvolle Fernwirkung. Je mehr Masse ein Körper hat, umso stärker ist seine Anziehungskraft. Die Geburt einer revolutionären Idee. Bereits Anfang des 17. Jahrhunderts beschrieb der Mathematiker und Astronom Johannes Kepler die Bahnen der Planeten um die Sonne. Die Kraft, die diese Planeten auf ihrer Bahn hält, beschrieb er dann im Jahr 1686 Newtons Gravitationsgesetz. Und daraus ließen sich auch die von Köln beschrieben elliptischen Bahnen ableiten. Man muss ja sagen, das ist ja tatsächlich einer der genialsten Gedanken der Geschichte gewesen. Dass die Kraft, die den Apfel nach unten fallen lässt, dieselbe Kraft ist, die den Mond auf einer Bahn hält. Ja, da kommt man ja eigentlich sonst, ich meine, da muss man schon ziemlich viel getrunken haben, um auf die Idee zu kommen. Und dass der Mond sozusagen die ganze Zeit auf die Erde fällt, aber er fällt halt immer vorbei. Und er fällt die ganze Zeit. Und immer wenn er fallen will, ist aber die Erde nicht mehr da. Dann fällt er rum, fällt er rum und dann wird er zum Satelliten. Ja, und das war die Idee von Newton. Sie finden genau eine solche Zeichnung. Im Originalbuch von Newton finden Sie genau diese Zeichnung. Woher kommt die Erdanziehung aber genau? Ein großer Teil wird durch den inneren Erdkern bestimmt. Je tiefer man in die Erde vordringt, umso höher werden Temperatur und Druck. Im Mittelpunkt der Erde ist der Druck so hoch, dass der Kern trotz einer Temperatur von mehr als 5000 Grad Celsius fest ist. Hier ist die Masse am stärksten verdichtet. Der verhältnismäßig kleine, innere Erdkern macht ein Drittel der Erdmasse aus. Rund sechs Trilliarden Tonnen. Der Kern der Erde besteht aus Nickel und Eisen. Die haben eine hohe Dichte. Das ist viel größer als das Gestein, was auf der Oberfläche ist. Und deswegen dominiert sozusagen der Kern der Erde auch ein Stück weit die Gravitationskraft. Entscheidend ist, die Masse der Erde ist groß genug, um eine Atmosphäre festzuhalten. Es ist die Gravitationskraft unseres Planeten, die die dünne Atmosphäre an die Erde bindet. Unabdingbar für die Entstehung, Entwicklung und das Fortbestehen von Leben, wie wir es kennen. Die Erdanziehung zwingt die Forscher ins All, wenn sie unter schwerelosen Bedingungen forschen wollen. Doch mit einem Trick geht das auch auf der Erde. Man kann Schwerelosigkeit simulieren, indem man einfach Gegenstände fallen lässt. Und man muss halt jetzt nur die Fallzeit verlängern. Und wie kriegt man das hin? Indem man einfach einen hohen Turm baut und da irgendwas runterfallen lässt. Man kann die Sache sogar auch einfach hochschießen und dann runterfallen lassen. Dann kann man die Schwerelosigkeit sogar noch ein bisschen verlängern, die Zeit der Schwerelosigkeit. Und dann hat man ein paar Sekunden, in denen man Experimente unter Schwerelosigkeit auf der Erde durchführen kann. Und genau das wird im Fallturm in Bremen gemacht. Forschen in der Schwerelosigkeit auf Mutter Erde. Orbitale Versuchsstationen haben einen sehr schweren, schwierigen Zugang. Es kostet sehr viel Geld, es kostet sehr viel Zeit. Und die Idee lag eigentlich nahe, kann man nicht eine Veränderung entwickeln, in der man zumindest für kurze Zeit Schwerelosigkeit auch auf der Erde erzeugen kann. Das Prinzip der fallenden Apfels beschert den Wissenschaftlern im Zentrum für angewandte Raumfahrtechnologie und Mikrogravitation, kurz ZARM, 4,7 Sekunden Schwerelosigkeit. Im Fallturm lassen wir Experimente in Fallkapseln fallen. Die Fallkapsel entspricht im Prinzip dem kompletten Labor, wie wir es am Boden auch hätten. Während dieser Freifallzeit herrscht halt dann Schwerelosigkeit. Wir bringen die Kapsel in den Fallturm ein, ziehen sie nach oben, pumpen dann die Luft aus der Fallröhre, damit nachher nichts den Fall bremst und lassen dann dieses Labor, die Fallkapsel, frei nach unten fallen. 110 Meter beträgt die Fallstrecke in dem Turm. 4,7 Sekunden Zeit für Experimente. Ein wichtiges Forschungsfeld am Fallturm ist das Verhalten von Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit. Am Ende taucht die Kapsel in einen mit Styroporkugeln gefüllten Abbremsbehälter ein. Der Fallturm in Bremen ist einzigartig in Europa. Täglich werden hier Experimente in der Schwerelosigkeit durchgeführt. Wir sehen die Fallkapsel, die in dem Fall so lang ist, dass sie fast gar nicht in die Abbremskammer passt, die wir in zwei Teile zerlegen müssen, damit wir überhaupt hier reinkommen. Und die wird jetzt für das nächste Experiment vorbereitet. Während der Freifallzeit in Schwerelosigkeit untersuchen wir die Selbstzündung von zwei benachbarten Brennstofftropfen. In der Kapsel befindet sich ein komplettes Labor inklusive Laser, Kameras und komplexer Messtechnik. An das untere Ende des Metallzylinders wird zum Abschluss eine Spitze montiert. Sie verringert den Aufschlagimpuls, wenn das auf 168 Stundenkilometer beschleunigte Labor in den Abbremsbehälter eintaucht. Mit einer Seilwinde wird die fertig vorbereitete Kapsel dann in der Fallröhre nach oben gezogen und verankert. Die Kapsel hängt oben, wird fallen gelassen, ist zuerst sehr langsam, spürt also sehr wenig Luftwiderstand, wird mit der Zeit immer schneller und würde immer mehr Luftwiderstand spüren und abgebremst werden. Wir hätten keine Mikrogravitation, keine Schwerelosigkeit, deshalb müssen wir evakuieren. Evakuieren bedeutet, im Fallturm ein Vakuum zu schaffen. Dazu wird er druckdicht verschlossen und 18 Hochleistungspumpen beginnen mit dem Absaugen der Luft. Etwa eineinhalb Stunden dauert dieser Vorgang. Am Ende ist die Fallröhre nahezu luftleer und nur noch ein Zehntausendstel des normalen Luftdrucks im Turm vorhanden. Vorteil einer Fallanlage am Boden ist eine sehr gute Qualität der Schwerelosigkeit, tatsächlich sogar die bestmögliche, besser als wir sie im All erreichen können. Wir können, was wir heute nicht gut gemacht haben, morgen besser machen. In der Raumfahrt müssen wir zehn Jahre warten, bis wir vielleicht nochmal eine Chance bekommen. Im Kontrollraum wird der Vorgang der Luftabsaugung überwacht. Von hier aus werden die komplette Anlage und die Experimente gesteuert. Zurzeit sind wir dabei, den Turm zu evakuieren. Das heißt, wir ziehen die Luft aus dem Turm heraus. Die Anlage ist natürlich entsprechend stabil gebaut. Der gesamte Turm besteht aus einer langen Stahlröhre, die außen herum Ringsteifen hat, damit ein Implodieren nicht passieren kann. Also wenn ich jetzt eine Tüte nehme und ziehe da dran, dann zieht die Tüte sich zusammen. Und damit es sich beim Turm nicht passiert, hat der entsprechende Ringsteifen und ist technisch entsprechend ausgelegt. Bis zu 800 Experimente im Jahr führen Forscher aus der ganzen Welt in Bremen durch. Wenn es soweit ist, bestimmt der Experimentator, wann der Flug stattfindet. Wir geben im Prinzip nur das Fenster vor und sagen, jetzt könnt ihr. Die Wissenschaftler übernehmen nun die Steuerung des Experiments. Die letzten Kabelverbindungen werden von der Kapsel getrennt. Freigabe bitte. Der Moment des Starts. Leise. Unspektakulär. Abwurf. Der Haltehaken wird gelöst. Das Labor fällt. 4,7 Sekunden Zeit für die Wissenschaftler, bis das Labor im Abfangbehälter landet. Sofort danach beginnt die erste Auswertung. Nach dem Fall wird die Röhre wieder mit Luft befüllt und das Labor aus dem Abfangbehälter geborgen und von den Styroporkugeln befreit. Der große Vorteil des Fallturms, das Experiment vom Vormittag, kann bereits am Nachmittag wiederholt werden. Die Zeit des freien Falls kann auf 9,3 Sekunden erhöht werden. Dazu wird die Kapsel mit dem Labor nicht fallen gelassen, sondern von einem Katapult im Fundament des Turms in die Höhe geschossen. Durch den Katapultstart verdoppelt sich die Wegstrecke der Kapsel und so die Zeit des freien Falls. Sobald die Fallkapsel den Beschleuniger verlassen hat, also keine Antriebskräfte mehr wirken, nur noch die Erdschwere auf die Kapsel wirkt, fällt die Kapsel schwerelos nach oben, wird langsamer und kehrt um und fällt auf der Achse wieder zurück. Wäre man selber in der Fallkapsel, würde man nicht merken, dass die Kapsel langsamer wird, ein Moment stehen bleibt, die Richtung wechselt, nach unten fällt. Auf diese Weise können wir die Experimentierzeit von 4,5 Sekunden auf 9,3 Sekunden nahezu verdoppeln. Durch den ungebremsten freien Flug eliminieren die Wissenschaftler am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation für kurze Zeit die Effekte der Erdanziehung. Im Fallturm von Bremen erreicht man Schwerelosigkeit auf der Erde und das mehrmals am Tag. Die Schwerkraft beherrscht unser Leben. Doch jeder Mensch kann sich für kurze Zeit von ihr befreien. Echte Schwerelosigkeit gibt es sogar auf der Erde, allerdings nur für einen kurzen Moment. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Nehmen wir die Schiffsschauke. Sie kennen das. Sie geht hoch, kommt zu einem Wendepunkt und danach geht sie wieder zurück. Und in dem Augenblick, wo sie langsamer wird, zeigt die Trägheitskraft nach oben und gleicht die Gravitationskraft nach unten aus. Genauso ein Trampolinspringer, so wie wir ihn hier sehen. Wo er jetzt hochspringt, wird er langsamer, die Trägheitskraft zeigt nach oben, die Gravitation nach unten und er ist wirklich schwerelos, wenn auch nur für ein paar Sekunden. So vertraut uns die Schwerkraft im Alltag ist, so rätselhaft ist sie auch. Newtons Gravitationsgesetz war ein Meilenstein in der Physik. Mit ihm lassen sich nicht nur Bewegungen unter dem Einfluss der Erdanziehung beschreiben, sondern auch, wie sich Sterne, Planeten und ganze Galaxien im Universum bewegen. Im Jahr 1915 präsentierte Albert Einstein dann eine vollkommen neue Sicht auf das Universum. In seiner allgemeinen Relativitätstheorie behandelt er die Gravitation nicht als Kraft, sondern als eine Eigenschaft der Geometrie von Raum und Zeit. Gravitation war für ihn Geometrie. Also die Körper ziehen sich nicht an, weil da irgendwie etwas runterkullert, sondern sie ziehen sich an, weil die Raumzeit eine bestimmte Geometrie hat. Das ist hier für uns sehr schwer vorzustellen, weil wir ja nur dreidimensional denken können. Und um das zu machen, müssen sie sozusagen in höheren Dimensionen denken. Das schaffen wir Menschen nicht. Das geht nur auf dem Papier mit Mathematik. Aber das bedeutet, dass wenn wir wissen, wie viel Materie im Weltall ist, dann können wir auch die Geometrie des Weltalls, des Raumes und der Raumzeit bestimmen. Erst Einsteins allgemeine Relativitätstheorie und seine neue Sicht auf das Universum führte die Physiker zu einer Reihe neuer Phänomene und Modellvorstellungen. Und seine Genialität ist die Basis für das moderne und digitale Leben von heute. Zunächst hatte Einstein ja die spezielle Relativitätstheorie erfunden. Also eine Situation, in der sich Körper gleichmäßig bewegen, ohne Beschleunigung zu erfahren. Und da war er dann nicht ganz mit zufrieden, hat sich dann überlegt, was passiert denn in anderen Situationen. Und die allgemeine Relativitätstheorie bezieht also auch beschleunigte Bezugssysteme mit ein. Und er hat dann herausgefunden, dass man die Gravitation durch eine solche Theorie beschreiben kann. Die GPS-Uhren zum Beispiel, die Uhren an Bord der GPS-Satelliten, müssen um diesen relativistischen Effekt korrigiert werden. Mit anderen Worten, wenn Einstein das nicht erfunden hätte, dann würde GPS nicht funktionieren. Wir würden uns ständig verlaufen. Doch selbst im 21. Jahrhundert wissen Physiker und Astronomen zwar viel über Gravitation, aber auch heute noch ist die Wissenschaft weit davon entfernt, alles verstanden zu haben. Trotzdem, Einstein brachte sie einen riesigen Schritt nach vorne. Wir wissen heute, was Gravitation tatsächlich ist. Es ist ein Kraftfeld, das ein Körper, eine Masse um sich aufbaut. Und das Tolle ist, Einstein hat erklärt, was dieses Kraftfeld ist. Es ist, so sagt er, die Stauchung des Raumes um einen Körper herum. Nehmen wir meinen Körper. Die Stauchung des Raumes direkt vor mir ist wesentlich enger als weit von mir weg. Und das in alle drei Raumrichtungen. Und ein anderer Körper macht auch diese Stauchung. Und diese beiden Stauchungen können sich gegenseitig sehen. Und das ist die Gravitationskraft. Weil man das Bild nicht nur sehr schwer darstellen kann, benutzt man eine Analogie. Statt dreidimensionalen Raum benutzt man eine zweidimensionale Oberfläche. Und diese Trichtertiefe besagt, wie stark diese Stauchung ist. Also hier unten ist der Raum stärker gestaucht als außen. Und wenn man dieses Bild einfach akzeptiert, dann erklärt sich sofort, warum sich Planeten zum Beispiel elliptischen Bahnen um einen Körper herum bewegen. Hier sehen Sie einen Planeten, der sich zum Beispiel hier um die Sonne herum bewegt. Hier ist die Sonne. Und wenn man das sieht, dann sieht man sofort, das ist eine Ellipse. Also, wir haben verstanden, gestauchter Raum erzeugt elliptische Bahnen. Wir fassen zusammen. Denn Gravitation ist nichts anderes als die Erfahrung von gestauchtem Raum. Einsteins Vorstellungskraft veränderte von heute auf morgen das Bild vom Universum. Moderne Astronomie ist seitdem stark geprägt von seinen Theorien. Viele astrophysikalische Vorgänge sollen mit der einsteinischen Gravitation zufriedenstellend behandelt werden. Ein Beispiel dafür ist der Gravitationskollaps von massereichen Sternen am Ende ihrer Lebensphase. Sie fallen zusammen zu einem kompakten Objekt wie einem Neutronenstern oder einem schwarzen Loch. Wenn das Zentrum eines Sterns zusammenstürzt, also wenn die äußeren Kräfte so groß werden, dass die Atome und die Kernteilchen nicht mehr dagegen halten können. Dann drücken quasi die äußeren Schichten das Ganze zusammen und immer weiter. Und dann auf einmal bedeutet das, dass die Elektronen, die um die Atome kreisen, in die Kerne hineingedrückt werden. Und was überbleibt, ist ein Neutronenstern. Das heißt, ein riesen Atomkern quasi, der nur von der Gravitationskraft zusammengehalten wird. Und solche Neutronensterne gibt es. Und die haben unglaubliche Magnetfelder und senden Signale aus, die man sehen kann. Und wenn die Masse des Sterns noch größer ist, dass es noch mehr drückt, dann haben sie irgendwann schwarze Löcher. Einsteins Theorie macht auch überraschende Vorhersagen. Beispielsweise, dass auch Licht durch Gravitation abgelenkt wird. Ein Beweis dafür ist der sogenannte Gravitationslinsen-Effekt. Wie bei einer Linse aus Glas wird das Licht einer entfernt liegenden Quelle durch ein von Betrachter aus davor liegendem Objekt abgelenkt. Doch viel Wissen über die Schwerkraft liegt noch im Verborgenen. Bekannt ist, dass sich Körper gegenseitig anziehen. Wie stark hängt von ihrer Masse und der Entfernung zwischen ihnen ab. Ist der eine Körper sehr viel schwerer als der andere, zieht er auch sehr viel stärker an ihm. Diesen Effekt konnte man sehr gut beobachten, als der kleine Komet Shoemaker-Levy am Jupiter vorbeizog und von diesem eingefangen wurde. Die durch die Masse des Jupiters ausgelösten Gezeitenkräfte zerrissen den Kometen. 1994 schließlich stürzten seine Trümmer in den Jupiter. Große Massen ziehen kleine Massen an. Planeten fangen kleinere Himmelsobjekte ein. Ein Grund, warum der massereiche Jupiter so viele Monde hat. Viele von ihnen sind nicht in seiner Nähe entstanden, doch als sie dem Riesenplaneten zu nahe kamen, hat seine Gravitation sie in eine Umlaufbahn um ihn gezwungen. Auch der zweite Riese in unserem Planetensystem Saturn verdeutlicht die Effekte der Gravitation. Seine Ringe sind aus unzähligen Objekten gebildet, die er an sich bindet. Die Alltagserfahrung lehrt uns, Reibung gibt es überall, so auch draußen im Universum. Aber Reibung bedeutet auch Bewegungsverluste. Und wenn die Bewegungen langsamer werden, gibt es weniger Trägheitskräfte und damit auch Zentrugarkräfte. Und damit nehmen die Gegenkräfte zur Gravitation ständig ab. Mit anderen Worten, langfristig, und das bedeutet über viele Milliarden Jahre, erschlägt die Gravitation alles. Was bedeutet das konkret für das Ende unseres Universums? Nun, es wird keine Galaxien mehr geben. Alle Sternensysteme mitsamt dem Planeten werden in das schwarze Loch im Zentrum jeder Galaxie fallen. Und damit wird es nur noch vereinzelte schwarze Löcher geben. Das ist das düste Ende unseres Universums. Aber Gravitation können wir auch sehr gut für Raumfahrt benutzen. Denn die Gravitationsfelder sind ideal geeignet, um bei kreisenden Planeten Fly-by-Manöver zu machen. Raumfahrt mit Schwerkraft statt mit Treibstoff. Es ist ein höchst kompliziertes Unterfangen, ein Raumschiff oder eine Raumsonde durch unser Planetensystem zu navigieren. Denn die Flugbahn wird von allen im System befindlichen Massen beeinflusst. Doch genau diese Effekte werden benötigt für Reisen tief ins All. Wenn man eine Sonde zum Beispiel ins äußere Sonnensystem bringen will, dann schickt man die nicht direkt zum Beispiel zum Pluto oder sonst wo hin, sondern man nutzt aus, dass eine Sonde vom Jupiter angezogen wird und damit die Energie des Jupiters sozusagen verwendet werden kann, um diese Sonde zu beschleunigen. Missionsplaner in der Raumfahrt nutzen den Vorbeiflug an Himmelskörpern, um ihre Raumschiffe zu beschleunigen, abzubremsen oder auch um den Kurs zu wechseln. Derart beschleunigt haben auch die Sonden Voyager 1 und 2 als erste menschengemachte Objekte unser Sonnensystem verlassen und dringen nun immer weiter in das Weltall vor. Das kann man mit Computern berechnen. Da steckt nichts anderes als das Newton'sche Gravitationsgesetz dahinter und ein großer Computer. Auf diesen Prinzipien der berechenbaren Himmelsmechanik basiert auch die Jupiter-Mission JUICE der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Die vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, entwickelte Sonde soll den Jupiter und vor allem seine Monde näher erforschen. JUICE wird sich auf eine lange Reise begeben und ist ein wichtiger Teil auf der Suche nach extraterrestrischen Lebensformen im Sonnensystem. Sieben Minuten werden die Sonde zum Jupiter-System unterwegs sein und in seine Umlaufbahn eintreten. Sie wird dabei seine Monde in Europa, Callisto und Ganymed passieren, Daten sammeln und durch Vorbeiflug die Gravitation der Monde für Bahnkorrekturen nutzen. Für den weiten Weg zum Jupiter nutzt die Sonde die Effekte der Schwerkraft. Durch mehrmalige Vorbeiflüge an der Erde holt sie sich den notwendigen Schwung, um schließlich die Bahn des Jupiters zu erreichen und in seinen Orbit einzutreten. Nach drei Jahren in der Umlaufbahn des Gasriesen wird JUICE den Jupiter dann verlassen, um zu ihrem letzten Ziel aufzubrechen. Ganymed. Die Sonde wird in eine polare Umlaufbahn um den Jupiter-Mond eintreten und ihn aus etwa 500 Kilometern Höhe erforschen. Dabei soll sie herausfinden, ob sich unter dem Eispanzer von Ganymed ein globaler Ozean aus flüssigem Wasser befindet. Eine Voraussetzung für eventuelles Leben. Die Umlaufbahn der Sonde wird dann langsam so weit abgesenkt, bis sie schließlich auf Ganymed zerschält. Die Gravitationskraft ist nur eine von vier Grundkräften der Natur. Da gibt es nämlich noch die starke Kraft, die elektromagnetische oder elektrostatische Kraft und die schwache Kraft. Diese zwei, die starke und die schwache Kraft, wirken nur auf mikroskopischen Bereichen und deswegen kann man sie auf kosmologischen Bereichen total vergessen. Die elektrostatische Kraft hat die Eigenschaft, dass sie sowohl anziehend als auch abstoßend wirken kann. Das heißt, wenn ich große Mengen von Massen habe, mittelt sich das raus und das heißt, sie mittelt sich zu Null raus. Und da ist Gravitation was ganz anderes. Massen sind immer anziehend und wenn ich große, riesige Massenmengen habe, dann gibt das eine richtige Gravitationskraft. Meine kleine Masse macht keine große Gravitationskraft. Die Erde unter mir, die macht eine richtige starke Gravitationskraft. Und das ist der Grund, warum in kleinen Bereichen nur die Elektrostatik schwach ist und die Gravitation schwach, aber umgekehrt im Kosmos die Gravitation wirklich die mächtige Kraft ist. Wir hatten gerade gesehen, dass Raum Struktur hat und dass Massen diese Strukturen stauchen können. Aber Stauchungen können auch schwingen. Es müsste also Stauchungswellen geben und die gibt es auch. Und weil Stauchung Gravitation bedeutet, müsste es eben auch Gravitationswellen geben. Und damit eröffnet sich ein ganz neues Forschungsgebiet, nämlich das der Gravitationswellenforschung. Am 14. September 2005 sind zwei Detektoren in den USA gleichzeitig ein ganz besonderes Signal auf. Zum ersten Mal gelingt der Nachweis von Gravitationswellen. Für die Wissenschaft hat sich ein ganz neues Fenster zum Universum geöffnet. Es ist der Nachweis, dass das Raumzeitgefüge nicht statisch ist, sondern sich verändern kann. 1,3 Milliarden Lichtjahre haben die Gravitationswellen bis zur Erde zurückgelegt. Es sind Schwingungen der Raumstruktur in der Zeit entstanden durch eine kosmische Katastrophe. Am 14. September 2015 also war gerade eine Phase beendet, in der die Empfindlichkeit verbessert wurde der Detektoren. Genau genommen waren die letzten Wissenschaftler, die an den Geräten gearbeitet hatten und sie dann in den Science-Mode geschaltet, also so, dass sie sehr rauscharm funktionierten. Die waren gerade seit einer Dreiviertelstunde nach Hause gegangen. Und da zeichneten die Detektoren, die Computer, zeichneten ein Signal auf. Ein Signal wie aus dem Bilderbuch. Zwei schwarze Löcher, das eine 29, das andere 36 sonnenmassenschwer, krachten ineinander. Die Kollision dieser beiden Gravitationsgiganten war der Ursprung des aufgefangenen Signals. Die Reaktion war so ein bisschen ungläubig, dadurch, dass wir so lange darauf hingearbeitet haben. Wir haben ja diesem Tag immer entgegengefiebert und haben einen Großteil unseres Lebens darauf verwandt, die Detektoren zu verbessern, um letztendlich erstmal Gravitationswellen zu detektieren. Und wenn dieses Ereignis dann mit einmal eintritt und dann auch noch so aussieht, wie wir das in den Simulationen und den Vorträgen vorher immer gezeigt bekamen und auch selbst gezeigt haben, dann ist ein Teil der Reaktion eine Ungläubigkeit. Stimmt das denn jetzt wirklich? Und wieder hatte Einstein recht. Im Jahr 1915 hielt er einen Vortrag in der Preußischen Akademie der Wissenschaften und referierte dabei auch über die Existenz von Gravitationswellen. Die Gravitationswellen waren der letzte Baustein, der in der allgemeinen Relativitätstheorie noch fehlte, von den Vorhersagen, die diese Theorie von Albert Einstein geliefert hat. Man hat viele andere Sachen über die Jahre mit hoher Präzision nachweisen können, aber die Gravitationswellen fehlten immer noch. Und dass es jetzt gelungen ist, Gravitationswellen nachzuweisen, zeigt nur noch mal, wie gut die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein ist. Gemessen wurden die Wellen durch den LIGO-Detektor in den USA. Die Idee für Gravitationswellendetektoren wie LIGO wurde bereits in den 60er Jahren geschrieben. Gemessen wird die Längenänderung zweier Laserstrecken. Im LIGO-Detektor durchlaufen die Laserstrahlen zwei vier Kilometer lange Vakuumröhren, die im Winkel von 90 Grad zueinander positioniert sind. Am Ende reflektieren Spiegel das Laserlicht und werfen es zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Das Prinzip zur Detektion von Gravitationswellen ist aus physikalischer Sicht relativ einfach. Man hat zwei lange Ärmchen. In diesen Ärmchen schickt man Licht hin und her. Und wenn sich jetzt die Länge dieser Ärmchen ändert, dann ändert sich das Interferenzbild von dem Licht. Dieses Interferenzbild ist sehr empfindlich auf Längenänderungen. Allerdings redet man hier jetzt von extrem kleinen Längenänderungen. Die Längenänderungen spielen sich ab Bruchteile von Atomdurchmessern, kleine Bruchteile von Atomdurchmessern. Und das ist gleichzeitig die Schwierigkeit. Denn man muss natürlich sämtliche Störeinflüsse beseitigen. Das war sozusagen die große Leistung. Der LIGO-Detektor wurde Mitte der 90er Jahre gebaut. Doch der Durchbruch gelang erst nach seiner technischen Aufrüstung. Die Technologie dafür lieferte Geo 600, ein Gravitationswellendetektor des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Hannover. Geo 600 ist nach dem gleichen Prinzip wie LIGO aufgebaut, nur viel kleiner. Mit diesem Geo 600-Detektor strebten wir an, eine ähnliche Empfindlichkeit zu erreichen wie die anderen Detektoren auch. Geo 600 hat 600 Meter Armlänge und bei den LIGO-Detektoren sind es 4 Kilometer Armlänge. Um die gleiche Empfindlichkeit für Gravitationswellen zu erreichen, muss man dann aber entsprechend empfindlicher werden. Das ließ sich aber mit den Technologien, die bei LIGO eingesetzt wurden, nicht erreichen. Aus diesem Zwang heraus wurden also bei dem Geo 600-Detektor fortgeschrittenere Technologien erprobt und entwickelt. Ein Gutteil der Geo 600-Technologien, die hier entwickelt wurden, wurden dann in die Advanced-Detektoren, in die zweite Generation eingebaut. Der Nachweis der Gravitationswellen brachte drei US-Physikern im Jahr 2017 den Nobelpreis ein. Sie stehen stellvertretend für tausende von Forschern, die an dem Projekt gearbeitet und es zum Erfolg geführt haben. In der Gravitationswellen-Forschung sind wir nach wie vor da eigentlich in einer sehr schönen Situation, dass es eine befreitende Konkurrenz ist. Selbstverständlich will jeder der Beste und der Beste sein, gerade wenn es um so kontexte, so schwierige Vorhaben geht. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass keiner ohne den anderen kann. Der erste direkte Nachweis der Gravitationswellen war ein Meilenstein in der Erforschung des Universums. Bisher waren die Wissenschaftler bei ihren Beobachtungen auf elektromagnetische Wellen wie Licht- oder Röntgenstrahlung angewiesen. Mit den Gravitationswellen-Detektoren besitzen sie nun ein völlig neues Instrument. Für Einstein war die Sache damals sonnenklar. Raum hat Struktur und Struktur kann schwingen. Und deswegen hat er gleich nach seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt, es muss Gravitationswellen geben. Aber diese Schwingen sind so klein, so gering. Es handelt sich da nur um Atomdurchmesser. Und deswegen braucht man zum Messen dieser Schwingungen absolute Ruhe. Und wo gibt es die? Nun, die gibt es natürlich im Weltraum. Deswegen liegt die Zukunft der Gravitationswellen-Forschung im Weltraum. Und das wiederum ist der Grund, warum die Europäische Raumfahrtorganisation ESA ein neues Projekt plant namens LISA, um genau solche Wellen dort oben zu messen. Im All gibt es keine Störeinflüsse wie auf der Erde, wie zum Beispiel Erschütterungen oder thermische Probleme. Das würde die Genauigkeit der Messungen um ein Vielfaches erhöhen. Als Test für ein europäisches Weltraum-Observatorium für Gravitationswellen startete im Dezember 2015 die LISA Pathfinder-Mission der ESA ins All. Technologien und Messmethoden sollten erprobt werden. LISA Pathfinder wurde am 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Lagrange-Punkt L1 im All positioniert. L1 ist ein Gleichgewichtspunkt zwischen Erde und Sonne. Eine Sonde verharrt hier nahezu antriebslos an ihrem Ort. Das Herzstück der Sonde ist das LISA Technology Package LTP. Es besteht aus zwei freischwebenden Massekörpern. Dazwischen ein Laserinterferometer, das Position, Ausrichtung und Beschleunigung der beiden Testmassen präzise misst. Die Sonde darum herum ist so konstruiert, dass sie diesen Testmassen exakt folgt und dadurch alle Störeinflüsse unterdrückt. Somit ist eine absolute Schwerelosigkeit der Testmassen gewährleistet. LISA Pathfinder war ein großer Erfolg. Die erzielte Störungsunterdrückung übertraf die vorausgesetzten Anforderungen um das Fünffache. Die eigentliche Liga-Mission soll im Jahr 2034 ins All starten. Das ist ein traumstationiertes Gravitationswellen-Observatorium. Geplant ist eine Konstellation aus drei baugleichen Sonden wie LISA Pathfinder. Die drei Sonden werden in einer Dreiecksformation mit gigantischen Abständen voneinander fliegen. An Bord einer Ausgangssonde befindet sich ein Laser, dessen Licht von den anderen beiden Sonden reflektiert wird. Da wie LISA Pathfinder alle drei Sonden absolut störungsfrei fliegen, lassen sich nun durch präzise gegenseitige Abstandsmessung Gravitationswellen erforschen. Die drei Sonden bilden so im All zwischen Sonne und Erde ein riesiges Dreieck aus Licht. Die beiden LIGO-Detektoren haben vier Kilometer Armlänge, der Virgo-Detektor hat drei Kilometer Armlänge. Diese Beschränkungen hat man im Weltall nicht. Für LISA ist vorgesehen, dass das gleichseitige Dreieck eine Seitenlänge von zweieinhalb Millionen Kilometern hat. Also sehr, sehr viel größer. Und das ermöglicht es dann auch, zu sehr, sehr viel niedrigeren Frequenzen zu gehen. Die Dimensionen, die LISA erreichen soll, sind kaum vorstellbar. Achteinhalb Sekunden benötigt ein Laserstrahl, um die zweieinhalb Millionen Kilometer zwischen zwei Sonden zu überbrücken. Beide reflektierten Laserstrahlen treffen dann wieder in der Ausgangssonde ein. Jedes Mal sitzt man da wieder und denkt sich, boah, boah, wenn das geht, also warum gehen viele andere Dinge nicht? Warum gibt es dann noch Funklöcher und sowas alles, wenn die das alles hinkriegen? Das ist einfach Wahnsinn. Die Gravitationswellenforschung aus dem All heraus ist ein wichtiger Schritt zum weiteren Verständnis des Universums. Mit dem LISA-Observatorium möchten die Wissenschaftler vielen weiteren Ereignissen im All nachspüren, um diese besser verstehen und einordnen zu können. Auch auf der Erde arbeiten Forscher bereits an neuen Typen von Gravitationswellendetektoren. Der Plan ist, neue Infrastrukturen für neue Detektoren der sogenannten dritten Generation dann zu bauen. Das Ganze soll unterirdisch gebaut werden, um von den Störungen auf der Erdoberfläche freizukommen, etwa 200 Meter unter der Erde. Und mit der dritten Generation, mit der erhöhten Empfindlichkeit dieser Gravitationswellendetektoren, werden wir auch noch eine Vielzahl anderer Ereignisse sehen können, andere Wissenschaft treiben können. Einen riesigen, im Untergrund verborgenen Detektor beschreibt das europäische Konzept Einstein-Teleskop. Das Gravitationswellen-Observatorium der dritten Generation ist ein Kilometer langen, in einem Dreieck angeordneten Armen. Die Wissenschaftler versprechen sich durch die unterirdische Störungsunterdrückung eine zehnmal höhere Empfindlichkeit. Das riesige unterirdische Labor soll in etwa 200 bis 300 Metern unter der Erdoberfläche installiert werden. Zum genauen Standort gibt es allerdings noch keine Entscheidung. Als Vorbereitung für das Projekt wird zunächst ET Pathfinder gebaut, ein verkleinerter Prototyp des Einstein-Teleskops. Der Mini-Detektor entsteht an der Universität Maastricht und wird eine Armlänge von nur 20 Metern haben. Das reicht nicht aus, um Gravitationswellen zu messen, doch darum geht es in dieser Phase noch nicht. An der Versuchsanlage in Maastricht sollen verschiedene Technologien zur Erstausstattung des endgültigen Observatoriums entwickelt und erprobt werden. Das Einstein-Teleskop soll Gravitationswellen von sehr viel weiter entfernten Ereignissen aufspüren, als das bisher möglich ist und so ganz neue Erkenntnisse zur Entstehungsgeschichte des Universums liefern. Die Gravitationswellen-Astronomie entwächst ihren Kinderschuhen. Die Gravitationswellen-Forschung war vor der Detektion, vor der Verifizierung schon in einer etwas esoterischen Ecke, aus der man jetzt raus ist. Bis zum Urknall selbst möchten die Astronomen anhand der Gravitationswellen-Forschung in die Vergangenheit blicken. Das wäre es, wenn wir 14 Milliarden Jahre nach dem Urknall noch dessen Gravitationswellen, die der Urknall damals ausgesandt hat, noch messen könnten. Oder ein anderes Beispiel, was toll wäre, was wir messen könnten. Jede Gravitationswelle kann man als Teilchen interpretieren, genauso wie man Lichtwellen als Photonen als Teilchen interpretieren kann. Und Photonen können zum Beispiel an Spiegeln abgelenkt werden. Genauso müssten Gravitonen auch an Singularitäten, zum Beispiel schwarzen Löchern, abgelenkt werden. Auch das müsste man messen können. Wie auch immer, ganz wichtig ist, mit zunehmender Empfindlichkeit dieser Gravitationswellen-Detektoren in der Zukunft können wir immer tiefer in das Universum hineinschauen und immer mehr lernen. Insofern haben wir einen ganz neuen kosmischen Detektor. Gravitation. Sie bestimmt die Geometrie von Raum und Zeit. Sie ist zwar auf kleinen Abständen die schwächste der vier fundamentalen Kräfte der Natur, aber auf kosmischen Entfernungen dominiert sie das Universum. Sie ist die geheimnisvolle Kraft, die allem zugrunde liegt, vom Urknall, dem Beginn von Raum und Zeit, bis hin zu unserer Existenz. Sie komplett zu verstehen ist der Schlüssel zu unserem Universum. Immer wieder greift Russland die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiv, an. Die 140.000 Einwohner Stadt liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zuletzt häufte sich der Beschuss. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur schwer getroffen. Allein seit gestern starben in Charkiv sechs Menschen durch russische Angriffe. Mindestens zwölf weitere wurden verletzt. Unser Kriegsreporter Paul Ronzheimer und sein Kameramann Daniel von Moll haben die jüngste Angriffswelle hautnah miterlebt. Die Aufräumarbeiten in Charkiv im Osten der Ukraine sie laufen. Am Tag nach den schweren Drohnenangriffen bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. Der Gouverneur der Region beschreibt sie als terroristischen Akt. Vergangene Nacht hatten wir einen der schwersten Drohnenangriffe in der Charkiv-Region. Zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden angegriffen. Ihre Taktik war in zwei Wellen anzugreifen. Die erste galt den Wohngebäuden. Danach als unsere Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort waren gab es einen zweiten Angriff bei denen Einsatzkräfte und auch Zivilisten getötet wurden. Es gab keinen einzigen Angriff gegen militärische Ziele oder Soldaten. Diese Attacken galten ausschließlich Zivilisten. Ihre Taktik hat sich seit Februar 2022 nicht verändert. Sie terrorisieren die lokale Bevölkerung und wollen Charkiv zerstören ebenso wie die gesamte Ukraine. Unter den Helfern auch ein deutscher Feuerwehrmann. Herr Thal, gestern sind drei Ihrer Kameraden ums Leben gekommen bei einem Drohnenbeschuss hier bei diesem Haus. Wie gefährlich ist der Einsatz für Sie hier? Es gibt die Gefahr des Double Taps, so nennt sich das. Das heißt, es kommt ein Angriff, dann gibt es eine gewisse Pause und dann kommt ein weiterer. Und ich denke, das hatten wir letztes Jahr in Kupjansk schon mal erlebt gehabt. Da hat man ungefähr eine halbe Stunde gewartet, dann kam der zweite Angriff, da gab es dann auch Verletzte. Es ist, diese Gefahr besteht und deswegen denke ich, dass es wieder wichtig ist, dass man länger wartet jetzt auch, dass man nicht direkt hinfährt, auch wenn das im Fall, im Brandfall nicht gegeben wäre, dass man das machen sollte. Da wäre es jetzt wahrscheinlich angebracht mit dieser vermehrten Gefahr, die jetzt immer, also es wird ja immer mehr, sie schießen ja immer häufiger jetzt von der russischen Seite, dass man jetzt wieder ein bisschen länger wartet, bevor man ausrückt. Jetzt ist Rakiv immer mehr zum Ziel geworden wieder der russischen Armee, nachdem es vor einem Jahr ungefähr relativ ruhig war mit Beschuss. Wie nehmen Sie die zunehmende Gefahr auch des Beschusses und der Drohnen persönlich wahr an der Stadt? Also es ist tatsächlich mehr geworden. Die letzte Woche gab es eigentlich permanent, jeden Tag, Luftalarm, viele Luftalarme, also wirklich alle ein bis zwei Stunden Luftalarm mitunter, dann auch immer wieder Einschläge und gestern Abend war ich auf der Feuerwache, hab drauf gewartet, dass wir möglicherweise den Einsatz haben werden und da hatte ich dann eben dieses typische Rasenmäher-Geräusch, das hört sich an wie so ein Propeller-Flugzeug. Ich bin dann ins Gebäude rein, weil das mehr war wie die letzte Woche. Wir sind dann alle in der Feuerwache, haben uns ins Gebäude zurückgezogen, in einen sicheren Gang, der eben mit mehreren dicken Wänden auf alle Seiten abgeschirmt ist, dass falls da was reinschlägt, dass es uns eben nicht trifft. Und da haben wir dann auch die Meldung gekriegt, dass die Kollegen, die hier im Einsatz waren, getroffen wurden, dass es da einen Double Tap gab. Und über die Lage an der Front jetzt eine Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten Christoph Wanner aus Moskau. Es gibt jetzt eine Meldung aus dem russischen Verteidigungsministerium, die ich nicht verifizieren kann. Sie besagt, dass Russland seit Jahresbeginn 400 Quadratkilometer in der Ukraine erobert haben will, haben soll. Und das würde einer Fläche des Stadtgebietes Köln entsprechen. Insgesamt scheint Russland mittlerweile tatsächlich 20 Prozent des ukrainischen Territoriums zu kontrollieren. Dazu gehört auch die Schwarzmeerhalbinsel Krim. Und das wäre dann eine Fläche so groß wie die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Wenn wir an die Front gucken, da ist der Hauptkriegsschauplatz nach wie vor die Provinz Danetzk. Es geht da für Russland nur sehr langsam, sehr zäh voran. Man muss dazu sagen, auch zum Teil unter schweren Verlusten. Es geht nach wie vor um Orte westlich von Avdeevka, wie zum Beispiel Berditschi, oder auch um Orte westlich von Bachmut, wie die ukrainische Kleinstadt Tschisov-Jar. Da sollen die Russen nur noch 600, 700 Meter vor der Stadt stehen. Es geht voran, wie ich gesagt habe, aber eben sehr langsam und das ärgert einige russische Kriegsblogger, wie wohl vor allem auch Michael Svinczuk. Das ist der Chef des Telegram-Nachrichtenportals RIVAR und er sagt, wir müssen die ukrainische Energieinfrastruktur noch stärker angreifen. Es gehe darum, den Ukrainern die Substanz zu entziehen. Man müsse dafür sorgen, dass die Waffenproduktion gestoppt wird und wenn sie keinen Strom mehr hat, dann kann sie auch nicht mehr produzieren und es gehe darum, auch den Nachschub für die ukrainischen Truppen zu unterbrechen. Wenn da kein Strom mehr da ist, dann würde da auch nicht mehr viel gehen, so Michael Svinczuk. Und jetzt geht der Chef des Nachrichtenportals RIVAR sogar noch einen Schritt weiter und spricht davon in seinem jüngsten Post gestern Abend, dass man darüber nachdenken müsse, sogar die AKWs, die Atomkraftwerke in der Ukraine anzugreifen. Sicherlich nicht die Reaktoren oder die Orte, an denen die Brennelemente gelagert werden. Man wolle ja schließlich kein zweites Tschernobyl, aber man müsse eben die Generatoren angreifen oder dafür sorgen, dass die AKWs die Ukraine nicht mehr mit Strom versorgen können. Mit Appellen zur Geschlossenheit vor allem gegen Russland hat die NATO den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Generalsekretär Stoltenberg nannte die Transatlantische Allianz einen Garanten für Frieden und Sicherheit. Die NATO sei das stärkste, beständigste und erfolgreichste Bündnis in der Geschichte. Das Jubiläum fällt allerdings in eine düstere Zeit. Vor wenigen Jahren hatte Frankreichs Präsident Macron die Allianz noch als Hirntod bezeichnet. Eine Einschätzung, die sich seit dem Krieg in der Ukraine grundlegend geändert hat. In Moskau beobachtet man die Feier mit Häme. So nannte Kreml-Sprecher Peskov die NATO ein Instrument der USA, um Europa zu destabilisieren. Die NATO-Hymne Auftakt zum Festakt im Hauptquartier der Allianz in Brüssel. Am 4. April 1949, vor genau 75 Jahren, haben die ersten zwölf Mitgliedstaaten den Nordatlantik-Vertrag unterschrieben und damit den Grundstein gelegt für die Verteidigungsallianz. Das Jubiläum Anlass dafür, den Originalvertrag erstmals auszustellen. Heute feiern wir das 75-jährige Jubiläum der stärksten, beständigsten und erfolgreichsten Allianz der Geschichte. Heute ist die NATO größer, stärker und die Mitgliedstaaten enger verbunden denn je. Eine dennoch auch schmerzhafte Geschichte. Noch vor dem Festakt legte NATO-Generalsekretär Stoltenberg einen Kranz nieder für die im Einsatz gefallenen NATO-Soldaten. Und auch dieses zweitägige Treffen der NATO-Außenminister steht unter ernsten Vorzeichen. Eines der zentralen Themen, die weitere Unterstützung der Ukraine. Auch innerhalb der NATO müssen wir unsere Aktivitäten, unsere Unterstützung der Ukraine weiter stärken und bündeln, weil sie auch unsere Sicherheit und Freiheit schützt. Wir stehen geschlossen für die Unterstützung der Ukraine ein und wir stehen gemeinsam für unsere Freiheit und unseren Frieden, der der beste Schutz ist für unsere Demokratie. Generalsekretär Stoltenberg hat vorgeschlagen, einen Fünf-Jahres-Fonds in Höhe von 100 Milliarden Euro aufzulegen, um die Hilfe für Kiew längerfristig und verlässlicher zu machen. Gleichzeitig ist klar, Europa muss sich auch finanziell mehr in dem Bündnis engagieren. Weil die Vereinigten Staaten auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bereit sein werden, das Große zu tragen, während wir in Europa, die meisten Länder Europas sind Mitglied in der NATO, uns einen schlanken Fuß machen. Generalsekretär Stoltenberg mahnte daher auch den Zusammenhalt zwischen Europa und Nordamerika an. Europa brauche Nordamerika für seine Sicherheit, Nordamerika brauche aber auch Europa. Die Bundeswehr soll mit einer neuen Kommandostruktur handlungsfähiger werden. Eine entsprechende Reform hat Verteidigungsminister Boris Pistorius heute in Berlin vorgestellt. Unnötige Strukturen sollen abgeschafft und die Bundeswehr in vier Teilstreitkräfte umorganisiert werden. Die sind neben dem Heer, der Luftwaffe und der Marine jetzt auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Außerdem erhält die Bundeswehr ein einheitliches Führungskommando. Die Vorteile dieses neuen operativen Führungskommandos liegen auf der Hand. Schnelle Entscheidungen aufgrund eines gemeinsamen 360-Grad-Lagebildes, eines Gesamtbildes und damit auch die Fähigkeit, die Leitung des Ministeriums aus einer Hand in allen Einsatz- und Einsatzangelegenheiten beraten zu können. Die Aufgaben des operativen Führungskommandos sind unter anderem Planung des übergeordneten Kräfteansatzes für militärische Einsätze. Das operative Führungskommando ist zentraler Ansprechpartner für die NATO natürlich, also One Single Contact, nur ein Ansprechpartner, aber auch natürlich und für die gilt das Gleiche für Bundes- und Landesbehörden wie THW und Polizei und andere. Und das operative Führungskommando bündelt und auch das ist wichtig, alle Absprachen zu internationalen und nationalen Missionen und Aufträgen aus einer Hand. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahl-Kandidaten Peter Büstron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, von dem aus Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Der AfD-Mann bestreitet das heftig, er spricht von Verleumdung und einer Zitat-Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Auch seine Anwälte hat er bereits eingeschaltet, doch die Affäre wirft noch weitere Fragen auf. In der Vergangenheit war Bistron immer wieder mit seiner Nähe zu Russland aufgefallen. Leonie von Rando berichtet. Peter Bistron unter Druck. Der Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Bistron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze, zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag gilt schon lange als Russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großvater versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. In Los Angeles begrüßen wir die Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Römmele. Frau Römmele, wir grüßen Sie. Ich grüße Sie auch. Der AfD-Abgeordnete Bistron bestreitet also Geld von einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben. Er hat aber nicht generell bestritten, Geld von Dritten aus dem Ausland angenommen zu haben. Welches Ausmaß könnte diese Affäre noch annehmen? Womit rechnen Sie da? Nun, es sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die hier interessant sind zu beobachten. Das eine ist natürlich, das haben wir auch im Beitrag gehört, welche Rolle Fake News, Missinformation jetzt in den Wahlkämpfen, die wir führen, spielen. Der Europawahlkampf steht vor der Tür, aber auch die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und sollte es sich bewahrheiten, dass hier, wie er ja auch schon in anderen Fällen, Russland die Finger mit im Spiel hat und versucht, unsere Gesellschaft von innen auszuhöhlen, so ist das sehr dramatisch. Der zweite interessante Punkt in diesem Fall ist, wie mit Bistron jetzt von der Parteispitze aus umgegangen wird. Es ist der AfD ein Anliegen, sich ein Stück weit auch als in Anführungsstrichen saubere Partei nach außen darzustellen. Und da ist die Frage, inwiefern sie dann auch Kandidaten dafür opfern. Bistron ist ja jetzt erst mal aus dem Wahlkampfverkehr gezogen worden, was schon ein Schritt ist. Welche Strategie will die AfD denn weiterfahren auf dem Weg jetzt erst mal zur Europawahl, aber dann auch zur Bundestagswahl? Also sich so ein bisschen, ja, nicht neutralisieren, wie es das war, so ein bisschen Maßregeln sozusagen. Also mehr Richtung Mitte gehen oder doch dann diesen radikalen rechten Kurs fahren. Ist das auch ein Balanceakt für die Partei? Es ist ganz klar ein Balanceakt für die Partei. Meiner Ansicht nach wird sie nicht von ihren radikalen Positionen abweichen. Also sie wird sich weiter rechtsextrem positionieren. Aber sie wird nach außen hin natürlich versuchen, als saubere Partei darzustellen, um eben auch diesem Vorwurf, man sei zu Russland freundlich, man würde mit Missinformationen, mit Fake News versuchen, die Gesellschaft zu spalten, dem eben entgegenzuwirken. Im Fall Bystron fehlt ja noch der letztendliche Beweis, obwohl es Berichte darüber gibt, dass der tschechische Geheimdienst da eben Audiodateien auch hat. Aber halten Sie es denn grundsätzlich für möglich, dass Politiker anderer Parteien vielleicht auch Geld aus Moskau bekommen haben oder noch bekommen aktuell? Der Kreml versucht ja, die öffentliche Meinung in Europa zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Also dass der Kreml versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen in Europa, in Deutschland steht außer Frage. Dass sich die demokratischen Parteien hier versuchen zu wehren, ist auch vollkommen klar. Und es obliegt letztlich den Gerichten und der Justiz, hier ein Urteil zu sprechen. Aber dass dies eine drohende Gefahr ist für unsere Demokratie, wenn wir eben nicht mehr auf der Grundlage von Fakten diskutieren können, steht vollkommen außer Frage. Sie halten sich ja gerade in den USA auf. Bereits im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gab es Berichte, dass Russland versucht haben soll, den Wahlausgang von außen zu beeinflussen, eben zugunsten von Donald Trump. Sehen Sie aktuell wieder Anzeichen dafür? Ja, absolut. Also das hat sich 2020 und jetzt auch im Präsidentschaftswahlkampf 2024 noch mal deutlich verstärkt. Und da ist eine ganz große Gefahr. Wir haben ja auch hier in den USA auch die größte Gruppe von sogenannten Independents, also Wählerinnen und Wählern, die völlig offen sind, ob sie jetzt für Joe Biden, den Kandidaten der Demokraten oder für Donald Trump wählen. Und genau dieses relativ große Pool von den sogenannten Independents, den Unentschlossenen, die hier mindestens die Hälfte der Wählerschaft ausmachen. Auf die zielen natürlich solche Missinformationskampagnen. Und das ist unheimlich schwer wieder einzufangen. Selbst wenn man weiß, als Kandidat, als Politiker, es wurden jetzt Missinformationen gestreut und ich versuche hier die Fakten dagegen zu halten, also quasi einen Faktencheck zu machen. Man kriegt es nicht wieder aus der Welt geräumt. Sagt die Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Römmeler. Vielen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Los Angeles. Sehr gerne. Noch vor der Bundesregierung beginnt das erste Bundesland mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal ist in Sachsen-Anhalt diesbezüglich eine Expertenkommission zusammengekommen. Aus den Erkenntnissen der Kommission sollen Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden, so die Staatskanzlei. Die Kommission setzt sich aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Schule, Wirtschaft sowie Sport und Kultur zusammen. Gemeinsam will man herausfinden, ob und was künftig besser zu machen wäre. Ziel ist es, neben den Analysen, dazu zählt übrigens auch die Auswertung der Medienarbeit in den letzten vier Jahren, die uns begleitet haben, die uns fast täglich mit Hinweisen, Kommentierungen und Bewertungen auch versehen haben, das gesamte Zusammenspiel einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, einer offenen Gesellschaft mal abzubilden. In den Mechanismen, die wechselweise aufeinander wirken. Das wird hochspannend sein. Wenn man selbst mal die letzten vier Jahre nur mal die entsprechenden medialen Bewertungen ansieht, merkt man, es sind die gleichen Wechselspiele des Lebens erkennbar, wie in den Handlungsmechanismen des Staates. Luisa Stangl für uns im Bundestag. Luisa, wir haben Rainer Haseloff gerade gehört, also die Expertenkommission für Sachsen-Anhalt, hat das Konsequenzen für den Bund? Na, es setzt zumindest die Bundesregierung unter Druck. Denn es ist jetzt eine Landesregierung, die hier vorangeht, die sagt, sie möchte die Corona-Pandemie aufarbeiten. Sie möchte gucken, welche Corona-Maßnahmen waren gerechtfertigt, welche waren vielleicht auch überzogen und welche Lehren kann man daraus für kommende Pandemien ziehen. In der Bundesregierung ist so eine Kommission bisher nicht geplant. Und das, obwohl es ja die Bundesregierung ist, die ja die ganzen Corona-Maßnahmen damals bestimmt hat. Und die Landesregierungen sind dem Ganzen ja nur gefolgt. Es bleibt also spannend zu sehen, was da in Sachsen-Anhalt rauskommt. Und dann ist natürlich auch die Bundesregierung unter Zugzwang, muss darauf reagieren. Luisa, lass uns nochmal über die RKI-Protokolle sprechen. Die sind ja teilweise veröffentlicht worden, dann mit geschwärzten Stellen. Wer ist denn mittlerweile dafür und dagegen, dass man diese geschwärzten Stellen jetzt lesbar macht? Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat gesagt, er möchte Transparenz schaffen. Er möchte diese RKI-Protokolle weitestgehend entschwärzen. Weitestgehend aber nur, das heißt nicht vollständig. Und so eine vollständige Entschwärzung, das fordern aber vor allem gerade zwei Parteien. Auf der einen Seite ist es die AfD, auf der anderen Seite ist es die FDP. Und der Fraktionsvorsitzende von der FDP, Christian Dürr, der hat gesagt, er möchte die Corona-Pandemie umfassend aufarbeiten. Er möchte gucken, welche Maßnahmen waren sinnvoll und welche nicht. Und helfen soll da eine ganz bestimmte Person, nämlich der ehemalige Bundesgesundheitsminister. Das ist Jens Spahn von der CDU. Aus der CDU sind bisher die Stimmen nach einem Entschwärzen nicht allzu laut. Das muss aber natürlich auch daran liegen oder könnte daran liegen, dass eben die CDU selbst in der Bundesregierung saß, als die Corona-Pandemie war. Heißt, sie hat diese ganzen Maßnahmen entschieden, mitgetragen und in Auftrag gegeben. Dementsprechend ist da das Interesse nicht so groß. Das RKI selbst hat sich abgesichert, hat da eine Anwaltskanzlei beauftragt, diese Protokolle anzuschauen. Und die hat in einem über tausendseitigen Dokument erklärt, warum es rechtens ist, dass diese Schwärzungen da erfolgt sind. Unter anderem, um eben die Persönlichkeitsrechte von bestimmten RKI-Mitarbeitern zu schützen. Luisa, Dankeschön in dem Bundestag. Harter Lockdown, Teil-Lockdown, 3G-Regel, viele Begriffe aus der Corona-Zeit hat man ja schon wieder aus dem Gedächtnis gestrichen. Frau Klintzing hat sich noch einmal näher angesehen, was wirklich über die drei Jahre Corona alles geschehen ist. Ja, wir blicken in das Jahr 2020, also schon vier Jahre her. Und genauer gesagt, im Januar gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland, wie wir hier jetzt gleich auf der Karte sehen können, genauer gesagt am 27. Januar. Und nur ein paar Wochen später, genauer gesagt am 22. März 2020 kam schon der erste Lockdown und das Ganze bis zum Juni. Da gab es auch schon Einschränkungen, heißt die Grenzen wurden geschlossen, die ersten Masken kamen auf den Markt. Katja hat es schon gesagt, in dem Fall nur Stoffmasken und auch Schulen und Kitas wurden geschlossen. Am 2. November 2020, also nur ein paar Monate später, kam es dann zum nächsten langen Lockdown bis zum Mai 2021, der zweite Teil-Lockdown. Und wieder gab es Einschränkungen bei Kontakten und Freizeitaktivitäten, Bars und Restaurants beispielsweise konnten zu diesem Zeitpunkt kaum besichtigt werden. Dann ein Blick in den Dezember 2021, da kam der dritte Teil-Lockdown. Auch da gab es wieder sehr, sehr viele Einschränkungen, aber es fingen schon die ersten Impfungen an, nämlich im Jahr 2020. 27. Dezember, da wurden die ersten Menschen geimpft. Zu Anfang gab es erst die Impfungen für über 80-Jährige und vor allem für das besonders gefährdete Krankenhauspersonal. Wir blicken auf die zweite Hälfte der Corona-Chronik, denn ich hatte es schon angesprochen, die Geimpften hatten dann mehr Freiheiten. Beispielsweise am 24. November 2021, da gab es zum ersten Mal die 3G-Regel. Nochmal zur Erinnerung, also Getestete, Geimpfte oder Genesene durften dementsprechend auch die Einrichtungen wie Arbeitsplatz und Busse und Züge dann auch aufsuchen. Dann nur ein paar Monate später gab es schon wieder einen neuen Begriff, nämlich die 2G-Plus-Regel. Das heißt so viel wie, naja, die Geimpften und die Genesenen dürfen Restaurants aussuchen, aber auch nur, wenn sie einen Test vorweisen. Das empfällt oder das ist empfohlen für die Menschen, die geboostert waren. Dann der Blick zum 24. Mai 2022. Da hat die STIKO für gesunde Kinder zwischen fünf und elf Jahren dann auch die Corona-Impfung empfohlen. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch immer wieder Diskussionen darüber, ob es eine allgemeine Impfpflicht geben sollte. Wie wir wissen, kam die ja schlussendlich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt sieht man auch, dass die Corona-Impfungen immer weiter geschritten sind und auch in dem Fall Kinder schon die Impfung bekommen haben oder konnten. Am 2. Februar dann der Schlusspfiff für die Corona-Pandemie in Deutschland, denn die Maskenpflicht ist zu dem Datum dann auch entfallen im öffentlichen Fernverkehr und somit auch alle weiteren Einschränkungen. So der Überblick. Wir wollen aber auch noch auf die nächste Karte blicken. In dem Fall geht es um die Impfungen, genauer gesagt in Deutschland. Und die erste Impfung haben insgesamt 64 Millionen Menschen erhalten, vollständig geimpft, also drei Impfungen 63 Millionen Menschen. Und insgesamt wurden 175 Millionen Menschen geimpft. Schon wirklich verrückt, wie lange diese Lockdowns waren. Man hat das schon echt vergessen. Ja, ist ja wie so eine andere Zeitrechnung, auf jeden Fall. So, wir blicken auf ganz andere Bilder. Sie waren spektakulär und zugleich erschütternd. Ein Containerschiff rammte vor zehn Tagen einen Pfeiler der Key Bridge in Baltimore. Die Brücke, die stürzte daraufhin ein. Ja, und noch immer wühlen sich die Bergungsmannschaften durch Tonnen Stahl und Beton oder wie sie versuchen es zumindest. Unser USA-Korrespondent Michael Wüllenweber, der berichtet aus Baltimore. Es sind Boten der Hoffnung. Neue Fahrwassertonnen werden ausgelegt für eine inzwischen dritte Route unter noch intakten Teilen der Brücke. Es ist Tag zehn nach der Katastrophe, nachdem die über 300 Meter lange Dali mit 4.500 Containern an Bord tausende Tonnen Stahl und Beton im Patapsco River versenkte und den neuntgrößten Hafen der USA stilllegte. Seitdem steckt die Dali fest. Teile der Fahrbahn liegen auf dem Bug. Und so sieht es unter Wasser aus. Es gibt erste Sonaraufnahmen, die Key Bridge auf Grund 20 Meter tief. Wenn man sieht, wie ineinander verwickelte Trümmer sind, beginnt man zu verstehen, was es für eine Herausforderung ist, die wir vor uns haben, um die Trümmerteile aus dem Hafenbecken zu bergen, erklärt der Gouverneur von Maryland. Priorität hat die Räumung der Tiefwasserroute. Erst dann können auch größere Containerschiffe wieder passieren. Erste Stahlträger werden auseinander geschweißt und abtransportiert, aber es ist nur ein Anfang. Auf die Taucher warten unter Wasser extreme Bedingungen. Wenn es überhaupt möglich ist, abzutauchen, müssen sie von oben geführt werden. Die Taucher arbeiten hauptsächlich im Dunkeln. Wenn sie Licht benutzen würden, wäre es so, als ob sie durch einen Schneesturm mit Fernlicht fahren würden. So kann man das beschreiben. Die Streben der kollabierten Brücke unter und über Wasser stehen teils unter Spannung. Das macht die Bergung zusätzlich schwierig und vor allem gefährlich. Ein Datum, wann die Passage geräumt sein könnte, will immer noch niemand nennen. Große Containerschiffe wie die Dali hatten unter der Brücke gerade mal 50 Zentimeter Wasser unterm Kiel. Da darf also kein Trümmerteil liegen bleiben. So, jetzt haben wir die Kamera gefunden. Es ging ordentlich zur Sache, wie Sie schon neben mir sehen in der NHL-Partie. Zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils kommt es nämlich schon nach zwei Sekunden zu einer Wüstenschlägerei auf dem Eis. Spieler bei der Teams sorgen damit für reichlich Aufsehen, denn es ist gleich vielmehr ein Boxkampf anstatt einer Eishockey-Partie. Insgesamt zehn Akteure sind involviert. Das Ganze hat auch reichlich Strafzeiten zufolge. Acht der beteiligten Raufbolde erhalten. Spieldauer, Disziplinarstrafen müssen also vorzeitig unter die Dusche. Und gewonnen haben die New York Rangers die Partie mit 4 zu 3, als dann wieder Eishockey gespielt werden konnte. Da geht es aber ruppig zur Sache. Was war da los? Ups. Okay, wir kommen zu angenehmeren Dingen des Tages. Zumindest für Autoliebhaber. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Ganz genau. Die stehen ja bekanntlich vor dem Aus. In der EU sollen ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden, die beim Fahren eben CO2 emissionsfrei sind. Und bald könnte es da wohl auch noch schärfere Regeln geben. Oldtimer blieben bislang davon verschont. Aber bleibt das so? Diese Frage stellten sich nicht wenige Besucher bei der weltgrößten Oldtimer-Messe. Techno-Klassiker in Essen. Unter den Gästen auch Finanzminister Lindner. Er ist ein bekennender Oldtimer-Freund. Und wir haben genau zugehört, was er zum Verbrenner ausmeint. Du machst die Luft spürst, die Geräusche. 2700 Oldtimer können die Besucher in Essen bestaunen. Die Fahrzeuge sind alle mindestens 30 Jahre alt. Erst dann können Eigentümer ein Haarkennzeichen beantragen. Bundesweit sind rund 870.000 Oldtimer unterwegs. Und die echten Liebhaber wissen, Oldtimer und Neuwagen kann man einfach nicht vergleichen. Man muss da noch viel mehr lenken, man muss viel mehr spüren, man muss auch ein bisschen mehr hören, hinhören als heute bei den Autos, die ja fast von alleine fahren. Naja, das ist wie so eine, wie man heute sagt, Zeitkapsel. Man hat eben, man fährt eben Auto wie vor 50 Jahren. Für mich ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema. Also ein Fahrzeug, das ich wieder auf die Straße bringe und das, ich sag mal, wieder bewegt wird, ist immer noch ressourcenschonender als ein neues Fahrzeug zu bewegen. Bekennender Oldtimer-Fan ist auch der Finanzminister, der den Besuchern hier ein Versprechen gibt. Ich bin schon jetzt davon überzeugt, dass wir keinerlei Veränderungsbedarf beim Haarkennzeichen haben. Keinerlei. Und nebenbei gesagt, mein Auto von 1982, das ist schon gebaut. Wenn ich da synthetische Kraftstoffe reinfülle, dann ist dieses Auto klimafreundlicher als der neue Tesla, erst recht, wenn er mit Strom aus polnischen Braunkohlekraftwerken geladen werden würde. Den Support vom Finanzminister haben die Oldtimer-Fans also. So fühlt sich das Fahren doch gleich noch besser an. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen andauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche NGOs an, weiter vor Ort zu bleiben. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, warf ihr der israelische Botschafter Jakob Livne nun Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter daraufhin ein. Weiter nach Washington zu Michael Wöhlenweber. Michael Präsident Biden hat mit Israels Ministerpräsidenten Netanyahu am frühen Abend unserer Zeit telefoniert. Was ist dabei herausgekommen? Ja, schon vor dem Gespräch hieß es ja, dass der Präsident empört sei über diese Angriffe auf die Helfer und in diesem rund anderthalbstündigen Gespräch, an dem ja auch die Vizepräsidentin teilgenommen hat, wie auch Außenminister Blinken, der sich hat telefonisch zuschalten lassen. Das liest sich zumindest so, es gibt vor wenigen Sekunden, nämlich gab es eine Erklärung des Weißen Hauses. Das liest sich so, als ob das Tischschuk zwischen Joe Biden und Benjamin Netanyahu, dass das wirklich durchschnitten ist. Ich denke mir, der Ton, der war heftig. Es sieht es auch schon im Vorfeld ja, dass sich Mitarbeiter gegenseitig angeschrien haben. Und vielleicht, um das zu unterstreichen, möchte ich kurz aus dieser Pressemitteilung des Weißen Hauses vorlesen. Präsident Biden betonte, dass die Airstrikes auf die humanitären Helfer und die allgemeine humanitäre Situation inakzeptabel sind. Er machte deutlich, dass Israel eine Reihe spezifischer, konkreter und messbarer Schritte ankündigen und umsetzen muss, um zivile Schäden, humanitäres Leid und die Sicherheit der Helfer anzugehen. Er machte deutlich, und jetzt kommt es, dass die US-Politik in Bezug auf Gaza unsere Bewertung der sofortigen Maßnahmen Israels auf diese Schritte bestimmt wird. Das ist ein Schlag ins Gesicht von Benjamin Netanyahu. Bisher haben wir ja immer die Unterstützung von Joe Biden hervorgehoben für Israel. Auf der einen Seite, er hat immer eingeklagt, ein anderes Vorgehen Benjamin Netanyahu ist, aber Benjamin Netanyahu hat keine konkreten Ergebnisse gezeigt. So stellt sich hier jetzt auch die Frage in den USA, was für einen Einfluss hat Joe Biden überhaupt tatsächlich auf die israelische Politik. Und man könnte den letzten Satz, den ich da gelesen habe, vielleicht dann auch als Drohung interpretieren, dass man die Politik ändert gegenüber Israel, dass man zum Beispiel Waffenlieferungen wieder verzögert. Erst gerade hat man die Lieferung von über 2000 Bomben wieder zugestimmt. Da ist der Hake nur noch dran gemacht worden, der noch fehlte. Das ist ein längerfristiges Projekt gewesen, aber aktuell gerade erneut bestätigt worden. Oder dann auch die Lieferung von R-15 Kampfhugzeuge, was ja beschlossen ist. Also heißt dieser Satz, dass man das abhängig macht, die Politik von den Ergebnissen dieser sofortigen Maßnahmen, die die Israelis zu ergreifen haben, heißt dieser Satz tatsächlich, dass Joe Biden willens ist, unter Umständen seine Politik gegenüber Israel prinzipiell zu überdenken. Wir erwarten hier den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in wenigen Minuten, der wird es uns erklären müssen. Michael, herzlichen Dank für diese ganz aktuellen Informationen aus Washington. In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland diskutiert die AfD jetzt ein Auftrittsverbot für ihren Europawahlkandidaten Peter Bistron. Darüber soll voraussichtlich auf einer Sitzung des Bundesvorstandes am Montag entschieden werden. Bistron steht im Verdacht, Geld aus einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben, und das in Verbindung mit der von Moskau finanzierten Internetseite Voice of Europe steht. Bistron selbst spricht von Verleumdung und erklärt jetzt in einem Brief an die Parteispitze, der Welt vorliegt, zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Bei mir im Studio ist die SPD-Politikerin Katharina Barley. Sie ist die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die Europawahl am 9. Juni. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben jetzt ja einige Details gerade im Beitrag eben schon gehört, dass Herr Bistron eben Geld aus Russland angenommen haben soll. Er selbst bestreitet das ja, zumindest mündlich. Er soll sich da noch weiter erklären der Partei gegenüber. Wissen Sie da noch mehr dazu? Ich weiß auch natürlich nur, was so gesprochen wird, vielleicht aus etwas informierteren Kreisen als andere, aber belegt. Belege habe ich jetzt selber auch noch nicht gesehen. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen. Jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Also es scheint sich seine Hintertür offen halten zu wollen. Welche Auswirkungen könnte denn die Affäre haben, wenn sich die Vorwürfe wirklich als wahr herausstellen sollten? Und welche Konsequenzen müssten dann gezogen werden? Naja, erstmal wäre dann natürlich das klar, was wir aus anderen Ländern schon wissen, dass Wladimir Putin versucht, auch durch solche Mittel in den Wahlkampf einzugreifen, in den Europawahlkampf einzugreifen. Wir haben es ja schon beim Brexit gesehen, bei der amerikanischen Wahl. Wir kennen das aus Frankreich von Marine Le Pen. Es hätte für die Europawahl, für die AfD-Liste keine Konsequenz, weil die nicht mehr geändert werden kann. Er könnte da nicht gestrichen werden. Er könnte nicht gestrichen werden. Er könnte höchstens selber eine Erklärung abgeben, dass er die Wahl nicht annähme. Das wäre noch möglich. Aber es würde natürlich vor allem die Frage aufwerfen, was ist eigentlich noch um ihn herum bei möglicherweise anderen AfD-Liste. Da würde ich gerade nachhaken wollen. Halten Sie es denn für möglich, dass noch andere Politiker auch aus Deutschland möglicherweise Geld aus dem Kreml bekommen? Wie gesagt, ich war mal Richterin. Die Unschutzvermutung ist mir sehr wichtig. Was wir wissen, ist, dass Wladimir Putin versucht, mit solchen Mitteln zu manipulieren, dass er darauf ausgerichtet ist, die Europäische Union zu spalten. Insofern wissen wir auch, dass Gelder von ihm, vom Kreml, in die Taschen von nationalistischen, antieuropäischen Parteien gehen. Ob das auch jetzt bei der AfD in größerem Ausmaß der Fall ist, das muss eben eine Untersuchung ergeben. Am 9. Juni wird jetzt ja erneut ein neues Europaparlament gewählt. Sie treten dafür die SPD als Spitzenkandidatin an. Inwiefern wird denn die Arbeit im EU-Parlament insgesamt schwieriger, wenn sich rechte Parteien am rechten Rand immer stärker durchsetzen sollten? Also in den Umfragen stehen die ja besser da als 2019 bei der letzten Wahl. Ja, aber wichtig ist eben wirklich zu sagen, Umfragen sind nicht das Wahlergebnis. Und wir haben das ja gesehen. Aber sie sind ein Indikator. Ja, aber die Menschen sind auf die Straße gegangen in Deutschland für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und schon hat man gesehen, dass die Zustimmungswerte zur AfD auch deutlich gesunken waren. Also wir haben es in der Hand. Ich bin wirklich, ich finde das ganz wichtig, auch den Menschen zu sagen, ihr entscheidet das. Das entscheiden nicht die Medien oder die Umfrageinstitute, das entscheidet ihr. Und vorher bin ich auch nicht bereit, da irgendwie zu spekulieren. Wir kämpfen gegen Rechtsextremismus. Das tut die Sozialdemokratie seit über 160 Jahren. Und es ist einfach wichtig zu wissen, diese Menschen agieren gegen die Interessen Deutschlands, gegen die Interessen Europas, aber eben auch gegen die Interessen Deutschlands. Und das sieht man an diesem Beispiel sehr gut. Lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz auf die Corona-Aufarbeitung blicken. Da ist Ursula von der Leyen jetzt in den Fokus der belgischen Justiz gerückt, weil sie angeblich SMS-Nachrichten gelöscht haben soll. Da geht es um einen Milliardendeal mit Pfizer-Chef Albert Burla. Also da sollen die SMS-Nachrichten dann verschwunden sein. Das ist in Belgien wohl verboten. Hat Frau von der Leyen sich da möglicherweise nicht korrekt verhalten nach ihrer Ansicht? Hat sie da gegen Transparenzregeln verstoßen? Also der Fall ist in Brüssel schon lange ein Thema. Erstaunlicherweise haben die deutschen Medien das nie aufgegriffen. Wir haben auch im Europäischen Parlament dazu eine Untersuchungskommission gehabt. Leider ist weder Frau von der Leyen noch der Pfizer-Chef dort persönlich erschienen, trotz unserer Aufforderung. Inwieweit da alle Regeln eingehalten worden sind, kann man erst feststellen, wenn wir diese Chat-Nachrichten bekommen. Aber die werden ja nicht herausgegeben. Ursula von der Leyen weigert sich, die Kommission weigert sich. Sie ist schon verklagt worden, unter anderem von den New York Times. Was wir aber wissen ist, dass Impfdosen im Wert von 4 Milliarden Euro vernichtet werden mussten, weil die Mengen so hoch waren, viel zu hoch waren, die in diesem Deal vereinbart wurden. Wer zahlt das? Ja, der europäische Steuerzahler. Katharina Barley, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Eine Rakete auf einem Militärschiff hat in Dänemark zu Sperrungen im Luft- und Seeverkehr geführt. Die nationale Schifffahrtsbehörde warnt vor herabfallenden Raketentrümmern und rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren und notfalls zu ankern. Das dänische Militär klärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten. Der Werfer sei aktiviert worden und habe dann nicht mehr deaktiviert werden können. Die Warnung betrifft ein Gebiet etwa vier Kilometer südlich der großen Beltbrücke, die über die Meerenge führt und eine der größten der Welt ist. Boris Pistorius will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe erhält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne dazu vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben. Diese sind neben dem Heer, der Luftwörfer und der Marine nun auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Denn Cyber-Operationen und der Schutz der elektronischen Infrastruktur gewinnen immer mehr an Bedeutung. Aber um seine Pläne umzusetzen, braucht Pistorius Geld und zwar viel Geld. Versteht sich. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen, wie notwendig und auch wie wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Fragen sollen jetzt kritisch beleuchtet werden. Heute machte Sachsen-Anhalt als erstes Bundesland einen Schritt in genau diese Richtung. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen. Schulschließungen bei den Kindern hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FFP2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Fanny, magst du Sonnenuntergänge? Ich liebe Sonnenuntergänge. Ich hätte einen immer angerufen. Wir müssen mal in mein Handy schauen, in meine Fotos. Ungefähr, ich glaube, 60 Prozent Sonnenuntergänge. Wir können Sie jetzt aber auch daran teilhaben lassen, dass hinter uns ist nämlich aktuell der Himmel über Berlin von unserem schönen Büro-Arbeitsplatz ausgenommen. Wir sitzen hier im Studio, aber wunderschön. Wir kriegen es ins Studio gelegt, das ist doch auch gut. Genau, da können Sie es jetzt auch sehen und wir haben weitere eindrucksvolle Bilder des Tages für Sie und wir beginnen im Land am Nil in Ägypten. Wie von dem prächtigen Orange euphorisiert wirft ein Junge auf einem Feld in Kairo Ringelblumen in die Luft. Die sehen nicht nur schön aus, sondern werden auch für Kosmetika und Arzneimittel geerntet und exportiert. Die Vereinigten Staaten sind bekannt dafür, dass bei ihnen alles ein wenig größer ist. Das zeigen auch diese riesigen Baseball-Nachbildungen, die auf dem Alecany River im amerikanischen Pittsburgh schwimmen. Spritzige Frühlingsboten. Der Fontaine de Mer auf dem Place de la Concorde in Paris repräsentiert mit seinen Skulpturen den maritimen Handel und die Industrie Frankreichs. Göttliche Architektur. Ein Mann betet nach Sonnenuntergang während des Fastenmonats Ramadan unter einer spektakulären Kuppel in Dubai. Wie der Phönix aus der Asche. Nach einem Brand im Jahr 2017 ist dieses Geschäftshochhaus in Teheran innerhalb von fünf Jahren wieder aufgebaut worden. So und jetzt haben wir auch noch beeindruckende Bilder für Sie. Bilder der etwas anderen Art. Es ging nämlich ordentlich zur Sache in der NHL-Partie zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils. Schauen Sie mal, nach zwei Sekunden, wie kann das sein, kommt es zu einer Wüstenschlägerei auf dem Eis. Spieler beider Teams sorgen damit für Aufsehen und es gleicht eher einem Boxkampf anstatt einer Eishockey-Partie. Insgesamt zehn Akteure sind involviert. Das Ganze hat auch für reichlich Strafzeiten gesorgt. Acht der beteiligten Raufbold erhalten Spieldauer-Disziplinarstrafen. Sie müssen vorzeitig unter die Dusche. Und gewonnen haben am Ende die New York Rangers die Partie mit 4 zu 3. Ist ein Wunder, dass das überhaupt noch gewertet wurde, oder? Ja, das ist ein Wunder. Dass man sich gleich ganz abgebrochen hat. Okay, auch eine sportliche Alternative. Bicken wir auf bessere Nachrichten. In der Tat. Wir haben noch die gute Nachricht des Tages für Sie. Und die kommt heute aus Boston. Der weltweit erste Patient, dem eine Schweineniere transplantiert werden konnte, der hat jetzt das Krankenhaus verlassen. Für rund zwei Wochen ist Ärzten diese medizinische Meisterleistung gelungen. Seither soll sich der Patient gut erholt haben. Die Niere würde ihren Job gut ausführen, sagen die Ärzte. In Deutschland muss man im Schnitt acht bis neun Jahre auf ein Spenderorgan warten. Der Patient ist also nicht nur mutiger Vorreiter, er macht vielen Betroffenen jede Menge Hoffnung. 80.000 Menschen sind in Deutschland derzeit auf eine Dialyse angewiesen. Mit Appellen zur Geschlossenheit, vor allem gegen Russland, hat die NATO den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Generalsekretär Stoltenberg nannte die Transatlantische Allianz einen Garanten für Frieden und Sicherheit. Die NATO sei das stärkste, beständigste und erfolgreichste Bündnis der Geschichte. Das Jubiläum fällt in eine düstere Zeit. Vor wenigen Jahren hatte Frankreichs Präsident Macron die Allianz noch als Hirntod bezeichnet. Eine Einschätzung, die sich seit dem Krieg in der Ukraine grundlegend geändert hat. In Moskau beobachtet man die Feier mit Häme. So nannte Kreml-Sprecher Peskov die NATO ein Instrument der USA, um Europa zu destabilisieren. Die NATO-Hymne, Auftakt zum Festakt im Hauptquartier der Allianz in Brüssel. Am 4. April 1949, vor genau 75 Jahren, haben die ersten zwölf Mitgliedstaaten den Nordatlantikvertrag unterschrieben und damit den Grundstein gelegt für die Verteidigungsallianz. Das Jubiläum, Anlass dafür, den Originalvertrag erstmals auszustellen. Heute feiern wir das 75-jährige Jubiläum der stärksten, beständigsten und erfolgreichsten Allianz der Geschichte. Heute ist die NATO größer, stärker und die Mitgliedstaaten enger verbunden denn je. Eine dennoch auch schmerzhafte Geschichte. Noch vor dem Festakt legte NATO-Generalsekretär Stoltenberg einen Kranz nieder für die im Einsatz gefallenen NATO-Soldaten. Und auch dieses zweitägige Treffen der NATO-Außenminister steht unter ernsten Vorzeichen. Eines der zentralen Themen, die weitere Unterstützung der Ukraine. Auch innerhalb der NATO müssen wir unsere Aktivitäten, unsere Unterstützung der Ukraine weiter stärken und bündeln, weil sie auch unsere Sicherheit und Freiheit schützt. Wir stehen geschlossen für die Unterstützung der Ukraine ein. Und wir stehen gemeinsam für unsere Freiheit und unseren Frieden, der der beste Schutz ist für unsere Demokratie. Generalsekretär Stoltenberg hat vorgeschlagen, einen Fünfjahresfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro aufzulegen, um die Hilfe für Kiew längerfristig und verlässlicher zu machen. Gleichzeitig ist klar, Europa muss sich auch finanziell mehr in dem Bündnis engagieren. Weil die Vereinigten Staaten, auch aus wirtschaftlichen Gründen, nicht mehr bereit sein werden, sozusagen das Große zu tragen, während wir in Europa, ja die meisten Länder Europas, sind Mitglied in der NATO, sozusagen uns einen schlanken Fuß machen. Generalsekretär Stoltenberg mahnte daher auch den Zusammenhalt zwischen Europa und Nordamerika an. Europa brauche Nordamerika für seine Sicherheit, Nordamerika brauche aber auch Europa. Wir wollen das Thema vertiefen. Unser Kollege Paul Ronsheimer ist aus Kiew zugeschaltet. Paul, wenn die Ukraine bereits Mitglied in der NATO wäre, wie das 2008 ja mal angedacht war, dann hätte es den Krieg gegen Russland wahrscheinlich nie gegeben. Mit welchen Gefühlen verfolgen die Menschen in der Ukraine denn jetzt dieses Jubiläum des Verteidigungsbündnisses? Für die Ukrainer geht es nur um eines. Kommt jetzt hier Munition an, gibt es neue Flugabwehr, gibt es etwas, das sie schützen kann vor den Angriffen der Russen. Auch gestern Nacht hier, wo ich gerade stehe, in Kharkiv, über diesen Dächern, haben wir die Drohnen gehört, haben wir das Gewehrfeuer der Ukrainer gehört, um die Drohnen abzuschießen. Also diese Angst, die gibt es hier jeden Tag und jede Nacht. Und für die Ukrainer geht es nicht darum, was dort an salbungsvollen Worten vielleicht zu einem Jubiläum gesagt wird, sondern ganz konkret um die Frage, können die mehr Waffen, mehr Munition, vor allem mehr Flugabwehr hierher schaffen, um die Menschen, um die Zivilisten zu schützen? Paul, vor allem die Stadt Kharkiv, wo du gerade jetzt in diesem Moment stehst, wurde wieder vermehrt von russischen Drohnen angegriffen. Wie ist aktuell die militärische Lage in der Ukraine und an der Front? Sie verändert sich. Es wird schwieriger für die Ukrainer, sich zu verteidigen. Wir erleben das jeden Tag. Vor einem halben Jahr wurden die meisten Raketen, die meisten Drohnen von den Ukrainern vom Himmel geholt. Jetzt fehlt es teilweise an Munition, es fehlt an Flugabwehr. Und die Russen haben sich angepasst und sie schaffen es, bestimmte Systeme auszuschalten. Nicht nur Drohnensysteme, sondern eben auch diese Flugabwehr. Sie schaffen es, ganz gezielt Infrastruktur anzugreifen. Deswegen gibt es hier immer wieder Blackouts in Kharkiv, immer wieder Probleme mit dem Strom und auch mit dem Gaskraftwerken. Und gleichzeitig erleben wir an der Front eine wirklich sehr, sehr schwierige Lage. Zwar ist es momentan nicht so, dass die Russen dort durchmarschieren würden und wirklich große Gebiete gewinnen würden. Aber, und das sagt auch Lodo Meselensky, der ukrainische Präsident, wenn diese Hilfe jetzt auch aus dem US-Kongress nicht kommt, dann bedeutet das, dass man sich zurückziehen muss. Denn darauf hoffen, dass Europa es tatsächlich schafft, das auszugleichen, was die Amerikaner denn senden können, das glaubt hier niemand. Und dennoch, der Wille, sich zu verteidigen, der ist da, der bleibt da. Man hat jetzt das Wehralter runtergesetzt von 27 auf 25. Man hofft, dass mit weiteren Soldaten diese Front im Osten gestärkt werden kann. Paul Ronsheimer, vielen Dank für diese Informationen aus Kharkiv in der Ostukraine. Dankeschön. Der Bundesverteidigungsminister will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe erhält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne dazu vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben, so Boris Pistorius. Ja, und diese Teilstreitkräfte sind neben dem Heer, der Luftwaffe und der Marine nun auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Denn Cyber-Operationen und der Schutz der elektronischen Infrastruktur gewinnen immer mehr an Bedeutung. Doch um seine Pläne umzusetzen, braucht Pistorius Geld. Genau genommen viel Geld. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe, für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte, vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Und zugeschaltet ist uns jetzt der Oberst AD und Militärexperte Wolfgang Richter. Wir grüßen Sie. Hallo. Hallo, guten Abend, Frau Werther, Herr Simon. Diese Pläne von Boris Pistorius, die klingen auf dem Papier erst mal gut. Aber was glauben Sie denn, wie viel ist tatsächlich realistisch davon? Also zunächst einmal ist es absolut nötig, umzuschalten wieder auf eine schlankere Struktur, in der aus einer Hand organisiert und befohlen und angeordnet wird. Wir hatten bisher eine Struktur, die eher auf leichte Auslandseinsätze, Stabilisierungseinsätze geplant war und die also auch Kontingente zusammenstellen konnte aus den verschiedenen Einheiten der Bundeswehr. Das dauerte dann ein halbes Jahr, dann waren die Kontingente einsatzbereit. Aber so kann man natürlich die Landes- und Bündnisverteidigung nicht führen. Das heißt, es war absolut überfällig, diese Strukturänderung herbeizuführen. Fachleute haben das schon vor zwei, drei Jahren empfohlen. Das wäre eigentlich auch die Konsequenz schon des spätestens des NATO-Gipfels von Warschau gewesen, 2016, diese Umstrukturierung vorzunehmen. Nun hat der Krieg dazu gezwungen und ich denke, die Umstrukturierung ist folgerichtig, insbesondere, dass nun ein operatives Führungskommando gebildet wird, das die beiden vorherigen, also Einsatzführungskommando und Territorialeskommando abgelöst oder beziehungsweise integriert hat. Und dass die Teilstreitkräfte ergänzt worden sind durch den Bereich CIR, also durch den Bereich der elektronischen, der Cyber- und der elektronischen Kampfführung, aber auch der Aufklärung und des Fernmeldewesens. Das ist zusammengefasst, weil es einem modernen Kriegsbild so entspricht und alle Unterstützungsaufgaben, die bisher in der Streitkräftebasis wahrgenommen worden sind, sind nun in das Unterstützungskommando eingewandert, so wie ich das verstanden habe. Natürlich muss man sich die Details anschauen unterhalb dieser großen Führungsebenen. Und Sie hatten ja schon angesprochen, dass es hier natürlich auch die Frage gab, ob man einzelne Elemente, die früher einmal dem Heer oder der Luftwaffe unterstellt waren, aber vor allem dem Heer, ob sie zurückgehen in das Heer oder in dem Unterstützungskommando verbleiben. Das längerfristige Ziel des Verteidigungsministers ist ja, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall oder eben auch den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Davon sind wir nach allem, was man hört, ja noch sehr weit weg. Wie lange wird das denn dauern und wie viel Geld muss dafür noch in die Hand genommen werden? Ja, zunächst einmal handelt es sich hier um eine strukturelle Änderung. Die Voraussetzung ist für das, was dann folgen soll oder was parallel ohnehin gemacht wird. Denn zur Struktur gehört natürlich ausreichendes Personal. Es gehört ein ausreichendes Budget. Es muss Geld bereitgestellt werden, damit die Vollausstattung der Bundeswehr und insbesondere des Heeres erreicht wird. Man konnte sich eine Teilausstattung erlauben, solange man nur Kontingente zusammenstellte für Auslandseinsätze. In der Landes- und Bündnisverteidigung ist das nicht möglich. Das muss sehr schnell mit aktiven und einsatzbereiten Strukturen geschehen. Und das ist jetzt das, was folgen muss. Es reicht ja nicht die Strukturänderung, sondern es müssen diese anderen drei Kapitel aufgemacht werden. 100 Milliarden sind ja bereits vor zwei Jahren angekündigt worden. Ein Großteil ist davon auch abgerufen worden. Aber ich glaube, auf Dauer muss man auch zusehen, dass die zwei Prozent, die man ja nun vereinbart hat und die dieses Jahr erstmals erreicht werden, vom Bruttoinlandsprodukt auch auf Dauer erreicht. Sie haben den Personalmangel angesprochen und wir brauchen ja dringend mehr Soldaten und das schnell. Boris Pistorius prüft jetzt andere Wehrmodelle und will dann möglicherweise nachjustieren. Aber was kann jetzt schnell Abhilfe bringen? Also alles, was jetzt überprüft wird, kann nicht schnell passieren. Denn die Wiedereinführung der Wehrpflicht oder irgendeines Modells von Wehrdienst verlangt ja eine gewaltige Anstrengung. Zum Beispiel müsste man Ausbildungseinheiten aufstellen, die wir im Moment nicht haben. Es müsste die Infrastruktur bereitgestellt werden. Ein Teil der Kasernen ist ja nun vor vielen Jahren bereits übergeben worden in die zivile Nutzung. Und es müsste Personal abgezweigt werden für diese Einheiten und natürlich auch Geld. All das ist sehr schwierig. Also wird man sich überlegen müssen, wie man die Durchhaltefähigkeit in einem Kriegsfall durch eine bessere Bereitstellung von Reservisten, eine Erhöhung der Reservistenzahl, wie man das sicherstellt. Und dafür gibt es verschiedene Modelle. Man kann sich vielleicht mal in Schweden orientieren, wie man das dort macht. Da gibt es die allgemeine Wehrpflicht für Männer und Frauen. Allerdings wird nur ein geringer Teil davon einberufen. Aber man kann darauf zumindest zurückgreifen. In Deutschland werden hier sicherlich verfassungsrechtliche Probleme zu behandeln sein, aber auch das Problem der Gleichberechtigung. Denn die Verfassung sieht im Moment ja nur einen männlichen verpflichtenden Wehrdienst vor. Sagt Oberst AD Wolfgang Richter. Vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland diskutiert die AfD ein Auftrittsverbot für ihren Europawahlkandidaten Peter Büstron. Darüber soll voraussichtlich bei einer Sitzung des Bundesvorstandes am Montag entschieden werden. Büstron steht im Verdacht, Geld aus einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben, das in Verbindung mit der von Moskau finanzierten Internetseite Voice of Europe steht. Büstron selbst spricht von Verleumdung, erklärte jetzt in einem Brief an die Parteispitze, zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder einem anderen Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen erhalten. Die Ausgaben für Sozialleistungen haben sich in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren noch mal fast verdreifacht auf jetzt aktuell 1,2 Billionen Euro. Das geht aus einer Regierungsanfrage der Linken im Deutschen Bundestag hervor. Wegen des gleichzeitigen Wirtschaftswachstums ist der Anteil am Bruttoinlandsprodukt jedoch gerade mal von rund 26 Prozent auf gut 30 Prozent gestiegen. Nach Einschätzung der Linken machen die Zahlen deutlich, dass konservative und liberale Parteien sowie die Arbeitgeberverbände zu Unrecht ein Schreckensgespenst an die Wand malen und appellieren an die, wie Sie sagen, Sozialstaatspaniker, ihren Alarmismus sofort einzustellen. Wobei man dazu sagen muss, 30 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ist immer noch ein verdammt hoher Wert. Aber wir haben dazu auch unsere heutige Frage des Tages an Sie gestellt. Wir wollten nämlich wissen, inwieweit stimmen Sie der Aussage zu, dass zu hohe Sozialleistungen die Menschen davon abhalten, eine Arbeit aufzunehmen? Und so haben Sie abgestimmt. Ja, meinen 72 Prozent der Teilnehmer, sieben Prozent sind unentschieden. In etwa jeder Fünfte sagt nein. Zu hohe Sozialleistungen halten die Leute nicht von der Arbeitsaufnahme ab. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen? Wie notwendig und auch wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Frage soll nun kritisch beleuchtet werden. Herr Fiere, nach Beginn der Corona-Pandemie war der Ruf nach einer Aufarbeitung der staatlichen Politik zur Eindämmung des Virus immer lauter geworden. Heute machte Sachsen-Anhalt einen Schritt in diese Richtung. Eine Expertenkommission startet ihre Arbeit in Sachen Pandemieuntersuchung. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen. Bei den Kindern hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FFP2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresolübertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Die Hauptstadt schneidet regelmäßig in Sachen Bildung schlecht ab. Und das, obwohl Berlin viel für seine Schüler ausgibt. Mit 14.000 Euro jährlich pro Schüler fast ein Drittel mehr als der Bundesdurchschnitt. So fließt ein großer Teil des Geldes, nämlich 200 Millionen Euro, etwa in die kostenlosen Mittagessen an Grundschulen. Auch um den Lehrermangel zu bekämpfen, hat der Senat tief in die Taschen gegriffen. So bekamen seit 2008 alle Angestellten Lehrer pro Monat eine Zulage von 1200 oder 1600 Euro. Der Mangel ist aber nicht behoben. Berlin muss weiter Quereinsteiger oder Ungelernte einsetzen. Und wir blicken in die USA. Die Bilder neben mir, die erkennen Sie. Sie waren spektakulär und sind noch immer erschütternd. Ein Containerschiff rammte vor zehn Tagen einen Pfeiler der Key Bridge in Baltimore. Die Brücke stürzte daraufhin ein. Noch immer wühlen sich die Bergungsmannschaften durch Tonnen von Stahl und Beton oder versuchen es zumindest. Unser USA-Korrespondent Michael Wöhlenweber berichtet aus Baltimore. Es sind Boten der Hoffnung. Neue Fahrwassertonnen werden ausgelegt für eine inzwischen dritte Route unter noch intakten Teilen der Brücke. Es ist Tag 10 nach der Katastrophe, nachdem die über 300 Meter lange Dali mit 4500 Containern an Bord tausende Tonnen Stahl und Beton im Patapsco River versenkte und den neuntgrößten Hafen der USA stilllegte. Seitdem steckt die Dali fest. Teile der Fahrbahn liegen auf dem Bug. Und so sieht es unter Wasser aus. Es gibt erste Sonaraufnahmen, die Key Bridge aufgrund 20 Meter tief. Wenn man sieht, wie ineinander verwickelte Trümmer sind, beginnt man zu verstehen, was es für eine Herausforderung ist, die wir vor uns haben, um die Trümmerteile aus dem Hafenbecken zu bergen, erklärt der Gouverneur von Maryland. Priorität hat die Räumung der Tiefwasserroute. Erst dann können auch größere Containerschiffe wieder passieren. Erste Stahlträger werden auseinandergeschweißt und abtransportiert, aber es ist nur ein Anfang. Auf die Taucher warten unter Wasser extreme Bedingungen. Wenn es überhaupt möglich ist, abzutauchen, müssen sie von oben geführt werden. Die Taucher arbeiten hauptsächlich im Dunkeln. Wenn sie Licht benutzen würden, wäre es so, als ob sie durch einen Schneesturm mit Fernlicht fahren würden. So kann man das beschreiben. Die Streben der kollabierten Brücke unter und über Wasser stehen teils unter Spannung. Das macht die Bergung zusätzlich schwierig und vor allem gefährlich. Ein Datum, wann die Passage geräumt sein könnte, will immer noch niemand nennen. Große Containerschiffe wie die Dali hatten unter der Brücke gerade mal 50 Zentimeter Wasser unterm Kiel. Da darf also kein Trümmerteil liegen bleiben. Seit 2015 findet jedes Jahr in Frankfurt am Main eine antisemitische Al-Quds-Demonstration statt, die auch für kommenden Samstag wieder geplant ist. Der Verfassungsschutz rechnet auch für dieses Jahr wieder mit israelfeindlichen Parolen bei dieser Veranstaltung. Gerade erst hat ein Treffen von rund 400 Menschen in Hamburg-Bildbrock für Entsetzen gesorgt. Denn hinter dieser Veranstaltung steckt eine islamistische Gruppe, deren Ziel es ist, ein Kalifat in Deutschland zu errichten. Als Redner soll außerdem der Salafist Marcel Kras aufgetreten sein. Wir wollen darüber sprechen. Aus Frankfurt am Main zugeschaltet ist Professor Susanne Schröter. Sie ist Islamwissenschaftlerin. Frau Professor, wir grüßen Sie. Hallo. Am Samstag soll also in Frankfurt wieder eine Al-Quds-Demonstration stattfinden. In der Vergangenheit gab es aber ja regelmäßig israelfeindliche und antisemitische Parolen. Warum werden solche Demonstrationen nicht im Vorfeld einfach verboten? Das Problem ist, wir haben jetzt in Frankfurt eine ganze Reihe von israelfeindlichen Demonstrationen gehabt. Seit dem 7. Oktober verstärkt, wie in anderen Städten in Deutschland auch. Und teilweise sind sie erst mal verboten worden. Und das nächste Gericht hat dann das Verbot wieder aufgehoben. Also das ist eine Frage des Gerichts. Die Politik würde es sicherlich sehr gerne verbieten. Sind denn die Behörden in Frankfurt zu naiv, wenn diese Kundgebungen, die ja unter dem Motto stoppt, den Krieg angemeldet werden? Der Al-Quds-Tag ist immer der letzte Freitag während Ramadan. Man könnte sich ja diesen Termin im Kalender anstreichen und dann hellhörig werden. Ja, das könnte man und man müsste vielleicht auch mal eine grundsätzliche Entscheidung treffen, wie man mit solchen Tagen umgeht. Es ist ja was anderes, ob, sagen wir mal, israelfeindliche oder antisemitische Organisationen etwas anmelden oder ob es so ein Jahrestag ist. Dieser Jahrestag, der ist ja mal eingesetzt worden von Ayatollah Khomeini, um sein Ziel zu verdeutlichen und da Unterstützung auch einzuwerben für die Zerstörung Israels und für die Wiedereroberung Jerusalems. Kurz ist ja der arabische Name für Jerusalem und darum geht es. Also die Muslime sollen Jerusalem erobern, sollen Israel wiedererobern, Israel soll zerstört werden. Und diese antisemitische Agenda, die ist einfach konstitutiv für den Kurztag. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Da geht es nicht um Krieg, da geht es nicht um unterschiedliche Einschätzungen zu dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Es geht einfach darum, dass der mal festgesetzt wurde, um Israel zu vernichten. Und da könnte man sich, und das muss ich jetzt auch sagen, in Deutschland vielleicht mal grundsätzlich damit auseinandersetzen, dass solche Demonstrationen, die so menschenverachtend sind, dass die tatsächlich nicht mehr erlaubt werden. Und dass man da gar nicht sagt, wir wissen ja nicht, wir verbieten jetzt aber, dass da antisemitische Parolen gerufen werden. Dann ist es wieder nicht möglich, dass man sie wirklich, dass man das wirklich umsetzen kann. Und also man begibt sich dann so ein Klein-Klein und letztendlich haben dann die Antisemiten gewonnen. Das ist das Problem immer. Aber wenn man einmal sagen würde, Kurzdemonstrationen sind von ihrer Anlage her antisemitisch und nichts anderes, dann könnte man sie meiner Meinung nach auch verbieten. Es hat am Ostersonntag in Hamburg ein Treffen mit etwa 400 Teilnehmern stattgefunden, bei dem auch ein polizeibekannter Salafist aufgetreten sein soll. Sind die Behörden auch in der Hansestadt möglicherweise zu nachlässig? Ich meine, das ist ja letzten Endes auch nicht gerade demokratieförderlich, was da passiert. Ja, absolut. Jetzt sagt die Hamburger Politik, wir können da nichts dran ändern. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Das ist in der Tat ein hohes Gut. Aber wenn ich mir überlege, wie die ganze Debatte im Moment läuft, wenn es um die Eindämmung von Rechtsextremismus geht, dann finde ich, dass man im Bereich des Islamismus immer verhältnismäßig milde argumentiert und sagt, das geht alles nicht. Die haben doch das Recht dazu, es zu demonstrieren, gerade in Hamburg. Also in Hamburg gibt es ja eine Gruppe, Muslim Interaktiv, die sind ja notorisch unterwegs. Die laufen in einer paramilitärischen Gewandung herum, alle schwarz angezogen und machen seit Jahren, machen sie Aktionen, in denen sie die Straße für sich reklamieren und sind auch außerordentlich gewalttätig, wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt. Also da könnte man auch mal etwas anders vorgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht einen wirklich schlechten Eindruck, wenn man bei Extremismen mit zweierlei Maßen ist. Also eine wehrhafte Demokratie, und ich bin absolut dafür, dass eine Demokratie sich auch wehrhaft zeigen muss, muss jeder Art von Extremismus gegenüber eben eine klare Kante zeigen. Sagt die Islamwissenschaftlerin Professor Susanne Schröter. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen andauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche NGOs an, weiter vor Ort zu bleiben. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des irrtümlichen Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, warf hier der israelische Botschafter Jakov Livne nun Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter daraufhin ein. Weiter nach Washington zu Michael Willenweber. Michael, ein ranghoher Mitarbeiter von World Central Kitchen, erhebt jetzt schwere Anschuldigungen. Er sagt, der Angriff sei kein Versehen gewesen. Israel habe die Wagenkolonne ganz gezielt angegriffen. Wie sind die Reaktionen in den USA? Ja, José Andrés, das ist der Vorsitzende dieser Organisation, hat diesen Vorwurf erhoben, dass also ganz bewusst diese Fahrzeuge angegriffen worden sind. Im Weißen Haus hält man sich diesbezüglich bedeckt. Man hätte keinerlei Erkenntnisse darüber. Die Frage ist natürlich, wie wird das weiter aufgeklärt? Wir haben es eben gehört, das könnte noch lange dauern, heißt es von israelischer Seite, aber stellt sich zum Beispiel das Weiße Haus auch hinter die Forderung einer unabhängigen Untersuchung. Das hat man bisher zumindest vermieden. Diese Forderung wollte man nicht mittragen. Was man hier ja inzwischen ja auch hört und lesen kann, zum Beispiel in Online-Magazinen, ist, dass die Ziele, die bestimmt werden durch die Israelis, dass da auch AI mit einer Rolle spielt und dass AI nicht genügend überwacht wird, nicht double gecheckt wird dann von Menschen. Und was dann auch zu hohen Verlusten im Gaza-Streifen führt, so wird es zumindest mit erklärt, weil diese Software, die da wohl benutzt wird, fehleranfällig ist. Vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation, steckt auch solch ein AI-Problem hinter der Attacke auf die Helfer. Das wäre natürlich ein echter Skandal. In diesen Minuten telefonieren übrigens auch Präsident Biden und Ministerpräsident Netanyahu. Was steht denn dabei sonst noch alles auf der Gesprächsliste? Naja, seit 65 Minuten wird telefoniert und das ist das Gespräch, was hier in den USA mit Hochspannung erwartet wird. Hat Joe Biden überhaupt einen Hebel, um Netanyahu zu irgendetwas anderem zu bewegen, als Netanyahu selber möchte? Und das ist hier die Frage. Joe Biden, der benutzt zwar immer wieder starke Worte, aber es folgen dann am Ende keine Taten. Den Angriff auf die Helfer hat er als empörend bezeichnet, aber folgt dem dann am Ende etwas. Das wird hier in den USA nämlich gefordert und das könnte seine Wiederwahl am Ende auch gefährden. Das heißt also für Joe Biden, er bewegt sich auf Messerschneide, wird er also zu fordern gegenüber vielleicht den Israelis, verliert er auf der einen Seite, fordert er zu wenig und bewirkt er zu wenig. Dann verliert er Stimmen auf der linken Seite bei den Palästinensern. Dieses Telefonat ist auch ein Telefonat zweier Männer, für die es jeweils um die politische Existenz am Ende geht. Nicht nur für Joe Biden, sondern auch für Benjamin Netanyahu. Und da ist jetzt die Frage zu klären, kann tatsächlich Joe Biden Benjamin Netanyahu aufhalten, einzumarschieren, dann auch nach Rafa, was ja im Raume steht. Da werden wir sicherlich später vielleicht schon in einer guten Stunde mehr drüber hören. Und dann wirst du uns auf dem Laufenden halten. Bis dahin, Dankeschön. Michael nach Washington. Und jetzt zu einem brutalen Angriff auf ein vierjähriges Mädchen in Wangen im Allgäu. Das Mädchen wurde in einem Supermarkt beim Einkauf mit seiner Mutter von einem 34-Jährigen mit einem Messer attackiert. Der Angreifer, ein Syrer mit niederländischer Staatsbürgerschaft, ist für Mutter und Kind offenbar kein Unbekannter gewesen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch. Das Kind wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert. Der Zustand des Kindes ist offenbar stabil. In Duisburg steht seit heute ein Paar vor Gericht, dass die eigene dreijährige Tochter zu Tode gequält haben soll. Der Fall hat im Oktober Bundeswahl für Schlagzeilen gesorgt. Laut Anklage soll der Vater das dreijährige Kind in einem Keller eingesperrt haben. Dort habe er das Mädchen mit Klebeband gefesselt. Die Kindsmutter soll den Angeklagten dazu ermuntert haben. Das Martyrium der Kleinen dauerte mehrere Tage. Schließlich erstickte sie an ihrem eigenen Erbrochenen. Der Vater warf die Leiche daraufhin in einen Kanal und stellte sich der Polizei. Die Staatsanwaltschaft wird den Eltern heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Ein Urteil wird Mitte Mai erwartet. Unser Kollege Max Hermes hat den ersten Prozestag in Duisburg beobachtet. Hier sein Bericht. Als die Staatsanwältin die Anklageschrift verlesen hat, haben die beiden Angeklagten keine Mine verzogen. Sie haben auch ihre Gesichter verdeckt, damit die Kameras sie nicht einfangen können. Und das, was da im Raum steht, ist extrem grausam. Also das Kind, die dreijährige Lea, soll mehrere Tage lang im Keller dort festgehalten worden sein von ihren Eltern. Sie wurde zum Teil geknebelt und hat davon auch Spuren getragen. Sie hat mehrere Erstickungsanfälle in dieser Zeit erlitten und ist dort dann auch ums Leben gekommen, von den eigenen Eltern mutmaßlich umgebracht worden. Das wird jetzt zu klären sein. Der Vorwurf, Tatvorwurf ist Mord. Und das, was die Eltern dort gemacht haben, das ist auch vom Motiv her an Grausamkeit kaum zu überbieten. Aus dem persönlichen Motiv heraus, dass ihnen das Kind zu laut war, dass sie das Kind mit pseudoerzieherischen Maßnahmen, so drückt es die Staatsanwaltschaft aus, zur Ruhe bringen wollten, haben sie das Kind dann umgebracht. Und letztlich der Vater, der das Kind dann in einem Kanal dann noch versenkt hat, dann später die Polizei gerufen hat. Also eine grausame Geschichte, die jetzt hier vor dem Landgericht Duisburg aufgeklärt wird, aufgearbeitet wird. Ein Prozess, der anhand von Indizien, aber auch Beweisen und dann Zeugenaussagen hier dann geführt wird. Die Eltern werden sich nicht einlassen und das Gericht muss dann befinden über die Schuldfähigkeit, möglicherweise auch psychologische Gutachten. All das könnte kommen und dann wird ein Urteil in diesem Prozess Mitte Mai erwartet. Ein vor zwei Jahren in Kalifornien entführtes 15-jähriges Mädchen wurde von Polizisten erschossen. Beamte behaupteten, sie hätten sie für eine Gefahr gehalten, weil sie nicht den Anweisungen gefolgt sei. Aber jetzt gibt es Aufnahmen, die belegen, der Teenager tat nur das, was man ihr sagte. 15 ist Savannah, als sie im Hagel von Polizeikugeln zusammenbricht, entführt von ihrem Vater Anthony, der zuvor die Mutter tötet und dann zu einer irren, 100 Kilometer langen Flucht aufbricht. Während der Jagd feuert der Entführer immer wieder auf die Polizei, die ihm am Hinterreifen klebt. Vor Los Angeles, dann das Ende. Der Wagen kommt auf einer Auffahrt zum Stehen. Im Auto der Vater mit mehreren Waffen und die Tochter. Die steigt aus, hält sich an die Polizeianweisungen und wird erschossen. Sie sei wohl bewaffnet gewesen und zu schnell gelaufen, so die Polizei. Dann heißt es, es wären Kugeln des Vaters gewesen. Doch das stimmt nicht, wie Tonaufnahmen nun belegen. Passagier, steigen Sie aus, steigen Sie aus. Raus, raus, raus. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, los, los, kommen Sie zu mir. Gehen Sie, gehen Sie, ruft der Officer und dann... Hey, nicht auf Sie schießen, er sitzt im Auto, stopp. Sie ist keine Gefahr, er im Auto. Doch das geht im Kugelhagel der wilden Schießerei unter. Vom Vater entführt, von der Polizei erschossen, wie auch der Vater kurz darauf, ihren Führer und der Mörder der Mutter. Wir machen einen harten Themenschnitt an dieser Stelle und kommen zu Autos. Denn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die stehen ja vor dem Aus. In der EU sollen ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden, die beim Fahren CO2 emissionsfrei sind. Und bald könnte es wohl noch schärfere Regeln geben. Oldtimer blieben bislang davon verschont. Aber die Frage ist, bleibt das so? Und das stellten sich nicht wenige Besucher bei der weltgrößten Oldtimer-Messe Techno-Klassiker in Essen. Unter den Gästen kein geringerer als Finanzminister Lindner. Er ist ein bekennender Oldtimer-Freund. Wir haben zugehört, was er zum Verbrenner ausmacht. Der Oldtimer-Freund ist aus Lettland nach Essen gereist. Hier auf der größten Klassikermesse der Welt heißt es mit alten Schätzen sehen und gesehen werden. Helmut Binders Ente ist so ein ganzer Stolz. Ich habe eine 2CV Citroën AK 350. Das ist ein sehr seltenes Modell. Das ist einfach Freiheit. Wenn du das Dach hochmachst, aufmachst, die Luft spürst, die Geräusche. 2.700 Oldtimer können die Besucher in Essen bestaunen. Die Fahrzeuge sind alle mindestens 30 Jahre alt. Erst dann können Eigentümer ein Haarkennzeichen beantragen. Bundesweit sind rund 870.000 Oldtimer unterwegs. Und die echten Liebhaber wissen, Oldtimer und Neuwagen kann man einfach nicht vergleichen. Man muss da noch viel mehr lenken, man muss viel mehr spüren, man muss auch ein bisschen mehr hören, hinhören als heute bei den Autos, die ja fast von alleine fahren. Naja, das ist wie so eine, wie man heute sagt, Zeitkapsel. Man hat eben, man fährt eben Auto wie vor 50 Jahren. Für mich ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema. Also ein Fahrzeug, das ich wieder auf die Straße bringe und das, ich sag mal, wieder bewegt wird, ist immer noch ressourcenschonender als ein neues Fahrzeug zu bewegen. Bekennender Oldtimer-Fan ist auch der Finanzminister, der den Besuchern hier ein Versprechen gibt. Ich bin schon jetzt davon überzeugt, dass wir keinerlei Veränderungsbedarf beim Haarkennzeichen haben. Keinerlei. Und nebenbei gesagt, mein Auto von 1982, das ist schon gebaut. Wenn ich da synthetische Kraftstoffe reinfülle, dann ist dieses Auto klimafreundlicher als der neue Tesla. Erst recht, wenn er mit Strom aus polnischen Braunkohlekraftwerken geladen werden würde. Den Support vom Finanzminister haben die Oldtimer-Fans also. So fühlt sich das Fahren doch gleich noch besser an. Mit Appellen zur Geschlossenheit, vor allem gegen Russland, hat die NATO den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Generalsekretär Stoltenberg nannte die Transatlantische Allianz einen Garanten für Frieden und Sicherheit. Die NATO sei das stärkste, beständigste und erfolgreichste Bündnis der Geschichte. Das Jubiläum fällt in eine düstere Zeit. Vor wenigen Jahren hatte Frankreichs Präsident Macron die Allianz noch als Hirntod bezeichnet. Eine Einschätzung, die sich seit dem Krieg in der Ukraine grundlegend geändert hat. In Moskau beobachtet man die Feier mit Häme. So nannte Kreml-Sprecher Peskov die NATO ein Instrument der USA, um Europa zu destabilisieren. Die NATO-Hymne Auftakt zum Festakt im Hauptquartier der Allianz in Brüssel. Am 4. April 1949, vor genau 75 Jahren, haben die ersten zwölf Mitgliedstaaten den Nordatlantikvertrag unterschrieben und damit den Grundstein gelegt für die Verteidigungsallianz. Das Jubiläum, Anlass dafür, den Originalvertrag erstmals auszustellen. Heute feiern wir das 75-jährige Jubiläum der stärksten, beständigsten und erfolgreichsten Allianz der Geschichte. Heute ist die NATO größer, stärker und die Mitgliedstaaten enger verbunden denn je. Eine dennoch auch schmerzhafte Geschichte. Noch vor dem Festakt legte NATO-Generalsekretär Stoltenberg einen Kranz nieder für die im Einsatz gefallenen NATO-Soldaten. Und auch dieses zweitägige Treffen der NATO-Außenminister steht unter ernsten Vorzeichen. Eines der zentralen Themen, die weitere Unterstützung der Ukraine. Auch innerhalb der NATO müssen wir unsere Aktivitäten, unsere Unterstützung der Ukraine weiter stärken und bündeln, weil sie auch unsere Sicherheit und Freiheit schützt. Wir stehen geschlossen für die Unterstützung der Ukraine ein und wir stehen gemeinsam für unsere Freiheit und unseren Frieden, der der beste Schutz ist für unsere Demokratie. Generalsekretär Stoltenberg hat vorgeschlagen, einen Fünf-Jahres-Fonds in Höhe von 100 Milliarden Euro aufzulegen, um die Hilfe für Kiew längerfristig und verlässlicher zu machen. Gleichzeitig ist klar, Europa muss sich auch finanziell mehr in dem Bündnis engagieren. Weil die Vereinigten Staaten auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bereit sein werden, sozusagen das Große zu tragen, während wir in Europa, ja die meisten Länder Europas, sind Mitglied in der NATO, sozusagen uns einen schlanken Fuß machen. Generalsekretär Stoltenberg mahnte daher auch den Zusammenhalt zwischen Europa und Nordamerika an. Europa brauche Nordamerika für seine Sicherheit, Nordamerika brauche aber auch Europa. Wir wollen das Thema vertiefen. Unser Kollege Paul Ronzheimer ist aus Kiew zugeschaltet. Paul, wenn die Ukraine bereits Mitglied in der NATO wäre, wie das 2008 ja mal angedacht war, dann hätte es den Krieg gegen Russland wahrscheinlich nie gegeben. Mit welchen Gefühlen verfolgen die Menschen in der Ukraine denn jetzt dieses Jubiläum des Verteidigungsbündnisses? Für die Ukrainer geht es nur um eines. Kommt jetzt hier Munition an? Gibt es neue Flugabwehr? Gibt es etwas, das sie schützen kann vor den Angriffen der Russen? Auch gestern Nacht hier, wo ich gerade stehe, in Kharkiv, über diesen Dächern haben wir die Drohnen gehört, haben wir das Gewehrfeuer der Ukrainer gehört, um die Drohnen abzuschießen. Also diese Angst, die gibt es hier jeden Tag und jede Nacht. Und für die Ukrainer geht es nicht darum, was dort an salbungsvollen Worten vielleicht zu einem Jubiläum gesagt wird, sondern ganz konkret um die Frage, können die mehr Waffen, mehr Munition, vor allem mehr Flugabwehr hierher schaffen, um die Menschen, um die Zivilisten zu schützen? Paul, vor allem die Stadt Kharkiv, wo du gerade jetzt in diesem Moment stehst, wurde wieder vermehrt von russischen Drohnen angegriffen. Wie ist aktuell die militärische Lage in der Ukraine und an der Front? Sie verändert sich. Es wird schwieriger für die Ukrainer, sich zu verteidigen. Wir erleben das jeden Tag. Vor einem halben Jahr wurden die meisten Raketen, die meisten Drohnen von den Ukrainern vom Himmel geholt. Jetzt fehlt es teilweise an Munition, es fehlt an Flugabwehr und die Russen haben sich angepasst. Und sie schaffen es, bestimmte Systeme auszuschalten, nicht nur Drohnensysteme, sondern eben auch diese Flugabwehr. Sie schaffen es, ganz gezielt Infrastruktur anzugreifen. Deswegen gibt es hier immer wieder Blackouts in Kharkiv, immer wieder Probleme mit dem Strom und auch mit dem Gaskraftwerken. Und gleichzeitig erleben wir an der Front eine wirklich sehr, sehr schwierige Lage. Zwar ist es momentan nicht so, dass die Russen dort durchmarschieren würden und wirklich große Gebiete gewinnen würden. Aber, und das sagt auch Lodo Meselensky, der ukrainische Präsident, wenn diese Hilfe jetzt auch aus dem US-Kongress nicht kommt, dann bedeutet das, dass man sich zurückziehen muss. Denn darauf hoffen, dass Europa es tatsächlich schafft, das auszugleichen, was die Amerikaner denn senden können, das glaubt hier niemand. Und dennoch, der Wille, sich zu verteidigen, der ist da, der bleibt da. Man hat jetzt das Wehralter runtergesetzt von 27 auf 25. Man hofft, dass mit weiteren Soldaten diese Front im Osten gestärkt werden kann. Paul Ronsheimer, vielen Dank für diese Informationen aus Kharkiv in der Ostukraine. Dankeschön. Der Bundesverteidigungsminister will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe erhält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne dazu vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben, so Boris Pistorius. Und diese Teilstreitkräfte sind neben dem Heer, der Luftwaffe und der Marine nun auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Denn Cyber-Operationen und der Schutz der elektronischen Infrastruktur gewinnen immer mehr an Bedeutung. Doch um seine Pläne umzusetzen, braucht Pistorius Geld. Genau genommen viel Geld. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe, für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte, vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Und zugeschaltet ist uns jetzt der Oberst AD und Militärexperte Wolfgang Richter. Wir grüßen Sie. Hallo. Hallo, guten Abend, Frau Werther, Herr Simon. Diese Pläne von Boris Pistorius, die klingen auf dem Papier erst mal gut. Aber was glauben Sie denn, wie viel ist tatsächlich realistisch davon? Also zunächst einmal ist es absolut nötig, umzuschalten wieder auf eine schlankere Struktur, in der aus einer Hand organisiert und befohlen und angeordnet wird. Wir hatten bisher eine Struktur, die eher auf leichte Auslandseinsätze, Stabilisierungseinsätze geplant war und die also auch Kontingente zusammenstellen konnte aus den verschiedenen Einheiten der Bundeswehr. Das dauerte dann ein halbes Jahr, dann waren die Kontingente einsatzbereit. Aber so kann man natürlich die Landes- und Bündnisverteidigung mitführen. Das heißt, es war absolut überfällig, diese Strukturänderung herbeizuführen. Fachleute haben das schon vor zwei, drei Jahren empfohlen. Es wäre eigentlich auch die Konsequenz schon des spätestens des NATO-Gipfels von Warschau gewesen, 2016, diese Umstrukturierung vorzunehmen. Nun hat der Krieg dazu gezwungen und ich denke, die Umstrukturierung ist folgerichtig. Insbesondere, dass nun ein operatives Führungskommando gebildet wird, dass die beiden vorherigen, also Einsatzführungskommando und Territorialeskommando abgelöst oder beziehungsweise integriert hat. Und dass die Teilstreitkräfte ergänzt worden sind durch den Bereich CIR, also durch den Bereich der elektronischen, der Cyber- und der elektronischen Kampfführung, aber auch der Aufklärung und des Fernmeldewesens. Das ist zusammengefasst, weil es einem modernen Kriegsbild so entspricht. Und alle Unterstützungsaufgaben, die bisher in der Streitkräftebasis wahrgenommen worden sind, sind nun in das Unterstützungskommando eingewandert, so wie ich das verstanden habe. Natürlich muss man sich die Details anschauen unterhalb dieser großen Führungsebenen. Und Sie hatten ja schon angesprochen, dass es hier natürlich auch die Frage gab, ob man einzelne Elemente, die früher einmal dem Heer oder der Luftwaffe unterstellt waren, aber vor allem dem Heer, ob sie zurückgehen in das Heer oder in dem Unterstützungskommando verbleiben. Das längerfristige Ziel des Verteidigungsministers ist ja, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall oder eben auch den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Davon sind wir nach allem, was man hört, ja noch sehr weit weg. Wie lange wird das denn dauern und wie viel Geld muss dafür noch in die Hand genommen werden? Zunächst einmal handelt es sich hier um eine strukturelle Änderung. Die Voraussetzung ist für das, was dann folgen soll oder was parallel ohnehin gemacht wird. Denn zur Struktur gehört natürlich ausreichendes Personal. Es gehört ein ausreichendes Budget. Es muss Geld bereitgestellt werden, damit die Vollausstattung der Bundeswehr und insbesondere des Heeres erreicht wird. Man konnte sich eine Teilausstattung erlauben, solange man nur Kontingente zusammenstellte für Auslandseinsätze. In der Landes- und Bündnisverteidigung ist das nicht möglich. Das muss sehr schnell mit aktiven und einsatzbereiten Strukturen geschehen. Und das ist jetzt das, was folgen muss. Es reicht ja nicht die Strukturänderung, sondern es müssen diese anderen drei Kapitel aufgemacht werden. 100 Milliarden sind ja bereits vor zwei Jahren angekündigt worden. Ein Großteil ist davon auch abgerufen worden. Aber ich glaube, auf Dauer muss man auch zusehen, dass die zwei Prozent, die man ja nun vereinbart hat und die dieses Jahr erstmals erreicht werden, vom Bruttoinlandsprodukt auch auf Dauer erreicht. Sie haben den Personalmangel angesprochen und wir brauchen ja dringend mehr Soldaten und das schnell. Boris Pistorius prüft jetzt andere Wehrmodelle und will dann möglicherweise nachjustieren. Aber was kann jetzt schnell Abhilfe bringen? Also alles, was jetzt überprüft wird, kann nicht schnell passieren. Denn die Wiedereinführung der Wehrpflicht oder irgendeines Modells von Wehrdienst verlangt ja eine gewaltige Anstrengung. Zum Beispiel müsste man Ausbildungseinheiten aufstellen, die wir im Moment nicht haben. Es müsste die Infrastruktur bereitgestellt werden. Ein Teil der Kasernen ist ja nun vor vielen Jahren bereits übergeben worden in die zivile Nutzung. Und es müsste Personal abgezweigt werden für diese Einheiten und natürlich auch Geld. All das ist sehr schwierig. Also wird man sich überlegen müssen, wie man die Durchhaltefähigkeit in einem Kriegsfall durch eine bessere Bereitstellung von Reservisten, eine Erhöhung der Reservistenzahl, wie man das sicherstellt. Und dafür gibt es verschiedene Modelle. Man kann sich vielleicht mal in Schweden orientieren, wie man das dort macht. Da gibt es die allgemeine Wehrpflicht für Männer und Frauen. Allerdings wird nur ein geringer Teil davon einberufen. Aber man kann darauf zumindest zurückgreifen. In Deutschland werden hier sicherlich verfassungsrechtliche Probleme zu behandeln sein, aber auch das Problem der Gleichberechtigung. Denn die Verfassung sieht im Moment ja nur einen männlichen verpflichtenden Wehrdienst vor. Sagt Oberst AD Wolfgang Richter. Vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Sehr gerne. In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland diskutiert die AfD ein Auftrittsverbot für ihren Europawahlkandidaten Peter Büstron. Darüber soll voraussichtlich bei einer Sitzung des Bundesvorstandes am Montag entschieden werden. Büstron steht im Verdacht, Geld aus einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben, das in Verbindung mit der von Moskau finanzierten Internetseite Voice of Europe steht. Bistron selbst spricht von Verleumdung, erklärte jetzt in einem Brief an die Parteispitze, zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder einem anderen Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen erhalten. Die Ausgaben für Sozialleistungen haben sich in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren noch mal fast verdreifacht auf jetzt aktuell 1,2 Billionen Euro. Das geht aus einer Regierungsanfrage der Linken im Deutschen Bundestag hervor. Wegen des gleichzeitigen Wirtschaftswachstums ist der Anteil am Bruttoinlandsprodukt jedoch gerade mal von rund 26 Prozent auf gut 30 Prozent gestiegen. Nach Einschätzung der Linken machen die Zahlen deutlich, dass konservative und liberale Parteien sowie die Arbeitgeberverbände zu Unrecht ein Schreckensgespenst an die Wand malen und appellieren an die, wie Sie sagen, Sozialstaatspaniker, ihren Alarmismus sofort einzustellen. Wobei man dazu sagen muss, 30 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ist immer noch ein verdammt hoher Wert. Aber wir haben dazu auch unsere heutige Frage des Tages an Sie gestellt. Wir wollten nämlich wissen, inwieweit stimmen Sie der Aussage zu, dass zu hohe Sozialleistungen die Menschen davon abhalten, eine Arbeit aufzunehmen? Und so haben Sie abgestimmt. Ja, meinen 72 Prozent der Teilnehmer, sieben Prozent sind unentschieden. In etwa jeder Fünfte sagt nein. Zu hohe Sozialleistungen halten die Leute nicht von der Arbeitsaufnahme ab. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen, wie notwendig und auch wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Frage soll nun kritisch beleuchtet werden. Vier Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie war der Ruf nach einer Aufarbeitung der staatlichen Politik zur Eindämmung des Virus immer lauter geworden. Heute machte Sachsen-Anhalt einen Schritt in diese Richtung. Eine Expertenkommission startet ihre Arbeit in Sachen Pandemie-Untersuchung. Schul- und Kita-Schließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen. Bei den Kindern hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FFP2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresolübertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Die Hauptstadt schneidet regelmäßig in Sachen Bildung schlecht ab. Und das, obwohl Berlin viel für seine Schüler ausgibt. Mit 14.000 Euro jährlich pro Schüler fast ein Drittel mehr als der Bundesdurchschnitt. So fließt ein großer Teil des Geldes, nämlich 200 Millionen Euro etwa, in die kostenlosen Mittagessen an Grundschulen. Auch um den Lehrermangel zu bekämpfen, hat der Senat tief in die Taschen gegriffen. So bekamen seit 2008 alle Angestellten Lehrer pro Monat eine Zulage von 1200 oder 1600 Euro. Der Mangel ist aber nicht behoben. Berlin muss weiter Quereinsteiger oder Ungelernte einsetzen. Und wir blicken in die USA. Die Bilder neben mir, die erkennen Sie, sie waren spektakulär und sind noch immer erschütternd. Ein Containerschiff rammte vor zehn Tagen ein Pfeiler der Key Bridge in Baltimore. Die Brücke stürzte daraufhin ein. Noch immer wühlen sich die Bergungsmannschaften durch Tonnen von Stahl und Beton oder versuchen es zumindest. Unser USA-Korrespondent Michael Wöhlenweber berichtet aus Baltimore. Es sind Boten der Hoffnung. Neue Fahrwassertonnen werden ausgelegt für eine inzwischen dritte Route unter noch intakten Teilen der Brücke. Es ist Tag 10 nach der Katastrophe, nachdem die über 300 Meter lange Dali mit 4500 Containern an Bord, tausende Tonnen Stahl und Beton im Patapsco River versenkte und den neuntgrößten Hafen der USA stilllegte. Seitdem steckt die Dali fest. Teile der Fahrbahn liegen auf dem Bug. Und so sieht es unter Wasser aus. Es gibt erste Sonaraufnahmen, die Key Bridge auf Grund, 20 Meter tief. Wenn man sieht, wie ineinander verwickelt die Trümmer sind, beginnt man zu verstehen, was es für eine Herausforderung ist, die wir vor uns haben, um die Trümmerteile aus dem Hafenbecken zu bergen, erklärt der Gouverneur von Maryland. Priorität hat die Räumung der Tiefwasserroute. Erst dann können auch größere Containerschiffe wieder passieren. Erste Stahlträger werden auseinandergeschweißt und abtransportiert, aber es ist nur ein Anfang. Auf die Taucher warten unter Wasser extreme Bedingungen. Wenn es überhaupt möglich ist, abzutauchen, müssen sie von oben geführt werden. Die Taucher arbeiten hauptsächlich im Dunkeln. Wenn sie Licht benutzen würden, wäre es so, als ob sie durch einen Schneesturm mit Fernlicht fahren würden. So kann man das beschreiben. Die Streben der kollabierten Brücke unter und über Wasser stehen teils unter Spannung. Das macht die Bergung zusätzlich schwierig und vor allem gefährlich. Ein Datum, wann die Passage geräumt sein könnte, will immer noch niemand nennen. Große Containerschiffe wie die Dali hatten unter der Brücke gerade mal 50 Zentimeter Wasser unterm Kiel. Da darf also kein Trümmerteil liegen bleiben. Seit 2015 findet jedes Jahr in Frankfurt am Main eine antisemitische Al-Quds-Demonstration statt, die auch für kommenden Samstag wieder geplant ist. Der Verfassungsschutz rechnet auch für dieses Jahr wieder mit israelfeindlichen Parolen bei dieser Veranstaltung. Gerade erst hat ein Treffen von rund 400 Menschen in Hamburg-Bilbrock für Entsetzen gesorgt. Denn hinter dieser Veranstaltung steckt eine islamistische Gruppe, deren Ziel es ist, ein Kadifat in Deutschland zu errichten. Als Redner soll außerdem der Salafist Marcel Kras aufgetreten sein. Wir wollen darüber sprechen. Aus Frankfurt am Main zugeschaltet ist Professor Susanne Schröter. Sie ist Islamwissenschaftlerin. Frau Professor, wir grüßen Sie. Hallo. Am Samstag soll also in Frankfurt wieder eine Al-Quds-Demonstration stattfinden. In der Vergangenheit gab es aber ja regelmäßig israelfeindliche und antisemitische Parolen. Warum werden solche Demonstrationen nicht im Vorfeld einfach verboten? Das Problem ist, wir haben jetzt in Frankfurt eine ganze Reihe von israelfeindlichen Demonstrationen gehabt. Seit dem 7. Oktober verstärkt, wie in anderen Städten in Deutschland auch. Und teilweise sind sie erst mal verboten worden. Und das nächste Gericht hat dann das Verbot wieder aufgehoben. Also das ist eine Frage des Gerichts. Die Politik würde es sicherlich sehr gerne verbieten. Sind denn die Behörden in Frankfurt zu naiv, wenn diese Kundgebungen, die ja unter dem Motto stoppt, den Krieg angemeldet werden? Der Al-Quds-Tag ist immer der letzte Freitag während Ramadan. Man könnte sich ja diesen Termin im Kalender anstreichen und dann hellhörig werden. Ja, das könnte man und man müsste vielleicht auch mal eine grundsätzliche Entscheidung treffen, wie man mit solchen Tagen umgeht. Es ist ja was anderes, ob, sagen wir mal, israelfeindliche oder antisemitische Organisationen etwas anmelden oder ob es so ein Jahrestag ist. Dieser Jahrestag, der ist ja mal eingesetzt worden von Ayatollah Khomeini, um sein Ziel zu verdeutlichen und da Unterstützung auch einzuwerben für die Zerstörung Israels und für die Wiedereroberung Jerusalems. Kurz ist ja der arabische Name für Jerusalem und darum geht es. Also die Muslime sollen Jerusalem erobern, sollen Israel wiedererobern, Israel soll zerstört werden. Und diese antisemitische Agenda, die ist einfach konstitutiv für den Kurztag. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Da geht es nicht um Krieg, da geht es nicht um unterschiedliche Einschätzungen zu dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Es geht einfach darum, dass der mal festgesetzt wurde, um Israel zu vernichten. Und da könnte man sich, und das muss ich jetzt auch sagen, in Deutschland vielleicht mal grundsätzlich damit auseinandersetzen, dass solche Demonstrationen, die so menschenverachtend sind, dass die tatsächlich nicht mehr erlaubt werden. Und dass man da gar nicht sagt, wir wissen ja nicht, wir verbieten jetzt aber, dass da antisemitische Parolen gerufen werden. Dann ist es wieder nicht möglich, dass man sie wirklich, dass man das wirklich umsetzen kann. Und also man begibt sich dann so ein Klein-Klein und letztendlich haben dann die Antisemiten gewonnen. Das ist das Problem immer. Aber wenn man einmal sagen würde, Kurzdemonstrationen sind von ihrer Anlage her antisemitisch und nichts anderes, dann könnte man sie meiner Meinung nach auch verbieten. Es hat am Ostersonntag in Hamburg ein Treffen mit etwa 400 Teilnehmern stattgefunden, bei dem auch ein polizeibekannter Salafist aufgetreten sein soll. Sind die Behörden auch in der Hansestadt möglicherweise zu nachlässig? Ich meine, das ist ja letzten Endes auch nicht gerade demokratieförderlich, was da passiert. Ja, absolut. Jetzt sagt die Hamburger Politik, wir können da nichts dran ändern. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Das ist in der Tat ein hohes Gut. Aber wenn ich mir überlege, wie die ganze Debatte im Moment läuft, wenn es um die Eindämmung von Rechtsextremismus geht, dann finde ich, dass man im Bereich des Islamismus immer verhältnismäßig milde argumentiert und sagt, das geht alles nicht. Die haben doch das Recht dazu, es zu demonstrieren, gerade in Hamburg. Also in Hamburg gibt es ja eine Gruppe, Muslim Interaktiv, die sind ja notorisch unterwegs. Die laufen in einer paramilitärischen Gewandung herum, alle schwarz angezogen und machen seit Jahren, machen sie Aktionen, in denen sie die Straße für sich reklamieren und sind auch außerordentlich gewalttätig, wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt. Also da könnte man auch mal etwas anders vorgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht einen wirklich schlechten Eindruck, wenn man bei Extremismen mit zweierlei Maßen ist. Also eine wehrhafte Demokratie, und ich bin absolut dafür, dass eine Demokratie sich auch wehrhaft zeigen muss, muss jeder Art von Extremismus gegenüber eben eine klare Kante zeigen. Sagt die Islamwissenschaftlerin Professor Susanne Schröter. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen andauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche NGOs an, weiter vor Ort zu bleiben. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des irrtümlichen Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, war für der israelische Botschafter Jakov Livne nun Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter daraufhin ein. Weiter nach Washington zu Michael Willenweber. Michael, ein ranghoher Mitarbeiter von World Central Kitchen, erhebt jetzt schwere Anschuldigungen. Er sagt, der Angriff sei kein Versehen gewesen. Israel habe die Wagenkolonne ganz gezielt angegriffen. Wie sind die Reaktionen in den USA? Ja, José Andrés, das ist der Vorsitzende dieser Organisation, hat diesen Vorwurf erhoben, dass also ganz bewusst diese Fahrzeuge angegriffen worden sind. Im Weißen Haus hält man sich diesbezüglich bedeckt. Man hätte keinerlei Erkenntnisse darüber. Die Frage ist natürlich, wie wird das weiter aufgeklärt? Wir haben es eben gehört, das könnte noch lange dauern, heißt es von israelischer Seite. Aber stellt sich zum Beispiel das Weiße Haus auch hinter die Forderung einer unabhängigen Untersuchung. Das hat man bisher zumindest vermieden. Diese Forderung wollte man nicht mittragen. Was man hier ja inzwischen ja auch hört und lesen kann, zum Beispiel in Online-Magazinen, ist, dass die Ziele, die bestimmt werden durch die Israelis, dass da auch AI mit einer Rolle spielt und dass AI nicht genügend überwacht wird, nicht double gecheckt wird dann von Menschen und was dann auch zu hohen Verlusten im Gazastreifen führt, so wird es zumindest mit erklärt, weil diese Software, die da wohl benutzt würde, fehleranfällig ist. Vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation, steckt auch solch ein AI-Problem hinter der Attacke auf die Helfer. Das wäre natürlich ein echter Skandal. In diesen Minuten telefonieren übrigens auch Präsident Biden und Ministerpräsident Netanjahu. Was steht denn dabei sonst noch alles auf der Gesprächsliste? Naja, seit 65 Minuten wird telefoniert und das ist das Gespräch, was hier in den USA mit Hochspannung erwartet wird. Und hat Joe Biden überhaupt einen Hebel, um Netanjahu zu irgendetwas anderem zu bewegen, als Netanjahu selber möchte? Und das ist hier die Frage. Joe Biden, der benutzt zwar immer wieder starke Worte, aber es folgen dann am Ende keine Taten. Den Angriff auf die Helfer hat er als empörend bezeichnet, aber folgt dem dann am Ende etwas. Das wird hier in den USA nämlich gefordert und das könnte seine Wiederwahl am Ende auch gefährden. Das heißt also für Joe Biden, er bewegt sich auf Messers Schneide. Wird er also zu fordern gegenüber vielleicht den Israelis? Verliert er auf der einen Seite, fordert er zu wenig und bewirkt er zu wenig? Dann verliert er Stimmen auf der linken Seite bei den Palästinensern. Dieses Telefonat ist auch ein Telefonat zweier Männer, für die es jeweils um die politische Existenz am Ende geht. Nicht nur für Joe Biden, sondern auch für Benjamin Netanjahu. Und da ist jetzt die Frage zu klären, kann tatsächlich Joe Biden Benjamin Netanjahu aufhalten, einzumarschieren, dann auch nach Rafa, was ja im Raume steht. Da werden wir sicherlich später vielleicht schon in einer guten Stunde mehr drüber hören. Und dann wirst du uns auf dem Laufenden halten. Bis dahin, Dankeschön, Michael nach Washington. Und jetzt zu einem brutalen Angriff auf ein vierjähriges Mädchen in Wangen im Allgäu. Das Mädchen wurde in einem Supermarkt beim Einkauf mit seiner Mutter von einem 34-Jährigen mit einem Messer attackiert. Der Angreifer, ein Syrer mit niederländischer Staatsbürgerschaft, ist für Mutter und Kind offenbar kein Unbekannter gewesen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch. Das Kind wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert. Der Zustand des Kindes ist offenbar stabil. In Duisburg steht seit heute ein Paar vor Gericht, dass die eigene dreijährige Tochter zu Tode gequält haben soll. Der Fall hat im Oktober Bundeswahl für Schlagzeilen gesorgt. Laut Anklage soll der Vater das dreijährige Kind in einem Keller eingesperrt haben. Dort habe er das Mädchen mit Klebeband gefesselt. Die Kindsmutter soll den Angeklagten dazu ermuntert haben. Das Martyrium der Kleinen dauerte mehrere Tage. Schließlich erstickte sie an ihrem eigenen Erbrochenen. Der Vater warf die Leiche daraufhin in einen Kanal und stellte sich der Polizei. Die Staatsanwaltschaft wird den Eltern heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Ein Urteil wird Mitte Mai erwartet. Unser Kollege Max Hermes hat den ersten Prozesstag in Duisburg beobachtet. Hier sein Bericht. Als die Staatsanwältin die Anklageschrift verlesen hat, haben die beiden Angeklagten keine Mine verzogen. Sie haben auch ihre Gesichter verdeckt, damit die Kameras sie nicht einfangen können. Und das, was da im Raum steht, ist extrem grausam. Also das Kind, die dreijährige Lea, soll mehrere Tage lang im Keller dort festgehalten worden sein von ihren Eltern. Sie wurde zum Teil geknebelt und hat davon auch Spuren, davon getragen. Sie hat mehrere Erstickungsanfälle in dieser Zeit erlitten und ist dort dann auch ums Leben gekommen, von den eigenen Eltern mutmaßlich umgebracht worden. Das wird jetzt zu klären sein. Der Vorwurf, Tatvorwurf ist Mord. Und das, was die Eltern dort gemacht haben, das ist auch vom Motiv her an Grausamkeit kaum zu überbieten. Aus dem persönlichen Motiv heraus, dass ihnen das Kind zu laut war, dass sie das Kind mit pseudoerzieherischen Maßnahmen, so drückt es die Staatsanwaltschaft aus, zur Ruhe bringen wollten, haben sie das Kind dann umgebracht. Und letztlich der Vater, der das Kind dann in einem Kanal dann noch versenkt hat, dann später die Polizei gerufen hat. Also eine grausame Geschichte, die jetzt hier vor dem Landgericht Duisburg aufgeklärt wird, aufgearbeitet wird. Ein Prozess, der anhand von Indizien, aber auch Beweisen und dann Zeugenaussagen hier dann geführt wird. Die Eltern werden sich nicht einlassen und das Gericht muss dann befinden über die Schuldfähigkeit, möglicherweise auch psychologische Gutachten. All das könnte kommen und dann wird ein Urteil in diesem Prozess Mitte Mai erwartet. Ein vor zwei Jahren in Kalifornien entführtes 15-jähriges Mädchen wurde von Polizisten erschossen. Beamte behaupteten, sie hätten sie für eine Gefahr gehalten, weil sie nicht den Anweisungen gefolgt sei. Aber jetzt gibt es Aufnahmen, die belegen, der Teenager tat nur das, was man ihr sagte. 15 ist Savannah, als sie im Hagel von Polizeikugeln zusammenbricht, entführt von ihrem Vater Anthony, der zuvor die Mutter tötet und dann zu einer irren, 100 Kilometer langen Flucht aufbricht. Während der Jagd feuert der Entführer immer wieder auf die Polizei, die ihm am Hinterreifen klebt. Vor Los Angeles dann das Ende. Der Wagen kommt auf einer Auffahrt zum Stehen. Im Auto der Vater mit mehreren Waffen und die Tochter. Die steigt aus, hält sich an die Polizeianweisungen und wird erschossen. Sie sei wohl bewaffnet gewesen und zu schnell gelaufen, so die Polizei. Dann heißt es, es wären Kugeln des Vaters gewesen. Doch das stimmt nicht, wie Tonaufnahmen nun belegen. Passagier, steigen Sie aus, steigen Sie aus. Raus, raus, raus. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, los, los, kommen Sie zu mir. Gehen Sie, gehen Sie, ruft der Officer und dann... Hey, nicht auf Sie schießen, er sitzt im Auto, stopp. Sie ist keine Gefahr, er im Auto. Doch das geht im Kugelhagel der wilden Schießerei unter. Vom Vater entführt, von der Polizei erschossen, wie auch der Vater kurz darauf, ihren Führer und der Mörder der Mutter. Wir machen einen harten Themenschnitt an dieser Stelle und kommen zu Autos. Denn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die stehen ja vor dem Aus. In der EU sollen ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden, die beim Fahren CO2 emissionsfrei sind. Und bald könnte es wohl noch schärfere Regeln geben. Oldtimer blieben bislang davon verschont. Aber die Frage ist, bleibt das so? Und das stellten sich nicht wenige Besucher bei der weltgrößten Oldtimer-Messe Techno-Klassiker in Essen. Unter den Gästen kein geringerer als Finanzminister Lindner. Er ist ein bekennender Oldtimer-Freund. Wir haben zugehört, was er zum Verbrenner ausmacht. Der Oldtimer-Freund ist aus Lettland nach Essen gereist. Hier auf der größten Klassiker-Messe der Welt heißt es mit alten Schätzen sehen und gesehen werden. Helmut Binders Ente ist so ein ganzer Stolz. Ich habe eine 2CV Citroën AK 350. Das ist ein sehr seltenes Modell. Das ist einfach Freiheit. Wenn du das Dach hochmachst, aufmachst, die Luft spürst, die Geräusche. 2.700 Oldtimer können die Besucher in Essen bestaunen. Die Fahrzeuge sind alle mindestens 30 Jahre alt. Erst dann können Eigentümer ein H-Kennzeichen beantragen. Bundesweit sind rund 870.000 Oldtimer unterwegs. Und die echten Liebhaber wissen, Oldtimer und Neuwagen kann man einfach nicht vergleichen. Man muss da noch viel mehr lenken, man muss viel mehr spüren, man muss auch ein bisschen mehr hören, hinhören als heute bei den Autos, die ja fast von alleine fahren. Naja, das ist wie so eine, wie man heute sagt, Zeitkapsel. Man fährt eben Auto wie vor 50 Jahren. Für mich ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema. Also ein Fahrzeug, das ich wieder auf die Straße bringe und das, ich sag mal, wieder bewegt wird, ist immer noch ressourcenschonender als ein neues Fahrzeug zu bewegen. Bekennender Oldtimer-Fan ist auch der Finanzminister, der den Besuchern hier ein Versprechen gibt. Ich bin schon jetzt davon überzeugt, dass wir keinerlei Veränderungsbedarf beim H-Kennzeichen haben. Keinerlei. Und nebenbei gesagt, mein Auto von 1982, das ist schon gebaut. Wenn ich da synthetische Kraftstoffe reinfülle, dann ist dieses Auto klimafreundlicher als der neue Tesla. Erst recht, wenn er mit Strom aus polnischen Braunkohlekraftwerken geladen werden würde. Den Support vom Finanzminister haben die Oldtimer-Fans also. So fühlt sich das Fahren doch gleich noch besser an. Guten Morgen, herzlich willkommen hier bei uns. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Büstron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, von dem aus Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Er bestreitet das, spricht von Verleumdung und einer Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Abgeschlossen ist die Affäre allerdings nicht. Peter Büstron unter Druck. Der Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Büstron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi-Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag, gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großvater versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Eine Rakete auf einem Militärschiff hat in Dänemark zu Sperrungen im Luft- und Seeverkehr geführt. Die Schifffahrtsbehörde warnte vor herabfallenden Raketentrümmern, rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren, notfalls zu ankern. Das Militär erklärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten. Der Werfer sei aktiviert worden und konnte nicht mehr deaktiviert werden. Immer wieder greift Russland die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv, an. Sie liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zuletzt häufte sich der Beschuss. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur schwer getroffen. Unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer hat die jüngste Angriffswelle hautnah miterlebt. Die Aufräumarbeiten in Kharkiv im Osten der Ukraine, sie laufen. Am Tag nach den schweren Drohnenangriffen, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. Der Gouverneur der Region beschreibt sie als terroristischen Akt. Vergangene Nacht hatten wir einen der schwersten Drohnenangriffe in der Kharkiv-Region. Zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden angegriffen. Ihre Taktik war, in zwei Wellen anzugreifen. Die erste galt den Wohngebäuden. Danach, als unsere Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort waren, gab es einen zweiten Angriff, bei denen Einsatzkräfte und auch Zivilisten getötet wurden. Es gab keinen einzigen Angriff gegen militärische Ziele oder Soldaten. Diese Attacken galten ausschließlich Zivilisten. Ihre Taktik hat sich seit Februar 2022 nicht verändert. Sie terrorisieren die lokale Bevölkerung und wollen Kharkiv zerstören. Ebenso wie die gesamte Ukraine. Unter den Helfern auch ein deutscher Feuerwehrmann. Herr Thal, gestern sind drei Ihrer Kameraden ums Leben gekommen bei einem Drohnenbeschuss hier bei diesem Haus. Wie gefährlich ist der Einsatz für Sie hier? Es gibt die Gefahr des Double-Tabs, so nennt sich das. Das heißt, es kommt ein Angriff, dann gibt es eine gewisse Pause und dann kommt ein weiterer. Und ich denke, das hatten wir letztes Jahr in Kupjansk schon mal erlebt gehabt. Da hat man ungefähr eine halbe Stunde gewartet, dann kam der zweite Angriff. Da gab es dann auch Verletzte. Diese Gefahr besteht und deswegen denke ich, dass es wieder wichtig ist, dass man länger wartet jetzt auch. Dass man nicht direkt hinfährt, auch wenn das im Fall, im Brandfall eigentlich gegeben wäre, dass man das machen sollte. Da wäre es jetzt wahrscheinlich angebracht mit dieser vermehrten Gefahr, die jetzt immer, also es wird ja immer mehr. Sie schießen ja immer häufiger jetzt von der russischen Seite, dass man jetzt wieder ein bisschen länger wartet, bevor man ausrückt. Jetzt ist Kharkiv immer mehr zum Ziel geworden wieder der russischen Armee, nachdem es vor einem Jahr ungefähr relativ ruhig war mit Beschuss. Wie nehmen Sie die zunehmende Gefahr auch des Beschusses und der Drohnen persönlich wahr an der Stadt? Also es ist tatsächlich mehr geworden. Die letzte Woche gab es eigentlich permanent jeden Tag Luftalarm, viele Luftalarme. Also wirklich alle ein bis zwei Stunden Luftalarm mitunter, dann auch immer wieder Einschläge. Und gestern Abend war ich auf der Feuerwache, habe darauf gewartet, dass wir möglicherweise in Einsatz haben werden. Und da hatte ich dann eben dieses typische Rasenmähergeräusch. Das hört sich an wie so ein Propellerflugzeug. Ich bin dann ins Gebäude rein, weil das mehr war wie die letzte Woche. Wir sind dann alle in der Feuerwache, haben uns ins Gebäude zurückgezogen in einen sicheren Gang, der eben mit mehreren dicken Wänden auf alle Seiten abgeschirmt ist, dass falls da was reinschlägt, dass es uns eben nicht trifft. Und da haben wir dann auch die Meldung gekriegt, dass die Kollegen, die hier im Einsatz waren, getroffen wurden, dass es dann Double Tap gab. Boris Pistorius will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe erhält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben. Diese sind neben dem Heer, der Luftwörfer und der Marine jetzt auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen und wie notwendig und wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Frage soll jetzt kritisch beleuchtet werden. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen. Bei den Kindern hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FSB-2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Und jetzt weitere Meldungen des Tages zusammengefasst in 80 Sekunden um die Welt. Schlechte Nachrichten für die Hersteller von Elektrofahrzeugen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts sind die Zulassungen von E-Autos im März um rund 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Der Marktanteil liegt somit nur noch bei knapp 12 Prozent. Einer der Gründe ist die von der Bundesregierung gestrichene Kaufprämie. Nach dem Erdbeben in Taiwan ist eine Gruppe von 70 vermissten Bergwerkarbeitern gerettet worden. Insgesamt gelang es den Helfern seit dem Erdbeben mehr als 960 Menschen zu retten. Bei dem Beben mit einer Stärke von 7,2 starben mindestens neun Menschen. Die weltweite Lebenserwartung der Menschen ist seit Anfang der 90er um gut sechs Jahre gestiegen. Das ergab eine Studie der University of Washington. Die häufigsten Todesursachen wie Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Atemwegsinfektionen sind die gleichen geblieben. Die NASA will mit ihrem Artemis-Programm noch in diesem Jahrzehnt wieder Menschen auf den Mond schicken. Beim nächsten Trip zum Erdtrabanten sollen auch Autos dabei sein. Im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde sollen dazu Prototypen für 4,3 Milliarden Dollar entwickelt werden. Guten Morgen, herzlich willkommen hier bei uns. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Büstron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, von dem aus Moskau finanzierten Portal Boys of Europe. Er bestreitet das, spricht von Verleumdung und einer Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Abgeschlossen ist die Affäre allerdings nicht. Peter Büstron unter Druck. Der Nummer 2 auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Bistron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag, gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großvater versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt. Und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Eine Rakete auf einem Militärschiff hat in Dänemark zu Sperrungen im Luft- und Seeverkehr geführt. Die Schifffahrtsbehörde warnte vor herabfallenden Raketentrümmern, rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren, notfalls zu ankern. Das Militär erklärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten. Der Werfer sei aktiviert worden und konnte nicht mehr deaktiviert werden. Immer wieder greift Russland die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv, an. Sie liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zuletzt häufte sich der Beschuss. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur schwer getroffen. Unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer hat die jüngste Angriffswelle hautnah miterlebt. Die Aufräumarbeiten in Kharkiv im Osten der Ukraine, sie laufen. Am Tag nach den schweren Drohnenangriffen, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. Der Gouverneur der Region beschreibt sie als terroristischen Akt. Vergangene Nacht hatten wir einen der schwersten Drohnenangriffe in der Kharkiv-Region. Zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden angegriffen. Ihre Taktik war, in zwei Wellen anzugreifen. Die erste galt den Wohngebäuden. Danach, als unsere Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort waren, gab es einen zweiten Angriff, bei denen Einsatzkräfte und auch Zivilisten getötet wurden. Es gab keinen einzigen Angriff gegen militärische Ziele oder Soldaten. Diese Attacken galten ausschließlich Zivilisten. Ihre Taktik hat sich seit Februar 2022 nicht verändert. Sie terrorisieren die lokale Bevölkerung und wollen Kharkiv zerstören, ebenso wie die gesamte Ukraine. Unter den Helfern auch ein deutscher Feuerwehrmann. Herr Thal, gestern sind drei Ihrer Kameraden ums Leben gekommen bei einem Drohnenbeschuss hier bei diesem Haus. Wie gefährlich ist der Einsatz für Sie hier? Es gibt die Gefahr des Double-Tabs, so nennt sich das. Das heißt, es kommt ein Angriff, dann gibt es eine gewisse Pause und dann kommt ein weiterer. Und ich denke, das hat mir letztes Jahr in Kupjansk schon mal erlebt gehabt. Da hat man ungefähr eine halbe Stunde gewartet, dann kam der zweite Angriff. Da gab es dann auch Verletzte. Diese Gefahr besteht und deswegen denke ich, dass es wieder wichtig ist, dass man länger wartet jetzt auch. Dass man nicht direkt hinfährt, auch wenn das im Fall, im Brandfall eigentlich gegeben wäre, dass man das machen sollte. Da wäre es jetzt wahrscheinlich angebracht mit dieser vermehrten Gefahr, die jetzt immer, also es wird ja immer mehr. Sie schießen ja immer häufiger jetzt von der russischen Seite, dass man jetzt wieder ein bisschen länger wartet, bevor man ausrückt. Jetzt ist Kharkiv immer mehr zum Ziel geworden wieder der russischen Armee, nachdem es vor einem Jahr ungefähr relativ ruhig war mit Beschuss. Wie nehmen Sie die zunehmende Gefahr auch des Beschusses und der Drohnen persönlich wahr in der Stadt? Also es ist tatsächlich mehr geworden. Die letzte Woche gab es eigentlich permanent jeden Tag Luftalarm, viele Luftalarme. Also wirklich alle ein bis zwei Stunden Luftalarm mitunter, dann auch immer wieder Einschläge. Und gestern Abend war ich auf der Feuerwache, habe darauf gewartet, dass wir möglicherweise in Einsatz haben werden. Und da hatte ich dann eben dieses typische Rasenmähergeräusch. Das hört sich an wie so ein Propellerflugzeug. Ich bin dann ins Gebäude rein, weil das mehr war wie die letzte Woche. Wir sind dann alle in der Feuerwache, haben uns ins Gebäude zurückgezogen in einen sicheren Gang, der eben mit mehreren dicken Wänden auf alle Seiten abgeschirmt ist, dass falls da was reinschlägt, dass es uns eben nicht trifft. Und da haben wir dann auch die Meldung gekriegt, dass die Kollegen, die hier im Einsatz waren, getroffen wurden, dass es dann Double Tap gab. Boris Pistorius will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe erhält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben. Diese sind neben dem Heer, der Luftwürfe und der Marine jetzt auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen und wie notwendig und wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Frage soll jetzt kritisch beleuchtet werden. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen bei den Kindern. Da hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FSB-2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Und jetzt weitere Meldungen des Tages zusammengefasst in 80 Sekunden um die Welt. Schlechte Nachrichten für die Hersteller von Elektrofahrzeugen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts sind die Zulassungen von E-Autos im März um rund 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Der Marktanteil liegt somit nur noch bei knapp 12 Prozent. Einer der Gründe ist die von der Bundesregierung gestrichene Kaufprämie. Nach dem Erdbeben in Taiwan ist eine Gruppe von 70 vermissten Bergwerkarbeitern gerettet worden. Insgesamt gelang es den Helfern seit dem Erdbeben mehr als 960 Menschen zu retten. Bei dem Beben mit einer Stärke von 7,2 starben mindestens 9 Menschen. Die weltweite Lebenserwartung der Menschen ist seit Anfang der 90er um gut sechs Jahre gestiegen. Das ergab eine Studie der University of Washington. Die häufigsten Todesursachen wie Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Atemwegsinfektionen sind die gleichen geblieben. Die NASA will mit ihrem Artemis-Programm noch in diesem Jahrzehnt wieder Menschen auf den Mond schicken. Beim nächsten Trip zum Erdtrabanten sollen auch Autos dabei sein. Im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde sollen dazu Prototypen für 4,3 Milliarden Dollar entwickelt werden. Guten Morgen, herzlich willkommen hier bei uns. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Büstron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, von dem aus Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Er bestreitet das, spricht von Verleumdung und einer Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Abgeschlossen ist die Affäre allerdings nicht. Peter Büstron unter Druck. Der Nummer 2 auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Büstron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi-Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag, gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großväter versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt. Und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Eine Rakete auf einem Militärschiff hat in Dänemark zu Sperrungen im Luft- und Seeverkehr geführt. Die Schifffahrtsbehörde warnte vor herabfallenden Raketentrümmern, rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren, notfalls zu ankern. Das Militär erklärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten. Der Werfer sei aktiviert worden und konnte nicht mehr deaktiviert werden. Immer wieder greift Russland die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv, an. Sie liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zuletzt häufte sich der Beschuss. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur schwer getroffen. Unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer hat die jüngste Angriffswelle hautnah miterlebt. Die Aufräumarbeiten in Kharkiv im Osten der Ukraine, sie laufen. Am Tag nach den schweren Drohnenangriffen, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. Der Gouverneur der Region beschreibt sie als terroristischen Akt. Vergangene Nacht hatten wir einen der schwersten Drohnenangriffe in der Kharkiv-Region. Zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden angegriffen. Ihre Taktik war, in zwei Wellen anzugreifen. Die erste galt den Wohngebäuden. Danach, als unsere Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort waren, gab es einen zweiten Angriff, bei denen Einsatzkräfte und auch Zivilisten getötet wurden. Es gab keinen einzigen Angriff gegen militärische Ziele oder Soldaten. Diese Attacken galten ausschließlich Zivilisten. Ihre Taktik hat sich seit Februar 2022 nicht verändert. Sie terrorisieren die lokale Bevölkerung und wollen Kharkiv zerstören. Ebenso wie die gesamte Ukraine. Unter den Helfern auch ein deutscher Feuerwehrmann. Herr Thal, gestern sind drei Ihrer Kameraden ums Leben gekommen bei einem Drohnenbeschuss hier bei diesem Haus. Wie gefährlich ist der Einsatz für Sie hier? Es gibt die Gefahr des Double-Tabs, so nennt sich das. Das heißt, es kommt ein Angriff, dann gibt es eine gewisse Pause und dann kommt ein weiterer. Und ich denke, das hat mir letztes Jahr in Kupjansk schon mal erlebt gehabt. Da hat man ungefähr eine halbe Stunde gewartet, dann kam der zweite Angriff. Da gab es dann auch Verletzte. Diese Gefahr besteht und deswegen denke ich, dass es wieder wichtig ist, dass man länger wartet jetzt auch. Dass man nicht direkt hinfährt, auch wenn das im Fall, im Brandfall eigentlich gegeben wäre, dass man das machen sollte. Da wäre es jetzt wahrscheinlich angebracht mit dieser vermehrten Gefahr, die jetzt immer, also es wird ja immer mehr. Sie schießen ja immer häufiger jetzt von der russischen Seite, dass man jetzt wieder ein bisschen länger wartet, bevor man ausrückt. Jetzt ist Rakiv immer mehr zum Ziel geworden, wieder der russischen Armee, nachdem es vor einem Jahr ungefähr relativ ruhig war mit Beschuss. Wie nehmen Sie die zunehmende Gefahr auch des Beschusses und der Drohnen persönlich wahr an der Stadt? Also es ist tatsächlich mehr geworden. Die letzte Woche gab es eigentlich permanent jeden Tag Luftalarm, viele Luftalarme. Also wirklich alle ein bis zwei Stunden Luftalarm mitunter, dann auch immer wieder Einschläge. Und gestern Abend war ich auf der Feuerwache, habe darauf gewartet, dass wir möglicherweise in Einsatz haben werden. Und da hatte ich dann eben dieses typische Rasenmäher-Geräusch. Das hört sich an wie so ein Propeller-Flugzeug. Ich bin dann ins Gebäude rein, weil das mehr war wie die letzte Woche. Wir sind dann alle in der Feuerwache, haben uns ins Gebäude zurückgezogen in einen sicheren Gang, der eben mit mehreren dicken Wänden auf alle Seiten abgeschirmt ist, dass falls da was reinschlägt, dass es uns eben nicht trifft. Und da haben wir dann auch die Meldung gekriegt, dass die Kollegen, die hier im Einsatz waren, getroffen wurden, dass es dann Double Tap gab. Boris Pistorius will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe hält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben. Diese sind neben dem Heer, der Luftwürfe und der Marine jetzt auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe, für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte, vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Meis, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen und wie notwendig und wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Frage soll jetzt kritisch beleuchtet werden. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen bei den Kindern. Da hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FSB-2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Und jetzt weitere Meldungen des Tages zusammengefasst in 80 Sekunden um die Welt. Schlechte Nachrichten für die Hersteller von Elektrofahrzeugen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts sind die Zulassungen von E-Autos im März um rund 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Der Marktanteil liegt somit nur noch bei knapp 12 Prozent. Einer der Gründe ist die von der Bundesregierung gestrichene Kaufprämie. Nach dem Erdbeben in Taiwan ist eine Gruppe von 70 vermissten Bergwerkarbeitern gerettet worden. Insgesamt gelang es den Helfern seit dem Erdbeben mehr als 960 Menschen zu retten. Bei dem Beben mit einer Stärke von 7,2 starben mindestens 9 Menschen. Die weltweite Lebenserwartung der Menschen ist seit Anfang der 90er um gut sechs Jahre gestiegen. Das ergab eine Studie der University of Washington. Die häufigsten Todesursachen wie Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Atemwegsinfektionen sind die gleichen geblieben. Die NASA will mit ihrem Artemis-Programm noch in diesem Jahrzehnt wieder Menschen auf den Mond schicken. Beim nächsten Trip zum Erdtrabanten sollen auch Autos dabei sein. Im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde sollen dazu Prototypen für 4,3 Milliarden Dollar entwickelt werden. Guten Morgen, herzlich willkommen hier bei uns. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Büstron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, von dem aus Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Er bestreitet das, spricht von Verleumdung und einer Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Abgeschlossen ist die Affäre allerdings nicht. Peter Büstron unter Druck. Der Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Büstron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi-Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großväter versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Eine Rakete auf einem Militärschiff hat in Dänemark zu Sperrungen im Luft- und Seeverkehr geführt. Die Schifffahrtsbehörde warnte vor herabfallenden Raketentrümmern, rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren, notfalls zu ankern. Das Militär erklärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten. Der Werfer sei aktiviert worden und konnte nicht mehr deaktiviert werden. Immer wieder greift Russland die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv, an. Sie liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zuletzt häufte sich der Beschuss. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur schwer getroffen. Unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer hat die jüngste Angriffswelle hautnah miterlebt. Die Aufräumarbeiten in Kharkiv im Osten der Ukraine, sie laufen. Am Tag nach den schweren Drohnenangriffen, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. Der Gouverneur der Region beschreibt sie als terroristischen Akt. Vergangene Nacht hatten wir einen der schwersten Drohnenangriffe in der Kharkiv-Region. Zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden angegriffen. Ihre Taktik war, in zwei Wellen anzugreifen. Die erste galt den Wohngebäuden. Danach, als unsere Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort waren, gab es einen zweiten Angriff, bei denen Einsatzkräfte und auch Zivilisten getötet wurden. Es gab keinen einzigen Angriff gegen militärische Ziele oder Soldaten. Diese Attacken galten ausschließlich Zivilisten. Ihre Taktik hat sich seit Februar 2022 nicht verändert. Sie terrorisieren die lokale Bevölkerung und wollen Kharkiv zerstören. Ebenso wie die gesamte Ukraine. Unter den Helfern auch ein deutscher Feuerwehrmann. Herr Thal, gestern sind drei Ihrer Kameraden ums Leben gekommen bei einem Drohnenbeschuss hier bei diesem Haus. Wie gefährlich ist der Einsatz für Sie hier? Es gibt die Gefahr des Double-Tabs, so nennt sich das. Das heißt, es kommt ein Angriff, dann gibt es eine gewisse Pause und dann kommt ein weiterer. Und ich denke, das hat mir letztes Jahr in Kupjansk schon mal erlebt gehabt. Da hat man ungefähr eine halbe Stunde gewartet, dann kam der zweite Angriff. Da gab es dann auch Verletzte. Diese Gefahr besteht. Und deswegen denke ich, dass es wieder wichtig ist, dass man länger wartet jetzt auch. Dass man nicht direkt hinfährt, auch wenn das im Fall, im Brandfall eigentlich gegeben wäre, dass man das machen sollte. Da wäre es jetzt wahrscheinlich angebracht mit dieser vermehrten Gefahr, die jetzt immer, also es wird ja immer mehr. Sie schießen ja immer häufiger jetzt von der russischen Seite, dass man jetzt wieder ein bisschen länger wartet, bevor man ausrückt. Jetzt ist Rakiv immer mehr zum Ziel geworden wieder der russischen Armee, nachdem es vor einem Jahr ungefähr relativ ruhig war mit Beschuss. Wie nehmen Sie die zunehmende Gefahr auch des Beschusses und der Drohnen persönlich wahr in der Stadt? Also es ist tatsächlich mehr geworden. Die letzte Woche gab es eigentlich permanent jeden Tag Luftalarm, viele Luftalarme. Also wirklich alle ein bis zwei Stunden Luftalarm mitunter, dann auch immer wieder Einschläge. Und gestern Abend war ich auf der Feuerwache, habe darauf gewartet, dass wir möglicherweise in Einsatz haben werden. Und da hatte ich dann eben dieses typische Rasenmähergeräusch. Das hört sich an wie so ein Propellerflugzeug. Ich bin dann ins Gebäude rein, weil das mehr war wie die letzte Woche. Wir sind dann alle in der Feuerwache, haben uns ins Gebäude zurückgezogen in einen sicheren Gang, der eben mit mehreren dicken Wänden auf alle Seiten abgeschirmt ist, dass falls da was reinschlägt, dass es uns eben nicht trifft. Und da haben wir dann auch die Meldung gekriegt, dass die Kollegen, die hier im Einsatz waren, getroffen wurden, dass es da ein Double Tap gab. Boris Pistorius will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe hält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben. Diese sind neben dem Heer, der Luftwürfe und der Marine jetzt auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe, für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte, vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen und wie notwendig und wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Frage soll jetzt kritisch beleuchtet werden. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen bei den Kindern. Da hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FSB-2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Und jetzt weitere Meldungen des Tages zusammengefasst in 80 Sekunden um die Welt. Schlechte Nachrichten für die Hersteller von Elektrofahrzeugen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts sind die Zulassungen von E-Autos im März um rund 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Der Marktanteil liegt somit nur noch bei knapp 12 Prozent. Einer der Gründe ist die von der Bundesregierung gestrichene Kaufprämie. Nach dem Erdbeben in Taiwan ist eine Gruppe von 70 vermissten Bergwerkarbeitern gerettet worden. Insgesamt gelang es den Helfern seit dem Erdbeben mehr als 960 Menschen zu retten. Bei dem Beben mit einer Stärke von 7,2 starben mindestens 9 Menschen. Die weltweite Lebenserwartung der Menschen ist seit Anfang der 90er um gut sechs Jahre gestiegen. Das ergab eine Studie der University of Washington. Die häufigsten Todesursachen wie Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Atemwegsinfektionen sind die gleichen geblieben. Die NASA will mit ihrem Artemis-Programm noch in diesem Jahrzehnt wieder Menschen auf den Mond schicken. Beim nächsten Trip zum Erdtrabanten sollen auch Autos dabei sein. Im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde sollen dazu Prototypen für 4,3 Milliarden Dollar entwickelt werden. Guten Morgen, herzlich willkommen hier bei uns. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Büstron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, von dem aus Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Er bestreitet das, spricht von Verleumdung und einer Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Abgeschlossen ist die Affäre allerdings nicht. Peter Büstron unter Druck. Der Nummer 2 auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Büstron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi-Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag, gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großväter versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Eine Rakete auf einem Militärschiff hat in Dänemark zu Sperrungen im Luft- und Seeverkehr geführt. Die Schifffahrtsbehörde warnte vor herabfallenden Raketentrümmern, rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren, notfalls zu ankern. Das Militär erklärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten. Der Werfer sei aktiviert worden und konnte nicht mehr deaktiviert werden. Immer wieder greift Russland die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Kharkiv, an. Sie liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zuletzt häufte sich der Beschuss. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur schwer getroffen. Unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer hat die jüngste Angriffswelle hautnah miterlebt. Die Aufräumarbeiten in Kharkiv im Osten der Ukraine, sie laufen. Am Tag nach den schweren Drohnenangriffen, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. Der Gouverneur der Region beschreibt sie als terroristischen Akt. Vergangene Nacht hatten wir einen der schwersten Drohnenangriffe in der Kharkiv-Region. Zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden angegriffen. Ihre Taktik war, in zwei Wellen anzugreifen. Die erste galt den Wohngebäuden. Danach, als unsere Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort waren, gab es einen zweiten Angriff, bei denen Einsatzkräfte und auch Zivilisten getötet wurden. Es gab keinen einzigen Angriff gegen militärische Ziele oder Soldaten. Diese Attacken galten ausschließlich Zivilisten. Ihre Taktik hat sich seit Februar 2022 nicht verändert. Sie terrorisieren die lokale Bevölkerung und wollen Kharkiv zerstören, ebenso wie die gesamte Ukraine. Unter den Helfern auch ein deutscher Feuerwehrmann. Herr Thal, gestern sind drei Ihrer Kameraden ums Leben gekommen bei einem Drohnenbeschuss hier bei diesem Haus. Wie gefährlich ist der Einsatz für Sie hier? Es gibt die Gefahr des Double-Tabs, so nennt sich das. Das heißt, es kommt ein Angriff, dann gibt es eine gewisse Pause und dann kommt ein weiterer. Und ich denke, das hat mir letztes Jahr in Kupjansk schon mal erlebt gehabt. Da hat man ungefähr eine halbe Stunde gewartet, dann kam der zweite Angriff. Da gab es dann auch Verletzte. Es ist diese Gefahr besteht. Und deswegen denke ich, dass es wieder wichtig ist, dass man länger wartet jetzt auch. Dass man nicht direkt hinfährt, auch wenn das im Fall, im Brandfall eigentlich gegeben wäre, dass man das machen sollte. Da wäre es jetzt wahrscheinlich angebracht mit dieser vermehrten Gefahr, die jetzt immer, also es wird ja immer mehr. Sie schießen ja immer häufiger jetzt von der russischen Seite, dass man jetzt wieder ein bisschen länger wartet, bevor man ausrückt. Jetzt ist Kharkiv immer mehr zum Ziel geworden wieder der russischen Armee, nachdem es vor einem Jahr ungefähr relativ ruhig war mit Beschuss. Wie nehmen Sie die zunehmende Gefahr auch des Beschusses und der Drohnen persönlich wahr an der Stadt? Also es ist tatsächlich mehr geworden. Die letzte Woche gab es eigentlich permanent jeden Tag Luftalarm, viele Luftalarme. Also wirklich alle ein bis zwei Stunden Luftalarm mitunter. Dann auch immer wieder Einschläge. Und gestern Abend war ich auf der Feuerwache, habe darauf gewartet, dass wir möglicherweise in Einsatz haben werden. Und da hatte ich dann eben dieses typische Rasenmäher-Geräusch. Das hört sich an wie so ein Propeller-Flugzeug. Ich bin dann ins Gebäude rein, weil das mehr war wie die letzte Woche. Wir sind dann alle in der Feuerwache, haben uns ins Gebäude zurückgezogen in einen sicheren Gang, der eben mit mehreren dicken Wänden auf alle Seiten abgeschirmt ist, dass falls da was reinschlägt, dass es uns eben nicht trifft. Und da haben wir dann auch die Meldung gekriegt, dass die Kollegen, die hier im Einsatz waren, getroffen wurden, dass es dann Double Tap gab. Boris Pistorius will die Bundeswehr grundlegend umkrempeln. Die Truppe hält dafür eine neue Kommandostruktur. Heute stellte der Bundesverteidigungsminister seine Pläne vor. Künftig soll es ein einheitliches Kommando für die vier Teilstreitkräfte geben. Diese sind neben dem Heer, der Luftwörfer und der Marine jetzt auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum. Die Bundeswehr soll wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Die neue Bedrohung durch Russland stellt die Truppe, für die in den vergangenen Jahrzehnten die klassische Landesverteidigung immer mehr aus dem Fokus rückte, vor große Herausforderungen. Eine Kurskorrektur ist deshalb nötig. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Statt zwei Führungskommandos gibt es künftig nur noch das operative Führungskommando. Dem unterstehen die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Weltraum, Marine und, das ist neu, der Cyberraum. Anders als bisher gibt es einen zentralen Unterstützungsbereich aus Sanitätsdienst, Logistik und anderen Diensten, der allen vier Teilstreitkräften zur Verfügung steht. In den letzten Jahren war es dagegen so, dass sich die Bundeswehr hauptsächlich als Kontingentarmee definierte. Sie agierte in verschiedenen Missionen weit entfernt von der Heimat. Wir haben nun eine völlig andere Lage und da funktionieren diese Strukturen nicht mehr. Da funktionieren auch diese Prozesse nicht mehr. Da funktioniert gar nichts mehr und das erleben wir nun. Doppelstrukturen müssen abgebaut, Fähigkeiten müssen gebündelt werden. Doch der Umbau der hochbürokratisierten Bundeswehr ist nicht einfach. Es gab Widerstand auf höchster Ebene. Der Realität geschuldet ist, dass der Überbau sozusagen schmaler werden muss, die Kommandostrukturen schneller, alles hochkomplex und das muss deutlich schneller organisiert sein. Dass es da Widerstand gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So soll es Streit gegeben haben zwischen Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres und Deutschlands ranghöchstem Soldaten, Generalinspekteur Carsten Breuer. Deren Verhältnis sei nun zerrüttet. Ich war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass das Ministerium, dass Boris Pistorius und seine wichtigsten Mitarbeiter diesen Prozess so dilettantisch organisiert haben, dass es eben zu diesen Streitigkeiten gekommen ist. Ein weit größeres Problem sind aber die Nachwuchssorgen. Am liebsten hätte der Minister wieder eine kleine Wehrpflicht 2.0. Die aktuelle Reform muss erst mal ohne auskommen. Wir haben bei den Strukturen mitgedacht, dass es zur Wiedereinführung einer wie auch immer geaderten Wehrdienstpflicht geben kommen könnte. Das heißt aber nicht, dass die Strukturen nicht auch funktionieren würden, wenn es die Wehrpflicht nicht gibt. Doch ohne Wehrpflicht wird die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein noch größerer Kraftakt, als sie sowieso schon ist. Wie gerechtfertigt waren die Corona-Maßnahmen und wie notwendig und wirksam war es tatsächlich, das Land mehrfach über Monate lahmzulegen? Und was können wir aus der Corona-Zeit für künftige Pandemien lernen? Unter anderem diese Frage soll jetzt kritisch beleuchtet werden. Schul- und Kitaschließungen, Produktionsstops, Kontaktverbote und Impfpflicht. Die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, sehen nicht wenige heute kritisch und als unverhältnismäßig an. Doch bereits damals habe man gewusst, dass einige der Regelungen nicht wirklich effizient seien. Das Wichtigste waren sicherlich, was ins Auge gestochen hat, waren die Schulschließungen bei den Kindern. Da hat man in der Schweiz und auch in Frankreich sehr schnell nach den ersten Wochen das aufgegeben. Unsinnig war auch sicherlich das Beharren auf der FSB-2-Maske. Man hat völlig überschätzt die Aresol-Übertragung. Zwar wird der Ausnahmezustand 2021 offiziell beendet, eine genaue Aufarbeitung blieb seitdem aber aus. In Sachsen-Anhalt hat nun eine eigens dazu ausgerufene Expertenkommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus 15 Personen, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Recht, Handwerk, Sport und Kultur. Wir halten uns raus und bis zum Jahresende wollen wir Empfehlungen haben und Bewertungen haben, damit wir auch für die Zukunft gewappnet sind. In einem Dreivierteljahr soll es dann ein erstes Fazit geben. Aus dem sollen dann Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden können. Und jetzt weitere Meldungen des Tages zusammengefasst in 80 Sekunden. Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag hier bei Welt. Schön, dass Sie bei uns sind. Im Tarifstreit des Luftsicherheitspersonals an deutschen Flughäfen beginnt heute die Schlichtung. Der frühere Bremer Finanzstaatsrat Lühe von der SPD, der will versuchen, die unterschiedlichen Positionen der Gewerkschaft Verdi und des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen zusammenzubringen. Der Ort des Treffens ist geheim. Die Schlichtung soll bis Sonntag dauern. Die Gewerkschaft verlangt für die rund 25.000 Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienstleister eine Lohnerhöhung von mindestens 2,80 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben zuletzt eine dreistufige Steigerung um 3,25 Euro angeboten, allerdings bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Sorgen der Deutschen um Frieden und Sicherheit in Europa sind größer geworden. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage für den ARD Deutschland-Renter vor. 67 Prozent der Befragten halten demnach Frieden und Sicherheit derzeit für stark oder sehr stark bedroht. Das sind 28 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. Vor diesem Hintergrund ist eine breite Mehrheit für die deutsche Mitgliedschaft in der NATO. 82 Prozent der Befragten gaben an, die NATO sei wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern. Das wichtigste politische Problem, um das sich jetzt nach der Meinung der Deutschen vordringlich gekümmert werden sollte, die Themenbereiche Flüchtlinge und Migration. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz ist der Al-Quds-Tag ein jährlich am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan stattfindender schiitischer Gedenktag. Weiter heißt es, bei den weltweiten Demonstrationen sollen den Palästinensern Solidarität für ihren Befreiungskampf ausgesprochen werden. Jetzt, fast auf den Tag genau sechs Monate nach dem bestialischen Überfall der Hamas auf Israel, ist es wieder soweit. Klar ist, in Wahrheit ist die Demo beispielsweise hier in Berlin Treffpunkt für Israel-Hasser. Übelster Antisemitismus, der Jahr für Jahr auf unseren Straßen verbreitet wird. Mit Hisbollah-Pullover mitten in Berlin. Im Juli 2014 eskaliert die antisemitische Hetze auf deutschen Straßen. Teilnehmer einer Demo sollen sogar Israel vergasen und Siegheil gerufen haben. Der Grund, der jährliche sogenannte Al-Quds-Tag fällt mitten in eine Eskalation im Nahen Osten. Die Ausgangssituation also ähnlich wie dieses Jahr. Denn heute jährt sich wieder genau der Tag, an dem jedes Jahr weltweit Antisemiten dazu aufrufen, dass Muslime Israel zurückerobern sollen. Diese antisemitische Agenda, die ist einfach konstitutiv für den Kurztag. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Da geht es nicht um Krieg, da geht es nicht um unterschiedliche Einschätzungen zu dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Es geht einfach darum, dass der mal festgesetzt wurde, um Israel zu vernichten. Ins Leben gerufen wurde der Al-Quds-Tag bereits 1979 vom iranischen Revolutionsführer Khomeini. Und er fällt immer auf den letzten Freitag des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Immer wieder kam es seitdem vor allem in Berlin zu Antisemitismus und Terrorverherrlichung. Seit 2020 greift Berlin dann durch und versucht immer wieder die Demos zu verbieten. Doch die Rechtslage nicht eindeutig. Man begibt sich dann so ein Klein-Klein und letztendlich haben dann die Antisemiten gewonnen. Das ist das Problem immer. Aber wenn man einmal sagen würde, Kutz-Demonstrationen sind von ihrer Anlage her antisemitisch und nichts anderes, dann könnte man sie meiner Meinung nach auch verbieten. Denn während es auch dieses Jahr in Berlin keine offizielle Al-Quds-Demo geben wird, rufen antisemitische Gruppen für morgen in Frankfurt auf. Außerdem befürchten Behörden, dass sich Al-Quds-Demonstranten anderen pro-palästinensischen Demos in den nächsten Tagen anschließen könnten. Mindestens zwei sind allein in Berlin angemeldet. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Westen erneut zur Lieferung von Flugabwehrsystemen des Typs Patriot aufgefordert. Dass die befreundeten Länder bei dieser Frage zögerten, sei inakzeptabel, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Er verwies auf die jüngsten russischen Drohnenangriffe in der Stadt Kharkiv im Osten des Landes, bei denen vier Menschen in einem Wohngebiet getötet wurden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuvor in Brüssel erklärt, man habe die Dringlichkeit der ukrainischen Forderungen verstanden. Mehrere Länder seien darum bemüht, weitere Flugabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen dauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche Hilfsorganisationen an, weiter vor Ort bleiben zu wollen. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des irrtümlichen Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, warf der israelische Botschafter Liewne nun den Polen-Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter ein. Nach dem tödlichen Duftangriff auf die sieben humanitären Helfer im Gazastreifen halten die USA an den Plänen für einen temporären Hafen im Meer vor dem Küstengebiet fest. Der Vorfall habe keinen Einfluss auf die Bemühungen, den Pier zu errichten, um Hilfsgüter über den Seeweg zu liefern, sagte der Sprecher des US-Ausministeriums in Washington. Die US-Regierung hält Israels Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen für nicht ausreichend, sagte US-Außenminister Blinken. Das israelische Kriegskabinett beschloss heute Morgen sofortige Schritte zur Erhöhung humanitärer Hilfen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Bystron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, dem von Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Der AfD-Mann bestreitet, dass heftig spricht von Verleumdung und einer, Zitat, Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Auch seine Anwälte hat er bereits eingeschaltet, doch die Affäre wirft weitere Fragen auf. In der Vergangenheit war Bystron immer wieder mit seiner Nähe zu Russland aufgefallen. Leonie von Rando. Peter Bystron unter Druck. Der Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Bystron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi-Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bystron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag, gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großvater versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krarh empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Sie wollen ja nicht mehr kleben, aber auf ein anderes altbewährtes Streikmittel will die letzte Generation nicht verzichten. Vor dem Kanzleramt wird wieder gehungert. Seit fast einem Monat setzt sich ein Aktivist für eine Stellungnahme, Scholz, zum Klimawandel ein. Ein anderer hungert seit zwei Wochen für das gleiche Ziel. Was genau Sie sich von dieser Aktion erhoffen, das verrät uns Jonas Feld. Es ist nicht das erste Mal, dass sie hier hungern. Klimaaktivisten sind einmal mehr am Kanzleramt im Hungerstreik, wie bereits zur Bundestagswahl 2021. Diesmal fordern sie vom Kanzler eine Regierungserklärung, in der er eingestehe, wie bedrohlich die Klimakatastrophe sei und dass ein Umsteuern nötig ist. Den Brief der Aktivisten dazu ließ er bislang unbeantwortet. Und auch die stellvertretende Regierungssprecherin zeigt sich zurückhaltend. Wir beantworten und kommentieren das grundsätzlich nicht. Was die Klimapolitik ganz allgemein angeht, kann ich sagen, dass das ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung ist. Was den Hungerstreik angeht, ist es schon etwas, was dem Kanzler Sorge bereitet, wenn Menschen eine solche Protestform wählen. Seit dem 7. und seit dem 25. März befinden sich die beiden Klimaaktivisten aus Berlin und Potsdam im Hungerstreik, nehmen nur noch Saft, Kräutertee und Vitamintabletten zu sich. Auch die letzte Generation hatte versucht, auf diesem Weg Aufmerksamkeit zu erlangen. Es war die erste Aktion dieser Art überhaupt. Annalena Baerbock und Robert Habeck gingen vor der Bundestagswahl 2021 mit der Gruppe ins Gespräch, versuchten sie zum Abbruch zu bewegen. Scholz führte später eine moderierte Debatte mit den Mitgliedern der letzten Generation. Wie lange die beiden Männer der Aktion hungern, bis ihr ehrlich seid, diesmal auf Nahrung verzichten werden, ist offen. Heute wollen sie eine Pressekonferenz geben. Es ist eine Tat, die schockiert. Aus heiterem Himmel hat ein 34-jähriger Mann mit niederländisch-syrischer Staatsbürgerschaft ein vierjähriges Mädchen niedergestochen. Dank des beherzten Eingreifens von Zeugen konnte der mutmaßliche Täter kurze Zeit später festgenommen werden. Eigentlich wollten Mutter und Tochter nur einkaufen gehen, doch am Ende muss die Vierjährige notoperiert werden. Der Mann ging bisherigen Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf das Kind los. Die beiden kannten sich bis dato nicht und es gab wohl auch keine Vorbeziehung. Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr sticht der 34-jährige Tatverdächtige das Kind in Wangen im Allgäu in einem Supermarkt nieder. Nur durch das Einschreiten eines anderen Kunden kann wohl Schlimmeres verhindert werden. Ihm gelingt es, dem Angreifer mit niederländisch-syrischer Staatsbürgerschaft das Messer abzunehmen. Der mutmaßliche Täter flüchtet, kann aber verfolgt und festgenommen werden. Das Mädchen muss ins Krankenhaus gebracht werden. Der Ort steht unter Schock. Eine solche Tat habe ich, haben wir hier noch nie erlebt. Dass ein Kind unvermittelt angegriffen wird, ist etwas, was uns alle schockiert und uns unglaublich betroffen macht. Am Donnerstagnachmittag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Er soll sich zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert haben. Auch das Motiv ist noch unklar. Die Polizei von Los Angeles und die US-Bundesbehörde FBI ermitteln in einem Einbruch, bei dem die Diebe umgerechnet rund 27 Millionen Euro Bargeld erbeutet haben. Der Einbruch gilt als einer der größten in der Geschichte der Stadt. Er habe sich bereits am Ostermontag geeignet, erklärt die Polizei von Los Angeles. Die Diebe seien durch ein Dach eines Geldspeichlers eingedrungen und hätten dann ein Tresor geknackt. Der aufwendige und komplexe Kuh scheint das Werk eines erfahrenen Diebes oder besser gesagt einer Bande zu sein. Das Verbrechen erinnert an Hollywood-Filme, wie beispielsweise Ocean's Eleven. Unsere gute Nachricht des Tages kommt allerdings auch aus den USA, genauer gesagt aus Boston. Der weltweit erste Patient, dem eine Schweinenäre transplantiert wurde, konnte das Krankenhaus verlassen. Vor rund zwei Wochen ist Ärzten diese medizinische Meisterleistung gelungen. Seither soll sich der Mann gut erholen. Die Niere würde ihren Job gut ausführen, so die behandelnden Ärzte. Hier in Deutschland muss man im Schnitt acht bis neun Jahre auf ein Spendeorgan warten. Der Patient ist also nicht nur ein mutiger Vorreiter, sondern macht vielen Betroffenen sicher auch jede Menge Hoffnung. 80.000 Menschen sind in Deutschland derzeit auf die Dialyse angewiesen. In London kann man die Kirschblüte jetzt digital erleben. Eine interaktive Kirschblütenaufstellung nimmt die Besucher mit auf eine digitale Reise, bei der sie beobachten können, wie die Blüte zum Leben erwacht und sich dann über die Bildschirme ausbreitet. Hier geht es darum, den lebendigen Frühling und die Blütenpracht zurück ins Herz der Stadtzentren zu bringen, sagt Alexandra Payne, die künstlerische Leiterin dieser Veranstaltung. Und die weiteren wichtigen Nachrichten des Tages natürlich hier jetzt gleich wieder bei uns. Bleiben Sie also dran. Im Osten ziehen am Vormittag dichtere Wolken auf. Dafür kommen im Nordwesten neue Regenwolken an, die sich langsam nach Osten ausbreiten. Von Süden her wird es freundlicher. Am Nachmittag scheint im Süden am häufigsten die Sonne. Sonst überwiegen die Wolken und besonders im Norden regnet es kräftiger. An der Nordsee wird es zudem recht windig. Mit dem Sonnenschein steigen die Werte im Süden auf sommerliche Werte bis 25 Grad. Aber auch im Norden ist es mit 16 bis 22 Grad recht warm. Richtig warm wird es am Wochenende. Am Samstag und Sonntag steigen die Werte gebietsweise auf bis zu 30 Grad. Dazu scheint vor allem am Samstag die Sonne oft. Ab Sonntag wird es von Nordwesten langsam wieder wechselhafter. Der Fehmarn-Welt. Bis 2029 wird hier etwas völlig Neues geschaffen. Viel zu tun gerade, aber wir kriegen das hin. Eine direkte Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark wird gebaut. Und damit der längste Absenktunnel der Welt. Alles wird bis auf einen Zentimeter geplant. Menschen und Maschinen, so weit das Auge reicht. Riesenbaustelle Fehmarn-Welt. Heute auf Welt. Guck hier. Und guck jetzt. Guck nochmal. Leere. Jubel. Kein Jubel. Kein Jubel. Jubel. Kein Fußball. Fußball. Kein Glasfaser. Kein Fußball. Als offizieller Telekommunikationspartner verbinden wir alle Stadien der UEFA Euro 2024 mit unserem Glasfasernetz. Hol dir jetzt Tee, Glasfaser nach Hause. Nie wieder hohe Strom und Benzinkosten. Solaranlage mit Speicher und Wallbox von Enpal. Für 0 Euro Anschaffung. Jetzt auf Enpal.de. Heute hier. Morgen bei dir. Jeden Tag jubeln Gewinner bei der Deutschen Postcode Lotterie. 3,9 Millionen Euro Gesamtgewinne gibt's jeden Monat. Garantiert. Sie melden sich mit Ihrer Postleitzahl an und schon können Sie gewinnen. Einfach Hammer geil. Solche Postcode Lotterie ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall ein Loskaufen. Wie man sieht, lohnt es sich. Jetzt anmelden unter 0800 7-mal-die-4 oder auf postcode-lotterie.de. Get ready to smile. Mit maßgefertigten Zahnschienen von Dr. Smile zu deinem schönsten Lächeln. Ob 33 Euro pro Monat. Buch jetzt deinen Infotermin auf drsmile.de. Sport war schon immer sehr wichtig für mich. Als ich mich verletzte, war ich am Boden zerstört. Virtual Reality und Rezzle haben mir geholfen, wieder selbstbewusster zu werden. Heute fühle ich mich wieder wie eine Sportlerin. Jakobs. Finde dein Wunderbar. Es ist die Leidenschaft für Perfektion. Die Voraussetzungen sind ein gutes Auge und viel Geduld. Damit erschafft er kleine Meisterwerke. Und mit diesen wertvollen Sammlerstücken werden sogar Rennen gefahren. Der Modellbauer. Perfektion aus Leidenschaft. Heute auf Welt. Schau ins Land reisen. Urlaub in besten Händen. Wanderwein. Wanderwein. Musik. 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 Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag hier bei Welt. Schön, dass Sie behandelt sind. Im Tarifstreit des Luftsicherheitspersonals an deutschen Flughäfen beginnt heute die Schlichtung. Der frühere Bremer Finanzstaatsrat Lühe von der SPD will versuchen, die unterschiedlichen Positionen der Gewerkschaft Verdi und des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen zusammenzubringen. Der Ort des Treffens ist geheim. Die Schlichtung soll bis Sonntag dauern. Die Gewerkschaft verlangt für die rund 25.000 Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienstleister eine Lohnerhöhung von mindestens 2,80 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben zuletzt eine dreistufige Steigerung um 3,25 Euro angeboten, allerdings bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Sorgen der Deutschen um Frieden und Sicherheit in Europa sind größer geworden. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage für den ARD Deutschland-Renter vor. 67 Prozent der Befragten halten demnach Frieden und Sicherheit derzeit für stark oder sehr stark bedroht. Das sind 28 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. Vor diesem Hintergrund ist eine breite Mehrheit für die deutsche Mitgliedschaft in der NATO 82 Prozent der Befragten gaben an, die NATO sei wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern. Das wichtigste politische Problem, um das sich jetzt nach der Meinung der Deutschen vordringlich gekümmert werden sollte, die Themenbereiche Flüchtlinge und Migration. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz ist der Al-Quds-Tag ein jährlich am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan stattfindender schiitischer Gedenktag. Weiter heißt es, bei den weltweiten Demonstrationen sollen den Palästinensern Solidarität für ihren Befreiungskampf ausgesprochen werden. Jetzt, fast auf den Tag genau sechs Monate nach dem bestialischen Überfall der Hamas auf Israel, ist es wieder soweit. Klar ist, in Wahrheit ist die Demo beispielsweise hier in Berlin Treffpunkt für Israel-Hasser, übelster Antisemitismus, der Jahr für Jahr auf unseren Straßen verbreitet wird. Mit Hisbollah-Pullover mitten in Berlin. Im Juli 2014 eskaliert die antisemitische Hetze auf deutschen Straßen. Teilnehmer einer Demo sollen sogar Israel vergasen und Siegheil gerufen haben. Der Grund, der jährliche sogenannte Al-Quds-Tag fällt mitten in eine Eskalation im Nahen Osten. Die Ausgangssituation also ähnlich wie dieses Jahr. Denn heute jährt sich wieder genau der Tag, an dem jedes Jahr weltweit Antisemiten dazu aufrufen, dass Muslime Israel zurückerobern sollen. Diese antisemitische Agenda, die ist einfach konstitutiv für den Kurztag. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Da geht es nicht um Krieg, da geht es nicht um unterschiedliche Einschätzungen zu dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Es geht einfach darum, dass der mal festgesetzt wurde, um Israel zu vernichten. Ins Leben gerufen wurde der Al-Quds-Tag bereits 1979 vom iranischen Revolutionsführer Khomeini. Und er fällt immer auf den letzten Freitag des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Immer wieder kam es seitdem vor allem in Berlin zu Antisemitismus und Terrorverherrlichung. Seit 2020 greift Berlin dann durch und versucht immer wieder die Demos zu verbieten. Doch die Rechtslage nicht eindeutig. Man begibt sich dann so ein Klein-Klein und letztendlich haben dann die Antisemiten gewonnen. Das ist das Problem immer. Aber wenn man einmal sagen würde, Kutzdemonstrationen sind von ihrer Anlage her antisemitisch und nichts anderes, dann könnte man sie meiner Meinung nach auch verbieten. Denn während es auch dieses Jahr in Berlin keine offizielle Al-Quds-Demo geben wird, rufen antisemitische Gruppen für morgen in Frankfurt auf. Außerdem befürchten Behörden, dass sich Al-Quds-Demonstranten anderen pro-palästinensischen Demos in den nächsten Tagen anschließen könnten. Mindestens zwei sind allein in Berlin angemeldet. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Westen erneut zur Lieferung von Flugabwehrsystemen des Typs Patriot aufgefordert. Dass die befreundeten Länder bei dieser Frage zögerten, sei inakzeptabel, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Er verwies auf die jüngsten russischen Drohnenangriffe in der Stadt Charkiv im Osten des Landes, bei denen vier Menschen in einem Wohngebiet getötet wurden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuvor in Brüssel erklärt, man habe die Dringlichkeit der ukrainischen Forderungen verstanden. Mehrere Länder seien darum bemüht, weitere Flugabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen dauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche Hilfsorganisationen an, weiter vor Ort bleiben zu wollen. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des irrtümlichen Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, warf der israelische Botschafter Livner nun den Polen-Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter ein. Nach dem tödlichen Luftangriff auf die sieben humanitären Helfer im Gazastreifen halten die USA an den Plänen für einen temporären Hafen im Meer vor dem Küstengebiet fest. Der Vorfall habe keinen Einfluss auf die Bemühungen, den Pier zu errichten, um Hilfsgüter über den Seeweg zu liefern, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums in Washington. Die US-Regierung hält Israels Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen für nicht ausreichend, sagte US-Außenminister Blinken. Das israelische Kriegskabinett beschloss heute Morgen sofortige Schritte zur Erhöhung humanitärer Hilfen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Bistron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, dem von Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Der AfD-Mann bestreitet das heftig, spricht von Verleumdung und einer, Zitat, Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Auf seine Anwälte hat er bereits eingeschaltet, doch die Affäre wirft weitere Fragen auf. In der Vergangenheit war Bistron immer wieder mit seiner Nähe zu Russland aufgefallen. Leonie von Rando. Peter Bistron unter Druck. Der Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Bistron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag, gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großvater versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Sie wollen ja nicht mehr kleben, aber auf ein anderes altbewährtes Streikmittel will die letzte Generation nicht verzichten. Vor dem Kanzleramt wird wieder gehungert. Seit fast einem Monat setzt sich ein Aktivist für eine Stellungnahme Scholz zum Klimawandel ein. Ein anderer hungert seit zwei Wochen für das gleiche Ziel. Was genau sie sich von dieser Aktion erhoffen, das verrät uns Jonas Feld. Es ist nicht das erste Mal, dass sie hier hungern. Klimaaktivisten sind einmal mehr am Kanzleramt im Hungerstreik, wie bereits zur Bundestagswahl 2021. Diesmal fordern sie vom Kanzler eine Regierungserklärung, in der er eingestehe, wie bedrohlich die Klimakatastrophe sei und dass ein Umsteuern nötig ist. Den Brief der Aktivisten dazu ließ er bislang unbeantwortet. Und auch die stellvertretende Regierungssprecherin zeigt sich zurückhaltend. Wir beantworten und kommentieren das grundsätzlich nicht. Was die Klimapolitik ganz allgemein angeht, kann ich sagen, dass das ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung ist. Was den Hungerstreik angeht, ist es schon etwas, was dem Kanzler Sorge bereitet, wenn Menschen eine solche Protestform wählen. Seit dem 7. und seit dem 25. März befinden sich die beiden Klimaaktivisten aus Berlin und Potsdam im Hungerstreik, nehmen nur noch Saft, Kräutertee und Vitamintabletten zu sich. Auch die letzte Generation hatte versucht, auf diesem Weg Aufmerksamkeit zu erlangen. Es war die erste Aktion dieser Art überhaupt. Annalena Baerbock und Robert Habeck gingen vor der Bundestagswahl 2021 mit der Gruppe ins Gespräch, versuchten sie zum Abbruch zu bewegen. Scholz führte später eine moderierte Debatte mit den Mitgliedern der letzten Generation. Wie lange die beiden Männer der Aktion Hungern, bis ihr ehrlich seid, diesmal auf Nahrung verzichten werden, ist offen. Heute wollen sie eine Pressekonferenz geben. Es ist eine Tat, die schockiert. Aus heiterem Himmel hat ein 34-jähriger Mann mit niederländisch-syrischer Staatsbürgerschaft ein vierjähriges Mädchen niedergestochen. Dank des beharsten Eingreifens von Zeugen konnte der mutmaßliche Täter kurze Zeit später festgenommen werden. Eigentlich wollten Mutter und Tochter nur einkaufen gehen, doch am Ende muss die Vierjährige notoperiert werden. Der Mann ging bisherigen Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf das Kind los. Die beiden kannten sich bis dato nicht und es gab wohl auch keine Vorbeziehung. Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr sticht der 34-jährige Tatverdächtige das Kind in Wangen im Allgäu in einem Supermarkt nieder. Nur durch das Einschreiten eines anderen Kunden kann wohl Schlimmeres verhindert werden. Ihm gelingt es, dem Angreifer mit niederländisch-syrischer Staatsbürgerschaft das Messer abzunehmen. Der mutmaßliche Täter flüchtet, kann aber verfolgt und festgenommen werden. Das Mädchen muss ins Krankenhaus gebracht werden. Der Ort steht unter Schock. Eine solche Tat habe ich, haben wir hier noch nie erlebt. Dass ein Kind unvermittelt angegriffen wird, ist etwas, was uns alle schockiert und uns unglaublich betroffen macht. Am Donnerstagnachmittag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Er soll sich zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert haben. Auch das Motiv ist noch unklar. Die Polizei von Los Angeles und die US-Bundesbehörde FBI ermitteln in einem Einbruch, bei dem die Diebe umgerechnet rund 27 Millionen Euro Bargeld erbeutet haben. Der Einbruch gilt als einer der größten in der Geschichte der Stadt. Er habe sich bereits am Ostermontag geeignet, erklärt die Polizei von Los Angeles. Die Diebe seien durch ein Dach eines Geldspeichlers eingedrungen und hätten dann ein Tresor geknackt. Der aufwendige und komplexe Kug scheint das Werk eines erfahrenen Diebes oder besser gesagt einer Bande zu sein. Deshalb rechnen erinnert an Hollywood-Filme wie beispielsweise Ocean's Eleven. Unsere gute Nachricht des Tages kommt allerdings auch aus den USA, genauer gesagt aus Boston. Der weltweit erste Patient, dem eine Schweinenähre transplantiert wurde, konnte das Krankenhaus verlassen. Vor rund zwei Wochen ist Ärzten diese medizinische Meisterleistung gelungen. Seither soll sich der Mann gut erholen. Die Niere würde ihren Job gut aushören, so die behandelnden Ärzte. Hier in Deutschland muss man im Schnitt acht bis neun Jahre auf ein Spendeorgan warten. Der Patient ist also nicht nur ein mutiger Vorreiter, sondern macht vielen Betroffenen sicher auch jede Menge Hoffnung. 80.000 Menschen sind in Deutschland derzeit auf die Dialyse angewiesen. In London kann man die Kirschblüte jetzt digital erleben. Eine interaktive Kirschblütenaufstellung nimmt die Besucher mit auf eine digitale Reise, bei der sie beobachten können, wie die Blüte zum Leben erwacht und sich dann über die Bildschirme ausbreitet. Hier geht es darum, den lebendigen Frühling und die Blütenpracht zurück ins Herz der Stadtzentren zu bringen, sagt Alexandra Payne, die künstlerische Leiterin dieser Veranstaltung. Und die weiteren wichtigen Nachrichten des Tages natürlich hier jetzt gleich wieder bei uns. Bleiben Sie also dran. Im Osten ziehen am Vormittag dichtere Wolken auf, dafür kommen im Nordwesten neue Regenwolken an, die sich langsam nach Osten ausbreiten. Von Süden her wird es freundlicher. Am Nachmittag scheint im Süden am häufigsten die Sonne. Sonst überwiegen die Wolken und besonders im Norden regnet es kräftiger. An der Nordsee wird es zudem recht windig. Mit dem Sonnenschein steigen die Werte im Süden auf sommerliche Werte bis 25 Grad. Aber auch im Norden ist es mit 16 bis 22 Grad recht warm. Richtig warm wird es am Wochenende. Am Samstag und Sonntag steigen die Werte gebietsweise auf bis zu 30 Grad. Dazu scheint vor allem am Samstag die Sonne oft. Ab Sonntag wird es von Nordwesten langsam wieder wechselhafter. Die Sorgen der Deutschen um Frieden und Sicherheit in Europa sind größer geworden. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage für den ARD Deutschland-Renter vor. 67 Prozent der Befragten halten demnach Frieden und Sicherheit derzeit für stark oder sehr stark bedroht. Das sind 28 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. Vor diesem Hintergrund ist eine breite Mehrheit für die deutsche Mitgliedschaft in der NATO. 82 Prozent der Befragten gaben an, die NATO sei wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern. Das wichtigste politische Problem, um das sich jetzt nach der Meinung der Deutschen vordringlich gekümmert werden sollte, die Themenbereiche Flüchtlinge und Migration. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz ist der Al-Quds-Tag ein jährlich am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan stattfindender schiitischer Gedenktag. Weiter heißt es, bei den weltweiten Demonstrationen sollen den Palästinensern Solidarität für ihren Befreiungskampf ausgesprochen werden. Jetzt, fast auf den Tag, genau sechs Monate nach dem bestialischen Überfall der Hamas auf Israel, ist es wieder soweit. Klar ist, in Wahrheit ist die Demo beispielsweise hier in Berlin Treffpunkt für Israel-Hasser. Übelster Antisemitismus, der Jahr für Jahr auf unseren Straßen verbreitet wird. Mit Hisbollah-Pullover mitten in Berlin. Im Juli 2014 eskaliert die antisemitische Hetze auf deutschen Straßen. Teilnehmer einer Demo sollen sogar Israel vergasen und Sieg heil gerufen haben. Der Grund, der jährliche sogenannte Al-Quds-Tag fällt mitten in eine Eskalation im Nahen Osten. Die Ausgangssituation also ähnlich wie dieses Jahr. Denn heute... Die Sorgen der Deutschen um Frieden und Sicherheit in Europa sind größer geworden. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage für den ARD Deutschland-Renter vor. 67 Prozent der Befragten halten demnach Frieden und Sicherheit derzeit für stark oder sehr stark bedroht. Das sind 28 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. Vor diesem Hintergrund ist eine breite Mehrheit für die deutsche Mitgliedschaft in der NATO. 82 Prozent der Befragten gaben an, die NATO sei wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern. Das wichtigste politische Problem, um das sich jetzt nach der Meinung der Deutschen vordringlich gekümmert werden sollte, die Themenbereiche Flüchtlinge und Migration. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz ist der Al-Quds-Tag ein jährlich am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan stattfindender schiitischer Gedenktag. Weiter heißt es, bei den weltweiten Demonstrationen sollen den Palästinensern Solidarität für ihren Befreiungskampf ausgesprochen werden. Jetzt, fast auf den Tag genau sechs Monate nach dem bestialischen Überfall der Hamas auf Israel, ist es wieder soweit. Klar ist, in Wahrheit ist die Demo beispielsweise hier im Berlin Treffpunkt für Israel-Hasser. Der übelste Antisemitismus, der Jahr für Jahr auf unseren Straßen verbreitet wird. Mit Hisbollah-Pullover mitten in Berlin. Im Juli 2014 eskaliert die antisemitische Hetze auf deutschen Straßen. Teilnehmer einer Demo sollen sogar Israel vergasen und Siegheil gerufen haben. Der Grund, der jährliche sogenannte Al-Quds-Tag fällt mitten in eine Eskalation im Nahen Osten. Die Ausgangssituation also ähnlich wie dieses Jahr. Denn heute jährt sich wieder genau der Tag, an dem jedes Jahr weltweit Antisemiten dazu aufrufen, dass Muslime Israel zurückerobern sollen. Diese antisemitische Agenda, die ist einfach konstitutiv für den Kurztag. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Da geht es nicht um Krieg, da geht es nicht um unterschiedliche Einschätzungen zu dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Es geht einfach darum, dass der mal festgesetzt wurde, um Israel zu vernichten. Ins Leben gerufen wurde der Al-Quds-Tag bereits 1979 vom iranischen Revolutionsführer Khomeini. Und er fällt immer auf den letzten Freitag des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Immer wieder kam es seitdem vor allem in Berlin zu Antisemitismus und Terrorverherrlichung. Seit 2020 greift Berlin dann durch und versucht immer wieder die Demos zu verbieten. Doch die Rechtslage nicht eindeutig. Man begibt sich dann so ein Klein-Klein und letztendlich haben dann die Antisemiten gewonnen. Das ist das Problem immer. Aber wenn man einmal sagen würde, Kutz-Demonstrationen sind von ihrer Anlage her antisemitisch und nichts anderes, dann könnte man sie meiner Meinung nach auch verbieten. Denn während es auch dieses Jahr in Berlin keine offizielle Al-Quds-Demo geben wird, rufen antisemitische Gruppen für morgen in Frankfurt auf. Außerdem befürchten Behörden, dass sich Al-Quds-Demonstranten anderen pro-palästinensischen Demos in den nächsten Tagen anschließen könnten. Mindestens zwei sind allein in Berlin angemeldet. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Westen erneut zur Lieferung von Flugabwehrsystemen des Typs Patriot aufgefordert. Dass die befreundeten Länder bei dieser Frage zögerten, sei inakzeptabel, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Er verwies auf die jüngsten russischen Drohnenangriffe in der Stadt Kharkiv im Osten des Landes, bei denen vier Menschen in einem Wohngebiet getötet wurden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuvor in Brüssel erklärt, man habe die Dringlichkeit der ukrainischen Forderungen verstanden. Mehrere Länder seien darum bemüht, weitere Flugabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen dauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche Hilfsorganisationen an, weiter vor Ort bleiben zu wollen. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des irrtümlichen Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, warf der israelische Botschafter Livner nun den Polen-Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter ein. Nach dem tödlichen Luftangriff auf die sieben humanitären Helfer im Gazastreifen halten die USA an den Plänen für einen temporären Hafen im Meer vor dem Küstengebiet fest. Der Vorfall habe keinen Einfluss auf die Bemühungen, den Pier zu errichten, um Hilfsgüter über den Seeweg zu liefern, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums in Washington. Die US-Regierung hält Israels Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen für nicht ausreichend, sagte US-Außenminister Blinken. Das israelische Kriegskabinett beschloss heute Morgen sofortige Schritte zur Erhöhung humanitärer Hilfen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Bistron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, dem von Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Der AfD-Mann bestreitet das heftig, spricht von Verleumdung und einer, Zitat, Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Auf seine Anwälte hat er bereits eingeschaltet, doch die Affäre wirft weitere Fragen auf. In der Vergangenheit war Bistron immer wieder mit seiner Nähe zu Russland aufgefallen. Joni von Rando. Peter Bistron unter Druck. Der Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Bistron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze, zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag, gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großväter versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Sie wollen ja nicht mehr kleben, aber auf ein anderes altbewährtes Streikmittel will die letzte Generation nicht verzichten. Vor dem Kanzleramt wird wieder gehungert. Seit fast einem Monat setzt sich ein Aktivist für eine Stellungnahme Scholz zum Klimawandel ein. Ein anderer hungert seit zwei Wochen für das gleiche Ziel. Was genau Sie sich von dieser Aktion erhoffen, das verrät uns Jonas Feld. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie hier hungern. Klimaaktivisten sind einmal mehr am Kanzleramt im Hungerstreik, wie bereits zur Bundestagswahl 2021. Diesmal fordern sie vom Kanzler eine Regierungserklärung, in der er eingestehe, wie bedrohlich die Klimakatastrophe sei und dass ein Umsteuern nötig ist. Den Brief der Aktivisten dazu ließ er bislang unbeantwortet. Und auch die stellvertretende Regierungssprecherin zeigt sich zurückhaltend. Wir beantworten und kommentieren das grundsätzlich nicht, was die Klimapolitik ganz allgemein angeht, kann ich sagen, dass das ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung ist. Was den Hungerstreik angeht, ist es schon etwas, was dem Kanzler Sorge bereitet, wenn Menschen eine solche Protestform wählen. Seit dem 7. und seit dem 25. März befinden sich die beiden Klimaaktivisten aus Berlin und Potsdam im Hungerstreik, nehmen nur noch Saft, Kräutertee und Vitamintabletten zu sich. Auch die letzte Generation hatte versucht, auf diesem Weg Aufmerksamkeit zu erlangen. Es war die erste Aktion dieser Art überhaupt. Annalena Baerbock und Robert Habeck gingen vor der Bundestagswahl 2021 mit der Gruppe ins Gespräch, versuchten sie zum Abbruch zu bewegen. Scholz führte später eine moderierte Debatte mit den Mitgliedern der letzten Generation. Wie lange die beiden Männer der Aktion hungern, bis ihr ehrlich seid, diesmal auf Nahrung verzichten werden, ist offen. Heute wollen sie eine Pressekonferenz geben. Es ist eine Tat, die schockiert. Aus heiterem Himmel hat ein 34-jähriger Mann mit niederländisch-syrischer Staatsbürgerschaft ein vierjähriges Mädchen niedergestochen. Dank des beherzten Eingreifens von Zeugen konnte der mutmaßliche Täter kurze Zeit später festgenommen werden. Eigentlich wollten Mutter und Tochter nur einkaufen gehen, doch am Ende muss die Vierjährige notoperiert werden. Der Mann ging bisherigen Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf das Kind los. Die beiden kannten sich bis dato nicht und es gab wohl auch keine Vorbeziehung. Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr sticht der 34-jährige Tatverdächtige das Kind in Wangen im Allgäu in einem Supermarkt nieder. Nur durch das Einschreiten eines anderen Kunden kann wohl Schlimmeres verhindert werden. Ihm gelingt es, dem Angreifer mit niederländisch-syrischer Staatsbürgerschaft das Messer abzunehmen. Der mutmaßliche Täter flüchtet, kann aber verfolgt und festgenommen werden. Das Mädchen muss ins Krankenhaus gebracht werden. Der Ort steht unter Schock. Eine solche Tat habe ich, haben wir hier noch nie erlebt. Dass ein Kind unvermittelt angegriffen wird, ist etwas, was uns alle schockiert und uns unglaublich betroffen macht. Am Donnerstagnachmittag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Er soll sich zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert haben. Auch das Motiv ist noch unklar. Die Polizei von Los Angeles und die US-Bundesbehörde FBI ermitteln in einem Einbruch, bei dem die Diebe umgerechnet rund 27 Millionen Euro Bargeld erbeutet haben. Der Einbruch gilt als einer der größten in der Geschichte der Stadt. Er habe sich bereits am Ostermontag geeignet, erklärt die Polizei von Los Angeles. Die Diebe seien durch ein Dach eines Geldspeichlers eingedrungen und hätten dann einen Tresor geknackt. Der aufwendige und komplexe Kuh scheint das Werk eines erfahrenen Diebes oder besser gesagt einer Bande zu sein. Das Verbrechen erinnert an Hollywood-Filme wie beispielsweise Ocean's Eleven. Unsere gute Nachricht des Tages kommt allerdings auch aus den USA, genauer gesagt aus Boston. Der weltweit erste Patient, dem eine Schweinennähe transplantiert wurde, konnte das Krankenhaus verlassen. Vor rund zwei Wochen ist Ärzten diese medizinische Meisterleistung gelungen. Seither soll sich der Mann gut erholen. Die Niere würde ihren Job gut aushören, so die behandelnden Ärzte. Hier in Deutschland muss man im Schnitt acht bis neun Jahre auf ein Spenderorgan warten. Der Patient ist also nicht nur ein mutiger Vorreiter, sondern macht vielen Betroffenen sicher auch jede Menge Hoffnung. 80.000 Menschen sind in Deutschland derzeit auf die Dialyse angewiesen. Die Sorgen der Deutschen um Frieden und Sicherheit in Europa sind größer geworden. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage für den ARD Deutschland-Renter vor. 67 Prozent der Befragten halten demnach Frieden und Sicherheit derzeit für stark oder sehr stark bedroht. Das sind 28 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. Vor diesem Hintergrund ist eine breite Mehrheit für die deutsche Mitgliedschaft in der NATO. 82 Prozent der Befragten gaben an, die NATO sei wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern. Das wichtigste politische Problem, um das sich jetzt nach der Meinung der Deutschen vordringlich gekümmert werden sollte, die Themenbereiche Flüchtlinge und Migration. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz ist der Al-Quds-Tag ein jährlich am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan stattfindender schiitischer Gedenktag. Weiter heißt es, bei den weltweiten Demonstrationen sollen den Palästinensern Solidarität für ihren Befreiungskampf ausgesprochen werden. Jetzt, fast auf den Tag, genau sechs Monate nach dem bestialischen Überfall der Hamas auf Israel, ist es wieder soweit. Klar ist, in Wahrheit ist die Demo beispielsweise hier in Berlin Treffpunkt für Israel-Hasser. Übelster Antisemitismus, der Jahr für Jahr auf unseren Straßen verbreitet wird. Mit Hisbollah-Pullover mitten in Berlin. Im Juli 2014 eskaliert die antisemitische Hetze auf deutschen Straßen. Teilnehmer einer Demo sollen sogar Israel vergasen und Siegheil gerufen haben. Der Grund, der jährliche sogenannte Al-Quds-Tag fällt mitten in eine Eskalation im Nahen Osten. Die Ausgangssituation also ähnlich wie dieses Jahr. Denn heute jährt sich wieder genau der Tag, an dem jedes Jahr weltweit Antisemiten dazu aufrufen, dass Muslime Israel zurückerobern sollen. Diese antisemitische Agenda, die ist einfach konstitutiv für den Kurztag. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Da geht es nicht um Krieg, da geht es nicht um unterschiedliche Einschätzungen zu dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Es geht einfach darum, dass der mal festgesetzt wurde, um Israel zu vernichten. Ins Leben gerufen wurde der Al-Quds-Tag bereits 1979 vom iranischen Revolutionsführer Khomeini. Und er fällt immer auf den letzten Freitag des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Immer wieder kam es seitdem vor allem in Berlin zu Antisemitismus und Terrorverherrlichung. Seit 2020 greift Berlin dann durch und versucht immer wieder die Demos zu verbieten. Doch die Rechtslage nicht eindeutig. Man begibt sich dann so ein Klein-Klein und letztendlich haben dann die Antisemiten gewonnen. Das ist das Problem immer. Aber wenn man einmal sagen würde, Kutz-Demonstrationen sind von ihrer Anlage her antisemitisch und nichts anderes, dann könnte man sie meiner Meinung nach auch verbieten. Denn während es auch dieses Jahr in Berlin keine offizielle Al-Quds-Demo geben wird, rufen antisemitische Gruppen für morgen in Frankfurt auf. Außerdem befürchten Behörden, dass sich Al-Quds-Demonstranten anderen pro-palästinensischen Demos in den nächsten Tagen anschließen könnten. Mindestens zwei sind allein in Berlin angemeldet. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Westen erneut zur Lieferung von Flugabwehrsystemen des Typs Patriot aufgefordert. Dass die befreundeten Länder bei dieser Frage zögerten, sei inakzeptabel, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Er verwies auf die jüngsten russischen Drohnenangriffe in der Stadt Charkiv im Osten des Landes, bei denen vier Menschen in einem Wohngebiet getötet wurden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuvor in Brüssel erklärt, man habe die Dringlichkeit der ukrainischen Forderungen verstanden. Mehrere Länder seien darum bemüht, weitere Flugabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass die Aufklärung des Luftangriffs auf freiwillige Helfer in Gaza noch einige Wochen dauern wird. Vor drei Tagen starben sieben Menschen bei dem Beschuss durch das israelische Militär. Sie gehörten zu einer Hilfsorganisation, die Zivilisten mit Essen versorgt. Während World Central Kitchen sich erstmal aus Gaza zurückzieht, kündigen deutsche Hilfsorganisationen an, weiter vor Ort bleiben zu wollen. Unterdessen gibt es Streit zwischen Israel und Polen wegen des irrtümlichen Angriffs. Weil die polnische Regierung das Vorgehen der israelischen Armee kritisierte, warf der israelische Botschafter Livne nun den Polen-Antisemitismus vor. Das polnische Außenministerium bestellte den Botschafter ein. Nach dem tödlichen Luftangriff auf die sieben humanitären Helfer im Gazastreifen halten die USA an den Plänen für einen temporären Hafen im Meer vor dem Küstendebiet fest. Der Vorfall habe keinen Einfluss auf die Bemühungen, den Pier zu errichten, um Hilfsgüter über den Seeweg zu liefern, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums in Washington. Die US-Regierung hält Israels Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen für nicht ausreichend, sagte US-Außenminister Blinken. Das israelische Kriegskabinett beschloss heute Morgen sofortige Schritte zur Erhöhung humanitärer Hilfen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Wirbel um den AfD-Politiker und Europawahlkandidaten Peter Bistron. Er soll Zahlungen von einem prorussischen Netzwerk erhalten haben, dem von Moskau finanzierten Portal Voice of Europe. Der AfD-Mann bestreitet, dass heftig spricht von Verleumdung und einer, Zitat, Diffamierungskampagne unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Auf seine Anwälte hat er bereits eingeschaltet, doch die Affäre wirft weitere Fragen auf. In der Vergangenheit war Bistron immer wieder mit seiner Nähe zu Russland aufgefallen. Joni von Rando. Peter Bistron unter Druck. Der Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD wird vorgeworfen, mit dem prorussischen Netzwerk Voice of Europe in Kontakt gestanden und Geld aus Russland kassiert zu haben. Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes sollen das beweisen, behauptet die tschechische Zeitung Denik N. Vorwürfe, die Bistron weit von sich weist. Er sieht sich als Opfer einer Diffamierungskampagne, schreibt in einem Brief an die AfD-Parteispitze, zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, ist vom Dementi Bistrons nicht überzeugt. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts, er hat angefangen mit, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Peter Bistron, seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag, gilt schon lange als russlandfreundlich. Immer wieder macht er Stimmung gegen die Ukraine. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großväter versucht. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Affäre gar im Zusammenhang mit der hybriden Kriegsführung von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Diese hybride Kriegsführung hat auch in den Jahren zuvor bereits gezeigt, dass sie auf Disinformation setzt, dass sie auf Spaltung von Gesellschaften setzt, dass sie auf Fake News setzt und darauf zielt, unsere Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Wie es nun weitergeht, unklar. AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah empfiehlt, Bistron keine Wahlkampfauftritte zu absolvieren, bis die Vorwürfe ganz vom Tisch sind. Und die Parteispitze der AfD zitiert ihn am Montag erst einmal zum persönlichen Gespräch. Sie wollen ja nicht mehr kleben, aber auf ein anderes altbewährtes Streikmittel will die letzte Generation nicht verzichten. Vor dem Kanzleramt wird wieder gehungert. Seit fast einem Monat setzt sich ein Aktivist für eine Stellungnahme Scholz zum Klimawandel ein. Ein anderer hungert seit zwei Wochen für das gleiche Ziel. Was genau Sie sich von dieser Aktion erhoffen, das verrät uns Jonas Feld. Es ist nicht das erste Mal, dass sie hier hungern. Klimaaktivisten sind einmal mehr am Kanzleramt im Hungerstreik, wie bereits zur Bundestagswahl 2021. Diesmal fordern sie vom Kanzler eine Regierungserklärung, in der er eingestehe, wie bedrohlich die Klimakatastrophe sei und dass ein Umsteuern nötig ist. Den Brief der Aktivisten dazu ließ er bislang unbeantwortet. Und auch die stellvertretende Regierungssprecherin zeigt sich zurückhaltend. Wir beantworten und kommentieren das grundsätzlich nicht. Was die Klimapolitik ganz allgemein angeht, kann ich sagen, dass das ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung ist. Was den Hungerstreik angeht, ist es schon etwas, was dem Kanzler Sorge bereitet, wenn Menschen eine solche Protestform wählen. Seit dem 7. und seit dem 25. März befinden sich die beiden Klimaaktivisten aus Berlin und Potsdam im Hungerstreik, nehmen nur noch Saft, Kräutertee und Vitamintabletten zu sich. Auch die letzte Generation hatte versucht, auf diesem Weg Aufmerksamkeit zu erlangen. Es war die erste Aktion dieser Art überhaupt. Annalena Baerbock und Robert Habeck gingen vor der Bundestagswahl 2021 mit der Gruppe ins Gespräch, versuchten sie zum Abbruch zu bewegen. Scholz führte später eine moderierte Debatte mit den Mitgliedern der letzten Generation. Wie lange die beiden Männer der Aktion hungern, bis ihr ehrlich seid, diesmal auf Nahrung verzichten werden, ist offen. Heute wollen sie eine Pressekonferenz geben. Es ist eine Tat, die schockiert. Aus heiterem Himmel hat ein 34-jähriger Mann mit niederländisch-syrischer Staatsbürgerschaft ein vierjähriges Mädchen niedergestochen. Dank des beherzten Eingreifens von Zeugen konnte der mutmaßliche Täter kurze Zeit später festgenommen werden. Eigentlich wollten Mutter und Tochter nur einkaufen gehen, doch am Ende muss die Vierjährige notoperiert werden. Der Mann ging bisherigen Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf das Kind los. Die beiden kannten sich bis dato nicht und es gab wohl auch keine Vorbeziehung. Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr sticht der 34-jährige Tatverdächtige das Kind in Wangen im Allgäu in einem Supermarkt nieder. Nur durch das Einschreiten eines anderen Kunden kann wohl Schlimmeres verhindert werden. Ihm gelingt es, dem Angreifer mit niederländisch-syrischer Staatsbürgerschaft das Messer abzunehmen. Der mutmaßliche Täter flüchtet, kann aber verfolgt und festgenommen werden. Das Mädchen muss ins Krankenhaus gebracht werden. Der Ort steht unter Schock. Eine solche Tat habe ich. Und die Tat Cald in Wangen im Allgäu im Allgäu. Die Tat wie man sagt, dass die Tatik steht. Kein Platz für Israel-Hass. Hessens Antisemitismusbeauftragter will eine israelfeindliche Demo in Frankfurt anlässlich des Al-Quds-Tages verbieten lassen. Der Aktionstag wurde eins vom iranischen Regime ins Leben gerufen. Auf Druck der USA will Israel sofortige Schritte zur Erhöhung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ergreifen. Jetzt soll ein zusätzlicher Grenzübergang wieder eröffnet werden. Vor dem Kanzleramt wird wieder gehungert. Seit fast einem Monat will ein Aktivist damit eine Stellungnahme von Kanzler Scholz zum Klimawandel erpressen. Das Kanzleramt lehnt solche Formen der Demonstrationen ab. Und damit guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hallo von mir an diesem Freitag. Der Al-Quds-Tag am Ende des Ramadan, einer der höchsten Feiertage im Iran. Er soll die schiitischen Muslime weltweit zur Befreiung Jerusalems aufrufen. Al-Quds heißt auf Arabisch Jerusalem. Seit Jahren schon gehen vor allem Israel-Hasser an diesem Tag auf die Straßen, um eben ihren Hass offen zu zelebrieren. Im Kontext des Nahostkrieges ist die Sorge vor Ausschreitungen antisemitischer Hetze in diesem Jahr besonders groß. Erste Politiker sprechen sich nun für ein generelles Verbot des Al-Quds-Tags aus. Mit Hisbollah-Pullover mitten in Berlin. Im Juli 2014 eskaliert die antisemitische Hetze auf deutschen Straßen. Teilnehmer einer Demo sollen sogar Israel vergasen und Siegheil gerufen haben. Der Grund, der jährliche sogenannte Al-Quds-Tag fällt mitten in eine Eskalation im Nahen Osten. Die Ausgangssituation also ähnlich wie dieses Jahr. Denn heute jährt sich wieder genau der Tag, an dem jedes Jahr weltweit Antisemiten dazu aufrufen, dass Muslime Israel zurückerobern sollen. Diese antisemitische Agenda, die ist einfach konstitutiv für den Kurztag. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Da geht es nicht um Krieg, da geht es nicht um unterschiedliche Einschätzungen zu dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel. Es geht einfach darum, dass der mal festgesetzt wurde, um Israel zu vernichten. Ins Leben gerufen wurde der Al-Quds-Tag bereits 1979 vom iranischen Revolutionsführer Khomeini. Und er fällt immer auf den letzten Freitag des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Immer wieder kam es seitdem vor allem in Berlin zu Antisemitismus und Terrorverherrlichung. Seit 2020 greift Berlin dann durch und versucht immer wieder die Demos zu verbieten. Doch die Rechtslage nicht eindeutig. Man begibt sich dann so ein Klein-Klein und letztendlich haben dann die Antisemiten gewonnen. Das ist das Problem immer. Aber wenn man einmal sagen würde, Kutz-Demonstrationen sind von ihrer Anlage her antisemitisch und nichts anderes, dann könnte man sie meiner Meinung nach auch verbieten. Denn während es auch dieses Jahr in Berlin keine offizielle Al-Quds-Demo geben wird, rufen antisemitische Gruppen für morgen in Frankfurt auf. Außerdem befürchten Behörden, dass sich Al-Quds-Demonstranten anderen pro-palästinensischen Demos in den nächsten Tagen anschließen könnten. Mindestens zwei sind allein in Berlin angemeldet. Die SPD hat Bundesjustizminister Marco Buschmann zu einer Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung aufgefordert. Es sei nur folgerechtig, dass die Zeitenwende auch innenpolitisch-gesetzgeberische Maßnahmen für unsere Sicherheitsdienste nach sich ziehe, sagt der SPD-Bundestagsfraktionsvize Dirk Wiese dem Handelsblatt. Derzeit ist die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ja ausgesetzt. Der Europäische Gerichtshof hatte im September 2022 geurteilt, dass eine anlasslose Speicherung von Telekommunikationsdaten nicht mit dem europäischen Recht vereinbar ist. Eine gezielte und zeitlich begrenzte Speicherung der Daten ist bei einer ernsten Bedrohung aber möglich. Sprechen wir über diese Diskussion mit Philippa Vögeling für uns im Bundestag. Herr Philippa, also beim Datenschutz, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, das ist nichts Neues hier in Deutschland. Warum jetzt aber diese erneute Diskussion und wie schwer wird es sein, da eine Einigung zu finden? Eine anlasslose Speicherpflicht hat in einer Demokratie keinen Platz, so der Justizminister Marco Buschmann. Und damit wären wir beim Kern der Problematik. Es geht im Grunde um Datenschutz versus Kriminalitätsbekämpfung. Marco Buschmann möchte das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren einführen. Damit wäre es dann nur noch möglich, gezielt und auf Anweisungen und zeitlich begrenzt die Daten zu speichern. Und davon sind nicht nur die Sicherheitsbehörden gar nicht begeistert, sondern eben auch die SPD. Sie sagen, das wäre zu viel Arbeit für die Mitarbeiter bei der Telekommunikation. Aber es wären eben auch große Hürden für die Ermittler innerhalb von bestimmten Einsätzen gegen die Kriminalitätsbekämpfung. Deshalb blockiert Nancy Faeser diesen Vorschlag und ist vielmehr für eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung, zum Beispiel von IP-Adressen und wird dabei inzwischen auch unterstützt von den Bundesländern, beispielsweise von Innenminister Herbert Reul aus Nordrhein-Westfalen. Anlass für das Ganze ist unter anderem der Terroranschlag in Moskau, wo 140 Menschen getötet wurden. In Deutschland haben wir auch eine Bedrohungslage durch den Terror. Das weiß die Regierung, etwa 483 Gefährder gibt es hier aktuell auf den islamistischen Terror bezogen. Unser Nachbar Frankreich, der speichert schon länger illegalerweise Daten auf Vorrat. Jetzt haben sie die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Das heißt, jetzt ist es legal, weil wir haben es gerade gehört, der Europäische Gerichtshof hat gesagt, es ist legal, wenn es eben eine Bedrohungslage für die nationale Sicherheit gibt. Das wäre auch hier eine Überlegung, eine Möglichkeit zu sagen, deshalb speichern wir auf Vorrat. Aber es wäre keine dauerhafte Lösung und die wurde eigentlich im Koalitionsvertrag versprochen. Das heißt, man muss sich jetzt hier einigen, nehmen wir dieses Quick-Freeze-Verfahren als dauerhafte Lösung an oder finden wir einen Weg, die Vorratsdatenspeicherung dauerhaft möglich zu machen, so dass sie im besten Fall aber der europäischen Rechtsprechung entspricht. Philippa, danke schön für diese Einordnung. Die Sorgen der Deutschen um Frieden und Sicherheit in Europa, die sind größer geworden. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage für den ARD-Deutschland-Trend hervor. 67 Prozent der Befragten halten demnach Frieden und Sicherheit derzeit für stark oder sehr stark bedroht. Das sind 28 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. Vor diesem Hintergrund ist eine breite Mehrheit für die deutsche Mitgliedschaft in der NATO. 82 Prozent der Befragten gaben an, die NATO sei wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern. Das wichtigste politische Problem, um das sich die Politik nach Meinung der Deutschen vordringlich kümmern sollte, der Themenbereich Flüchtlinge und Migration. Dann schauen wir noch einmal auf die NATO.